Lara Adrian, Geweihte des Todes. Midnight Breed 8. In der Übersetzung von Katrin Kremler. Gelesen von Simon Jäger. Leben oder Tod Die Worte drangen durch die Dunkelheit zu ihr, einzelne Silben ohne Zusammenhang. Das raue Kratzen einer ausdruckslosen, dumpfen Stimme, die in ihrer bleierne Benommenheit drang und sie zwang aufzuwachen, zuzuhören, eine Wahl zu treffen. Leben oder Tod Sie stöhnte auf dem kalten Holzboden unter ihrer Wange, versuchte, die Stimme und die erbarmungslose Entscheidung, die sie forderte, aus ihrem Verstand auszublenden. Es war nicht das erste Mal, dass sie diese Worte, diese Frage hörte. Nicht das erste Mal in den endlosen Stunden, dass sie in der eisigen Stille ihres Blockhauses mühsam ein Augenlid gehoben und mitten in das schreckliche Gesicht eines Monsters gestarrt hatte. Vampir, entscheide dich, flüsterte die Kreatur mit einem langgezogenen Zischen. Sie kauerte über ihr, und sie selbst lag zusammengerollt und zitternd vor Kälte auf dem Boden beim kalten Kamin. Die Fangzähne der Bestie glänzten im Mondlicht, Rasierklingen scharf und tödlich, ihre Spitzen immer noch mit frischem Blut verschmiert. Ihrem eigenen. Die Kreatur hatte sie erst vor wenigen Minuten in den Hals gebissen. Sie versuchte, sich aufzurichten, konnte aber ihre geschwächten Muskeln nicht einmal dazu bringen, sich anzuspannen. Sie versuchte, etwas zu sagen, aber ihr gelang nur ein raues Stöhnen. Ihre Kehle fühlte sich trocken wie Asche an, ihre Zunge geschwollen und träge. Draußen tobte ein Schneesturm, der Winter Alaskas heulte ihr bitter und gnadenlos in den Ohren. Niemand konnte ihre Schreie hören, selbst wenn sie es versucht hätte. Der Vampir konnte sie immer noch sofort töten. Sie wusste nicht, warum er es nicht getan hatte. Sie wusste nicht, warum er sie drängte, auf eine Frage zu antworten, die sie sich die letzten vier Jahre lang fast täglich selbst gestellt hatte. Seit dem Unfall, der ihr den Mann und ihre kleine Tochter genommen hatte. Wie oft hatte sie sich gewünscht, mit ihnen auf dieser vereisten Schnellstraße umgekommen zu sein. Dann wäre alles so viel leichter, so viel weniger schmerzhaft gewesen. Jetzt konnte sie ein stummes Urteil in diesen unverwandten, unmenschlichen Augen spüren, die in der Dunkelheit auf sie gerichtet waren. Blendend hell, die Pupillen geschlitzt wie die einer Katze. Der kahle Schädel und riesenhafte Körper der Kreatur waren von kunstvoll verschlungenen Hautmustern überzogen. Und als sie sie beobachtete, schienen sie in wilden Farben zu pulsieren. Die Stille dehnte sich aus, während er sie geduldig musterte wie ein unter einem Glas gefangenes Insekt. Als er jetzt widersprach, bewegten sich seine Lippen nicht. Die Worte drangen wie Rauch in ihren Schädel ein und sanken tief in ihren Verstand. Die Entscheidung liegt bei dir, Menschenfrau. Sag mir, was du willst. Leben oder Tod? Sie wandte den Kopf ab und schloss die Augen, weigerte sich, die Kreatur anzusehen, weigerte sich, Teil dieses seltsamen Spiels ohne Worte zu sein, das er offenbar mit ihr spielte. Er war ein Raubtier, das mit seiner zappelnden Beute spielte, während es sich überlegte, ob es sie verschonen wollte oder nicht. Wie es endet, liegt an dir. Du entscheidest. Zur Hölle mit dir, murmelte sie undeutlich. Ihre Stimme war belegt und heiser. Eisenstarke Finger schlossen sich hart um ihr Kinn und rissen es herum, bis sie ihm wieder ins Gesicht sah. Er legte den Kopf schief, seine bernsteingelben Katzenaugen waren völlig emotionslos, als er keuchend Atem holte und dann durch seine blutverschmierten Lippen und Fänge sprach. Entscheide dich. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Keine Ungeduld lag in der knurrenden Stimme so nah an ihrem Gesicht. Nur mattes Desinteresse. Eine Apathie, die zu besagen schien, dass es ihm wirklich völlig egal war, wie die Antwort ausfiel. Wut brandete in ihr auf. Sie wollte ihm sagen, er sollte es endlich hinter sich bringen und sie töten, wenn es das war, was er vorhatte. Er würde sie nicht dazu bringen, ihn anzubetteln. Verdammt noch mal! Widerstand kochte in ihr, und ihre Wut schoss ihr die ausgedörrte Kehle hinauf und in ihre Zungenspitze. Aber die Worte wollten nicht kommen. Sie konnte ihn nicht um den Tod bitten, selbst wenn er ihr einziger Ausweg aus dem Schrecken war, der sie hier gefangen hielt. Ihr einziger Fluchtweg vor ihrem Schmerz darüber, die beiden Menschen verloren zu haben, die sie am meisten liebte, und aus der sinnlosen Existenz, die ihr seither geblieben war. Er löste seine Klauen von ihr und sah mit entnervender Ruhe zu, wie sie wieder auf den Boden sackte. Zeit verging, schien sich endlos auszudehnen. Sie kämpfte damit, ihre Stimme wiederzufinden, um das Wort auszusprechen, das sie entweder befreien oder verdammen würde. Und immer noch kauerte er neben ihr, wiegte sich auf den Fersen und schien mit schiefgelegtem Kopf etwas abzuwägen. Dann, zu ihrem Entsetzen und ihrer Verwirrung, streckte er den linken Arm aus und schlitzte sich mit einem klauenartigen Fingernagel das Fleisch an seinem Handgelenk auf. Blut spritzte aus der tiefen Wunde. Scharlachrote Tropfen regneten auf die hölzernen Dielenbretter unter ihm. Er fuhr mit dem Finger in den offenen Schnitt und bohrte ihn in die Muskeln und Sehnen seines Unterarms. »Oh, Scheiße, was machst du da?« Egel schüttelte sie. Ihre Instinkte schrien ihr die Warnung zu, dass gleich etwas Schreckliches passieren würde. Vielleicht noch schrecklicher als der Horror ihrer Gefangenschaft bei diesem albtraumhaften Wesen, das sich von ihrem Blut näherte. »Oh, mein Gott, hör auf! Was zur Hölle machst du da?« Er antwortete nicht. sah sie nicht einmal an, bis er etwas Winziges aus der Wunde in seinem Fleisch hervorgepult hatte und vorsichtig zwischen seinem blutigen Daumen und Zeigefinger hielt. Er blinzelte langsam. Für einen kurzen Augenblick waren seine Augen hinter seinen Lidern verborgen. Dann nagelte er sie wieder mit einem hypnotischen, bernsteingelben Lichtstrahl fest. »Leben oder Tod«, zischte die Kreatur und machte ihre unbarmherzigen Augen schmal. Er beugte sich zu ihr herüber. Immer noch tropfte Blut aus der Wunde in seinem Unterarm, die er sich selbst beigebracht hatte. »Du musst dich entscheiden.« »Sofort!« »Nein«, dachte sie verzweifelt. »Nein!« Irgendwo tief in ihr brandete Wut auf, wie eine Springflut. Sie konnte sie nicht unterdrücken, den Wutanfall nicht zurückhalten, der jetzt ihre wunde Kehle hinaufstieg und mit einem Furienschrei aus ihrem Mund explodierte. »Nein!« Sie hob die Fäuste und schlug auf die nackten Schultern der Kreatur ein, deren harte Haut nichts Menschliches hatte. Sie schlug um sich und tobte, beschimpfte ihn mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, und genoss jeden schmerzhaften Aufprall, wenn ihre Schläge seinen Körper trafen. »Verdammt noch mal! Nein! Fass mich nicht an!« Wieder drosch sie mit den Fäusten auf ihn ein, wieder und wieder, und immer noch kroch er näher heran. »Lass mich in Ruhe, verdammt! Hau ab!« Ihre Fäuste trafen ihn an den Schultern und seitlich am Schädel. Schlag auf Schlag fiel. Selbst dann noch, als eine schwere Dunkelheit sich über sie zu senken begann und sie einhüllte wie ein schweres, nasses Leichentuch, ihre Bewegungen träge machte und ihre Gedanken verwirrte. Ihre Muskeln erschlafften und gehorchten ihr nicht mehr, und immer noch schlug sie auf die Kreatur ein, jetzt langsam, als stünde sie bis zum Hals in einem schwarzen, teergefüllten Ozean. »Nein!« stöhnte sie und schloss die Augen vor der Dunkelheit, die sie umgab. Sie sank tiefer, immer tiefer in eine geräuschlose, schwerelose, endlose Leere hinein. »Nein!« »Lass mich los!« »Verdammt, lass mich los!« Dann, als sie schon dachte, dass die Dunkelheit, die sie einhüllte, sie nie wieder freigeben würde, spürte sie etwas Kühles und Feuchtes an ihrer Stirn, und irgendwo über ihrem Kopf erklang unverständliches Stimmengewirr. »Nein!« murmelte sie. »Nicht!« »Lass mich los!« Mit allerletzter Kraft versetzte sie der Kreatur, die sie niedergedrückt hielt, einen weiteren Schlag. Harte Muskeln absorbierten ihn. Da klammerte sie sich an ihren Entführer, versuchte, ihn zu packen, zu kratzen. Verblüfft spürte sie weichen Stoff in den Händen. Nicht die klamme nackter Haut der Kreatur, die in ihr Haus eingebrochen war und sie gefangen hielt, sondern einen warmen Strickpullover. In ihrem trägen Verstand feuerte ihre Verwirrung einen Warnschuss ab. »Wer?« »Nein, fass mich nicht an!« »Senna! Hören Sie mich!« Der tiefe, rollende Bariton, der so nah an ihrem Gesicht ertönte, war ihr irgendwie vertraut. Seltsam tröstlich. Diese Stimme sprach etwas tief in ihr an und gab ihr etwas zum Festhalten, jetzt, wo nichts als dieses bodenlose, dunkle Meer um sie war. Sie stöhnte, immer noch verloren, doch nun spürte sie einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sie vielleicht überleben würde. Die tiefe Stimme, nach der sie sich jetzt plötzlich verzweifelt sehnte, meldete sich wieder. »Kate! Alex! Ich glaube, sie kommt zu sich. Jetzt wacht sie endlich auf!« Sie holte Atem, schnappte heftig nach Luft. »Lass mich los!« Murmelte sie, unsicher, ob sie ihren Gefühlen trauen konnte, unsicher, ob sie jetzt überhaupt irgendetwas trauen konnte. »Oh Gott, bitte nicht! Fass mich nicht an! Nicht!« »Jenna!« Über ihr, ganz in der Nähe, meldete sich eine Frauenstimme zu Wort. Sanfter Tonfall, nüchterne Besorgnis. Das musste eine Freundin sein. »Jenna! Liebes Ich-Bin's, Alex! Du bist jetzt okay, verstehst du? Du bist in Sicherheit, das verspreche ich dir.« Langsam registrierte sie, was diese Worte bedeuteten, und ein Gefühl von Erleichterung und Trost breitete sich in ihr aus. Ein Gefühl von Frieden, trotz des eisigen Entsetzens, das immer noch durch ihre Adern schoss. Mit großer Anstrengung schaffte sie es, die Augen zu öffnen und die Benommenheit fortzublinzeln, die wie ein Schleier an ihren Sinnen klebte. Drei Gestalten umstanden sie, zwei davon riesig und eindeutig männlich, die dritte groß und schlank. Eine Frau. Ihre beste Freundin, Alexandra Maguire. »Was? Wo bin ich? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch«, beruhigte Alexi. »Nicht reden. Es ist okay. Du bist an einem sicheren Ort, und du kommst wieder in Ordnung.« Jenna blinzelte und versuchte, sich zu konzentrieren. Langsam wurden die Gestalten an ihrem Bett zum Menschen. Als sie sich etwas aufsetzte, erkannte sie, dass ihre Fäuste immer noch den Wollpullover gepackt hielten, den der größere der beiden Männer trug. Der riesenhafte, grimmig wirkende Afroamerikaner mit dem kurzgeschorenen Haar und den Schultern eines Rugby-Spielers, dessen tiefe Stimme sie aus dem entsetzlichen Albtraum zurückgeholt hatte, in dem sie fast ertrunken wäre. Auf den sie, weiß Gott, wie lange erbarmungslos eingedroschen hatte, weil sie ihn für die höllische Kreatur gehalten hatte. »Hallo«, murmelte er, und sein breiter Mund kräuselte sich zu einem kleinen Lächeln. Durchdringende, dunkelbraune Augen hielten ihren erwachenden Blick und schienen ihr tief in die Seele zu dringen. Das warme Lächeln wurde breiter, als sie ihren Todesgriff löste und sich wieder auf das Bett sinken ließ. Schön zu sehen, dass sie sich für das Land der Lebenden entschieden haben. Jenna runzelte die Stirn über seine launige Bemerkung, denn sie erinnerte sich wieder an die schreckliche Entscheidung, die ihr Angreifer ihr aufgezwungen hatte. Sie stieß einen kehligen Seufzer aus und versuchte, ihre neue, unvertraute Umgebung in sich aufzunehmen. Ein wenig fühlte sie sich wie Dorothy, als sie nach ihrer Reise ins Zauberland Oz wieder zu Hause in Kansas aufwachte. Nur, dass ihr Land Oz scheinbar endlose Höllenqualen gewesen wären. Ein schrecklicher, blutgetränkter Horrortrip. Wenigstens der war nun vorbei. Sie sah Alex an. »Wo sind wir?« Ihre Freundin kam näher und drückte ihr ein kühles, feuchtes Tuch an die Stirn. »Du bist in Sicherheit, Jenna. Hier kann dir niemand etwas tun.« »Wo bin ich?« fragte Jenna heftig und spürte eine seltsame Panik in sich aufsteigen. Obwohl sie in einem weichen Bett voller kuscheliger Kissen und Decken lag, fielen ihr sofort die klinisch weißen Wände und die zahlreichen medizinischen Monitore und digitalen Messgeräte auf, die um sie herum im Raum standen. »Was ist das hier? Ein Krankenhaus?« »Nicht direkt«, antwortete Alex. »Wir sind in Boston, in einer privaten Einrichtung. Das war momentan der sicherste Ort für dich und für uns alle.« »Boston? Private Einrichtung?« »Die vage Erklärung war alles andere als beruhigend.« »Wo ist Zack? Ich muss ihn sehen, ich muss mit ihm reden.« Bei der Erwähnung von Jennas Bruder erblasste Alex ein wenig. Sie schwieg lange. Zu lange. Dann sah sie über die Schulter zu dem anderen Mann hinüber, der hinter ihr stand. Mit seinem stacheligen schwarzen Haarschopf, den durchdringenden silbernen Augen und kantigen Wangenknochen kam er Jenna vage bekannt vor. Und nun flüsterte Alex leise seinen Namen. »Kate.« »Ich gehe Gideon holen«, sagte er und streichelte ihr sanft über die Schulter. Dieser Kate war offensichtlich ein Freund von Alex, ein sehr enger sogar. Er und Alex gehörten zusammen. Selbst in ihrem benommenen Zustand konnte Jenna die tiefe Liebe spüren, die zwischen dem Paar knisterte. Als sich Kate von Alex löste, warf er dem anderen Mann einen raschen Blick zu. »Brock, du hast hier alles im Griff, bis ich zurück bin.« Der dunkle Kopf nickte grimmig. Doch als Jenna zu ihm aufsah, sah der riesige Mann namens Brock sie mit derselben beruhigenden Sanftheit an wie vorhin, als sie an diesem seltsamen Ort die Augen geöffnet hatte. Jenna schluckte an einem Angstklumpen, der ihr unaufhaltsam die Kehle hinaufstieg. »Alex, sag mir, was hier los ist. Ich weiß, dass ich angegriffen wurde und gebissen. Oh, Himmel, da war eine, eine Kreatur. Sie ist irgendwie in mein Haus eingedrungen und hat mich angegriffen.« Mit sorgenvoller Miene nahm Alex ihre Hand. »Ich weiß, Liebes. Du musst Schreckliches durchgemacht haben, aber jetzt bist du hier. Du hast es überlebt, Gott sei Dank.« Jenna schloss die Augen und ein wildes Schluchzen wirkte sie. »Alex, es hat von mir getrunken.« Ohne dass sie es bemerkt hatte, war Brock näher ans Bett gekommen. Er stand direkt neben ihr, streckte die Hand aus und streichelte ihr mit den Fingerspitzen seitlich über den Hals. Seine großen Hände waren warm und unglaublich sanft, und Jenna durchströmte ein seltsames Gefühl. Seine zarte Liebkosung brachte ihr Frieden. Ein Teil von ihr wollte protestieren, dass er sie einfach so anfasste, aber ein anderer Teil von ihr, ein hilfsbedürftiger, verletzlicher Teil, den sie am liebsten gar nicht anerkennen, geschweige denn ihm nachgeben wollte, konnte den Trost nicht zurückweisen. Ihr hämmernder Puls beruhigte sich unter dem sanften Rhythmus seiner Finger, die leicht ihren Hals hinauf- und hinunterstrichen. »Besser?« fragte er ruhig, als er seine Hand wegzog. Sie stieß einen leisen Seufzer aus und nickte schwach. »Ich muss wirklich meinen Bruder sehen. Weiß sag, dass ich hier bin.« Alex presste die Lippen zusammen und eine schmerzhafte Stille senkte sich über den Raum. »Jenner, Liebes, mach dir jetzt keine Sorgen über nichts und niemanden, okay? Du hast so viel durchgemacht. Konzentrieren wir uns doch erstmal darauf, dass es dir wieder besser geht. Zack würde das auch wollen.« Wo ist er, Alex? Obwohl Jenner ihre Dienstmarke und die Uniform der Staatspolizei von Alaska schon vor Jahren abgegeben hatte, wusste sie, wenn jemand um den heißen Brei herumredete. Sie merkte sofort, wenn jemand versuchte, andere zu schützen, um ihnen Schmerz zu ersparen. Und genau das tat Alex eben mit ihr. »Was ist mit meinem Bruder passiert? Ich muss ihn sehen. Irgendwas ist mit ihm, Alex. Ich seh's dir doch an. Ich muss sofort raus hier.« Wieder kam Brocks große, breite Hand auf sie zu. Aber dieses Mal stieß Jenner sie weg. Es war nur ein leichter Klaps aus dem Handgelenk gewesen, aber seine Hand wurde zur Seite geschlagen, als hätte sie ihre ganze Kraft in die Bewegung gelegt. Was zum ... Brocks dunkle Augen wurden schmal. Etwas Helles und Gefährliches blitzte in ihnen auf und war schon wieder verschwunden, bevor sie völlig registriert hatte, was sie da sah. Und im selben Augenblick kam Kate mit zwei anderen Männern ins Zimmer zurück. Einer war groß und schlank, athletisch gebaut und sein zerzauster blonder Haarschopf und die randlose hellblaue Sonnenbrille, die ihm tief auf der Nase saß, ließen ihn ein wenig wie einen verrückten Wissenschaftler aussehen. Der andere, dunkelhaarig und mit grimmigem Gesicht, kam in das kleine Zimmer gestapft wie ein mittelalterlicher Herrscher. Allein schon seine Präsenz gebot Aufmerksamkeit und schien schlagartig alle Luft aus dem Raum zu saugen. Jenner schluckte. Als ehemalige Polizeibeamtin war sie es gewohnt, Männer niederzustarren, die doppelt so groß waren wie sie. Sie war nie eine gewesen, die sich leicht einschüchtern ließ. Aber jetzt, beim Anblick dieser mindestens 450 Kilo Muskelmasse und schierer Kraft in Form dieser vier Männer, die jetzt ihr Bett umstanden, ganz zu schweigen von der definitiv tödlichen Ausstrahlung, die diese Typen so lässig zur Schau stellten wie ihre eigene Haut, fiel es ihr verdammt schwer, ihren prüfenden, fast misstrauischen Blicken standzuhalten. Wohin auch immer man sie gebracht hatte und wer auch immer diese Männer waren, zu denen Kate da gehörte, Jenner hatte allmählich den Eindruck, dass diese sogenannte private Einrichtung definitiv keine Klinik war. Und weiß Gott auch kein Country Club. »Sie ist erst ein paar Minuten wach?« fragte der Blonde mit leichtem, britischem Akzent. Als Brock und Alex nickten, ging er zum Bett hinüber. »Hallo, Jenner. Ich bin Gideon. Das ist Lukin.« sagte er und zeigte auf seinen hühnenhaften Begleiter, der neben Brock auf der anderen Seite des Raumes stand. Gideon sah sie stirnrunzelnd über seine Brillengläser an. »Wie fühlen Sie sich?« Sie starrte genauso finster zurück. »Als hätte mich ein Bus überfahren. Und anscheinend hat er mich auch von Alaska bis nach Boston mitgeschleift.« »Es ging nicht anders.« warf Luke in einen und in seiner ruhigen Stimme klang ein Befehlston mit. Das war keiner, der andere um Erlaubnis fragte. Er war hier der Anführer. Gar keine Frage. »Sie sind im Besitz von zu vielen Informationen und brauchten spezielle Behandlung und Beobachtung.« Das klang alles andere als gut. »Wenn ich was brauche, dann ein Rückflugticket nach Alaska. Was immer dieses Monster mir angetan hat, ich habe es überlebt. Ich brauche keine Behandlung oder Beobachtung mehr. Mir geht es hervorragend, und ich will nach Hause.« »Nein«, konterte Luke in Grimmig. »Es geht ihnen nicht gut. Ganz und gar nicht, um genau zu sein.« Obwohl sein Tonfall weder grausam noch bedrohlich gewesen war, durchfuhr sie ein eisiger Angststoß. Sie sah zu Alex und Brock hinüber. Die beiden Menschen, die ihr erst vor wenigen Minuten versichert hatten, dass es ihr gut ging und sie in Sicherheit war. Die beiden Menschen, die tatsächlich geschafft hatten, ihr ein Gefühl von Sicherheit zu geben, nachdem sie aus dem Albtraum erwacht war, den sie immer noch auf ihrer Zunge schmecken konnte. Jetzt sagten sie beide kein Wort. Verletzt wandte sie den Blick ab und fragte sich angstvoll, was dieses Schweigen wirklich zu bedeuten hatte. »Ich muss hier raus. Ich will nach Hause.« Als sie Anstalten machte, die Beine über den Bettrand zu schwingen und aufzustehen, war es nicht Lucan oder Brock und auch keiner der übrigen hühnenhaften Männer, der sie daran hinderte, sondern Alex. Jennas beste Freundin kam und verstellte ihr den Weg, und ihr nüchterner Gesichtsausdruck war effektiver als die bedrohliche Ausstrahlung der vier Muskelprotze im Zimmer. »Jenne, du musst mir jetzt zuhören. Uns allen hier. Es gibt da gewisse Dinge, die du verstehen musst. Darüber, was zu Hause in Alaska passiert ist. Und es gibt da auch Dinge, die wir immer noch herausfinden müssen und auf die vielleicht nur du die Antwort weißt.« Jennas schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß nur, dass ich gefangen, gehalten und angegriffen wurde. Gebissen und ausgesaugt, verdammt! Von etwas, das schlimmer war als ein Albtraum. Das Ding könnte immer noch da draußen in Harmony sein. Ich kann doch nicht tatenlos hier rumsitzen, während dieses Monster womöglich meinem Bruder oder anderen zu Hause dasselbe antut wie mir.« »Das wird es nicht,« sagte Alex. »Die Kreatur, die dich angegriffen hat, der Älteste, ist tot. Er ist keine Gefahr mehr für Harmony. Dafür haben Kate und die anderen schon gesorgt.« Jenna spürte nur einen Anflug von Erleichterung, denn trotz der guten Nachrichten, dass ihr Angreifer tot war, nagte immer noch etwas Eisiges an ihrem Herzen. »Und, Zach, wo ist mein Bruder?« Alex warf einen Seitenblick auf Kate und Brock, die beide näher ans Bett gekommen waren. Alex schüttelte fast unmerklich den Kopf, ihre braunen Augen unter ihrem lockigen, dunkelblonden Haar blickten traurig. »Oh, Jenna, es tut mir so leid.« Sie nahm die Worte ihrer Freundin in sich auf, weigerte sich, ihre Bedeutung zu erfassen. Ihr Bruder, ihr letzter lebender Verwandter war tot. Nein. Sie schluckte, wollte es nicht wahrhaben. Kummer stieg ihr die Kehle hinauf, als Alex tröstend den Arm um sie legte. Während die Trauer sie überrollte wie eine Welle, schossen auch Erinnerungen an die Oberfläche. Alex' Stimme, die sie von außerhalb ihres Blockhauses rief, wo die Kreatur über Jenna in der Dunkelheit lauerte. Sechs wütende, abgehackte Schreie, in denen eine tödliche Drohung mitschwang. Aber an wen gerichtet? Damals war sie nicht sicher gewesen. Und jetzt war sie nicht sicher, ob es überhaupt noch von Bedeutung war. Draußen vor dem Blockhaus hatte ein Schuss gekracht, und keine Sekunde später war die Kreatur aufgesprungen, hatte die verwitterte, hölzerne Haustür durchbrochen und war auf den verschneiten, bewaldeten Hof hinausgestürzt. Sie erinnerte sich an die heulenden Schreie ihres Bruders, an pures Entsetzen, gefolgt von einer schrecklichen Stille. Und dann nichts mehr. Nur noch ein tiefer, unnatürlicher Schlaf und endlose Dunkelheit. Sie wandte sich unter Alex' Arm hervor und schluckte ihren Kummer hinunter. Sie würde nicht zusammenbrechen, nicht vor all diesen Männern mit den grimmigen Gesichtern, die sie alle mit einer Mischung aus Mitleid und vorsichtigem, fragendem Interesse ansahen. Ich werde jetzt gehen, sagte sie und fand nur mit Mühe ihre knallharte Kopfstimme, die auf Streife immer so gut funktioniert hatte. Sie stand auf und fühlte sich kaum wackelig auf den Beinen. Als sie leicht zur Seite schwankte, streckte Brock die Hand aus, um sie zu stützen, aber sie hatte ihr Gleichgewicht wiedergefunden, bevor es zu dieser ungebetenen Hilfe kam. Sie brauchte bei Scott keinen, der sie verhätschelte und ihr das Gefühl gab, schwach zu sein. Alex kann mir zeigen, woher der Ausgang ist. Lucan räusperte sich demonstrativ. Ich fürchte, das ist momentan nicht möglich, sagte Gedeon mit seiner höflichen britischen Art, doch absolut unnachgiebig. Jetzt, wo sie endlich wach und ansprechbar sind, brauchen wir ihre Hilfe. Meine Hilfe? Sie runzelte die Stirn. Wobei denn? Wir müssen herausfinden, was genau zwischen ihnen und dem Ältesten vorgefallen ist. Insbesondere, ob er ihnen irgendwas mitgeteilt oder ihnen auf andere Weise Informationen anvertraut hat. Sie schnaubte. Tut mir leid, ich habe diese Tortur schon mal durchgemacht und habe, weiß Gott, nicht vor, das alles bis ins Detail noch mal für Sie durchzumachen. Nein, besten Dank. Ich will die ganze Sache so schnell wie möglich vergessen. Es gibt ja was, das Sie verstehen müssen, Jenna. Jetzt war es Brock, der sprach. Seine Stimme war leise und klang eher besorgt als fordernd. Bitte, hören Sie uns an. Sie blieb stehen, unsicher geworden, und Gedeon füllte die Stille ihrer Unentschlossenheit. Wir haben sie beobachtet, seit Sie im Hauptquartier angekommen sind, sagte er zu ihr und ging zu einem Tastenfeld hinüber, das in die Wand eingelassen war. Er tippte darauf etwas ein und ein Flachbildschirm senkte sich von der Decke. Das Videobild, das darauf erschien, war offenbar eine Aufnahme von ihr, schlafend in eben diesem Zimmer. Nichts weltbewegendes, nur sie reglos im Bett. Das geht 43 Stunden so, dann beginnt die Sache interessant zu werden. Er gab ein Befehl ein, der die Aufnahme bis zur genannten Stelle vorspulte. Jenner sah sich selbst auf dem Bildschirm und beobachtete skeptisch, wie ihre Videoversion auf dem Bett plötzlich begann, sich immer heftiger zu bewegen und zu winden, bis sie schließlich wild um sich schlug. Sie murmelte etwas im Schlaf, gab eine Reihe von Lauten von sich. Und obwohl sie nichts davon verstand, wusste sie irgendwie, dass es Worte und Sätze waren. Ich verstehe das nicht, was ist da los? Wir hofften, dass Sie uns das sagen können. sagte Lucan. Erkennen Sie diese Sprache, die Sie da sprechen? Sprache? Hört sich eher an wie sinnloser Blödsinn. Sind Sie sicher? Er schien nicht überzeugt. Gideon, das nächste Video. Eine andere Aufnahme füllte den Monitor aus. Bilder im Schnellvorlauf zur nächsten Episode, diese sogar noch verstörender als die erste. Völlig gebannt sah Jenna zu, wie ihr Körper auf dem Monitor wild zuckte und um sich trat, begleitet vom surrealen Soundtrack ihrer eigenen Stimme, die etwas sagte, das für sie absolut keinen Sinn ergab. Sie war sonst keine, die sich leicht Angst machen ließ, aber in ihrer derzeitigen Situation waren diese Videoaufnahmen wie aus dem Irrenhaus so ziemlich das Allerletzte, was sie sehen wollte. Schalten Sie es aus, murmelte sie. Bitte, das reicht mir jetzt. Wir haben Stunden mit solchem Videomaterial, sagte Lucan, als Gideon das Video abschaltete. Wir haben Sie die ganze Zeit rund um die Uhr überwacht. Die ganze Zeit? wiederholte Jenna. Wie lange bin ich denn schon hier? Fünf Tage, antwortete Gideon. Zuerst dachten wir, Sie wären in ein traumabedingtes Koma gefallen, aber Ihre Lebensfunktion und Ihr Blutbild waren die ganze Zeit übernormal. Vom medizinischen Standpunkt aus haben Sie nur … Er schien das richtige Wort zu suchen. Geschlafen. Fünf Tage lang, wiederholte sie, um sicherzugehen, dass sie ihn richtig verstanden hatte. Niemand schläft einfach so fünf Tage durch. Da muss was mit mir nicht in Ordnung sein. Herr im Himmel, nach allem, was passiert ist, sollte ich schleunigst zu einem Arzt in ein richtiges Krankenhaus. Lucan schüttelte ernst den Kopf. Einen besseren Experten als Gideon können Sie an der Oberfläche nicht finden. Das ist keine Sache, mit der die Ärzte ihrer Spezies umgehen können. Oberfläche? Meiner Spezies? Was soll das nun wieder heißen? Jenna, sagte Alex und nahm ihre Hand. Ich weiß, du musst völlig durcheinander und verängstigt sein. Mir ging es für eine Weile genauso, obwohl ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen kann, was du durchgemacht hast. Aber du musst jetzt stark sein. Du musst uns vertrauen, mir vertrauen, dass du wirklich in den bestmöglichen Händen bist. Wir helfen dir. Wir finden das raus, versprochen. Rausfinden? Was wollt ihr rausfinden? Sag's mir, verdammt, ich muss wissen, was wirklich hier los ist. Zeig ihr die Röntgenbilder, murmelte Lucan Gideon zu, der mit einigen schnellen Tastatureingaben die Bilder auf dem Monitor aufrief. Dieses erste wurde nur Minuten nach ihrer Ankunft hier im Hauptquartier gemacht, erklärte er, als ein Schädel mit dem oberen Teil der Halswirbelsäule über ihnen aufleuchtete. Zwischen dem obersten Wirbel und der Schädelbasis erstrahlte ein wütend heller Fleck von der Größe eines Reiskorns. Als sie endlich ihre Stimme wiederfand, zitterte sie ein wenig. Was ist das? Das wissen wir nicht genau, antwortete Gideon sanft. Er rief ein anderes Röntgenbild auf. Das hier wurde 24 Stunden später gemacht. Wie Sie sehen können, beginnen dem Objekt winzige, fadenähnliche Fühler zu wachsen. Als Jenna hinsah, spürte sie, wie Alex Finger sich um ihre eigenen schlossen. Ein weiteres Bild erschien auf dem Monitor, und auf diesem war deutlich zu erkennen, dass die Fühler des hellleuchtenden Objekts begonnen hatten, sich mit ihrer Wirbelsäule zu verflechten. »Oh Gott!«, flüsterte sie, hob die freie Hand und betastete die Haut in ihrem Nacken. Sie drückte fest zu und wirkte fast, als sie dort die schwache Erhebung des Gegenstands spürte, der in sie eingepflanzt war. »Er hat das mit mir gemacht?« »Leben oder Tod?« »Du hast die Wahl.« Jenna Tuckadaro. Jetzt erinnerte sie sich wieder an die Worte des Monsters und auch an die Wunde, die es sich selbst beigebracht hatte, das fast unsichtbar winzige Objekt, das es sich aus dem eigenen Fleisch gepult hatte. »Leben oder Tod?« »Entscheide dich.« »Er hat mir etwas eingesetzt.« murmelte sie. Der leichte Schwindel, den sie vor einigen Augenblicken gespürt hatte, kam nun heftig wieder. Ihre Knie gaben nach. Noch bevor sie auf dem Boden landete, hatten Brock und Alex sie an den Armen genommen und stützten sie. So schrecklich es war, Jenna konnte die Augen nicht von dem Röntgenbild losreißen, das den Bildschirm über ihnen ausfüllte. »Oh mein Gott!« stöhnte sie. »Was zur Hölle hat dieses Monster bloß mit mir gemacht?« Luke entstarrte sie an. »Das ist es, was wir herausfinden wollen.« Vom Korridor vor der Krankenstation aus sahen Brock und die anderen Krieger einige Minuten später zu, wie sich Alex auf den Bettrand setzte und ihre Freundin leise tröstete. Jenna brach nicht zusammen. Sie ließ sich von Alex liebevoll umarmen, aber ihre haselnussbraunen Augen blieben trocken. Sie starrte mit unergründlicher Miene vor sich hin, reglos vor Schock. Bidyen räusperte sich, wandte den Blick vom kleinen Sichtfenster der Tür zum kranken Zimmer ab und brach das Schweigen. »Das hätte auch schlimmer laufen können.« Brock stieß ein leises Knurren aus. »Wenn man bedenkt, dass sie gerade aus einem fünftigen Koma aufgewacht ist, nur um zu erfahren, dass ihr Bruder tot ist, der Urahn aller Blutsauger sie zur Ader gelassen hat, sie dann gegen ihren Willen hierher gebracht wurde. Und ach ja, übrigens, haben wir da auch noch was in deiner Wirbelsäule gefunden, das vermutlich nicht von diesem Planeten stammt. Also Glückwunsch. Du hast beste Chancen, zum Cyborg zu werden.« Er stieß einen trockenen Fluch aus. »Scheiß ist es abgefuckt.« »Kann man wohl sagen«, sagte Luken. »Aber es wäre viel schlimmer, wenn wir die Situation nicht unter Kontrolle hätten. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, die Frau ruhig zu halten und genau zu beobachten, bis wir klarer sehen, was für ein Implantat das ist, ob es etwas für uns bedeuten könnte und wenn ja, was. Zudem muss der Älteste einen Grund gehabt haben, um das Ding überhaupt in sie einzupflanzen. Und den müssen wir herausfinden. Je eher, desto besser.« Brock nickte zustimmend, wie auch der Rest seiner Brüder. Es war nur eine kleine Bewegung, doch als er seine Nackenmuskeln anspannte, schoss ihm eine heftige Schmerzattacke in den Schädel. Er drückte die Finger gegen die Schläfen und wartete, dass sie vorübergingen. Neben ihm runzelte Kate seine tiefschwarzen Brauen über den silbernen Wolfsaugen. »Alles okay?« »Könnte nicht besser sein,« murmelte Brock, irritiert, dass Kate seine Besorgnis so öffentlich zeigte, auch wenn der Krieger wie ein Bruder für ihn war. Und obwohl Jenners schreckliche Schmerzen ihn innerlich zerfetzten, tat Brock sie mit einem Schulterzucken ab. »Keine große Sache war ja nicht anders zu erwarten.« »Du absorbierst die Schmerzen dieser Frau seit fast einer Woche,« erinnerte ihn Logan. »Wenn du mal eine Pause brauchst.« Brock zischte einen Fluch. »Mir fehlt nichts, als ein paar Stunden Patrouille heute Nacht nicht kurieren könnten.« Sein Blick wanderte zu dem kleinen Sichtfenster in der Tür des Krankenzimmers. Wie alle Angehörigen des Stammes verfügte Brock über eine übersinnliche Gabe, die nur er allein besaß. Mit seiner Fähigkeit, Schmerz und Leiden von Menschen zu absorbieren, hatte er Jenna seit ihrem Martyrium in Alaska in einem halbwegs schmerzfreien Zustand stabilisiert. Aber mehr als erste Hilfe konnte er nicht leisten. Jetzt, wo sie wieder bei Bewusstsein war und im Orden wichtige Informationen über ihre Zeit mit dem Ältesten und die außerirdische Materie liefern konnte, die er ihr eingepflanzt hatte, war sein Job getan und Jenna Darrow wieder auf sich allein gestellt. »Das ist noch was, das ihr alle wissen müsst«, sagte Brock und sah zu, wie sie ihre nackten Beine vorsichtig über den Bettrand schwang und aufstand. Er versuchte nicht zu bemerken, wie ihr der weiße Krankenhauskittel die Oberschenkel hinaufrutschte, kurz bevor ihre Füße den Boden berührten. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, wie überraschend schnell sie ihr Gleichgewicht wiederfand. Nach den fünf Tagen im unnatürlichen Koma trugen ihre Muskeln ihr Gewicht erstaunlich sicher. Sie ist stärker, als sie sein sollte. Sie kann ohne Hilfe gehen und vor ein paar Minuten, als nur Alex und ich bei ihr drin waren, hat sich Jenna aufgeregt, weil sie ihren Bruder sehen wollte. Ich wollte sie berühren und beruhigen und sie hat meine Hand abgewehrt. Hat sie einfach weggeschlagen, als wäre das ein Klacks für sie. Kate hob die Brauen. »Mal ganz davon abgesehen, dass du ein Stammesvampir mit den entsprechenden Reflexen bist, wiegst du auch über siebzig Kilo mehr als diese Frau.« »Genau das meine ich, Mann.« Brock sah zu Luken und den anderen. »Ich glaube nicht, dass sie realisiert hat, was das bedeutet, aber ihre Kraft ist unglaublich. Sie hat mich fast umgeworfen, ohne dass sie es wirklich versucht hat.« »Lieber Himmel«, flüsterte Luken, die Kiefermuskeln angespannt. »Auch ihre Schmerzen sind jetzt stärker als vorher«, fügte Brock hinzu. »Ich weiß nicht, was da los ist, aber alles an ihr scheint jetzt, wo sie wach ist, irgendwie intensiver zu werden.« Lukens Stirnrunzeln vertiefte sich, als er Gideon ansah. »Und wir sind sicher, dass sie eine Normalsterbliche ist und keine Stammesgefährtin.« »Ganz gewöhnliche Homo sapiens«, bestätigte das Universalgenie des Ordens. »Als ihr sie aus Alaska eingeflogen habt, habe ich Alexandra sofort gebeten, sich die Haut ihrer Freundin genau anzusehen. Da war nirgendwo ein Tränen- und Mondsichelmuttermal auf Jenners Körper. Und was ihr Blutbild und ihre DNA angeht, waren alle Proben, die ich ihr entnommen habe, auch sauber. Seither habe ich alle 24 Stunden Tests gemacht. Keinerlei Auffälligkeiten. Abgesehen von diesem Implantat ist alles an ihr völlig banal.« Banal. Fast hätte Brock geschnaubt über das unangemessene Wort. Natürlich waren weder Gideon noch die anderen Krieger bei Jenners Ganzkörperuntersuchung nach ihrer Ankunft im Hauptquartier dabei gewesen. Die meiste Zeit war sie vor Schmerzen bewusstlos gewesen, seit Brock, Kate, Alex und der Rest des Teams die Heimreise aus Alaska nach Boston angetreten hatten. Weil er der Einzige war, der sie schmerzfrei halten konnte, war Brock angewiesen worden, an Jenners Seite zu bleiben und die Situation so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Seine Rolle hätte rein professionell sein sollen, emotionslos und distanziert. Nur ein Spezialwerkzeug, das man für den Notfall bereithielt. Und doch hatte er auf den Anblick von Jenners nacktem Körper beunruhigend unprofessionell reagiert. Es war schon fünf Tage her, aber er erinnerte sich immer noch so deutlich an jeden Zentimeter ihrer elfenbeinweißen Haut, als sähe er sie gerade wieder vor sich. Allein beim Gedanken daran beschleunigte sich sein Puls. Er erinnerte sich an jede glatte Rundung und sanfte Mulde, jedes kleine Muttermal, jede Narbe, von der verblassten Kaiserschnittnarbe auf ihrem Unterbauch zu den verheilten Schnitt- und Platzwunden, die ihren Rumpf und ihre Oberarme sprengelten und ihm sagten, dass sie schon mindestens einmal in ihrem Leben mitten durch die Hölle gegangen war. Und er war alles andere als emotionslos und distanziert gewesen, als Jenna plötzlich von einem Krampfanfall geschüttelt wurde, kurz nachdem Alex ihre vergebliche Suche nach dem Muttermal beendet hatte, das ihre Freundin als Stammesgefährtin ausgewiesen hätte, wie Alex und die anderen Frauen, die im Hauptquartier des Ordens lebten. Er hatte ihr beide Hände seitlich an den Hals gelegt und den Schmerz aus ihr herausgezogen, sich nur allzu sehr bewusst, wie weich und zart ihre Haut unter seinen Fingerspitzen war. Beim Gedanken daran ballte er die Fäuste. Er sollte nicht an diese Frau denken, weder nackt noch sonst wie. Bloß, dass er jetzt, wo er damit angefangen hatte, an verdammt wenig anderes mehr denken konnte. Und als sie aufsah und durch das kleine Sichtfenster in der Tür seinen Blick fing, durchzuckte ihn eine unwillkommene Hitze wie ein Brandpfeil. Dass er scharf auf sie war, war schon schlimm genug, doch es war das seltsame Gefühl, sie beschützen zu wollen, das ihn wirklich aus dem Gleichgewicht brachte. Es hatte schon in Alaska begonnen, als er und die anderen Krieger sie gefunden hatten, und in den Tagen, die sie nun schon im Hauptquartier war, hatte es nicht nachgelassen. Es war nur noch stärker geworden, als er sie beobachtet hatte, wie sie gegen den tiefen Schlaf ankämpfte, der sie bewusstlos hielt, seit sie ihrem Martyrium durch den Ältesten in Alaska entkommen war. Immer noch sah sie ihn von der anderen Seite des Krankenzimmers aus an. Auf der Hut. Fast schon misstrauisch. Da war keine Schwäche in ihren Augen und ihrem leicht gehobenen Kinn. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, war Jenna Darrow ganz klar eine starke Frau, und er ertappte sich bei dem Gedanken, dass eine in Tränen aufgelöste und hysterische Jenna ihm lieber gewesen wäre, als diese kühle und beherrschte Frau, deren unverwandter Blick ihn nicht loslassen wollte. Sie war ruhig und stoisch, so tapfer, wie sie schön war, und das machte sie weiß Gott nur noch faszinierender für ihn. »Wann hast du das letzte Mal Blut und DNA getestet?« fragte Lucan, und seine ernste, mit leiser Stimme gestellte Frage riss Brock aus seinen Gedanken. Gideon schob seinen Hemdsärmel hoch und sah auf die Uhren. »Für etwa sieben Stunden!« Lucan wandte sich mit einem Grunzlaut von der Tür des Krankenzimmers ab. »Mach alles noch mal. Wenn ihre Werte sich seither auch nur um ein Jota verändert haben, will ich das wissen.« Gideon nickte eifrig. »Nachdem, was Brock uns erzählt hat, würde ich auch gerne einige Kraft- und Belastungstests mit ihr machen. Wir brauchen möglichst umfassende Messdaten von ihr, nur so können wir herausfinden, womit genau wir es hier zu tun haben.« »Du hast freie Hand«, sagte Lucan grimmig. »Nur mach es schnell. Das hier ist wichtig, aber wir können uns trotzdem nicht leisten, uns davon bei unseren anderen Missionen aufhalten zu lassen.« Brock senkte den Kopf zusammen mit den übrigen Kriegern. Er wusste so gut wie alle anderen, dass ein normalsterblicher Mensch im Hauptquartier eine zusätzliche Belastung für den Orden darstellte, dessen größter Feind sich immer noch auf freiem Fuß befand. Ein wahnsinniger Stammes ältester namens Dragos, den der Orden schon fast ein Jahr lang verfolgte. Dragos hatte jahrzehntelang im Geheimen gearbeitet, unter diversen falschen Identitäten und in geheimen, mächtigen Bündnissen. Seine Operation hatte mittlerweile zahlreiche und weitgehende Ableger, wie die Krieger nach und nach entdeckt hatten, und jeder einzelne dieser Fangarme arbeitete zusammen mit den anderen nur auf ein einziges Ziel zu. Dragos die Alleinherrschaft über den Stamm und die ganze Menschheit zu verschaffen. Erste Priorität des Ordens waren seine Eliminierung und die schnelle, endgültige Auflösung seiner ganzen Operation. Der Orden wollte Dragos an der Wurzel packen, aber auch hier gab es Komplikationen, denn in letzter Zeit war er spurlos verschwunden, und wie immer versteckte er sich hinter zahlreichen Schutzmaßnahmen, bei seinen geheimen Verbündeten in der Stammesbevölkerung, vielleicht auch außerhalb. Dragos gebot auch über eine ganze Armee hochspezialisierter Killer, jeder einzelne von ihnen eigens gezüchtet und von Geburt an zum Töten abgerichtet. Die direkten Nachkommen des Außerirdischen, den Dragos gefangen gehalten hatte, bis er vor einigen Wochen nach Alaska geflohen und dort getötet worden war. Brock sah ins Krankenzimmer, wo Jenner begonnen hatte, auf und ab zu gehen wie ein eingesperrtes Tier, im Käfig. Zu sagen, dass der Orden derzeit alle Hände voll zu tun hatte, war die Untertreibung des Jahres. Jetzt, wo sie wach war, wurde er wenigstens hier nicht mehr gebraucht. Dank seiner Gabe hatte Jenner die letzte Woche überstanden. Von nun an würden Gedeon und Lucan entscheiden, wie es mit ihr weitergehen sollte. Im Krankenzimmer wandte Alex sich von ihrer Freundin ab und näherte sich der Tür. Sie öffnete sie und schlüpfte auf den Gang hinaus. Ihre braunen Augen unter dem dunkelblonden Pony blickten besorgt. Wie geht's ihr? Fragte Kate und kam auf seine Liebste zu, als zöge die Schwerkraft ihn zu ihr hin. Das frisch blutsverbundene Paar hatte sich bei Kates Mission in Alaska kennengelernt, aber, dachte Brock, wenn man den Krieger und seine hübsche Buschpilotin zusammen sah, konnte man kaum glauben, dass sie erst ein paar Wochen zusammen waren. Raucht Jenna irgendwas, Schatz? Sie ist verwirrt und aufgeregt, ist ja verständlich, sagte Alex. Sie kam auf ihn zu und kuschelte sich an ihn. Nach einer langen Dusche und in frischen Sachen wird sie sich besser fühlen. Sie sagt, da drin fällt ihr die Decke auf den Kopf. Sie möchte etwas spazieren gehen und sich die Beine vertreten. Ich hab ihr gesagt, ich geh mal fragen, ob das in Ordnung ist. Dabei sah Alex Lucan an. Richtete die Frage an das älteste Mitglied des Ordens, seinen Gründer und Anführer. Jenna ist keine Gefangene hier, antwortete er. Natürlich kann sie sich waschen, anziehen und spazieren gehen. Danke, sagte Alex, und die leichte Unsicherheit in ihren Augen wich fröhlicher Dankbarkeit. Ich hab ihr schon gesagt, dass sie hier keine Gefangene ist, aber sie hat mir nicht geglaubt. Nach allem, was sie durchgemacht hat, ist das wohl auch kein Wunder. Dann geh ich mal und sag es ihr, Lucan. Als sie sich umdrehte, um wieder ins Krankenzimmer zu schlüpfen, räusperte sich der Anführer des Ordens. Cates Gefährtin blieb stehen und warf einen Blick über die Schulter, und Lucans strenger Blick schien ihr etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jenna darf sich frei bewegen und so ziemlich alles tun, was sie möchte, solange immer jemand dabei ist und sie nicht versucht, das Hauptquartier zu verlassen. Sieh zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Wenn sie sich für ihren Spaziergang im Hauptquartier fertig gemacht hat, wird Brock mit ihr gehen und dafür sorgen, dass sie sich nicht verläuft. Brock musste sich schwer zusammennehmen, um sich den Fluch zu verkneifen, der ihm auf der Zunge lag. Na toll, dachte er und hätte den Auftrag, der ihn nun weiter an Jenna Darrows Seite fesselte, am liebsten abgelehnt. Stattdessen nahm er Lucans Befehl mit einem ernsten Nicken entgegen. Jenna rammte die Fäuste in die Taschen des weißen Frotte-Bademantels, den sie über ihrem dünnen Krankenhauskittel trug. Ihre Füße fanden kaum Halt in den neuen, aber übergroßen Männerschlappen, die Alex in einer Schrankschublade im Krankenzimmer gefunden hatte, wo Jenna vor knapp einer Stunde aufgewacht war. Sie schlurfte neben ihrer Freundin über einen hell erleuchteten weißen Marmorkorridor, der sich durch ein scheinbar endloses Labyrinth ähnlicher Gänge wand. Jenna fühlte sich seltsam benommen, nicht nur von dem Schock darüber, dass ihr Bruder tot war, sondern auch, weil der Albtraum, aus dem sie erwacht war, mit ihrem Überleben noch nicht zu Ende war. Das Monster, das sie in ihrem Haus angefallen hatte, mochte ja tot sein, wie man ihr gesagt hatte, doch war sie immer noch nicht frei von ihm. Seit sie die Röntgenaufnahmen und die Überwachungsvideos aus dem Krankenzimmer gesehen hatte, wusste sie mit absoluter, grauenvoller Gewissheit, dass ein Teil dieses Monsters sie immer noch in seinen grausamen Klauen hielt. Allein das schon wäre eigentlich genug, um vor Entsetzen zu schreien. Tief in ihr herrschten Angst und Kummer, aber sie gab sich alle Mühe, die Hysterie zu unterdrücken, die in ihr brodelte, weigerte sich, diese Art von Schwäche zu zeigen, selbst ihrer besten Freundin gegenüber. Aber gleichzeitig spürte sie auch eine tiefe Ruhe in sich, wie schon die ganze Zeit im Krankenzimmer. Und zwar vom Augenblick an, als Brock seine Hände auf sie gelegt und ihr versprochen hatte, dass sie in Sicherheit war. Diese Zusicherung, zusammen mit ihrer eigenen eisernen Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen, war es, was ihren Zusammenbruch verhinderte, als sie jetzt, zusammen mit Alex, die labyrinthartigen Korridore durchwanderte. Wir sind schon fast da, sagte Alex und führte sie um eine Biegung in einen weiteren langen Gang. Ich dachte, es ist angenehmer für dich, bei mir und Kate in der Wohnung zu duschen und dich umzuziehen, als drüben in der Krankenstation. Jenna gelang ein vages Nicken, obwohl sie sich kaum vorstellen konnte, sich irgendwo an diesem seltsamen, unvertrauten Ort wohl zu fühlen. Sie ging vorsichtig und ihre eingerosteten Bulleninstinkte flackerten auf, als sie an immer neuen Türen ohne Aufschrift vorübergingen. Hier gab es kein einziges Fenster nach draußen, nichts, das Aufschluss darüber gab, wo sich diese sogenannte Einrichtung befand, noch darüber, was sich hinter diesen Wänden verbarg. Man konnte nicht einmal sagen, ob es draußen Tag oder Nacht war. Hier, wie auch in allen anderen Korridoren, waren überall kleine schwarze Halbkugeln an der Decke angebracht, in denen sich offenbar Überwachungskameras verbargen. Es war alles sehr Hightech, sehr abgeschottet und sehr gesichert. »Was ist das hier? Ein Regierungsgebäude?« fragte sie und äußerte ihren Verdacht laut. »Definitiv keine Zivilbehörde. Ist es eine Einrichtung der Armee?« Alex warf hier einen zögernden, prüfenden Seitenblick zu. »Es ist noch viel sicherer als das. Wir sind hier etwa dreißig Stockwerke unter der Erde, in einem Außenbezirk von Boston.« »Ein Bunker also,« riet Jenner und versuchte immer noch, sich einen Reim auf das alles zu machen. »Wenn er nicht der Regierung oder der Armee gehört, wem dann?« Alex schien einen Augenblick länger als nötig, über ihre Antwort nachzudenken. »Das unterirdische Hauptquartier und das gesicherte Anwesen darüber gehören dem Orden.« »Dem Orden,« wiederholte Jenner und dachte, dass Alex' Erklärung mehr Fragen aufwarf als beantwortete. »An einem Ort wie diesem war sie noch nie gewesen. Sein Hightech-Design hatte etwas Fremdartiges. Es war so ganz anders als alles, was sie im ländlichen Alaska oder an den Orden im US-amerikanischen Kernland, die sie kannte, jemals gesehen hatte. Dieser fremdartige Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass der polierte weiße Marmor unter ihren Schlappen mit Intarsien aus glänzendem schwarzem Stein verziert war, die ein unendliches Muster seltsamer Symbole bildeten. Kunstvolle Schnörkel und komplexe geometrische Formen, die irgendwie an Stammestatuts erinnerten. Dermaglyphen. Das Wort drang aus dem Nichts in ihre Gedanken, die Antwort auf eine Frage, die sie nicht einmal hätte formulieren können. Es war ein unbekanntes Wort, so unvertraut wie ihre ganze Umgebung und die Leute, die offenbar hier lebten. Und doch gab die Gewissheit, mit der ihr Verstand ihr diesen Begriff geliefert hatte, ihr das Gefühl, als hätte sie es schon tausende von Malen gedacht oder gesagt. Unmöglich. Jenner, alles okay mit dir? Alex blieb einige Schritte vor Jenner auf dem Korridor stehen. Bist du müde? Legen wir eine Pause ein. Nein, alles in Ordnung. Sie spürte, dass sie die Stirn runzelte, als sie von dem kunstvollen Muster auf dem glatten Marmorboden aufsah. Ich bin bloß durcheinander. Und das lag nicht nur an dem seltsamen Ort, an dem sie sich wiedergefunden hatte. Alles fühlte sich anders an, sogar ihr eigener Körper. Nach fünf Tagen Bewusstlosigkeit in einem kranken Bett müsste sie doch eigentlich völlig erschöpft sein, dachte sie, selbst nach dieser kurzen Strecke, die sie eben gegangen war. Nach so langer Inaktivität erholten Muskeln sich normalerweise nicht so schnell ohne Schmerzen und etwas Training. Das wusste sie aus eigener Erfahrung nach ihrem Unfall vor vier Jahren, der sie auf die Intensivstation des Krankenhauses von Fairbanks gebracht hatte. Derselbe Unfall, bei dem ihr Mann und ihre kleine Tochter umgekommen waren. Jenna erinnerte sich nur zu gut an die wochenlangen harten Reha-Maßnahmen, bis sie wieder hatte aufstehen und gehen können. Doch jetzt, seit sie aus ihrem Martyrium erwacht war, fühlten sich ihre Glieder so stark und beweglich an, als hätte es die lange Ruhepause gar nicht gegeben. Ihr Körper fühlte sich seltsam belebt an, stärker als vorher und doch irgendwie nicht ganz wie ihr eigener. Das alles ergibt auch gar keinen Sinn, murmelte sie, als sie und Alex ihren Weg über den langen Korridor wieder aufnahmen. Ach, Jen. Alex legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. Ich weiß, wie verwirrend das alles für dich sein muss. Glaub mir, das weiß ich wirklich. Ich wünsch mir so, dass alles wäre gar nicht passiert. Wenn man doch nur irgendwie ungeschehen machen könnte, was du durchgemacht hast. Jenna blinzelte langsam und registrierte, wie ernst es ihrer Freundin war. Sie hatte Fragen, so viele Fragen, aber als sie tiefer in das Labyrinth von Korridoren gingen, drang aus einem Raum mit Glaswand weiter vorne Stimmengewirr. Sie hörte Brocks tiefen, rollenden Bariton und die hellere Stimme des Mannes mit dem britischen Akzent, der immer so schnell redete und Gideon hieß. Als sie und Alex sich dem Versammlungsraum näherten, sah sie, dass der, der Luke hieß, auch da war, wie auch Kate und zwei andere, die die tödliche Ausstrahlung, die diese Typen offenbar mit derselben Lässigkeit zur Schau trugen, wie ihre schwarzen Drillichhosen und gut bestückten Waffengürtel nur noch verstärkten. Das ist das Techniklabor, erklärte er Alex. Das ganze Computerequipment da drin ist Gideons reich. Kate sagt, er ist ein absolutes Technikgenie und es gibt eigentlich nichts, womit er sich nicht auskennt. Als sie im Korridor stehen blieben, sah Kate auf und warf Alex durch die Scheibe einen langen Blick zu. Elektrische Spannung knisterte in seinen silbernen Augen und Jenna hätte schon bewusstlos in ihrem Krankenbett liegen müssen, um die Hitze zwischen Alex und ihrem Liebsten nicht zu spüren. Sie selbst hingegen wurde von allen anderen angestarrt, die in dem rundum verglasten Raum versammelt waren. Lukin und Gideon drehten sich beide zu ihr um, so wie auch zwei andere riesenhafte Männer, die sie nicht kannte. Der eine, ein ernst wirkender Blonder mit goldenen Augen, dessen starrender Blick sich so kalt und gefühllos wie eine Klinge anfühlte, der andere hatte olivfarbene Haut, eine dichte, schokoladenbraune Mähne und topazfarbene Augen mit langen Wimpern und die linke Hälfte seines ansonsten makellosen Gesichts wurde von wucherndem Narbengewebe verunstaltet. Die beiden starrten sie unverhohlen an. In ihren Blicken lagen Neugier und auch eine Spur Misstrauen. Das sind Hunter und Rio, sagte Alex und zeigte auf den bedrohlich wirkenden Blonden und den vernarbten Dunklen. Auch sie gehören zum Orden. Jenner nickte ihnen vage zu. Sie fühlte sich für diesen Männern so deutlich sichtbar wie damals an ihrem ersten Tag bei der Staatspolizei von Alaska. Als Grünschnabel, frisch von der Polizeiakademie und noch dazu als Frau. Doch hier lag es weniger an Diskriminierung von Frauen oder den üblichen männlichen Unsicherheiten. Von diesem Blödsinn hatte sie während ihrer Polizistenlaufbahn genug abbekommen, um zu erkennen, dass es hier um etwas ganz anderes ging. Etwas, das viel tiefer ging. Hier hatte sie das Gefühl, dass allein schon ihre Anwesenheit an diesem Ort geheiligtes Territorium verletzte. Diese fünf Augenpaare, die sie musterten, gaben ihr unausgesprochen deutlich zu verstehen, dass sie hier an diesem Ort und unter diesen Leuten der ultimative Außenseiter war. Selbst Brocks dunkle, faszinierende Augen begutachteten sie ernst und schienen zu sagen, dass er sie hier nicht gerne sah, obwohl er sie doch im Krankenzimmer mit solcher Freundlichkeit und Fürsorglichkeit behandelt hatte. Da rannte er bei Jenner offene Türen ein. Sie neigte dazu, der unausgesprochenen Botschaft zuzustimmen, die sie durch die Glaswände des Techniklabors bekam. Sie gehörte nicht hierher. Das waren nicht ihre Leute. Nein, etwas an jedem der harten, unergründlichen Gesichter, die sie so unverwandt ansahen, sagte ihr, dass es überhaupt nicht ihre Leute waren. Sie waren etwas anderes. Aber konnte sie nach allem, was sie in ihrem Haus in Alaska durchgemacht und was sie von sich selbst im Krankenzimmer gesehen hatte, überhaupt noch sicher sein, was sie selbst eigentlich war? Die Frage jagte ihr eisigen Schrecken ein. Darüber wollte sie nicht nachdenken. Sie wollte kaum wahrhaben, dass etwas so Monströses und Entsetzliches wie die Kreatur, die sie stundenlang in ihrem eigenen Zuhause gefangen gehalten hatte, sich von ihr genährt, ihr diese fremde Materie implantiert und ihr Leben – oder was davon noch übrig war – völlig auf den Kopf gestellt hatte. Was würde nur aus ihr werden? Wie konnte sie jemals wieder die Frau sein, die sie gewesen war? Jenner brach fast zusammen unter der Last immer neuer Fragen, über die sie noch nicht nachzudenken wagte. Und dann stieg zu allem Überfluss auch noch das Gefühl von Desorientierung wieder in ihr auf, das sie durch die Korridore des Hauptquartiers verfolgt hatte, starker denn je. Alles um sie herum schien plötzlich seltsam verstärkt, vom leisen Summen der Neonröhren an der Decke, deren Licht zu grell für ihre empfindlichen Augen war, bis hin zum Trommeln ihres Herzens, das immer schneller zu rasen begann und ihr zu viel Blut durch die Adern pumpte. Ihre Haut fühlte sich zu eng an und umschloss einen Körper, in dem sich ein seltsames, neues Gefühl von Bewusstsein regte. Sie hatte es schon von dem Augenblick angespürt, als sie im Krankenzimmer die Augen geöffnet hatte. Und statt, dass es nachließ, wurde es immer stärker. Eine seltsame neue Kraftschiene in ihr zu wachsen. Sie dehnte sich aus, regte sich, erwachte. Er ist irgendwie komisch, sagte sie zu Alex, als ihr der Puls in den Schläfen dröhnte und ihre Hände feucht wurden, die sie tief in den Taschen ihres Bademantels zu Fäusten geballt hatte. Ich glaube, ich muss raus an die frische Luft. Alex streckte die Hand aus und strich Jenna eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Unser Quartier ist gleich da vorne. Nach einer heißen Dusche geht's dir gleich besser, du wirst sehen. Okay, murmelte Jenna und ließ sich wegführen, fort von der gläsernen Wand des Techniklabors und den entnervenden Blicken, die ihr folgten. Einige Meter vor ihnen in der geschwungenen Halle glitt eine Lifttür auf. Drei Frauen in schneeüberzuckerten Wintermänteln und nassen Stiefeln kamen heraus, gefolgt von einem ähnlich vermummten kleinen Mädchen, das zwei angeleinte Hunde hielt, einen quirligen kleinen Terrier-Mischling und Alex' majestätische grau-weiße Wolfshündin Luna, die die Reise von Alaska nach Boston offenbar ebenfalls mitgemacht hatte. Sobald Lunas scharfe, blaue Augen Alex und Jenna erblickten, machte sie einen Satz nach vorn. Das kleine Mädchen, das die Leine hielt, stieß ein überraschtes Kichern aus. Die Kapuze ihres Anoraks fiel zurück und enthüllte einen dichten, blonden Haarschopf um ihr zartes Gesicht. »Hi, Alex!« sagte sie und lachte, als Luna sie den Korridor entlang hinter sich herzog. »Wir waren gerade draußen spazieren, da oben ist es schweinekalt!« Alex streckte die Hand aus, wuschelte Luna über den mächtigen Kopf und lächelte dem Kind zu. »Danke, dass du sie ausgeführt hast. Ich weiß, dass sie gar mit dir zusammen ist, Myra.« Das kleine Mädchen nickte enthusiastisch. »Ich mag Luna auch!« »Und Harvard erst!« Der rauflustig wirkende Terria bählte einmal aus Protest oder Zustimmung und tanzte dann mit wild rotierendem Stummelschwänzchen um die Beine der größeren Hündin herum. »Hallo«, sagte eine der drei Frauen. »Ich bin Gabriel.« »Schön zu sehen, dass Sie wieder wach und auf den Beinen sind, Jenna.« »Tut mir leid«, warf Alex ein und machte eine schnelle Vorstellungsrunde. »Jenner, Gabrielle ist Lukens Stammesgefährtin.« »Tag«, Jenna zog die Hand aus der Bademanteltasche und hielt sie der hübschen jungen Frau mit den kastanienbraunen Haaren hin. Als Nächste begrüßte sie die umwerfende Afroamerikanerin neben Gabrielle mit einem warmen Lächeln. »Ich bin Savannah«, sagte sie mit einer Stimme wie Samt und Sahne und Jenna hatte schlagartig das Gefühl, unter Freunden zu sein. »Meinen Gefährten Gideon haben Sie ja sicher schon kennengelernt.« Jenna nickte. Trotz der Herzlichkeit der anderen Frauen fühlte sie sich schlecht gerüstet für höfliches Geplänkel. »Und das ist Tess«, fügte Alex hinzu und zeigte auf das letzte Mitglied des Trios. Eine hochschwangere Blondine mit ruhigen, mehlgrünen Augen, die für ihr Alter ungewöhnlich weise schien. Sie und ihr Gefährte Dante erwarten demnächst ihren kleinen Sohn. »Nur noch ein paar Wochen«, sagte Tess und ergriff kurz Jennas Hand, die andere legte sie leicht auf ihren riesigen Bauch. »Wir haben uns alle große Sorgen um sie gemacht, seit sie angekommen sind, Jenna. Brauchen Sie irgendwas? Wenn wir etwas für Sie tun können, hoffe ich, Sie lassen es uns wissen.« »Könnte mich vielleicht jemand eine Woche in die Vergangenheit zurückbiemen?« fragte Jenna, nur halb im Scherz. »Am liebsten würde ich die letzten paar Tage löschen und zu meinem Leben in Alaska zurückkehren. Kann das hier irgendwer für mich tun?« Die anderen Frauen warfen einander unbehagliche Blicke zu. »Ich fürchte, das ist nicht möglich«, sagte Gabriel. Obwohl ihr Mitgefühl sie etwas milder wirken ließ, sprach Lukens Gefährtin mit dem ruhigen Selbstbewusstsein einer Frau, die sich ihrer Autorität bewusst war und sie nie missbrauchen würde. »Sie haben wirklich Schreckliches durchgemacht, Jenna, aber der einzige Weg hinaus führt nach vorn. Tut mir leid.« »Und mir erst«, sagte Jenna ruhig. Alex murmelte den anderen Frauen ein paar leise Abschiedsworte zu. Sie kraulte Luna hinter den Ohren und küßte die Wolfshindin schnell auf die Schnauze und dann navigierte sie Jenna weiter den Korridor hinauf. Irgendwo in der Ferne registrierte Jenna scharfes Waffengeklirr und eine lebhafte Unterhaltung, die immer wieder von gedämpftem Gelächter unterbrochen wurde. So wie es sich anhörte, ein guter altmodischer Pisswettbewerb zwischen einer Frau und mindestens drei Männern. Jenna schlurfte neben Alex her, dann bogen sie um eine Ecke und die Stimmen und der Waffenlärm verblassten. »Wie viele Leute wohnen eigentlich hier?« Alex legte den Kopf schief und dachte nach. »Der Ordner hat derzeit elf Mitglieder, die hier im Hauptquartier leben. Alle außer Brock, Hunter und Chase haben Gefährtin. Das macht also acht Stammesgefährtinnen plus Myra.« »Zwanzig Leute insgesamt,« sagte Jenna und zählte sie abwesend durch. »Mit dir einundzwanzig,« berichtigte Alex und warf ihr über die Schulter einen prüfenden Blick zu. »Ich zähle nicht, ich bin doch bloß vorübergehend hier,« sagte Jenna. Wieder bogen sie in einen Korridor ein und blieben dann vor einer unbeschrifteten Tür stehen. »Sobald einer deiner neuen Agentenkumpels herausfindet, wie ich das Ding in meinem Genick loswerde, bin ich hier weg. Ich gehöre nicht hierher, Alex. Mein Leben ist in Alaska.« Von Alex mitfühlendem Lächeln wurde Jenna seltsam mulmig. »So, da wären wir.« Sie öffnete die Tür zu einer Privatwohnung und winkte Jenna hinein. Sie ging voraus und knipste eine Tischlampe an, die das geräumige Quartier mit ihrem gedämpften Schein erfüllte. Alex wirkte irgendwie nervös. Sie fegte wie ein Wirbelwind durch die Wohnung und redete dabei nonstop. »Fühl dich hier ganz wie zu Hause, Jen. Ruh dich einen Moment im Wohnzimmer aus, wenn du magst. Solange suche ich dir was Frisches zum Anziehen raus und mach dir die Dusche an. Oder möchtest du dir vielleicht ein Weilchen hinlegen? Ich könnte dir eins von Kates T-Shirts zum Schlafen geben und dir das Bett frisch beziehen.« »Alex«, sie verschwand im angrenzenden Schlafzimmer und redete weiter. »Hast du Hunger? Soll ich dir was zu essen machen?« Jenna ging zur offenen Tür hinüber. »Alex, sag mir einfach, was hier los ist. Ich meine, was hier wirklich los ist.« Endlich hielt sie inne. Sie drehte sich zu ihr um und starrte sie fast eine volle Minute lang einfach nur an. »Ich will es wissen!« sagte Jenna. »Verdammt, ich muss es wissen!« »Bitte, Alex, du bist meine Freundin, sag mir die Wahrheit.« Alex starrte sie an, stieß einen langen Seufzer aus und schüttelte langsam den Kopf. »Oh, Jen, es gibt so vieles, was du nicht weißt. Ich hatte ja selber keine Ahnung, bis Kate vor ein paar Wochen in Harmony aufgetaucht ist.« Jenna stand da und sah zu, wie ihre sonst so freimütige und direkte Freundin um die richtigen Worte kämpfte. »Sag's mir, Alex, worum geht's hier?« »Vampere, Jen.« Das Wort war geflüstert, aber Alex' Blick war offen und klar. »Du weißt jetzt, dass es sie wirklich gibt. Du hast es selbst gesehen. Aber was du nicht weißt, ist, dass sie nicht so sind, wie Filme und Horrorbücher uns weismachen wollen.« Jenna schnaubte höhnisch. »Das Ding, das mich angegriffen hat, war der reine Horror.« »Ich weiß«, fuhr Alex fort, jetzt flehend. »Dafür, was der Älteste dir angetan hat, gibt es keine Entschuldigung, aber hör mich an.« »Es gibt andere Angehörige seiner Art, die gar nicht so anders sind als wir, Jen. Oberflächlich gesehen gibt es natürlich Unterschiede. Sie ernähren sich anders als wir, aber sie haben auch einen menschlichen Kern. Sie haben Familien und Freunde, sind unglaublich liebesfähig und ehrenhaft. Und auch bei ihnen gibt es Gute und Böse, genau wie bei uns. Noch vor einer Woche wäre Jenna über etwas so Haarsträubendes in helles Gelächter ausgebrochen. Aber seither hatte sich alles geändert. Die eine Woche kam ihr jetzt wie ein Jahrhundert vor. Jenna konnte nicht darüber lachen, war nicht einmal zu einem Einwand fähig, als Alex jetzt weiter sprach und ihr erklärte, wie der Stamm, wie sie sich nannten, entstanden war und schon seit Jahrtausenden im Schatten der Menschenwelt lebte. Jenna konnte nur stumm zuhören, als Alex ihr erzählte, wie Lucan vor Jahrhunderten mit einigen anderen, von denen die meisten jetzt lange tot waren, den Orden gegründet hatte. Die Männer, die hier im Hauptquartier lebten, waren alle Krieger, einschließlich Kate und Brock und selbst Gideon, der charmante Computerfreak. Sie waren alle Stammesvampire, übernatürlich und tödlich. Und sie waren tatsächlich etwas anderes, genau wie Jenna's Instinkte ihr gesagt hatten. Damals wie jetzt hatte jeder einzelne Ordenskrieger geschworen, Menschheit und Stamm zu beschützen. Ihre Mission bestand darin, blutsüchtige Vampire, die Rogues genannt wurden, zu jagen und zur Strecke zu bringen. Jenna hielt den Atem an, als Alex ihr leise gestand, dass es solche Rogues gewesen waren, die einst in Florida ihre Mutter und ihren kleinen Bruder angefallen und getötet hatten. Die kleine Alex und ihr Vater waren damals nur knapp mit dem Leben davongekommen. Die Geschichte, die wir allen über meine Mom und Richie erzählt haben, als wir nach Harmony gezogen sind, war nur das, Jen, frei erfunden. Es war eine Lüge, die wir beide glauben wollten. Ich denke, Dad hat es irgendwann auch geglaubt. Und dann hat sein Alzheimer den Rest erledigt. Und ich hätte es auch schon fast glauben können, wie es die Morde in Alaska begannen. Da wusste ich es. Ich konnte nicht mehr vor der Wahrheit davonlaufen. Ich musste mich ihr stellen. Jenna schloss die Augen, während sich all diese unglaublichen Enthüllungen wie ein schwerer Mantel auf ihre Schultern legten. Sie konnte nicht einfach leugnen, was sie durchgemacht hatte. Genauso wenig, wie sie den schrecklichen Schmerz leugnen konnte, den ihre beste Freundin als Kind erlebt hatte. Zum Glück lag Alex Martyrium weit in ihrer Vergangenheit. Und sie hatte sich nicht unterkriegen lassen und schließlich doch noch ihr Glück gefunden. Mit Kate? So ironisch das wohl auch war. Jenna hoffte, dass es ihr gelingen würde, den Albtraum, den sie durchlitten hatte, hinter sich zu lassen. Aber immer noch spülte sie seine kalten Klauen wie eine Handschelle, wenn sie an die unbekannte Materie in ihrer Schädelbasis dachte. Und was ist mit mir? Hörte sie sich murmeln und ihre Stimme hob sich vor Panik. Was ist mit dem Ding in mir drin, Alex? Was ist das? Wie werde ich das wieder los? Das wissen wir noch nicht, Jenna. Alex kam näher, die Stirn besorgt, gerunzelt. Wir wissen es noch nicht, aber ich verspreche dir, wir finden heraus, wie wir dir helfen können. Kate und der Rest des Ordens werden alles tun, was in ihrer Macht steht, um es herauszufinden. In der Zwischenzeit werden sie für deine Sicherheit sorgen und dafür, dass du gut versorgt bist. Nein! Jenna schlang die Arme um sich. Ich will nur eins, zurück nach Hause! Ich will zurück nach Harmony! Oh, Jen! Langsam schüttelte Alex den Kopf. Das Leben, wie du es in Alaska genannt hast, ist jetzt vorbei. In Harmony hat sich seither alles geändert. Es mussten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das hörte sich gar nicht gut an. Wovon redest du? Was für Sicherheitsmaßnahmen? Was hat sich geändert? Der Orden musste sicherstellen, dass nichts von der Existenz des Ältesten und den seltsamen Vorfällen in der Stadt zum Rest der Bevölkerung durchsäkert. Alex' Blick blieb fest auf sie gerichtet. Jenna, Sie haben allen Leuten die Erinnerungen an die ganze Woche gelöscht, als die Morde im Busch und die anderen Todesfälle um Harmony passiert sind. Jeder zu Hause denkt jetzt, dass du und ich schon seit Monaten aus Harmony fort sind. Du kannst nicht zurück, ohne dort eine Menge Fragen aufzuwerfen und dann bricht uns hier alles zusammen. Jenna bewahrte nur mühsam ihre Fassung, während sie das Gehörte verarbeitete. Vampire und geheime Hauptquartiere, eine geheime Parallelwelt, die seit Jahrtausenden neben ihrer eigenen Realität existierte. Und ihre beste Freundin der letzten zwanzig Jahre hatte als Kind nur knapp eine Vampirattacke überlebt. Und dann die Neuigkeit, die eine frische Kummerwelle in ihr auslöste. Dass offenbar auch ihr Bruder der Mordserie in Harmony zum Opfer gefallen war. Erzähl mir, was mit Zack passiert ist. Alex bedauern stand ihr ins Gesicht geschrieben. Er hatte Geheimnisse, Jen. Eine Menge Geheimnisse. Vielleicht ist es besser, wenn du nicht alles weißt. Sag's mir, sagte Jenna. Sie hasste es, wenn man sie mit Samthandschuhen anfasste, und ganz besonders, wenn Alex es tat. Wir haben einander doch nie etwas vorgemacht, und ich will verdammt noch mal nicht jetzt damit anfangen. Alex nickte. Zack hat gedealt, hat Drogen und Alkohol an die Inuit-Bevölkerung verkauft. Er und Skita Arnold haben schon eine ganze Weile zusammen gearbeitet. Ich habe es rausgefunden, kurz bevor Zack. Sie stieß in den leisen Seufzer aus. Als ich Zack damit konfrontiert habe, ist er gewalttätig geworden, Jen. Er hat mich mit der Waffe bedroht. Jen erschloss die Augen. Er war ganz elend beim Gedanken, dass ihr älterer Bruder, der mehrfach ausgezeichnete Kopf, dem sie praktisch ihr ganzes Leben lang nachgeeifert hatte, in Wahrheit korrupt war. Hat er dich verletzt? Nein, sagte Alex. Aber er hätte es fast getan, Jen. Ich bin mit meinem Schneemobil vor ihm geflohen, raus zu dir. Er ist mir gefolgt. Als wir dort ankamen, hat er geschossen, in die Luft, wohl um mir Angst zu machen. Und dann ging alles so schnell. Der Älteste kam aus deinem Haus geschossen und hat ihn angefallen. Danach war es sehr schnell vorbei mit ihm. Jenner starrte lange vor sich hin. Ihr fehlten die Worte. Himmel Alex, was du mir da alles erzählst, ist das alles auch wirklich wahr? Du hast gesagt, dass du es wissen willst. Da musste ich es dir doch sagen, und ich denke, es ist besser, dass du Bescheid weißt. Jenner trat zurück, stolperte ein wenig. Auf einmal war sie wieder völlig orientierungslos. überwältigt von einem Gefühl, das ihr den Atem nahm und ihr den Brustkorb einschnürte. Ich muss jetzt allein sein. Alex nickte. Ich weiß, wie schwer das alles für dir sein muss, Jenner. Glaub mir, ich weiß es. Langsam ging sie auf das angrenzende Badezimmer zu. Alex dicht hinter ihr, als dachte sie, Jenner könnte zusammenklappen. Aber das würde sie nicht. Sie war absolut fassungslos und erschüttert von dem, was sie eben gehört hatte, aber ihr Körper und Geist waren alles andere als schwach. Adrenalin schoss durch ihre Adern, überflutete ihre Sinne und weckte alle ihre Fluchtinstinkte. Als sie Alex jetzt ansah, musste sie sich zwingen, äußerlich ruhig zu wirken. Dann gehe ich jetzt mal duschen. Ich möchte eine Weile allein sein und nachdenken. Na klar, stimmte Alex zu und führte sie in das riesige Badezimmer. Lass dir ruhig Zeit. Wenn du mich brauchst, ich bin gleich hier draußen. Jenner nickte, folgte Alex mit den Augen zur Tür und wartete, bis sie sich hinter ihr geschlossen hatte. Erst dann begannen ihre Tränen zu fließen. Sie wischte sie weg, aber sie strömten ihr unaufhaltsam über die Wangen, brennend heiß wie Säure, während der Rest von ihr sich vor Angst eiskalt anfühlte. Sie fühlte sich verloren, so verzweifelt wie ein in der Falle gefangenes Tier. Sie musste heraus, und wenn sie sich ein Glied abnagen musste, um zu entkommen, selbst wenn sie dafür ihre Freundin ausnutzen musste. Jenner drehte das heiße Wasser in der Dusche auf, die groß genug für zwei Personen war. Als die ersten Dampfwolken den Raum erfüllten, fiel ihr der Aufzug ein, in dem die anderen Frauen und das kleine Mädchen von draußen heruntergekommen waren. Sie dachte an die Freiheit und fragte sich, welchen Preis sie wohl dafür zahlen würde. Immer noch geschlagene zwei Stunden bis zum Sonnenuntergang, sagte Brock mit einem Blick auf die Wanduhr des Techniklabors, als könnte er die Nacht mit bloßer Willenskraft herbeizwingen. Er stieß sich vom Konferenztisch ab, an den er sich gelehnt hatte, seine Beine rastlos, sein Körper voller Bewegungsdrang. So kurz die Tage um diese Jahreszeit in Neuengland sind, sie vergehen echt im Schneckentempo. Er spülte die Blicke der anderen auf sich, als er begann angespannt im Raum auf- und abzugehen. Jetzt waren nur noch er, Kate und Gideon im Techniklabor. Lucan war losgezogen, um Gabriel zu suchen, und Hunter und Rio waren gegangen, um vor der Nachtpatrouille noch ein paar Trainingsrunden mit Renata, Nikolai und Tegan im Waffenraum zu machen. Er hätte mit ihnen gehen sollen. Stattdessen war er im Labor vorgeblieben, weil er neugierig war, wie Gideons letzte Testergebnisse von Jenners Blutproben ausgefallen waren. Er blieb hinter dem Computermonitor stehen und sah zu, wie eine lange Datenliste durchlief. Wie lange dauert das noch, Gideon? Einige Sekunden lang war nur das hektische Klappern der Tastatur zu hören. Ich lasse noch eine letzte DNA-Analyse durchlaufen, dann sollten wir ein paar Ergebnisse haben. Mit einem ungeduldigen Knurrlaut verschränkte Brock die Arme über der Brust und fuhr fort, eine Spur in den Boden zu laufen. Fehlt dir was? Als er sich zu Kate umsah, musterte ihn mit schmalen Augen. Brock machte ein finsteres Gesicht. Mir? Wieso? Kate zuckte die Schultern. Ich hab dich noch nie so zappelig gesehen, Mann. Zappelig? Er wiederholte das Wort wie eine Beleidigung. Shit, keine Ahnung, was du meinst, ich bin nicht zappelig. Doch, bist du, bemerkte Gideon am Computer über das Klappern seiner Tastatur. Die letzten paar Stunden bist du sichtlich abwesend. Seit Alex Freundin aufgewacht ist. Brock spürte, wie sich sein Gesicht weiter verfinsterte und er tigerte noch schneller auf und ab. Okay, vielleicht war er unruhig, aber doch nur, weil er wollte, dass es dunkel wurde, damit er endlich auf Patrouille losziehen und seinen Job machen konnte. Das war wirklich alles verdammt nochmal. Mit Jenna Tucker Darrow hatte das nichts zu tun. Wenn sie ihn ablenkte, dann nur deshalb, weil ihre Anwesenheit im Hauptquartier gegen alle Regeln des Ordens verstieß. Sie hatten noch nie einen Normalsterblichen in ihr Hauptquartier gelassen. Dass auch alle anderen Krieger sich dieser Tatsache nur zu deutlich bewusst waren, hatte man vorhin, als sie und Alex am Techniklabor vorbeigekommen waren, deutlich gemerkt. Und dass diese Frau unbestimmbare außerirdische Materie in sich trug, die womöglich den Orden und seine Mission gegen Dragos gefährden konnte, machte ihre Anwesenheit nur umso beunruhigender. Bis zu einem gewissen Grad hatte Jenner sie alle nervös gemacht, und Brock war keine Ausnahme. Zumindest war es das, was er sich selbst sagte, als er ein letztes Mal hinter Gideons Computer Arbeitsplatz vorbeiging. Dann stieß er einen wüsten Fluch raus. Scheiße, ich bin hier raus. Falls der Sonnenuntergang irgendwas Interessantes rauskommt, ich bin im Waffenraum. Er stapfte zur Tür des Techniklabors und wartete, bis die große Glastür vor ihm aufglitt. Kaum war er über die Schwelle, als Alex auf das Labor zugerannt kam, aus dem Korridor, in dem ihr und Kates Quartier lag. Sie ist weg, stieß Alex hervor, als sie völlig aufgelöst den Raum betrat. Brock wusste nicht, warum diese Neuigkeit ihn traf wie ein körperlicher Schlag in die Nieren. Wo ist sie? Keine Ahnung, antwortete Alex unglücklich. Im nächsten Sekunden Bruchteil war Kate an ihrer Seite. Was ist passiert? Alex schüttelte den Kopf. Sie hat geduscht und sich angezogen. Als sie aus dem Badezimmer kam, hat sie gesagt, dass sie müde ist und mich gefragt, ob gedreht, um ihr ein Kissen und eine Decke aus dem Schrank zu holen und da war sie plötzlich einfach weg. Unsere Wohnungstür stand sperrangelweit auf und von Jenna keine Spur. Ich habe sie die letzten paar Minuten gesucht, aber ich kann sie nirgends finden. Ich mache mir Sorgen um sie. Tut mir leid, Kate, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich hätte... Ist schon okay, ich habe ihr vom Stamm und vom Orden erzählt und alles von Zack und wie wir die Lage in Harmony gehandhabt haben. Sie hatte so viele Fragen und ich dachte, sie hätte ein rechtes zu wissen. Brock lag ein Fluch auf der Zunge, aber er verkniff ihn sich. Er wusste verdammt gut, dass es auch ihm schwer gefallen wäre, Jenna anzulügen. Kate nickte nüchtern und drückte Alex einen Kuss auf die Stirn. Ist schon okay, du hast es richtig gemacht, es ist besser, dass sie Bescheid weiß. Ich fürchte nur, das hat bei ihr Panik ausgelöst. Ach du Scheiße, murmelte Gideon an der Konsole. Auf einem der Monitore, die die Bewegungsmelder des Anwesens überwachten, begannen Lichter aufzublinken, wie Weihnachts Beleuchtung. Sie so mit dem Haus, im Erdgeschoss. Oder war es vielmehr, wir haben eine Sicherheitslücke an einer Außentür. Ich dachte, unsere Sicherheitsbestimmungen lauten alle Außentüren immer verschlossen zu halten, sagte Brock. Er hatte es nicht vorwurfsvoll gemeint, aber es klang so. Schau selbst, sagte Gideon. Er drehte den Monitor herum, setzte sich ein Headset auf und drückte eine Kurzwahltaste. Lukan, wir während der Anführer des Ordens ein schnelles Update bekam, stapfte Brock zu Gideons Computer Terminal hinüber, Kate und Alex auf den Fersen. Eine der Überwachungskameras aus dem Herrenhaus über dem Hauptquartier zeigte eine der Außentüren mit verstärktem Stahlriegel. Er war aus der Verankerung gedreht wie ein Stück Knetgummi. Die Tür stand sperrangelweit auf und das Sonnenlicht auf dem schneebedeckten Hof war selbst auf dem Monitor noch gleißend hell. Das gibst doch gar nicht, mummelte Brock. Neben ihm keuchte Alex ungläubig auf. Kate schwieg und warf Brock einen erstaunten Seitenblick zu. Inzwischen hatte Gideon das Gespräch mit Lucan beendet und gab nun Renata einer der Respekt einflößendsten Frauen des Ordens den dringenden Befehl sofort nach oben zu gehen und Jenna zurück zu holen. Ich habe ihre Position jetzt auf dem Schirm sagte er zu Renata. Sie ist auf der Ostseite des Grundstücks zu Fuß in südöstlicher Richtung unterwegs. Wenn du den südlichen Lieferanteneingang nimmst, kannst ihr noch den Weg abschneiden, bevor sie den Begrenzungszaun erreicht hat. Den Begrenzungszaun, murmelte Brock. Scheiße, das Ding steht unter Starkstrom, über vierzehntausend Volt. Gideon sprach weiter und gab Renata Jenners aktuelle Position durch. Stell den Strom ab, sagte Brock. Du musst die Stromzufuhr des Zauns abstellen. Gideon warf ihm einen schnellen, zweifelnden Blick zu. Damit sie uns vom Grundstück flitzt, kann ich nicht Alter. Brock wusste, dass der Krieger recht hatte. Er wusste, dass das die klügste und beste Vorgehensweise für den Orden war, um sicherzustellen, dass diese normal Sterbliche sicher im Hauptquartier verwahrt blieb. Aber der Gedanke daran, dass Jennner gleich eine potenziell tödliche Dosis Starkstrom abbekommen würde, war zu viel für ihn. Das war schlicht und einfach inakzeptabel. Er warf ein Blick auf den Monitor der Überwachungskamera und sah Jennner in einem weißen Pullover und Jeans mit flatterndem braunem Haar über den verschneiten Hofrennen. Direkt auf die Grundstücksgrenze zu. Direkt auf den drei Meter hohen Zaun zu, der das Anwesen von allen Seiten begrenzte. Gideon, knurrte er, als Jennners fliehende Gestalt auf dem Monitor kleiner wurde. Stell den gottverdammten Strom ab. Brock wartete nicht ab, dass der andere Krieger gehorchte. Er stapfte hinüber und knallte die Hand auf den Schalter. Lichter blinkten auf und ein anhaltender Piepton warnte, dass die Stromversorgung des Zauns deaktiviert worden war. Eine lange Stille senkte sich über den Raum. Ich sehe sie, kam Renatas Stimme über Lautsprecher ins Labor. Ich bin direkt hinter ihr. Sie sahen auf dem Bildschirm zu, wie Nikolais Gefährtin Jennas Fußspur im Schnee entlang rannte. Lange Sekunden verstrichen, während sie darauf warteten, dass sich Renata wieder meldete. Endlich tat sie es, aber den Fluch, den sie in ihr Headset zischte, hatte niemand im Raum erwartet. Verdammte Scheiße, nicht... Brock gefror das Blut in den Adern. Es ist passiert. Rede mit mir, sagte Gideon. Renata, was ist da los? Zu spät, antwortete sie mit seltsam Hölz seiner Stimme. Ich war zu spät da, sie ist entkommen, sie ist weg. Gideon beugte sich vor und warf Brock einen Seitenblick zu. Sie ist über den verdammten Zaun geklettert, ja? Geklettert? Renata stieß ein atemloses Lachen aus. Nein, sie ist nicht geklettert. Sie... Scheiß, ob ihr es glaubt oder nicht, der Waden vibrierte unter Jennas Po und den Sohlen ihrer schneedurchweichten Schuhe. Sie saß in einer Duftwolke aus geräuchertem Fleisch und Männerschweiß im unbeleuchteten Frachtraum eines Lieferwagens zwischen gestapelten Kisten und Pappkartons auf dem Boden und wurde bei jeder Unebenheit hin und her geworfen. Ihr Magen war in Aufruhr. Ob vom Adrenalin, das durch ihre Adern schoss oder von dem widerlichen, penetranten Duftgemisch von Fleischwaren und Körpergerüchen, das ihre Nase malträtierte, wusste sie nicht genau. Sie wusste kaum, wie es ihr gelungen war, vom Grundstück des Hauptquartiers zu fliehen. Von den verstörenden Enthüllungen der letzten Stunden drehte sich ihr immer noch der Kopf und ihre Sinne waren schon seit dem Augenblick, als sie beschlossen hatte, einen Fluchtversuch zu wagen, völlig übersteuert gewesen. Selbst jetzt schien alles, was sie sah und hörte, schien jede Bewegung, die sie spürte, jeder sensorische Reiz in einem chaotischen Wirbel auf sie einzuströmen. Vorne im Lieferwagen unterhielten sich der Fahrer und sein Beifahrer lebhaft in einer guturalen Balkansprache. Sie hatten genug Englisch verstanden, um sie in die Stadt mitzunehmen, als sie auf der Straße vor dem Grundstück des Anwesens den Daumen hochgehalten hatte, und für den Augenblick hatte ihr das auch genügt. Aber jetzt, nach einigen Kilometern Fahrt, konnte sie nicht umhin zu bemerken, dass die Männer aufgehört hatten, sie anzulächeln und in gebrochenem Englisch mit ihr zu reden. Jetzt warf ihr der Fahrer im Rückspiegel lauernde Blicke zu, und ihr gefiel ganz und gar nicht, wie die beiden darüber kicherten, wie sie im hinteren Teil des dunklen Lieferwagens durchgeschüttelt wurde. »Wie weit ist es noch bis zur Innenstadt?« fragte sie und hielt sich an einer vollen Salamikiste fest, als der Lieferwagen eine rote Ampel ignorierte und links abbog. Von der Bewegung hob sich ihr der Magen, ihre Ohren klingelten, ihr dröhnte der Kopf. Sie kniff die Augen zusammen und spät Nachmittags Licht vor ihnen lag. »Der Busbahnhof, ja? Dort setzen Sie mich ab, haben sie gesagt. Wie weit ist es noch?« Einen Augenblick lang fragte sie sich, ob die Männer sie überhaupt hören konnten. Der Fahrer beschleunigte und das rumpelnde Motorengeräusch erschien ihr ohrenbetäubend laut. Aber dann drehte sich der Beifahrer um und sagte etwas in seiner Sprache zu ihr. Etwas, In Jenners Bauch bildete sich ein Angstknoten. »Wissen Sie was? Ich hab's mir anders überlegt, nicht zum Busbahnhof. Fahren Sie mich zur Polizei. Polizei!« sagte sie und zog das Wort in die Länge, damit es kein Missverständnis gab. Als der Fahrer ihr im Rückspiegel einen finsteren Blick zuwarf, zeigte sie auf sich selbst. »Ich bin Polizistin!« Sie redete mit ihrer Aber wenn die beiden Witzbolde da vorne im Wagen ihren Tonfall registriert oder verstanden hatten, was sie zu ihnen sagte, schienen sie nicht geneigt, ihr zu glauben. »Polizai?« Der Fahrer kicherte und sah zu seinem Kumpel hinüber. »Nassi, nur du kannst ja ihr poliz schie se per jou?« »Nein«, antwortete der, der offenbar Nassi hieß, mit einem Kopf schütteln, leckte die schmalen Lippen über den schiefen Zähnen und ließ seine Augen unter den buschigen Brauen langsam über Jenners Körper wandern. »Polizai, haio du gezin je koppe schisme gomarit.« Aber wie erstklassiges Fickmaterial sieht sie aus. Das unheilverkündende Grinsen, das Nassi ihr dabei zuwarf, sagte eigentlich schon alles. Aber Jenna wurde klar, dass sie tatsächlich auch die Worte verstanden hatte, klar und deutlich, auch wenn das gar nicht möglich war. Sie starrte die beiden Männer an, die jetzt begannen, sich in ihrer Sprache zu unterhalten. Sie sah ihnen auf die Lippen, studierte die Laute, die ihr doch eigentlich völlig fremd sein müssten, Worte, die sie unmöglich verstehen konnte, und doch tat sie es irgendwie. »Ich weiß ja nicht, mir gerade recht«, fügte Nassi hinzu. Er war sich so sicher, dass sie seine Sprache nicht verstand, dass er den Nerv hatte, Jenner dabei direkt in die Augen zu sehen. »Nehmen wir die Schlampe mit ins Büro und haben ein bisschen Spaß mit ihr. Abgemacht!« Gräser lachte und ließ seinen Fuß aufs Gaspedal fallen, jagte den Lieferwagen unter einer Autobahnbrücke hindurch und in Jenners mulmiges Gefühl im Magen wurde schlagartig zu eiskalter Angst. Durch die plötzliche Beschleunigung wurde sie auf den Wagenboden zurückgeworfen, sie hielt sich mit Mühe und Not an den Kisten stapeln fest und wusste, dass sie keine Chance hatte, aus dem fahrenden Lieferwagen zu entkommen. Wenn der Sprung auf die Straße sie nicht tötete, dann mit Sicherheit die Autos und die Autoabgase und der Mief im Wagen vermischten sich zu einem so ekelerregenden Gestank, dass sich ihr fast der Magen umdrehte. Ihre ganze Umgebung schien verstärkt und viel zu intensiv, als wäre die Welt irgendwie greller, detailüberladener geworden. Verlor sie etwa gerade den Verstand? Nach allem, was sie in der letzten Zeit durchgemacht, gesehen und gehört hatte, wäre das weiß Gott kein Wunder. Und als sie sich zurücksetzte, sich elend gegen Kisten und Kartons lehnte und den beiden Männern zuhörte, die gerade gierig und bis in die brutalsten Details miteinander diskutierten, was sie mit ihr anstellen wollten, bekam sie das Gefühl, dass ihr Verstand nicht das Einzige war, was hier auf dem Spiel stand. Denn Nassi und sein Freund Gräser hatten in ihrem Büro so allerhand von Messern und Ketten die Rede und von schalldichten Wänden, so dass niemand sie schreien hören würde. Eben stritten sie sich darüber, welcher von ihnen zuerst zum Zug kommen würde, als sie von der Hauptstraße in eine heruntergekommene Gegend der Stadt abbogen. Die Straße wurde immer schmaler, die Straßenbeleuchtung immer spärlicher, je weiter sie kamen. Offenbar handelte es sich um ein Industriegebiet. Lagerhäuser und lange rote Ziegelgebäude säumten die Straßen und Gassen. Der Lieferwagen holperte über riesige Schlaglöcher und unebenen Asphalt, die Reifen knirschten über den angefrorenen braunen Schneematsch, der sich auf beiden Seiten der Straße zu Haufen angesammelt hatte. Trautes Heim Glück allein, sagte Nassi, dieses Mal auf Englisch und grinste sie vom Beifahrersitz aus Die Fahrt ist vorbei, jetzt wird abkassiert. Die beiden Männer lachten und der Fahrer parkte den Lieferwagen und stellte den Motor ab. Nassi stand von seinem Sitz auf und kam nach hinten. Jenna wusste, dass ihr jetzt nur noch Sekunden blieben, wertvolle Sekunden, um einen oder beide Männer außer Gefecht zu setzen und zu fliehen. Sie brachte sich unauffällig in eine stabile Mit einem breiten Grinsen kam Nassi weiter in den Wagen. Was hast du uns denn anzubieten? Lass mich mal sehen. Nein, sagte Jenna, schüttelte den Kopf und spielte das hilflose Frauchen. Bitte nicht. Er stieß ein lüsternes Kichern aus. Ich mag es, wenn Frauen mich anbetteln, wenn eine Frau ihren Platz kennt. Bitte tun sie das nicht, sagte Jenna, als näherkam. Sein Gestank brachte sie fast zum Würgen, aber sie behielt ihn starr im Blick. Als er bis auf armes Länge an sie herangekommen war, streckte sie hastig die linke Hand vor, mit der Handfläche voran, als wollte sie ihn abwehren. Sie wusste, dass er sie packen würde. Sie rechnete damit und konnte das Triumphgefühl kaum verbergen, das ihr durch die Adern schoss, als er sie am Handgelenk packte und vom Wagenboden hochriss. Sie legte ihr Gewicht in die Bewegung und nutzte den Schwung seiner eigenen rohen Gewalt aus, um ihn anzugreifen. Mit der rechten Handkante traf sie ihn hart unter der Nase, rammte weiche Knorpelmasse und brach ihm mit einem splitternden Knirschen das Nasenbein. Nassi heulte vor und auf sie als er wild die Hände nach ihr aus streckte und brüllend auf sie zukam. Jenner täuschte links an und wich ihm aus. Vorne im Lieferwagen hörte sie den anderen Mann herumklettern. Er war vom Fahrersitz gestiegen und wühlte auf der Beifahrerseite in einem Fach im Armaturenbrett herum. Sie hatte jetzt keine Zeit, sich über ihn Gedanken zu machen. Na, schrie auf vor Schmerzen und hustete, als er sie wieder unbeholfen zu packen versuchte. Wieder wich sie ihm aus, tanzte mit übernatürlicher Geschwindigkeit aus seiner Reichweite. Zischte sie ihm zu. Eine Drohung, die sie sofort wahr machte, als sie ihr Knie zwischen seinen Beinen hochriss und ihm einen heftigen Stoß in die Eier verpasste. Nassi ging wie ein nasser Sack zu Boden. Mit einem Kampfschrei wirbelte Jenner herum, um sich jetzt seinen Freund Gräser vorzunehmen. Die Pistole in der Hand des anderen Mannes sah sie erst, als das Mündungsfeuer aufblitzte und die Kugel mit einem ohrenbetäubenden Krachen auf sie zugeschossen kam. Sie blinzelte benommen und beobachtete seltsam distanziert wie das Geschoss wie ein sengender Feuerball in ihren Körper einschlug. Haben wir schon irgendwas? Lucan stapfte ins Techniklabor, wo Brock, Kate, Alex, Renata und Nikolai um Gideons Computer Terminal versammelt waren. Brock, die Hände auf den Tisch gestützt, starrte über Gideons Schulter auf den Monitor und schüttelte grimmig den Kopf. Noch nichts Konkretes. Meine Suchanfrage nach dem Kfz-Kennzeichen läuft immer noch durch. Jenner war schon über eine Stunde fort. Alles, was sie hatten, um herauszufinden, wohin sie geflohen sein konnte, waren ein paar Sekunden Bildmaterial einer der Überwachungskameras am Südrand des Anwesens. Etwa um dieselbe Zeit, als Renata gesehen hatte, wie Jenner über den Zaun gesprungen und vom Grundstück verschwunden war, war auf der Straße, die am Grundstück entlang führte, ein unbeschrifteter weißer Lieferwagen vorbeigefahren. Gideon hatte nur einen Teil des Kennzeichens erkennen können, bevor er um eine Ecke gebogen und außer Sicht weiter verschwunden war. Seither hatte er sich in die Datenbank der Kfz-Zulassungsstelle von Boston gehackt und alle möglichen Nummernkombinationen ausprobiert, um die Suche einzugrenzen, auf wen der Lieferwagen registriert und wo er zu finden war. Brock war sicher, wenn sie nur diesen Lieferwagen orten konnten, war auch Jenner nicht weit. Konkrete Spur oder nicht, in anderthalb Stunden ist Sonnenuntergang, dann brauchen wir Suchpatrouillen in der Stadt, sagte Luke »Wir können uns nicht leisten, diese Frau zu verlieren, bevor wir nicht verstanden haben, was sie für unsere Operation bedeuten kann.« »Und ich kann mir nicht leisten, dass meiner besten Freundin etwas passiert«, sagte Alex und machte damit allen klar, dass es hier auch um eine emotionale Seite ging. »Sie ist durcheinander und hat Schmerzen. Was, wenn ihr da draußen was Schlimmes passiert? Sie ist ein guter Mensch. Sie verdient das alles nicht. Wir finden sie schon«, sagte Brock fest. »Ich verspreche dir, wir finden sie.« Kate suchte seinen Blick und nickte ihm feierlich zu. Nachdem die normalsterbliche Menschenfrau mit der fremden Materie in ihrem Körper auf so verblüffende Weise vom Grundstück geflohen war, war die Suche nach ihr eine Mission, von der sich keiner der Krieger mehr drücken wollte. Jana Darrow musste gefunden werden, koste es, was es wolle. murmelte Gideon. »Es könnte interessant sein. Ich habe eben zwei neue Treffer, der eine registriert auf eine Kfz-Werkstatt in Quincy. Und der andere?« fragte Brock und beugte sich vor, um besser sehen zu können. »Fleischverarbeitungsbetrieb in Sothea,« sagte Gideon. »Der Laden heißt Butcher's Best. Es heißt hier, die sind auf Spezialschlachtungen und Catering spezialisiert. Ach,« sagte Renata, und ihr kinnlanges, dunkles Haar schwang ihr um den Kopf, als sie sich nach den anderen umsah, die im Labor versammelt waren. »Der Banker, der ein paar Kilometer weiter oben in der Straße wohnt, gibt nächstes Wochenende seine Weihnachtsfeier. Da kann es gut sein, dass der Lieferwagen einer Cateringfirma in unserer Gegend unterwegs ist.« »Stimmt. Das passt,« stimmte Luke hinzu. »Gideon. Wir brauchen die Adresse.« »Schon unterwegs!« Er drückte einige Tasten, und auf dem Bildschirm erschienen die Adresse und eine Satellitenkarte. »Da ist es, im tiefsten Savvy.« Brocks Augen richteten sich auf den Ort, brennend heiß wie Laserstrahlen. Er wirbelte herum und stapfte entschlossen aus dem Techniklabor. Seine Stiefelsohlen halten laut auf dem Marmorboden. Hinter ihm schoss Kate auf den Korridor hinaus. »Was soll das, Die Sonne ist noch lange nicht unter gegangen, wo willst du hin?« Brock stapfte weiter. Die Sonne hatte ihm erst die Skyline von Boston berührt, als Brock mit einem der Geländewagen des Ordens in eine Seitenstraße in Sothe einbog. Unter seinem schwarzen Ledermantel trug er die volle Montur. UV-Licht undurchlässige schwarze Drillichosen, Handschuhe und eine Rundumsonnenbrille. Mit seinen etwa hundert zehn Jahren und einige Generationen von der ersten Stammesgeneration entfernt, konnte Brock im Gegensatz zu Lucan UV-Licht zwar für kurze Zeit ertragen, aber es gab keinen lebenden Angehörigen seiner Spezies, der dem Sonnenlicht nicht-gesunden Respekt entgegenbrachte. Er hatte nicht die Absicht, als Grillsteak zu enden, aber der Gedanke, tatenlos im Hauptquartier zu sitzen und die Dämmerung abzuwarten, während eine unbewaffnete junge Frau allein und völlig durcheinander durch die Stadt irrte, war zu viel für ihn gewesen. Und als er den unauffälligen weißen Lieferwagen vor der Adresse parken sah, die Gedeen herausgefunden hatte, fühlte er sich in seiner Entscheidung bestätigt. Noch bevor Brock aus dem Rover stieg, drang ihm der Geruch von frischem menschlichem Blut in die Nase. Scheiße, murmelte er leise und stapfte durch den angefrorenen Schneematsch und Straßendreck auf den Wagen zu. Er spähte zum Beifahrerfenster hinein und bemerkte auf dem Boden zwischen den Sitzen sofort eine leere Patronenhülse. Der kupferartige Hämoglobingeruch war hier stärker, fast überwältigend. Als Stammesvampir konnte er seine Körperreaktionen auf frisches Blut nicht kontrollieren. Speichel schoss ihm in den Mund und seine Fänge fuhren sich aus und drückten gegen sein Zungenfleisch. Instinktiv sog er den Duft in die Nase, versuchte festzustellen, ob es Jenners Blut war. Aber weil sie keine Stammesgefährtin war, hatte ihr Blutduft keine individuelle Note wie der von Alex oder den anderen Frauen im Hauptquartier. Der Duftspur einer Stammesgefährtin, egal wie schwach, konnte ein Stammesvampir Kilometer weit folgen. Jenner hingegen konnte direkt vor Brocks Nase verbluten, ohne dass er wissen konnte, ob sie es war oder irgendein x-beliebiger Angehöriger der Gattung Homo Sapiens, solange er sie nicht sah. Verdammt, knurrte er und schwang den Kopf in die Richtung des Fleischverarbeitungsbetriebs. Die Tatsache, dass jemand erst vor kurzem in diesem Lieferwagen Blut verloren hatte, war ihm Beweis genug, dass Jenner vermutlich in Gefahr war. Seine Wut kochte auf in Erwartung dessen, was er in dem flachen Ziegelbau vorfinden würde. Als er sich ihm von der Straße aus näherte, konnte er Männer stimmen und das Summen eines Kompressors auf dem Dach hören. Er gehörte wohl zum Belüftungssystem. Brock schlich um die Ecke zu einer Seitentür und spähte Drahtverstarktes Sichtfenster. Nichts, außer Transportbehältern und Kartons mit Verpackungsmaterial. Er packte den metallenen Türknopf, drehte ihn mit bloßer Hand ab und warf ihn auf den dreckigen Schneehaufen bei der Türschwelle. Dann schlüpfte er ins Gebäude. Seine Kampfstiefel machten kein Geräusch auf dem Betonboden, als er sich durch den Lagerraum und die Umkleideräume dem Herz der kleinen Fabrik näherte. Die dröhnenden Stimmen wurden immer lauter, je weiter er kam. Es waren mindestens vier unterschiedliche, allesamt männlich, die sich in einer guturalen osteuropäischen Sprache unterhielten. Sie schienen erregt. Einer der Männer schrie aufgebracht herum, hustete rasselnd und schnaufte mehr, als er atmete. Rock folgte der langen, vergitterten Abflussrinne, die sich durch die Raummitte zog. Scharfe Desinfektionsmitteldämpfe stiegen ihm in die Nase, ebenso wie der widerlich süßliche Geruch von altem Tierblut und Gewürzen. Der offene Durchgang vor ihm war mit einem Vorhang aus Plastikstreifen verhängt. Als er bis auf etwa einen Meter herangekommen war, trat ein Mann in einer blutverschmierten Schürze heraus, eine Plastikhaube auf dem kahlen Schädel. In der Hand hielt er ein riesiges Hackbeil und sagte über die Schulter etwas auf Albanisch. »Hey!« rief er, als er wieder den Kopf drehte und Brock dort stehen sah. »Was hast du hier verloren, Arschloch? Das ist Privatgelände! Verpiss dich!« Drohend ging Brock einen Schritt auf ihn zu. Wo ist sie? Hä? Der Kerl schien für eine Sekunde aus dem Tritt gebracht, doch dann fing er sich wieder und fuchtelte Brock mit seinem Hackbeil vor dem Gesicht herum. »Hier gibt's keine Frauen und jetzt verpiss dich!« Brock bewegte sich schnell. Er schlug dem Mann die Klinge aus der Hand und zermalmte ihm den Kehlkopf mit der Faust bevor der Scheißkerl eine Chance hatte zu Geruch stärker, immer noch frisch. Brock entdeckte einen Mann, der allein auf einem Hocker in einem verglasten Bürokabuff saß und sich ein blutgetränktes Stofftaschentuch unter die Nase drückte. In diesem Teil des Gebäudes hingen Rinder- und Schweinehälften an riesigen Fleischerhaken von der Decke. Es war kühl im Raum und der Gestank von Blut und Tod war überwältigend. Mit ein paar Schritten stapfte Brock zum Büro hinüber und stieß die Tür auf. Wo ist sie? Was zum Teufel? Der Mann kam hektisch auf die Füße. Seine Stimme mit dem starken Akzent war undeutlich und er sprach mit einem unnatürlichen nasalen Lispeln. Er hatte ein gebrochenes Nasenbein. Was wollen Sie? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Verarschen kann ich mich selber. gespritzten Hemd, hob ihn vom Boden und ließ seine Füße zehn Zentimeter über den Betonboden baumeln. Ihr habt draußen vor der Stadt eine Frau mitgenommen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Wer bist du? Krächzte der Mann und das Weiße in seinen Augen wurde immer größer, während er sich vergeblich abmühte, sich loszumachen. Spinde, lass mich los! Sag mir, wo sie ist und vielleicht lass ich dich im Leben. Bitte, jaulte der Mann. Bitte, tu mir nichts! Grog kicherte unheilverkündend, dann registrierte sein scharfes Gehör rasche, verstohlene Schritte hinter den Fleischer-Tischen und Maschinen im Raum nebenan. Er sah auf und blickte direkt in den Stählern glänzenden Lauf einer Pistole. Der Schuss krachte, die Kugel zerschmetterte das Bürofenster und fuhr ihm in die Schulter. Brock brüllte auf, nicht vor Schmerzen, sondern vor Wut. Er warf den Kopf herum zu dem Mistkerl, der auf ihn geschossen hatte und nagelte den Mann mit dem feurigen bernsteingelben Licht seiner Augen fest, die sich von ihrem normalen Dunkelbraun zur glühenden Lavafarbe seiner anderen, tödlicheren Natur transformiert hatten. Brock blickte die Lippen von Zähnen und Fängen und heulte auf vor Wut. Ein hoher Schrei ertönte und der Mann mit der Waffe drehte sich um und rannte um sein Leben. Bitte, röchelte der Mann, den Brock immer noch am Hals gepackt hielt. Ich habe mir nichts getan, ich schwere, die Schlampe hat mir in die Nase gebrochen, aber ich habe sie nicht angerührt, Greta, stieß er hervor, hob die Hand und zeigte in die Richtung, in die sein Kumpel geflohen war. Er hat doch sie geschossen, nicht ich. Angesichts dieser unwillkommenen Neuigkeiten schlossen sich Brocks Finger fester um die empfindliche menschliche Luftröhre. Sie wurde angeschossen. Sag mir, wo sie ist, verdammt, sofort! Im Kühlerdarm, keuchte er. Oh, Scheiße, sie fährt in mit mich. Brock drückte gnadenlos fest dazu. Dann warf er den flennenden Scheißkerl gegen die gegenüberliegende Wand. Der Mann schrie auf vor Schmerzen und sackte wimmernd auf dem Betonboden zusammen. Bete, dass sie in Ordnung ist, sagte Brock, oder du wirst dir wünschen, ich hätte dich eben umgebracht. Jenner kauerte sich mit klappernden Zähnen auf dem Boden des riesigen Kühlraums zusammen, am ganzen Körper schlotternd vor Kälte. Auf der anderen Seite der verriegelten Stahltür hörte sie laute Geräusche, dröhnendes Poltern, schreiende Männer. Dann ein Schuss, splitterndes Glas und ein Aufbrüllen, so intensiv und tödlich, dass sie den Kopf hochriss, gerade als der anfing ihr schwer zu werden und ihr die Augen zufallen wollten. Sie lauschte, hörte jedoch jetzt nur Stille. Dann näherte sich jemand der eisigen Zelle, in der sie eingesperrt war. Sie brauchte das Dröhnen von Schritten nicht zu hören, um zu wissen, dass dort jemand kam. So kalt es im Kühlraum auch war, der eisige Luftschwall, der von jenseits der verschlossenen Tür kam, war arktisch. Der Riegel protestierte mit einem leisen Klirren und im nächsten Augenblick wurde die ganze Stahlplatte mit einem Ohren betäubenden metallischen Kreischen aus den Angeln gerissen. Dampf drang aus der Öffnung und umhüllte einen schwarz gekleideten Berg von einem Mann. Nein, kein Mann, erkannte sie in benommener Verblüffung. Ein Vampir. Brock. Sein schmales Gesicht war so starr, dass sie ihn kaum erkannte. Hinter dem breiten, wutverzarrten Mund glänzten riesige weiße Fänge. Sein Atem ging keuchend und hinter seiner dunklen rundum Sonnenbrille brannten zwei glühende Kohlen mit einer Hitze, die Jenna wie eine Berührung spürte, als er sich in dem nebligen Raum umsah und sie zitternd in der Ecke zusammengekauert fand. Jenna wollte die unendliche Erleichterung nicht fühlen, die sie jetzt überkam, als er hereinstapfte und neben ihr in die Hocke ging. Sie wollte dem Gefühl nicht trauen, dass ihr sagte, dass er ein Freund war, jemand, der ihr helfen würde, jemand, den sie gerade brauchte, dass er vielleicht der Einzige war, der ihr helfen konnte. Sie setzte an, ihm zu sagen, dass sie in Ordnung war, aber ihre Stimme war dünn und schwach. Seine bernsteingelben Augen versenkten sie durch den Filter seiner schwarzen Sonnenbrille. Er sah hinunter und zischte auf, als er ihren verletzten Oberschenkel sah und das Blut, das ihr Hosenbein durchtränkt hatte und unter ihr eine kleine Lache bildete. Nicht reden, sagte er, zog seine schwarzen Lederhandschuhe aus und legte ihr die Finger seitlich an den Hals. Seine Berührung war leicht, aber tröstlich und schien sie von innen heraus zu wärmen. Die Kälte hob sich von ihr und nahm die Schmerzen ihrer Schusswunde mit. Alles wird gut, Jenner. Ich bring dich hier raus. Er zog seinen schwarzen Ledermantel aus und legte ihn ihr um die Schultern. Jenner seufzte auf, als seine Körperwärme und sein würziger Männergeruch sie einhüllten. Als er sich zurücklehnte, bemerkte sie, dass seine mächtige Schulter von einer Kugel zerfetzt war. Du blutest auch, murmelte sie. Dass ihr verletzt war, beunruhigte sie weitaus mehr, als die Tatsache, dass ihr Retter ein Vampir war. Er tat ihre Besorgnis mit einem Schulterzucken ab. Da braucht es schon die Art, wie er es sagte, und der ernste Ausdruck, der über sein Gesicht flackerte, als seine Augen hinter der Sonnenbrille zu ihrem blutenden Oberschenkel wanderten, wirkten fast vorwurfsvoll. Komm, sagte er, streckte die Arme aus und hob sie sanft vom Boden auf. Ich hab dich. Er trug sie in seinen Armen aus dem Kühlraum, als wäre sie federleicht. Mit ihren 1,72 sportlich und durchtrainiert ein Wildfang. Seit sie ihre ersten Schritte getan hatte, war Jenner nie der Typ gewesen, der herumgetragen werden musste, wie eine zarte Feenprinzessin. Als ehemalige Polizistin hatte sie das von Männern weder erwartet noch gewollt. Sie war immer die Beschützerin gewesen, bei jeder Gefahrensituation immer in vorderster Linie und hasste es, jetzt so verletzlich zu sein. Aber Brocks feste Arme fühlten sich so gut unter ihr an, dass sie nicht die Kraft aufbringen konnte, beleidigt zu sein. Sie hielt sich an ihm fest, als er zügig durch die kleine Fleischfabrik ging, vorbei an den grausigen Fleischerhaken und mehreren übel zugerichteten Toten auf dem Boden. Jenner wandte das Gesicht ab und vergrub es an Brocks muskulöser Brust, als sie den letzten Raum der Fabrik hinter sich ließen und nach draußen gingen. Es dämmerte schon. Die schneebedeckte Straße und flachen Gebäude waren in dunkles abendliches Blau getaucht. Als Brock von der Schwelle trat, rollte aus einer Seitenstraße eben ein schnittiger schwarzer Geländewagen heran. Er blieb am Bordstein stehen und Kate sprang vom Rücksitz. Ach, du Scheiße, knurrte Sie wurde angeschossen, sagte Brock, seine tiefe Stimme war ernst. Kate trat näher. Sind Sie okay? fragte er sie und in der zunehmenden Dunkelheit begannen seine hellgrauen Augen gelblich zu leuchten. Jenna nickte als Antwort und sah zu, wie sich unter seiner Oberlippe die glänzenden Spitzen seiner Finger ausfuhren. Ich hab Nico und Renata dabei, sagte er zu Brock. Wie ist die Lage da drin? Brock grunzte. Im gefährlichen Ton seiner Stimme schwang Belustigung mit. Das reinste Schlachthaus. Ach was, meinte Kate grinsend. Du siehst selbst nicht so gut aus, mein Alter. Netter Schulterschuss. Wir müssen Jenna zurück ins Hauptquartier bringen, bevor sie noch mehr Blut verliert. Renata fährt den Rover. Sie kann sie reinfahren, solange wir anderen da drin aufräumen. Für diese Frau bin ich verantwortlich, sagte Brock, und sein Brustkorb vibrierte an Jennas Ohr. Sie bleibt bei mir. Ich bringe sie ins Hauptquartier. Jenna entging der neugierige Ausdruck nicht, der in Cates Gesicht aufflackerte. Er machte die Augen schmal, sagte aber nichts, als Brock an ihm vorbei zu dem wartenden Geländewagen stapfte, Jenna mühelos in seinen Armen haltend. Wie sieht's aus? fragte Renata Brock vom Fahrersitz des schwarzen Rover, als der Wagen aus South Boston auf direktem Weg zum Hauptquartier des Ordens raste. Sie warf einen schnellen Blick in den Rückspiegel, die schmalen, dunklen Brauen gerunzelt. Wir sind in etwa einer Viertelstunde da, alles okay da hinten? Klar, antwortete Brock und sah hinunter zu Jenna, die reglos auf seinem Schoß auf dem Rücksitz lag. Das packt sie schon. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Lippen leicht geöffnet und immer noch bläulich von der Kälte im Kühlraum. Ihr Körper zitterte immer noch unter seinem Ledermantel, mit dem er sie zugedeckt hatte, aber vermutlich vor allem durch den Schock weniger vor Schmerzen. Dafür sorgte er mit seiner Stammesgabe. Eine Hand hatte er um ihren Nacken gelegt, mit der anderen streichelte er ihre Schläfe und zog so ihren Schmerz aus ihrem Körper heraus und in seinen hinein. Renata räusperte sich demonstrativ, als sie ihn im Rückspiegel ansah. Und du, mein Großer? Verdammt viel Blut da hinten. Bist du sicher, dass du nicht lieber fahren willst und ich kümmere mich um sie, bis wir im Hauptquartier sind? Du brauchst es nur zu sagen und ich fahre rechts ran, dauert bloß eine Minute. Fahr weiter, hier hinten ist alles unter Kontrolle. Knurrte schwergefallen, seine Reaktion auf Jenners blutende Wunde unter Kontrolle zu halten, als er sie im Gebäude gefunden hatte. Und jetzt, wo er auf so engem Raum mit ihr eingepfercht war und ihr Blut heiß durch das Leder seines Mantels spürte, seinen kupfrigen Duft roch und dem lauten Dröhnen ihres Herzschlags lauschte, der immer Er war ein Stammesvampir und es gab keinen Angehörigen seiner Spezies, frischem, menschlichem Blut widerstehen konnte. Und es war verdammt lange her, dass er das letzte Mal Nahrung zu sich genommen hatte. Weil er noch mal er wusste gar nicht mehr genau, wann das gewesen war. Wahrscheinlich vor fast einer Woche, was schon unter normalen Umständen ein Problem war. Und das hier waren kaum optimale Umstände. Brock konzentrierte sich mit allen Kräften darauf, Jenners Schmerzen zu absorbieren. So war es einfacher, sich von seinem Hunger abzulenken. Und auch davon, wie weich ihre Haut war und wie gut sich die Rundungen ihres Körpers anfühlten. Nur die Schmerzen von Jenners Verletzung und seiner eigenen, die ihn aber kaum störten, hielten seinen Körper davon ab, auch noch auf andere Art auf sie zu reagieren. Und selbst so konnte er nicht ignorieren, wie unbequem seine Drillichosen plötzlich spannten oder wie ihr flatternder Puls an seinen Fingerspitzen ihn lockte, seinen Mund darauf zu drücken. Sie zu schmecken, sie auf all die Arten zu kosten, wie ein Mann eine Frau begehren konnte. Es kostete ihn große Anstrengung, den Gedanken abzuschütteln. Jenner war eine Mission, es war alles, und sie war außerdem normalsterblich mit der Anfälligkeit und kurzen Lebensdauer ihrer Spezies. Obwohl, wenn er ehrlich mit sich war, musste er zugeben, dass er normalsterbliche Frauen schon seit langer Zeit ihren als Stammesgefährtinnen geborenen Schwestern vollzog. Was romantische Verstrickungen anging, bevorzugte er es, die Dinge unverbindlich zu halten. Nichts allzu Festes, nichts, das womöglich so lange dauerte, dass er eine Frau enttäuschte, die eben begonnen hatte, ihm zu vertrauen. Ja, mit all dem war er schon durch, und hatte, weiß Gott, die Schuldgefühle und den Selbsthass, um das zu beweisen. Keine Lust, diesen speziellen Fehler jemals wiederzumachen. Bevor seine Erinnerungen ihn zu weit in die Untiefen seiner unrühmlichen Vergangenheit führen konnten, hob Brock den Kopf und sah das Zufahrtstor des Hauptquartiers vor ihnen aufragen. Renata meldete Gideon über ihr Headset, dass sie da waren, und als der Rover vor dem Hohen Eisentor zum Stehen kam, schwang es auf, um sie einzulassen. Gideon sagt, in der Krankenstation ist alles parat, sagte sie, als sie hinters Haus zum Fuhrpark des Ordens fuhr. Brock grunzte nur zur Antwort, sprechen konnte er jetzt nicht mehr, weil seine Fangzähne ihm den Mund ausfüllten. Der ganze hintere Teil des Rover war in einen bernsteinfarbenen Lichtschein getaucht, selbst hinter den dunklen Gläsern seiner Sonnenbrille leuchteten seine transformierten Augen wie ein Signalfeuer. Renata parkte den Wagen in dem großen Hangar Gebäude, dann kam sie im Laufschritt um das Auto herum und half ihm, Jenner vom Rücksitz zu heben und in den Lift zu verfrachten, der sie zum unterirdischen Hauptquartier bringen würde. Als die Türen zuglitten und mit einem Zischen die Hydraulik ansprang, regte sich Jenner. Lass mich runter, murmelte sie und kämpfte schwach gegen Brocks Arme an, als wäre sie verärgert über seine Hilfe. Mir tut nichts weh, ich kann alleine stehen, ich kann selber gehen. Nein, kannst du nicht, unterbrach er sie keuchend. Du stehst unter Schock und dein Bein braucht medizinische Behandlung. Du gehst mir nirgendwo hin. Durch den Nebel ihrer Benommenheit sah Jenner ihn wütend an, doch hielt sie ihre Arme weiter um seinen Nacken geschlungen, als stieg aus und ging zügig los. Renata folgte und das Geräusch der dicken Gummisohlen ihrer Kampfstiefel bildete einen Kontrapunkt zu dem leisen Platschen, mit dem Jenners Blut auf den Boden tropfte. Als sie eben in den Korridor einbogen, der zur Krankenstation führte, kam ihnen Luken entgegen. Bei ihrem Anblick blieb er sofort wie angewurzelt stehen, die Beine in Schrittstellung, die Hände an seinen Seiten zu Fäusten geballt. Brock sah das leichte Beben seiner Nasenflügel, als der Duft von frischem Blut durch den Korridor drang. Lukens Augen richteten sich sofort auf die blutende Frau. In dem Grau der Iris blitzten Lichtfunken auf, die Pupillen zogen sich zu katzenartigen Schlitzen zusammen. Verdammte Scheiße! Kannst du laut sagen, meinte Brock gedehnt. Schussverletzung am rechten Oberschenkel, Kugelkaliber 45, keine Austrittswunde. Seit ich sie in Sathi gefunden habe, hat sie verdammt viel Blut verloren. Was du nicht sagst, meinte Luken. Die glänzenden Spitzen seiner Fänge waren jetzt beim Sprechen klar zu sehen. Er stieß einen wüsten Fluch aus. Na dann los. Geht schon. In der Krankenstation warten sie schon auf euch. Brock nickte dem Anführer des Ordens grimmig zu und setzte seinen Weg fort. In der Krankenstation hatten Gideon und Tess einen Operationstisch für Jenna vorbereitet. Bei ihrem Anblick wurde Gideon etwas blass und als sie die Zähne zusammen biss, zuckte ein Muskel in seiner schmalen Wange. Leg sie hierhin. Tess, die neben dem Operationstisch stand, sprang sofort ein, als Gideon, der sonst so ruhige und gesammelte Stammesvampir, der schon unzählige Kampfhunden der anderen Krieger zusammengeflickt hatte, vor einer normalsterblichen Patientin, aus der rote Zellen sprudelten wie aus einem Wasserhahn, hilflos wirkte. Verflixt uns so genäht, sagte Gideon nach einer langen Pause. Sein britischer Akzent war stärker als sonst. Das ist wirklich eine Menge Blut. Tess, könntest du? Na klar, beeilte sie sich zu sagen. Das schaffe ich auch allein. Okay, sagte er sichtlich mitgenommen. Dann warte ich mal besser draußen. Gideon ging und Brock legte Jenna auf den Operationstisch aus rostfreiem Stahl. Als er keine Anstalten machte zu gehen, sah Tess fragend zu ihm auf. Ist du auch verletzt? Er zuckte mit seiner heilen Schulter. Kleinigkeit. Sie schürzte die Lippen, nicht völlig überzeugt. Vielleicht sollte Gideon sich das mal ansehen. Es ist nichts, wiederholte Brock ungeduldig. Er nahm die Sonnenbrille ab und steckte sie in den Ausschnitt »Wie schlimm ist es?« Tess sah zu ihr hinunter und verzog ein wenig das Gesicht. Lass mich mal sehen. Es ist ein Jammer, dass meine Gabe wegen des Babys unterdrückt ist, sonst könnte ich sie in ein paar Sekunden heilen, so dauert es wohl über eine Stunde, bis ich die Blutung einigermaßen unter Kontrolle habe. Tess war eine geschickte und engagierte Tierärztin gewesen, bevor sie ins Hauptquartier gezogen und Dantes Gefährtin geworden war. Seither war sie Gideons rechte Hand in der Krankenstation, wo sie viel größere und definitiv mürrischere Patienten versorgte, als in ihrer früheren Klinik in der Stadt. Als Stammes Gefährtin besaß auch sie eine individuelle übernatürliche Gabe, die ihr kleiner Sohn erben würde, genau wie Brock die Gabe seiner Mutter geerbt hatte. Auch Tess konnte durch Berührung heilen, nur ging ihre Gabe noch weiter als seine. Brock konnte menschliche Schmerzen absorbieren, aber nur mit vorübergehender Wirkung. Tess konnte jede lebende Kreatur tatsächlich wieder gesund machen und sogar Tote wiederbeleben. Oder vielmehr war sie dazu fähig gewesen, bevor die Schwangerschaft ihre Kräfte unterdrückt hatte. Aber trotzdem war sie immer noch eine verdammt gute Ärztin und Jenna konnte nicht in besseren Händen sein. Und doch fiel es Brock schwer, vom Operationstisch zurückzutreten, obwohl sein Blutdurst ihn fast wahnsinnig machte. Er stand völlig reglos da, während sich Tess die Hände wusch und dann eine flüchtige Untersuchung der Wunde vornahm. Sie bat Renata, in der Nähe zu bleiben und ihr zu assistieren. Dann redete sie beruhigend auf Jenna ein und erklärte ihr, was sie tun musste, um die Kugel herauszuholen und die Wunde zu versorgen. Soweit ich sehen kann, ist der Knochen nicht verletzt und es wird relativ einfach sein, die Kugel rauszuholen und die Arterie zu reparieren, die sie aufgerissen hat. Es ist die gute Nachricht, sie hielt inne. Die schlechte Nachricht ist, dass wir hier unten nicht perfekt für diese Art von Verletzung ausgerüstet sind. Wir sagen, für normal sterbliche Patienten. Tatsächlich bist du die Erste, die wir hier in der Krankenstation des Hauptquartiers jemals hatten. Jenners Blick glitt zu Brock hinüber, wie um sich das Gehörte bestätigen zu lassen. Wenn ich Glückspilz, ich sitze in einer Vampirklinik fest. Tess lächelte voller Mitgeführ. Wir kriegen das schon hin, das verspreche ich dir. Bloß haben wir hier dummerweise sonst keinen Bedarf für Anästhesie. Die Krieger brauchen keine Narkose, wenn sie mit Verletzungen reinkommen, und wir Stammesgefährdinnen haben beschleunigte Wundheilung durch die Blutsverbindung. Aber ich kann dir eine lokale Ich mach das schon, unterbrach sie Brock und kam bereits um den Tisch herum, um sich neben Jenna zu stellen. Er hielt Tess fragendem Blick stand. Das Blut macht mir nichts aus, damit komme schon klar. Lass mich ihr helfen. Na gut, antwortete Tess leise. Dann lasst uns anfangen. Brock starrte, ohne zu blinzeln, als Tess eine Schere vom Instrumententablett nahm und sich daran machte, Jennas ruinierte Hose aufzuschneiden. Zentimeterweise fiel die blutgetränkte Jeans zur Seite, von ihrem rechten Knöchel bis ganz zur Hüfte hinauf. Es war nur eine Frage von Minuten, und alles, was Jenna unten herum noch trug, war ein knapper, weißer Baumwollslip. Brock schluckte. Seine Kehle arbeitete hörbar beim Anblick von so viel weicher Frauenhaut, während gleichzeitig der kupfrige Sirenen Gesang von Jennas Blut in seinen Sinnen widerhalte. Er musste vor Hunger laut geknurrt haben, denn im selben Augenblick öffnete Jenna erschrocken die Augen. Er musste schon einen furchterregenden Anblick bieten, wie er über dem Operationstisch aufragte, sein Blick fest auf sie gerichtet, jeder Muskel und jede Sehne seines Körpers angespannt wie eine Klavierseite. Aber auch wenn sie vielleicht Angst vor ihm hatte, sah Jenna nicht weg. Sie starrte ihn nieder, ohne zu blinzeln, und in ihren mutigen haselnussbraunen Augen sah er etwas von der furchtlosen Buschpolizistin aus Alaska, die sie früher gewesen war. »Renata«, sagte Tess, »hilfst du mir mal, Jenna zu bewegen, damit wir diese Kleider loswerden?« Die beiden Stammesgefährtenen arbeiteten Hand in Hand, entfernten die blutgetränkte Jeans und Brocks ruinierten Ledermantel, während Brock nur dastehen konnte, wie gelähmt von seinem Durst und einem anderen Gefühl, das sogar noch tiefer ging. »Okay«, drängte Tess und warf ihm einen wissenden Blick zu. Sie hatte sich die Hände gewaschen und abgetrocknet und zog nun ein paar Chirurgenhandschuhe aus einer Schachtel auf dem Instrumententisch an. »Wenn du soweit bist, kann's losgehen, Brock.« Er streckte die Hände nach Jenner aus und legte ihr die Handflächen seitlich an den Hals. Sie zuckte zusammen und ihr unsicherer Blick suchte seinen, als wollte sie vor seiner Berührung zurückzucken. Mach die Augen zu, sagte er zu ihr und es fiel ihm schwer, das hungrige Knurren vorbei. Ihr Brustkorb hob und senkte sich heftig. Ihre Augen waren unablässig auf seine gerichtet. Noch traute sie ihm nicht ganz. Und warum sollte sie auch? Er war Angehöriger derselben Spezies wie die Kreatur, die sie in Alaska gequält hatte. So wie er gerade aussah, dachte Brock, war es schon ein kleines Wunder, dass sie nicht vom Tisch sprang und versuchte ihn Aber als er so auf sie heruntersah, stieß Jenna leise den Atem aus und ihr fielen die Augen zu. Er spürte das starke Hämmern ihres Pulses unter seinem Daumen. Dann den ersten scharfen Schmerz, als Tess begann, Jennes Wunde zu säubern. Brock konzentrierte sich mit aller Kraft darauf, sie schmerzfrei zu halten, dämpfte mit seiner Gabe das scharfe Brennen des Desinfektionsmittels und die spitzen, forschenden chirurgischen Instrumente. Er schluckte Jenners Schmerz und war sich dabei vagebewusst, dass Tess einen erstklassigen Job machte, als sie die Kugel herauszog, die tief in Jenners Oberschenkelmuskel steckte. »Hab ich dich,« murmelte Tess und ließ den Bleiklumpen klirrend in ein Becken aus rostfreiem Stahl fallen. »Das war der schwerste Teil, der Rest ist ein Klacks dagegen.« Rock grunzte. »Nicht wegen der Schmerzen, die ertrug er problemlos. Hölle noch mal schließlich kam jede Nacht mindestens ein Krieger mit einer Schussverletzung von der Patrouille zurück und musste zusammengeflickt werden. Aber Jenner hatte sich nicht freiwillig für diesen ganzen Scheiß gemeldet. Ex-Bulle oder nicht? Sie hatte nicht darum gebeten, in die Schlachten des Ordens hineingezogen zu werden, wenn er auch nicht wusste, warum ihn das so beschäftigte. Er hatte derzeit eine Menge Gefühle, auf die er weiß Gott kein Recht hatte. Immer noch tobte sein Hunger in ihm wie ein Sturm, nun gespeist von zwei mächtigen, gleichermaßen fordernden Quellen. Ihnen nachzugeben würde ein Fehler sein, besonders jetzt, und vor allem, weil das Objekt seiner vereinten Begierden eine Frau war, die der Orden beschützen musste, die er als Verbündete brauchte, zumindest bis sich herausgestellt hatte, was sie für seinen Krieg mit Dragos bedeutete. Und trotzdem begehrte Brock sie. Er wollte sie beschützen, obwohl er wusste, dass er für den Job ungeeignet war, und dass sogar, obwohl sie offenbar den Gedanken nicht ertragen konnte, von anderen Hilfe anzunehmen. Luken hatte sie offiziell zu seiner Schutzbefohlenen gemacht, aber Brock wusste, dass sie schon viel früher zu seiner persönlichen Mission geworden war. Schon von dem Augenblick an, als er sie in Alaska das erste Mal gesehen hatte, in ihrem Haus, wo der Älteste sie tagelang gequält hatte, hatte er den Drang gespürt, sie zu beschützen. Nicht gut, schallt er sich selbst. Gar nicht gut, wenn man Job und Persönliches nicht auseinanderhalten konnte. Hatte er diese Lektion nicht auf die harte Tour zu Hause in Detroit lernen müssen? Sich persönlich in seine Missionen verwickeln zu lassen, war die Überholspur ins Versagen. Minuten mussten vergangen sein, als er darüber nachdachte, wie viele Jahre dieses dunkle Kapitel seines Lebens bereits zurücklag und wie es ihm heute damit ging. Er registrierte entfernt, dass Tess in konzentriertem Schweigen operierte und Renata ihr die verlangten Instrumente und sonstigen Utensilien reichte. Erst als der letzte Stich fertig vernäht und Tess zum Waschbecken hinüber gegangen war, realisierte Brock, dass er Jenner immer noch berührte, immer noch mit dem Daumenballen über ihre Halsschlagader strich. Er räusperte sich und zog die Hand weg. Als er sprach, war seine Stimme ein rauskrechzen. Sind wir hier fertig, Doc? Tess hielt am Waschbecken inne und warf ihm einen Blick über die Schulter zu. Ja, wir sind fertig. Wurde auch Zeit. Neben ihm auf dem Tisch suchte Jenner seinen Blick und hielt ihn ruhig und stark. Ihre Lippen, immer noch bläulich vor Schock und Kälte, öffneten sich, doch nur ein kleiner Luftschwall kam heraus. In ihrem Hals arbeitete es hörbar, als sie schluckte und es noch einmal versuchte. »Rock? Danke. Ich geh dann mal, fauchte er, bewusst barsch. Er trat vom Tisch zurück und dann drehte er sich mit einem stummen Fluch auf sich selbst auf dem Absatz herum, und stapfte aus den schwarzen Rover vom Anwesen des Ordens und brauste allein in die Nacht hinaus. Normalerweise gingen die Krieger immer in Zweierteams auf Patrouille, aber ehrlich gesagt war er gerade eine hundsmiserable Gesellschaft, sogar für sich selbst. In seinen Adern pulsierte Aggression und der Hunger, der auf der Krankenstation mit Jenner seine Klauen in ihn geschlagen hatte, trug auch nicht zur Besserung seiner Laune bei. Er musste den Asphalt unter seinen Stiefeln spüren, eine Waffe in der Hand. Hölle noch mal, so wie die Nacht bisher gelaufen war, genoss er sogar den verhassten, eisigen Dezemberwind, in dem man sich die Eier abfrieren konnte. Alles nur, um sich abzulenken von der Gier, die jetzt in ihm tobte. Er zog sein Handy aus der Tasche seiner Drillichose und drückte die Kurzwaldtaste für Kate. Für Sonnenschein, Gebäudereinigung, meldete der Krieger sich trocken. Ihr läuft daheim auf der Ranch. Brock konnte nur knurren. Kate kicherte. So gut, ja? Wann war es das letzte Mal, dass jemand einen blutenden Menschen ins Hauptquartier gebracht hat? Oder überhaupt einen Menschen? Eine Weile war die Lage etwas angespannt, gab Brock zu. Zum Glück hat Tess über Norm und Janet zusammengeflickt. Sie kommt wieder in Ordnung. Freut mich zu hören. Alex würde uns nie verzeihen, wenn ihrer besten Freundin was passiert. Brock hatte wirklich keine Lust, über Janet zu reden oder darüber, wer für ihre Sicherheit verantwortlich war. Mit finsterem Gesicht fuhr ihr tiefer in die Stadt, die Straßen und Gassen immer im Blick auf der Suche nach Straßengangs oder sonstigen zwielichtigen Gestalten, einfach irgendeinem Anlass rechts ranzufahren, und eine Schlägerei vom Zaun zu brechen. Ob mit einem Menschen oder Stammesvampir, war ihm scheißegal, wenn der andere nur ordentlich gegenhalten konnte. Wie weit seid ihr da unten in Southie? fragte er Kate. Als wäre es nie passiert, mein Alter. Nico und ich haben alles entsorgt, die Leichen, die Glassplitter und das ganze Blut. Der Kühlraum, wo sie Jenna eingesperrt haben, sah aus, als hätten sie da drin geschlachtet. Brock spannte die Kiefermuskeln an bei der Erinnerung daran, wie er sie dort gefunden hatte. Seine Wut flackerte noch heißer auf beim Gedanken an die beiden Arschlöcher, die sie entführt, angeschossen und in den Kühlraum gesperrt hatten. Und die Zeugen? In der folgenden Stille stieß Brock einen Fluch aus. Die beiden Typen, die Jenna von dem Hauptquartier mitgenommen und da rausgefahren haben, den einen haben mich halt bewusst los im Büro vor dem Kühlraum liegen lassen, und der andere es abgehauen hat, dem er mich angeschossen und einen Blick auf meine Fänge geworfen hat. Ach, du Scheiße, sagte Kate. Außer den Leichen, die wir entsorgt haben, war niemand im Gebäude. Von Zeugen haben wir nichts gewusst, Mann. Hatten sie tatsächlich nicht, und zwar deshalb, weil Brock in der Hitze des Augenblicks mit einer blutenden und zitternden Jenna in den Armen versäumt hatte, diese kleine Nebensache zu erwähnen. Gott verdammte Scheiße, stieß er hervor und schlug mit der Faust gegen das Armaturenbrett. Es ist meine Schuld, ich hab's vergeigt. Ich hätte euch sagen müssen, dass sie noch lebende Zeugen waren, um die ihr euch kümmern müsst. Jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd. sagte Kate. Wir sind doch noch ganz in der Nähe. Nico dreht um, wir schauen uns dort noch mal um, schnappen uns deine beiden Zeugen und löschen ihnen die Erinnerung. Nicht nötig, ich bin schon selber dabei. An der nächsten Kreuzung buch Brock mit quietschenden Reifen links ab und raste auf das Stadtviertel South End zu. Ich melde mich, sobald ich die Lage unter Kontrolle habe. Bist du sicher? fragte Kate. Wenn du Verstärkung brauchst. Ich rufe durch, wenn die Sache erledigt ist. Bevor sein Waffenbruder Brocks tödlichen Tonfall kommentieren konnte, klappte er das Handy zu und schob es wieder in die Hosentasche, während der Rover in die übelste Gegend der Stadt raste. Bis er das Viertel erreicht hatte, in der die Fleischfabrik lag, hämmerte sein Puls vor Gier nach Gewalt. Er stellte den Wagen in einer kleinen Seitenstraße ab und stapfte zu Fuß über die verschneiten Parzellen, um sich dem Gebäude von hinten zu nähern. Drinnen brannte Licht, und durch die Ziegelmauern der Fabrik konnte er gedämpfte Männerstimmen streiten hören, beide mit starkem Akzent, die eine fast hysterisch. Geräuschlos sprang Brock auf das Dach des alten Gebäudes und schlich zu einem schneebedeckten Oberlicht hinüber, das Einblick in die Produktionshalle gewährte. Die beiden Arschlöcher, die er gesucht hatte, wanderten zwischen den hängenden Rinderhälften auf und ab, teilten sich eine Flasche billigen Wodka und rauchten ihre Zigaretten mit zitternden Fingern. »Find ich Bullenrufen!« Der andere, der geschossen hatte, offensichtlich Gräser, nahm einen tiefen Zug aus der Flasche. Dann schüttelte er grimmig den Kopf. »Und was sagen wir Ihnen? Nassi, schau dich doch um! Siehst du irgendwelche Beweise dafür, was wir hier gesehen haben wollen? Ich sage, hier ist nichts passiert. Keine Bullen!« »Ich weiß, was ich gesehen habe!« beharrte Nassi und seine Stimme hob sich immer noch. »Das müssen wir doch jammeln in Marcellen!« Gräser stapfte zu ihm hinüber und drückte ihm grob den Wodka in die Hand. Während Nassi trank, zeigte sein Freund auf die stille Produktionshalle vor ihnen. »Kein Blut! Keine Kampfspuren und von Kolion Maischko keine Spur!« »Ich bin tot!« heulte Nassi. Er sagte ein paar Worte in seiner Sprache, dann redete er in seinem stark akzentuierten Englisch weiter. »Ich habe ihre Leichen gesehen und du auch. Sie waren noch da, als sie im Gebäude gerannt sind. Ich weiß, dass du sie gesehen hast, Gräser. Was wenn dieser Typ, dieses Welsinn sie mitgenommen hat? Was wenn er jetzt zurückkommt, um auf uns zu holen?« Der, der auf Janna geschossen hatte, griff sich ins Kreuz, zog seine Pistole hervor und schwenkte sie vor sich wie eine Trophäe. »Wenn der wieder kommt, habe ich das hier für ihn. Ich habe ihn angeschlossen. Das nächste Mal lege ich ihn um. Nassi setzte die Flasche wieder an und trank sie leer. Dann ließ er sie auf den Boden fallen. Er stürmte aus Brocks Sichtfeld, seinen Kumpan hart auf den Fersen. Bis die beiden Männer aus dem Gebäude auf die dunkle Straße hinaustraten, wartete Brock dort schon auf sie. Er hatte sich vom Dach fallen lassen und stand jetzt direkt vor der Tür und verstellte ihn den Weg. Wo wollt ihr denn hin? fragte er liebenswürdig und ließ die Fänge blitzen. Braucht ihr vielleicht eine Mitfahrgelegenheit? Ihre gellenden Entsetzensschreie waren Musik in Brocks Ohren. Er sprang den ersten Mann an, den mit der gebrochenen Nase, und riss ihm die Kehle auf, aber nicht um zu trinken, sondern um zu töten. Den erschlafften Körper warf er in den Schnee. Dann musterte er mit schiefgelegtem Kopf den anderen, der Jenner die Kugel in den Oberschenkel gejagt hatte. Gräser schrie wieder, die Pistole in seiner Hand zitterte heftig. Wenn Brock ein Mensch gewesen wäre, oder wenn er abgelenkt gewesen wäre, wie vorhin in der Fabrik, als ihm vor lauter Wut auf Nassi entgangen war, das auf der anderen Raumseite eine Pistole auf ihn gerichtet war, hätte Gräser ihn jetzt wieder treffen können. Er feuerte einen Schuss ab, aber er war unbeholfen und schlecht gezielt. Und da sprang Brock ihn schon an wie ein Blitz und riss ihn von den Füßen und seine Kugel pfiff in die Dunkelheit davon. Brock riss seinen Arm herum und brach ihm das Handgelenk. Dann setzte er sich rittlings auf ihn. Du kommst mir nicht so leicht davon, fauchte er, bläckte die Lippen von Zähnen und Fängen und nagelte Jenners Angreifer mit einem bernsteinfarbenen Lichtstrahl aus seinen transformierten Augen fest. Gräser winselte und schluchzte und heulte dann vor Entsetzen laut auf, als Brock sich herunterbeugte und seine Fänge in die Arterie und trank gierig vor Wut und Durst. Er trank und trank. Das Blut nährte ihn, aber es war die Wut, die Rache dafür, was diese Männer Jenner, einer unbewaffneten Frau, angetan hatten, die ihn wirklich befriedigte. Brock hob den Kopf und heulte seinen Triumph in den Nachthimmel hinauf, Blut rann ihm heiß das Kinn hinab. Er trank noch etwas mehr anpackte er den Schädel des Mannes mit beiden Händen und brach ihm mit einem wilden Ruck das Genick. Als es vorbei war, als auch der letzte Rest seiner Wut und seines Durstes allmählich verebbt war und alles, was es für ihn hier noch zu tun gab, war, die Leichen zu entsorgen, warf Brock einen klareren Blick auf das wilde, blutige Gemetzel, das er da eben veranstaltet hatte. Die totale Vernichtung. Herr im Himmel, zischte er, ließ sich in die Hocke fallen und fuhr sich mit der Hand über den Kopf. So viel zum Thema, die Dinge mit Jenna Darrow rein geschäftlich zu halten. Wenn das eine Prüfung gewesen war, war er eben mit Pauken und Ich hoffe, ihr habt alle Hunger mitgebracht, sagte Alex und tauchte aus der Schwingtür der Küche des Anwesens auf. In der einen Hand eine riesige Schüssel frischgeschnittenes Obst, in der anderen einen Korb mit dampfenden Brötchen, die nach aromatischen Kräutern dufteten. Sie stellte beides auf dem Esszimmertisch vor Jenna und Tess ab, die von Alex und den anderen Frauen des Hauptquartiers die strikte Anweisung erhalten hatten, sich zurückzulehnen und sich das Frühstück servieren zu lassen. Wie fühlst du dich, Jen? fragte Alex. Rauchst du irgendwas? Wenn du dein Bein hochlegen willst, jetzt kann ich ein Hocker aus dem anderen Zimmer holen. Jenna schüttelte den Kopf. Mir geht's gut. Seit der Operation gestern Abend fühlte ihr Bein sich schon viel besser an und die Schmerzen hielten sich in Grenzen. Sie benutzte einen Stock zum Gehen, aber nur, weil Tess darauf bestanden hatte. Ist wirklich nicht nötig, so ein Getue, um mich zu machen. Tja, so ist sie, meine beste Freundin, die Buschpolizistin, wie sie leibt und lebt, sagte Alex zu Tess, verdrehte die Augen und winkte ab. Bloß eine kleine Schusswunde, gar kein Grund zur Besorgnis. Jenna schnaubte ein wenig. Bei der Woche, die ich hinter mir habe, dürfte eine Schussverletzung am Oberschenkel noch meine kleinste Sorge sein. Sie war nicht auf Mitgefühl aus, konstatierte nur eine Tatsache. Tess legte ihr leicht die Hand aufs Handgelenk. Sie verblüffte Jenna mit ihrer Wärme und der ehrlichen Zuneigung in ihren Augen. Niemand von uns kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, was du durchgemacht hast, Jenna. Aber ich hoffe, du weißt, dass wir jetzt für dich da sind. Du bist hier unter Freunden und das gilt für uns alle. Jenna widerstand der tröstlichen Wirkung, die Tess Worte auf sie hatten. Sie wollte sich hier nicht entspannen, bei Alex und diesen offenbar so gastfreundlichen Fremden und auch nicht bei Brock, bei dem schon gar nicht. Ihr schwirrte immer noch der Kopf, nachdem er sie in der Stadt so unerwartet gerettet hatte. Es war ein Fehler gewesen, einfach so loszuziehen, wie sie es getan hatte, schlecht vorbereitet und emotional völlig durcheinander. So lange war sie noch nicht aus dem Polizeidienst ausgeschieden, dass sie nicht mehr wusste, dass der sicherste Weg in die Bredouille war, in unvertrautem Gelände planlos drauf loszustürmen. Alles, was sie in dem Sekundenbruchteil vor ihrer Flucht aus dem Hauptquartier gespürt hatte, war ihr verzweifelter Wunsch gewesen, dieser düsteren neuen Realität zu entkommen. Sie hatte die Situation auf der Grundlage ihrer Emotionen falsch eingeschätzt. Ein klassischer Anfängerfehler, mit dem Ergebnis, dass die Verstärkung anrücken und sie heraushauen musste. Dass absolut furchterregenden Vampirs angerückt war, war etwas, das ihr mentales Fassungsvermögen momentan noch völlig überstieg. Sie wusste, dass Brock ihr letzte Nacht das Leben gerettet hatte. Ein Teil von ihr wünschte sich, er hätte es nicht getan. Sie wollte ihm nichts schuldig sein. Sie war keine, die anderen etwas schuldig bleiben wollte und schon gar nicht einem Mann, der nicht einmal ein echtes menschliches Wesen war. Gott, was für ein schreckliches Chaos ihr Leben doch geworden war. Ihre Gedanken nahmen eine immer düsterere Richtung und sie entzog Tess ihre Hand und lehnte sich wieder in ihrem Stuhl zurück. Tess drängte sie nicht zu reden. Sie lehnte sich einfach über den Tisch und atmete den aromatischen Duft ein, der von den Brötchen aufstieg. Stöhnte sie, den schlanken Arm schützend um ihren riesigen Babybauch gelegt. Ist das etwa Dylans Rezept mit Basilikum und Cheddar Käse? Auf allgemeinen Wunsch, antwortete Alex fröhlich. Und das ist noch lang nicht alles. Zum Beispiel hat Savannah wieder ihren unglaublichen Vanilletoast mit Karamellkruste gemacht. Da fällt mir ein, ich gehe mal besser den Rest des Festmals holen. Als Alex sich schwungvoll umdrehte und in der Küche verschwand, warf Tess Jenner einen schlitzurigen Blick zu. Du hast nicht wirklich gelebt, solange du nicht Dylans Brötchen und Savernas Vanilletoast probiert hast. Glaub mir, das ist der Himmel auf Erden. Jenner lächelte höflich zurück. Klingt lecker. Ich selber hatte es nie so mit Kochen. Mein größter kulinarischer Erfolg war ein Omelett mit geräuchertem Elchfleisch, Schweizer Käse, Spinat und roten Kartoffeln. Elchfleisch? Tess lachte. Na, sowas hat von uns garantiert noch keine gegessen. Vielleicht kannst du's uns ja mal machen. Vielleicht, sagte Jenner unverbindlich und zuckte leicht mit den Schultern. Wenn das beunruhigende Körnchen fremder Materie in ihrer Halswirbelsäule nicht gewesen wäre und jetzt auch noch die Schussverletzung, die sie für Gott weiß, wie lange außer Gefecht setzen würde, wäre sie schon lange auf und davon. Sie wusste nicht, wie lange man sie hier festhalten wollte, aber sobald sie wieder fit war, würde sie hier abhauen. Was immer der Orden von ihr wollte, sie hatte nicht vor, hier zu bleiben und für ihn das Versuchskaninchen zu machen. Es war immer noch so seltsam zu denken, dass sie tatsächlich hier saß, in einem geheimen, militärisch anmutenden Hauptquartier, das von einem Team von Vampiren bewohnt wurde und mit den so absolut normalen und liebenswerten Frauen, die offenbar mit ihnen glücklich waren und sich hier zu Hause fühlten. Die Situation wurde jetzt noch surrealer, als Alex und der Rest der Frauen des Ordens fünf junge, umwerfend schöne Frauen und das blonde kleine Mädchen, das Myra hieß, im Gänsemarsch mit dem Rest des Frühstücks aus der Küche kamen. Sie unterhielten sich angeregt und gingen so entspannt miteinander um, als hätten sie schon ihr ganzes Leben zusammen verbracht. Sie waren eine Familie und sogar Alex gehörte dazu, die doch erst vor einer Woche mit Jenna hier angekommen war. Eine entspannte Atmosphäre legte sich über das Esszimmer. Teller mit Goldrand wurden herumgereicht und mit allen möglichen Köstlichkeiten beladen. Funkelnde Kristallgläser wurden bis zum Rand mit Saft gefüllt und in den hauchdünnen chinesischen Porzellantassen dampfte schon bald aromatischer dunkel gerösteter Kaffee. Jenna sah in interessiertem Schweigen zu, wie das Mahl in Gang kam. Warmer Ahornsirup und eine Schale mit kleinen Myra stehen, die ihren Toast mit klebrigem Sirup tränkte und ihr Brötchen außen so dick mit Butter beschmierte, dass es wie ein Cremetörtchen aussah. In zwei großen Happen hatte Myra es heruntergeschlungen und stürzte sich dann mit dem selben herzhaften Appetit auf den Rest ihres Frühstücks. Jenna musste lächeln und dachte mit einem Anflug von Melancholie, wenn nicht gar Schuldgefühlen an ihre eigene Tochter. Libby war ein so vorsichtiges kleines Mädchen gewesen, so diszipliniert und ernsthaft, sogar schon als Kleinkind. Gott, was würde sie dafür geben, jetzt Libby so zusehen zu können, wie sie ihr am Tisch gegenüber saß und etwas so Banales wie ihr Frühstück genoss. Mit klebrigen Sirup fingern griff Myra nach ihrem Orangensaftglas, nahm einen großen Schluck und seufzte zufrieden. Dann setzte sie das Glas mit einem leisen Rums wieder ab. Kann ich Schlagsahne für meine Pfirsiche haben? fragte sie und nagelte Jenna mit ihren verblüffenden feilchenfarbenen Augen fest. Einen Augenblick lang fühlte sich Jenna in diesem Blick gefangen. Sie schüttelte das Gefühl ab und griff nach der Porzellanschale, Kann ich bitte Schlagsahne haben? korrigierte Renata, die rechts neben dem kleinen Mädchen saß. Mit einem entschieden mütterlichen, liebevollen Zwinkern streckte die sonst so knallhart wirkende Brünette die Hand aus und fing die Schüssel ab, die Jenna erreichte. Daneben bitte, verbesserte Myra unbekümmert. Jenna senkte die Gabel in den dekadenten Vanilletoast und führte einen Bissen zum Mund. es gesagt hatte, absolut himmlisch. Sie konnte sich ein lautes Aufstöhnen nicht verkneifen, als sie den cremigen Vanillie Geschmack genoss. Schmeckt's ja? fragte Savannah, die an einem Ende des langen Esszimmertisch saß. Wahnsinn, murmelte Jenna, ihre Geschmacksnerven jubilierten immer noch vor Glück. Sie warf einen Blick in die um den Tisch versammelte Runde. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Essen gesehen. Hast du etwa gedacht, wir lassen dich verhungern? fragte Gabrielle vom gegenüberliegenden Tischende. Ihr Lächeln war freundlich und einladend. Ich weiß nicht genau, was ich gedacht habe, antwortete Jenna wahrheitsgemäß. Um ehrlich zu sein, ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles hier verarbeiten soll. Gabrielle nickte langsam. Sie wirkte klug und irgendwie majestätisch Jahre jünger sein musste als Jenna mit ihren dreihunddreißig. Das ist verständlich. Du hast eine Menge durchgemacht und deine Situation ist uns allen neu. Meine Situation? sagte Jenna und schob müßig ein Stück sirupgetränktes Brot auf ihrem Teller herum. Du meinst das unidentifizierte Objekt in meiner Schädelbasis? Ja, das gab Gabrielle zu. Ihre Stimme war sanft. Und die Tatsache, dass du das Glück hattest, dem ältesten lebend zu entkommen. Dass er sich von dir genährt und dich am Leben gelassen hat, ist absolut unerhört noch nie dagewesen, meldete sich die Frau mit der feuerroten Mähne und dem hübschen sommersprossigen Gesicht zu Wort, die neben ihr saß. Wenn du wüsstest, wozu er fähig war, wenn du eine Ahnung hättest, was so vielen anderen passiert ist. Ihre Stimme verklang und ein kleiner Schauder erfasste sie, der ihr die Hand mit der Gabel erzittern ließ. Es ist wirklich ein Wunder, dass du noch am Leben bist, Jenna. Dylan hat recht, stimmte Tess zu. Seit der Orden vor etwa einem Jahr entdeckt hat, dass der Älteste aus seinem Winterschlaf geweckt wurde, haben wir versucht, ihn und Dragos aufzuspüren. Das ist der Scheißkerl, der dieses gefährliche Wesen wieder auf die Welt losgelassen hat. Ich bin mir nicht sicher, welcher von den beiden der Schlimmere ist, warf Renata ein. Der Älteste hat zwar eine Menge unschuldige Opfer getötet, aber es ist eigentlich Dragos, sein sadistischer Enkel, der hier die Strippen zieht. Jenna konnte ihren Ekel nicht verbergen. Wollt ihr mir etwa sagen, dass diese Kreatur auch noch Nachkommen gezeugt hat? Gabriel nahm einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse, dann setzte sie sie wieder vorsichtig auf der Untertasse ab. Diese Kreatur und einige andere wie sie haben die ganze Vampir Spezies auf der Erde gezeugt. Auf der Erde? rief Jenna mit einem ungläubigen Lachen. Redet ihr jetzt von Aliens? Der Vampir, der mich angegriffen hat, war nicht von dieser Welt, beendete Savannah den Satz für sie. Es stimmt, nicht schwerer zu glauben als an die Existenz von Vampiren, wenn du mich fragst, und es ist wirklich die reine Wahrheit. Nachdem die Ältesten vor ein paar Jahrtausenden auf unserer Erde Schiffbruch erlitten haben, haben sie ein Schreckensregime errichtet und jede Menge Frauen vergewaltigt. Nach »Und das glaubt ihr alle?« fragte Jenna immer noch ungläubig. Sie sah sich nach Alex um, die neben ihr saß. »Du auch?« Sie nickte. »Wie könnte ich es nicht glauben, nachdem ich Kate und alle anderen hier im Hauptquartier kennengelernt habe? Und den Ältesten habe ich mit eigenen Augen gesehen, kurz bevor er auf einer Klippe vor Harmony getötet wurde. »Und was ist mit diesem anderen? Mit Dragos?« fragte Jenna, wie der Willen doch neugierig, wie all die Elemente dieses erstaunlichen Puzzles zusammenbasten. Wie kommt er ins Spiel? Dylan antwortete als Erste. Wie sich herausgestellt hat, hat Dragos den Ältesten schon viel früher geweckt, als wir dachten, schon vor Jahrzehnten. Er hat ihn versteckt, gefangen gehalten und benutzt, um eine ganz neue Generation von Gen 1 zu züchten. Die stärksten Stammesvampire, die es gibt, weil sie direkt von der Blutlinie des Ältesten abstammen und seine Gene noch nicht so stark verdünnt sind wie die der späteren Generationen. Dragos hat eine Privatarmee der mächtigsten, tödlichsten Exemplare seiner Rasse gezüchtet, fügt Renata hinzu. Sie werden unter seiner Aufsicht aufgezogen und zu gnadenlosen Killern abgerichtet, Dragos persönliche Armee, die er jederzeit ausschicken kann und die alles tut, was er ihr befiehlt. Gabriel nickte. Und um diese Nachkommen der ersten Generation zu züchten, brauchte Dragos außer dem Ältesten auch einen Zuchtbestand fruchtbarer Frauen, um sie auszutragen. Stammesgefährtinnen, sagte Alex. Jenna sah sie an. Und was sind Stammesgefährtinnen? Frauen mit besonderen DNA und Bluteigenschaften, die sie dazu befähigen, eine lebenslange Verbindung mit Stammesvampiren einzugehen und ihren Nachwuchs auszutragen, sagte Tess und streichelte müßig ihren hochschwangeren Bauch. So wie wir alle hier. Jenna war starr vor Schock und Entsetzen. W-w-w-wollt ihr etwas sagen, dass ich... Nein, Tess schüttelte den Kopf. Du bist normal sterblich, keine Stammesgefährtin. Deine Blutwerte sind normal und du hast auch nicht das Mal wie wir. Auf Jennas Stirnrunzeln hin streckte Tess die rechte Hand aus, auf der zwischen Daumen und Zeigefinger ein kleines rotes Muttermal zu sehen war. Eine winzige liegende Mondsichel, in die ein Tropfen fiel, wie eine Träne. Ihr habt alle das gleiche Tattoo? Es ist kein Tattoo, sagte Alex. Es ist ein Muttermal, Jenna. Alle Stammesgefährtinnen haben es von Geburt an irgendwo am Körper. Meins ist auf meiner Hüfte. Es gibt nicht viele von uns auf der Welt, sagte Savannah. Dem Stamm sind alle Stammesgefährtinnen heilig, aber nicht Dragos. Er hat jahrelang Frauen entführt und gefangen gehalten, um sie als Gebärmaschinen für seine Gen-1-Armee zu benutzen. Dabei wurden viele von ihnen getötet, entweder von Dragos selbst oder vom Ältesten. Woher wisst ihr das alles? fragte Jenna voller Abscheu über das, was sie da hörte. Neben ihr räusperte sich Dylan. Ich hab sie gesehen. Das heißt, die Toten. Die Polizistin in Jenna war schlagartig hellwach. Wenn ihr Leichen habt, dann habt ihr Beweise und könnt dieses Arschloch Dragos den Behörden übergeben. Dylan schüttelte den Kopf. Ich habe keine Leichen gesehen. Ich habe die Toten gesehen. Sie erscheinen mir manchmal und reden mit mir. Jenna wusste nicht, ob sie laut heraus lachen oder vernichtet den Kopf hängen lassen sollte. Du kannst Tote sehen? Jede Stammes Gefährtin hat eine übersinnliche Gabe oder Fähigkeit, die nur sie allein besitzt, erklärte Tess. Dylan kann eine Verbindung zu anderen Stammesgefährtinnen herstellen, die schon gestorben sind. Renata beugte sich vor, die Unterarme auf die Tischkante gestützt. Durch Dylans Gabe wissen wir sicher, dass Dragos für den Tod zahlreicher Stammesgefährtinnen verantwortlich ist. Und durch eine andere Freundin des Ordens, Claire Reichen, deren Gabe uns vor ein paar Monaten zu Dragos Hauptquartier geführt hat, wissen wir, dass er noch viel mehr Stammesgefährtinnen gefangen hält. Seither hat Dragos Operation sich in den Untergrund verzogen, und es ist erste Priorität des Ordens, natürlich abgesehen davon, den Bastard so schnell wie möglich auszuschalten, sein neues Hauptquartier zu finden und seine Opfer in Sicherheit zu bringen. Die Mädels helfen mit, wo wir können, aber es ist schwer, ein Ziel zu treffen, das sich ständig bewegt, sagte Dylan. Wir sehen Vermisstenmeldungen im Internet nach Gesichtern durch, die ich erkenne, und wir machen Tagesmissionen zu Frauenhäusern, Reisenhäusern, billigen Absteigen, überall hin, wo wir vielleicht Spuren zu vermissten jungen Frauen finden können, Renata nickte. Besonders die mit potenziellen übersinnlichen Fähigkeiten oder anderen ungewöhnlichen Talenten, die auf potenzielle Stammesgefährten hindeuten. Wir tun, was wir können, sagte Gabriel, aber bislang haben wir noch keinen echten Durchbruch erzählt. Es ist als fehle uns der Schlüssel, der das ganze Ding aufschließt, und bis wir ihn finden, drehen wir uns nur im Kreis. Ihr müsst eben dranbleiben, sagte Jenna. Die Polizistin in ihr wusste genau, wie frustrierend es war, wenn man nur Spuren hatte, die sich als Sackgasse herausstellten. Was ich bei Ermittlungen vor allem auszahlt, ist Hartnäckigkeit. Wenigstens ist der Älteste jetzt keine Gefahr mehr, sagte Savannah, ein Problem weniger. Diese Bemerkung fand rund um den Frühstückstisch lautstarke Zustimmung. Warum hat der Älteste dich denn nun am Leben gelassen, Jenna? Die Frage kam von Elise, der zierlichen Blonden mit dem Kurzhaarschnitt, die auf der anderen Seite neben Tess saß. Die Zurückhaltende der Gruppe, die fragil wie eine Blume wirkte, aber den offenen, unerschütterlichen Blick einer Kriegerin hatte. Wahrscheinlich brauchte sie diese stählerne innerliche Härte, wenn man bedachte, in welcher Gesellschaft sie und die anderen Frauen im Hauptquartier sich aufhielten. Jenna sah auf ihren Teller hinunter und dachte über ihre Antwort nach. Sie brauchte lange, um die Worte zu finden. Er hat mich wählen lassen. Was meinst du? fragte Savannah stirnrunzelnd. Was willst du, Jenna Takadero? Leben oder Tod? In der Stille fühlte Jenna jedes Augenpaar auf sich gerichtet. Sie zwang sich, die unausgesprochenen Fragen zu beantworten, die wie ein schweres Gewicht in der Luft hingen und sah auf. Mit entschlossen, gerecktem Kinn sprach sie es kurz und bündig aus. Ich wollte sterben. Das wäre mir lieber gewesen, besonders in diesem Moment. Das wusste er, da bin ich aber aus irgendeinem Grund schien er mit mir spielen zu wollen, also hat er mich entscheiden lassen, ob er mich töten sollte oder nicht. Och, Jen, es ist ja schrecklich. Alex Stimme stockte ein wenig und sie legte Jenna schützend den Arm um die Schultern. Dieser grausame Scheißgar. Und was war dann? drängte Elise. Dann hast du dem Ältesten gesagt, er soll dich am Leben lassen und Jen, die sich an den Augenblick jetzt mit absoluter Klarheit erinnerte, schüttelte entschieden den Kopf. Ich habe ihm gesagt, dass ich leben wollte, und das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass er sich den Arm aufgeschlitzt und dieses Ding herausgenommen hat, dieses winzige Körnchen, das jetzt in mich eingepflanzt ist. Sie spürte eher, als dass sie es sah, wie subtil ausgetauschte sein, fragte sie die ganze Gruppe und versuchte den Anflug von Angst niederzukämpfen, der sich plötzlich in ihrem Brustkorb ausbreitete. Denkt ihr, ob ich lebe oder sterbe hat, was damit zu tun, dass er mir dieses Objekt eingesetzt hat? Alex nahm beruhigend ihre Hand, aber es war Tess, die jetzt das Wort ergriff. Vielleicht können Gideon noch ein paar Tests mit dir machen, um das heraus zu finden. Jenner schluckte, dann nickte sie. Für den Rest des Frühstücks blieb ihr Teller unberührt. In einer dunklen, schattigen Ecke der geräumigen Luxussuite eines Bosner Hotels, die schweren Vorhänge sicher zugezogen, um selbst den kleinsten morgendlichen Sonnenstrahl abzublocken, saß der Stammesvampir namens Dragos in einem seiden gepolsterten Sessel und trommelte mit den Fingernägeln auf dem Lampentischchen aus Mahagoni herum, das neben ihm stand. Unpünktlichkeit machte ihn ungeduldig und Ungeduld machte ihn tödlich. Wenn er nicht in den nächsten sechzig Sekunden da ist, bringt einer von euch ihn um, sagte er zu den beiden Gen-1-Killern, die rechts und links neben ihm standen, wie ein paar muskulöse, einen Meter neunzig große Hunde. Kaum hatte er es gesagt, als der Privataufzug draußen im Foyer der Präsidentensuite mit einem leisen elektronischen Glockenton die Ankunft eines Gastes meldete. Dragos im anderen Zimmer rührte sich nicht auf seinem Sessel. Er wartete in ärgerlichem Schweigen, während ein weiterer seiner selbst gezüchteten Bodyguards einen zivilen Stammesvampir, einen Leutnant seiner Geheimoperation zu seiner Privataudienz in die Suite eskortierte. Der Vampir war so klug, den Kopf zu senken, sobald er Dragos erblickte. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung, Sir. Die Stadt wimmelt von Menschen, vor allem Shopping-Touristen, sagte er, und seine kultivierte Stimme triefte vor Verachtung. Er zog sich die schwarzen Lederhandschuhe aus und schob sie in die Tasche seines Kaschmir-Mantels. Mein Fahrer musste das Hotel ein Dutzend Mal umfahren, bevor wir an den Lieferanteneingang im Untergeschoss herankamen. Dragos trommelte weiter mit den Fingern auf dem Tisch herum. Was stimmt mit dem Haupteingang nicht? Sein Leutnant, Stammesvampir der zweiten Generation wie Dragos selbst, erbleichte ein wenig. Es ist helllichter Tag, Sir. In diesem Sonnenlicht wäre ich in Minuten schnelle zu Asche verbrannt. Dragos starrte ihn nur ungerührt an. Auch er war nicht glücklich mit dem unbequemen Treffpunkt. Der Komfort und die Sicherheit seiner eigenen vier Wände wären ihm weiß Gott lieber gewesen, aber das war nun nicht mehr möglich. Nicht seit der Orden seine Operation gestört und ihn in den Untergrund getrieben hatte. Aus Angst vor Entdeckung verriet er keinem seiner zivilen Verbündeten mehr, wo sich sein neues Hauptquartier befand. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wusste auch niemand, wo genau sich seine anderen Liegenschaften und sein Personal befanden. Er konnte das Risiko nicht eingehen, dass einer seiner Leutnants dem Orden in die Hände fiel und ihn womöglich verriet, nur um sich vor Lugans Zorn zu retten. Allein schon beim Gedanken an Lugan Thorn und seinen selbst ernannten Ritter Orden kam Dragos die Galle hoch. Alles, wofür er gearbeitet hatte, seine Zukunftsvision, die mit Händen zu greifen, er kaum erwarten konnte, hatte durch das Eingreifen des Ordens Schaden genommen. Sie hatten ihn gezwungen, den Schwanz einzuziehen und zu fliehen, ihn gezwungen, das Nervenzentrum seiner Operation zu zerstören. Ein wissenschaftliches Forschungslabor der Extraklasse, dessen Perfektionierung ihn hunderte Millionen Dollar und etliche Jahrzehnte Arbeit gekostet hatte. Das alles war nun dahin, nur noch Asche und Trümmer in den tiefen Wäldern von Connecticut. Statt seine Macht und Privilegien zu genießen, wie er es seit Jahrhunderten gewohnt war, musste er sich nun in den Schatten versteckt halten und dabei ständig über die Schulter sehen, um sicher zu gehen, dass seine Feinde nicht aufholten. Der Orden hatte ihn in die Enge getrieben, wie der Falle des Jägers entkommen wollte, und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Den letzten ärgerlichen Zwischenfall hatte es in Alaska gegeben, als der Älteste entkommen war, Dragos wertvollstes unersetzliches Werkzeug bei seinem Streben nach der Weltherrschaft. Schlimm genug, dass der Älteste sich auf dem Transport zu seiner neuen Hochsicherheitszelle befreien konnte, aber die eigentliche Katastrophe war gewesen, dass es dem Orden irgendwie gelungen war, ein Labor in Alaska, sondern auch den entlaufenen Außerirdischen zu finden. Diese beiden wesentlichen Elemente seiner Operation hatte Dragos an die Krieger verloren. In Zukunft würde er ihnen nichts mehr opfern. Ich will gute Neuigkeiten hören, sagte er zu seinem Leutnant und starrte mit finster gerunzelten Brauen zu ihm auf. Welche Fortschritte haben Sie gemacht? Es ist alles vorbereitet, Sir. Das Zielobjekt und seine nächsten Angehörigen sind erst diese Woche von einem Ferienaufenthalt im Ausland in die Staaten zurückgekehrt. Dragos nahm die Information mit einem Grundslaut zur Kenntnis. Das Zielobjekt, um das es ging, war ein Stammesältester, fast tausend Jahre alt. Ein Gen 1, um genau zu sein, was der Grund war, warum Dragos ihn im Visier hatte. Denn abgesehen davon, dass er Lugan Thorn und seine Krieger außer Gefecht setzen wollte, hatte Dragos auch eine seiner ursprünglichen Prioritäten wieder aufgenommen. Die systematische und totale Vernichtung jedes einzelnen Gen 1 auf diesem Planeten. Dass Lugan und ein weiteres Gründungsmitglied des Ordens, Taggen, selbst Gen 1 waren, machte dieses Ziel nur umso erstrebenswerter und zwingender für ihn. Indem er alle Gen 1 eliminierte, bis auf seine Killer, die zu dem einzigen Zweck geboren und ausgebildet waren, ihm bedingungslos zu dienen, würden Dragos und die anderen Stammesvampire der zweiten Generation automatisch zu den mächtigsten Vampiren des Planeten aufsteigen. Und falls, oder vielmehr, wenn Dragos erst genug davon hatte, seine zukünftige Macht, die er allein geplant und zur Vollendung gebracht hatte, mit anderen zu teilen, dann würde er seiner Privatarmee befehlen, auch jeden seiner Zeitgenossen der zweiten Generation zu eliminieren. Er saß in kontemplativem, fast gelangweiltem Schweigen da, während sein Leutnant eifrig die Einzelheiten des Plans durchging, den Dragos selbst erst vor wenigen Tagen ersonnen hatte. Der andere Stammesvampir legte ihm Schritt für Schritt, Schachzug für Schachzug, alles da und versicherte ihm, dass nichts dem Zufall überlassen worden war. Der Gen 1 und seine Familie werden seit ihrer Rückkehr nach Hause rund um die Uhr überwacht, sagte der Leutnant. Wir erwarten nur noch Ihren Befehl, um die Operation zu starten, Sir. Dragos nickte vage. Operation starten. Jawohl, Sir. Als der Leutnant sich tief verbeugte und katzbuckelnd davon schlich, erfüllte Dragos mit fast ebenso großer Befriedigung wie der Gedanke, dass dieser bevorstehende Offensivschlag dem Orden klar machen würde, dass er vielleicht eine Schlappe erlitten hatte, aber alles andere als besiegt war. Tatsächlich würde sein Aufenthalt in dem protzigen Bosner Hotel und mehrere wichtige Treffen mit einer handverlesenen Gruppe einflussreicher Menschen, die zu arrangieren Wochen gedauert hatte, Dragos Position auf seiner Ruhmesleiter weiter festigen. Er konnte den Erfolg praktisch schon auf der Zunge schmecken. Ach, und noch etwas, rief Dragos seinem Verbündeten nach. Bitte, Sir. Sollten Sie mich enttäuschen, sagte er liebenswürdig, können Sie sich darauf einstellen, dass ich Sie Ihr eigenes Herz fressen lasse. Der Mann nahm schlagartig die Farbe des schneeweißen Teppichbodens an. Das werde ich nicht, Sir. Dragos lächelte und bläckte Zähne und Fänge. Ich hoffe, ich... war, betrachtete Brock es als persönlichen Triumph, dass es ihm seit seiner Rückkehr ins Hauptquartier gelungen war, Jenner den größten Teil des Tages aus dem Weg zu gehen. Nachdem er die Leichen der beiden Männer in einen eisigen Nebenarm des Mystic River geworfen hatte, war er bis fast zur Morgendämmerung allein draußen geblieben und hatte versucht, die Wut abzuschütteln, die ihm schon die ganze Nacht so hartnäckig folgte. Selbst nachdem er an diesem Morgen schon wieder einige Stunden im Hauptquartier des Ordens war, brachte die ungerechtfertigte, völlig ungewollte Wut, die ihn beim Gedanken daran packte, dass auf eine unbewaffnete Frau geschossen worden war, seine Muskeln vor Gier nach Gewalt zum Vibrieren. Ein paar schweißtreibende Stunden mit den Klingen im Waffenraum hatten ihm geholfen, etwas Dampf abzulassen, so wie auch die vierzig Minuten unter der kochend heißen Dusche, die er sich nach dem Training verordnet hatte. Er hätte sich verdammt gut gefühlt, wieder das Gefühl gehabt, dass der Kopf ihm wieder fest auf den Schultern saß, wenn Gideon nicht wenig später mit schlechten Neuigkeiten gekommen wäre. Die erste war, dass Jenna ihn nach dem Frühstück mit den anderen Frauen gebeten hatte, ihr noch einmal Blut- und Gewebeproben zu entnehmen und zu testen. Sie hatte sich plötzlich wieder an etwas erinnert, das der Älteste mit ihr getan hatte. Und laut Gideon war die sonst so robuste junge Frau ziemlich erschüttert gewesen. Der zweite Schlag war fast sofort gekommen, nachdem die ersten Proben entnommen und durch die Analysegeräte gelaufen waren. Seit Gideons letzten Tests hatten sich Jenners Blutbild und DNA erheblich verändert. Gestern waren ihre Werte noch normal gewesen, heute überstiegen sie alle Grenzwerte. »Wir können keine voreiligen Schlüsse ziehen, egal, was diese Ergebnisse uns zu sagen scheinen«, sagte Lucan schließlich in die Stille. Seine tiefe Stimme war ernst. »Vielleicht sollten wir noch mal eine Testreihe durchlaufen lassen«, meinte Tess, die einzige Frau, die sich momentan im Techniklabor befand. Sie sah von Gideons beunruhigenden Laborbefunden aufzulugen, Grog und dem Rest des Ordens, der einberufen worden war, um sie zu besprechen. »Soll ich Jennifer eine zweite Testreihe holen und zurück in die Krankenstation bringen?« »Kannst du schon machen«, meinte Gideon. »Aber noch ein Durchgang wird gar nichts ändern.« Er nahm seine randlose, blau getönte Sonnenbrille ab und warf sie auf das Computerterminal vor ihm. Dann kniff er sich in den Nasenrücken und schüttelte langsam den Kopf. »Solche DNA-Mutationen und Zellreproduktionen in solcher Geschwindigkeit kommen einfach nicht vor. Menschliche Körper sind nicht dafür gemacht, solche Veränderungen ihrer Organe und Arterien auszuhalten. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen, die sowas auf das zentrale Nervensystem haben muss.« Mit über der Brust verschränkten Armen lehnte sich Brock neben Kate, Dante und Rio an die Wand. Er sagte nichts, versuchte, sich einen Reim darauf zu machen, was er da sah und hörte. Luken hatte vor vorschnellen Schlussfolgerungen gewarnt, aber das alles deutete stark darauf hin, dass Jenna mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen hatte. »Ich kapiere das nicht«, sagte Nikolai von der anderen Seite des Techniklabors, wo er mit Tegan und Hunter am riesigen Konferenztisch saß. »Warum jetzt?« »Ich meine, wenn bisher doch alles normal war.« »Warum jetzt plötzlich diese Mutationen in ihrem Blut und ihrer DNA?« Gideon zuckte Waage mit den Schultern. Vielleicht, weil sie bis gestern noch im Tiefschlaf lag, fast im Koma. Sobald sie wach war, hat sich ihre Muskelkraft sofort gesteigert. Brock hat das zuerst gemerkt, und dann haben wir es auch gesehen, als Jenna vom Grundstück geflohen ist. Die Zellveränderungen könnten einfach eine verspätete Reaktion auf das Aufwachen sein. Dass ihr Bewusstsein zurückgekehrt ist, kann sich in ihrem Körper wie ein Schalter ausgewirkt haben. Letzte Nacht ist sie angeschossen worden, flügte Brock hinzu und biss das wütende Knurren zurück, das in seiner Kehle aufstieg. »Könnte das auch was damit zu tun haben?« »Schon möglich«, sagte Gideon. »Ich schätze, alles ist möglich. Wir haben es hiermit etwas zu tun, das weder ich noch jeder andere hier im Raum je zuvor gesehen hat.« »Ja«, stimmte Brock zu. »Schöner Mist.« Im hinteren Teil des Techniklabors räusperte sich Sterling Chase. Er hatte seinen Stuhl zurückgekippt und die Stiefel auf den Konferenztisch gelegt. »In Anbetracht der Lage ist es vielleicht keine so gute Idee dieser Frau, so viel Bewegungsfreiheit Bewegungsfreiheit im Hauptquartier zu erlauben. Sie ist derzeit ein zu großes Fragezeichen. Wer weiß, sie könnte sogar eine wandelnde Zeitbombe sein.« Einen langen Augenblick sagte niemand etwas. Brock hasste dieses Schweigen, hasste Chase dafür, laut auszusprechen, worüber keiner der Krieger gerne nachdenken wollte. »Was schlägst du vor?«, fragte Lucan und sah den ehemaligen Agenten der dunklen Häfen ernst an. Chase hob eine blonde Augenbraue. »Wenn ihr mich fragt, ich würde sie schleunigst aus dem Hauptquartier entfernen. Sie irgendwo sicher wegsperren, so weit weg von unserer Operation wie nur möglich, zumindest bis wir eine Chance haben, Dragos ein für allemal auszuschalten.« Brock entfuhr ein tiefes, feindseliges Knochen. »Jenner bleibt hier.« Gideon setzte seine Sonnenbrille wieder auf und nickte in Brocks Richtung. »Sehe ich auch so. Ich könnte es nicht verantworten, sie jetzt wegzubringen. Ich würde sie gerne am Auge behalten, um mir ein besseres Bild davon zu machen, was zellbiologisch und neurologisch mit ihr passiert.« »Wie ihr wollt«, meinte Chase gedehnt. »Aber wenn ihr euch täuscht, sind wir alle dran.« »Sie bleibt hier«, sagte Brock und durchbohrte den Ex-Agenten, der ihn jetzt vom anderen Ende des Tisches angrenzte, mit wütenden Blicken. »Du bist scharf auf diese Normalsterbliche, seit du sie zum ersten Mal gesehen hast«, bemerkte Chase. Sein Tonfall war lässig, aber seine Mine herausfordernd. »Musst du dir da vielleicht etwas beweisen, mein Alter? Was könnte das wohl sein? Du bist vielleicht einer dieser geborenen Retter von Jungfrauen in der Not? Ein Schutzheiliger verlorener Fälle?« »Bist du so einer?« Mit einem einzigen Satz sprang Brock über den Tisch. Er wäre Chase an die Kehle gegangen, aber der Vampir war darauf vorbereitet und bewegte sich genauso schnell. Der Stuhl stürzte um, und im nächsten Sekundenbruchteil standen die beiden riesigen Männer sich Auge in Auge, Kinn an Kinn in einer Padsituation gegenüber, die keiner von ihnen gewinnen konnte. Brock spürte, wie starke Hände ihn von Chase wegzogen. Kate und Tegan waren da, bevor er Chase den Schlag verpassen konnte, den er verdiente. Und hinter Chase standen Logan und Hunter, sie und der Rest der Krieger bereit, sofort dazwischenzugehen, sobald einer von ihnen wieder angreifen wollte. Brock ließ sich widerstrebend von seinem Kameraden wegführen. Das war nicht das erste Mal, dass sich Sterling Chase so feinselig und aggressiv zeigte, und Brock grübelte darüber nach, was es war, dass diesen ansonsten so fähigen, einst sogar brillanten Mann so unberechenbar machte. Wenn der Orden sich um eine Zeitbombe in seiner Mitte Sorgen machen musste, dachte Brock, dann sah er sie vermutlich gerade vor sich. »Warum zur Hölle brauchen die so lange?« Jen hatte nicht gemerkt, dass sie ihren Frust laut geäußert hatte, bis Alex beruhigend ihre Hand nahm. »Gideon hat gesagt, er wollte noch ein paar zusätzliche Tests mit deinen Proben machen. Wir hören sicher bald von ihnen.« Jenner stieß einen verärgerten Säufzer aus. Auf ihren Stock gestützt, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht brauchte, stand sie von dem Sofa auf, wo sie gesessen hatte, und humpelte zur anderen Seite des Wohnzimmers. Nach der Blutentnahme in der Krankenstation vor ein paar Stunden hatten Alex und Tess sie in diese Wohnung gebracht und ihr gesagt, dass sie das Privatquartier für die Dauer ihres Aufenthalts im Hauptquartier nutzen durfte. Nach ihrem Zimmer auf der Krankenstation war die Wohnung eine große Verbesserung. Sie war geräumig und bequem, mit übergroßen Ledermöbeln und akribisch polierten dunklen Holztischen, alles ordentlich und aufgeräumt. In den hohen hölzernen Bücherregalen stand eine Sammlung von Klassikern und Standardwerken der Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte, die jeder Bibliothek Ehre gemacht hätte. In sichtlichem Kontrast zu dieser ernsten Lektüre enthielt das Regal daneben peinlich geordnete, lieber Himmel, alphabetisch geordnete, populäre Unterhaltungsliteratur. Jenner ließ ihren Blick über Buchtitel und Autorennamen wandern. Auch die kleinste Ablenkung kam ihr gelegen, um nicht ständig darüber nachgrübeln zu müssen, was wohl der Grund dafür war, dass Gideon und die anderen sie so lange warten ließen. Tess ist schon über eine Stunde da unten, bemerkte sie und zog müßig einen Band über Jazzsängerinnen aus seinem Platz bei den Geschichtsbüchern. Sie blätterte darin herum, mehr um ihre Hände zu beschäftigen als aus wirklichem Interesse an dem Buch. Als sie gerade bei den Nachtclubs der 20er Jahre war, fiel ein vergilbtes altes Foto heraus, und Jenner fing es auf, bevor es auf dem Boden landete. Das strahlende Gesicht einer hübschen jungen Frau blickte sie aus dem Bild an, in schimmernde Seide und glänzende Pelze gekleidet. Mit ihren riesigen mantelförmigen Augen und der porzellanweißen Haut, die gegen ihr langes, tiefschwarzes Haar zu leuchten schien, wirkte sie wunderschön und exotisch, besonders in der Kulisse des Jazz-Clubs hinter ihr. Jenner, deren Leben sich derzeit in einer stetigen Abwärtsspirale von Verwirrung und Sorgen befand, war einen Augenblick lang betroffen vom schieren Jubel im Lächeln der jungen Frau. Sie lächelte mit einer so überschäumenden ehrlichen Freude, dass es Jenner fast schmerzte, sie anzusehen. Diese Art von Glück hatte sie auch einmal gespürt, nicht wahr? Gott, wie lange war es her, dass sie sich auch nur halb so lebendig gefühlt hatte wie die junge Frau auf diesem Bild. Ärgerlich über ihr Selbstmitleid steckte Jenner das Bild wieder zwischen die Buchseiten und schob das Buch auf seinen Platz im Regal zurück. Ich halte diese Ungewissheit nicht aus, sie macht mich wahnsinnig. Ich weiß, Jen, aber... Ach, scheiße! Ich warte nicht länger hier, sagte sie und sah sich nach ihrer Freundin um. Die Spitze ihres Gehstocks hallte dumpf auf dem Teppichboden, als sie auf die Tür zuging. Ein paar Teilergebnisse müssten sie inzwischen doch schon haben, und ich muss wissen, was da los ist, ich geh hin! Jenner, warte! warnte Alex hinter ihr. Aber sie war schon draußen auf dem Korridor, ging so schnell wie der lästige Gehstock und der stechende Schmerz, der ihr bei jedem hastigen Schritt ins rechte Bein vor ihr erlaubten. Jenner! rief Alex ihr nach, und ihre eigenen Schritte holten im leeren Korridor schnell zu Jenner auf. Jenner ging weiter, von einem gewundenen Korridorabschnitt aus poliertem weißem Marmor zum nächsten. Ihr Bein pulsierte jetzt heftig, aber das war ihr egal, sie warf den Gehstock weg, der sie nur behinderte, und rannte förmlich auf die gedämpften Männerstimmen zu, die von vorne kamen. Als sie an der Glaswand des Techniklabors ankam, keuchte sie, und auf ihren Lippen und auf ihrer Stirn hatte sich vor Schmerzen ein Schweißfilm gebildet. Ihre Augen suchten Brock in der dort versammelten, ernst wirkenden Gruppe. Sein Gesicht war angespannt, die Sehnen in seinem Nacken straff wie Kabel, sein Mund zu einer grimmigen, fast drohenden Linie zusammengepresst. Er stand im hinteren Teil des Raumes, umgeben von einigen anderen Kriegern, und alle wirkten besorgt und unruhig, besonders jetzt, wo sie da waren. Gideon und Tess saßen über die Computerterminals im vorderen Teil des Techniklabors gebeugt. Alle hatten innegehalten bei dem, was sie eben getan hatten, und starrten sie an. Jenner spürte das Gewicht ihrer Blicke fast körperlich. Ihr Herz zog sich zusammen. Offensichtlich hatten sie die Befunde ihrer Blutanalyse. Wie schrecklich konnten die sein? Ihre Minen waren unergründlich. Jeder beobachtete sie stumm und verhalten, als ihre Schritte langsamer wurden und sie vor den breiten Glastüren des Techniklabors stehen blieb. Gott, jetzt sahen alle sie an, als hätten sie sie noch nie gesehen. Nein, erkannte sie, als die Gruppe unbeweglich blieb, sie einfach nur durch die Glaswand beobachtete, die sie voneinander trennte. Sie sahen sie an wie eine Totgeglaubte, wie einen Geist. Eisiges Grauen breitete sich schwer in ihrem Magen aus. Aber sie würde jetzt keinen Rückzieher machen. Sie nicht! »Lasst mich rein!« rief sie wütend. »Verdammt noch mal, macht diese beschissene Tür auf und sagt mir endlich, was mit mir los ist!« Sie hob die Hand und ballte die Faust. Aber bevor sie gegen die Scheibe hämmern konnte, glitt die Glastür mit einem leisen Zischen auf. Sie stürmte hinein, Alex auf den Fersen. »Sagt es mir!« forderte Janna, und ihr Blick wanderte von einem stummen Gesicht zum nächsten. Am längsten verweilte er auf Brock, der außer Alex der einzige im Raum war, dem sie irgendwie vertraute. »Bitte, ich muss es wissen.« »Es gibt Veränderungen in deinem Blutbild«, sagte er. Seine tiefe Stimme war ungewöhnlich leise, viel zu sanft. »Und auch in deiner DNA.« »Veränderungen?« Janna schluckte schwer. »Was für Veränderungen?« »Anomalien«, warf Gideon ein. Als sie den Kopf herumwarf, um ihn anzusehen, erschrak sie über den besorgten Ausdruck in den Augen des Kriegers. Er wählte seine Worte vorsichtig. Und so wie er aussah und klang, erinnerte er nur allzu sehr an einen Arzt, der seinem Patienten die schlimmstmögliche Nachricht überbringen musste.« »Wir haben seltsame Zellreproduktionen gefunden, Janna. Und Mutationen in deiner DNA, die sich ungewöhnlich rasch vermehren. Bei der letzten Untersuchung waren sie noch nicht da.« Sie schüttelte den Kopf, sowohl aus Verwirrung als auch aus dem Reflex heraus zu leugnen, was sie da hörte. »Ich verstehe nicht. Redest du von einer Krankheit? Hat diese Kreatur mich mit irgendwas infiziert, als sie mich gebissen hat?« »Nichts dergleichen«, sagte Gideon und warf Luken einen nervösen Blick zu. Oder für mehr nicht direkt. »Was ist es dann?« fragte sie heftig, und schon im nächsten Augenblick wusste sie die Antwort selbst. »O Herr im Himmel! Das Ding in meinem Genick!« Sie legte die Hand über die Stelle, wo der Älteste ihr die Reiskorn große, unidentifizierbare Materie eingesetzt hatte. »Dieses Ding verursacht die Veränderungen.« »Das meinst du doch, oder?« Gideon nickte leicht. »Es ist Biotechnologie auf einem Niveau, das die derzeitigen technologischen Möglichkeiten weit übersteigt, sowohl des Stammes als auch der Menschen. Und auf den neuesten Röntgenbildern, die wir heute gemacht haben, ist zu sehen, dass das Implantat sich auch in sehr beschleunigtem Tempo in deine Wirbelsäule integriert.« »Nimmt es mir raus!« Die Gruppe riesenhafter Männer warf einander unbehagliche Blicke zu. Selbst Tess schwieg betreten und konnte Jenner nicht in die Augen sehen. »So einfach ist es leider nicht«, antwortete Gideon schließlich. »Vielleicht solltest du dir das Röntgenbild selbst anschauen.« Bevor sie darüber nachdenken konnte, ob sie Beweise für das Gehörte überhaupt sehen wollte, flammte vor ihr auf einem Wandmonitor das Bild ihres Schädels und ihrer Wirbelsäule auf. Sofort bemerkte Jenner mit widerlicher Vertrautheit das Reiskorn-große Objekt, das hell in der Mitte ihres obersten Halswirbels aufstrahlte. Die fadenartigen Fühler, die gestern dagewesen waren, hatten sich auf der neueren Aufnahme bedeutend vermehrt. Es mussten Hunderte sein, und jeder dieser dünnen Fühler verwob sich kompliziert und unentwirrbar mit ihrer Wirbelsäule. Gideon räusperte sich. »Wie ich schon sagte, handelt es sich bei diesem Objekt offenbar um eine Kombination von Genmaterial und hochentwickelter Technologie. Ich habe sowas noch nie gesehen. Auch konnte ich keine wissenschaftlichen Forschungen der Menschen finden, die auch nur annähernd dieses Niveau hätten. Und aufgrund der biologischen Transformation deiner DNA und deines Blutbildes vermute ich, dass das Genmaterial von dem Ältesten stammt.« Das bedeutete, dass ein Teil dieser Kreatur in ihr war. In ihr lebte und gedieh. Janicell zämmerte heftig an ihrer Brust. Sie spülte das Pumpen und Rauschen ihres Blutes in ihren Adern, mutierte Zellen, die sich, wie sie sich vorstellte, mit jedem Herzschlag weiter durch ihren Körper fraßen, sich multiplizierten und wuchsen, sie von innen heraus auffraßen. »Nehmt es mir raus«, sagte sie, und ihre Stimme hob sich panisch. »Nehmt mir sofort dieses gottverdammte Ding raus, oder ich mache es selbst!« Mit allen zehn Fingern begann sie, sich den Nacken aufzukratzen, halb wahnsinnig vor Verzweiflung. Sie sah nicht einmal, dass Brock am anderen Ende des Techniklabors sich bewegt hatte, aber im Handumdrehen war er bei ihr und schloss seine riesigen Hände um ihre Finger. Seine dunkelbraunen Augen fanden ihren Blick und ließen ihn nicht los. »Ganz ruhig«, flüsterte er leise, zog ihre Hände sanft, aber entschieden von ihrem Nacken und hielt sie in seinen warmen Fingern. »Atme, Janna.« Ihre Lungen weiteten sich und stießen die Luft mit einem gebrochenen Schluchzen wieder aus. »Lass mich los! Bitte lasst mich in Ruhe, ihr alle!« Sie wich zurück und versuchte, aus dem Raum zu gehen. Aber plötzlich dröhnte ihr Puls und in ihren Ohren erklang ein unangenehmer Pfeifton. Eine heftige Schwindelwelle erfasste sie und alles um sie herum versank in einem dicken Nebel. »Ich hab dich«, murmelte Brocks tröstliche Stimme irgendwo nahe an ihrem Ohr. Sie spürte, wie sich ihre Füße vom Boden hoben und wusste, dass er sie zum zweiten Mal in ebenso vielen Tagen sicher in seinen Armen aufbrach. Er entschuldigte sich nicht dafür, was er mit ihr machte und sagte nicht, wohin er sie brachte, sondern stapfte einfach aus dem Techniklabor und trug sie wieder den Korridor hinauf, aus dem sie vor einigen Minuten mit Alex gekommen war. »Lass mich los!« verlangte Jenna. Ihre Sinne waren immer noch verwirrt und jeder seiner langen Schritte hallte laut in ihren Ohren. Sie legte sich in seinen Armen und versuchte zu ignorieren, wie sich ihr selbst von dieser kleinen Bewegung der Kopf drehte und der Magen hob. Ihr Kopf fiel über seinen muskulösen Oberarm zurück und ihr entfuhr ein gequältes Stöhnen. »Ich hab gesagt, du sollst mich runterlassen, verdammt!« Er grunzte, ging aber weiter. »Ich hab's schon das erste Mal gehört.« Sie schloss die Augen, nur weil es zu schwer war, sie offen zu halten und zuzusehen, wie die Korridordecke über ihrem Kopf waberte und strudelte, als Brocks sie immer tiefer in das Hauptquartier trug. Nach einer Weile wurde er langsamer, dann drehte er sich abrupt, und Jenna sah auf und erkannte, dass er sie zurück zu der Wohnung gebracht hatte, die jetzt ihr Privatquartier war. »Bitte, lass mich runter!« murmelte sie, ihre Zunge träge, die Kehle ausgedörrt. Das Dröhnen hinter ihren Augen war zudem eines Presslufthammers angeschwollen, das Pfeifen in ihren Ohren zu einem betäubenden Hochfrequenzgeräusch, von dem ihr fast der Schädel platzte. »Ach Gott!« keuchte sie, unfähig, ihre Qualen zu verbergen. »Es tut so weh.« »Schon gut«, sagte Brock ruhig. »Gleich wird alles wieder gut.« »Nein wird es nicht«, sie wimmerte, gedemütigt vom Geräusch ihrer eigenen Schwäche und der Tatsache, dass Brock sie in diesem Zustand sah. »Was passiert da mit mir? Was hat er mit mir gemacht?« »Das ist jetzt egal«, flüsterte Brock. Seine tiefe Stimme klang angespannt, zu beherrscht, um wirklich überzeugend zu wirken. »Jetzt müssen wir dich erst mal versorgen.« Er durchquerte mit ihr den Raum und legte sie sachte auf dem Sofa ab. Jenner sank zurück und ließ sich von ihm sanft die Beine gerade ziehen, noch nicht so weggetreten vor Schmerzen und Angst, dass sie nicht registrierte, wie behutsam diese starken Hände, die einen Menschen wohl mühelos zerschmettern konnten, waren. »Entspann dich«, sagte er, und diese starken, sanften Hände näherten sich ihrem Gesicht. Er beugte sich über sie und streichelte ihr zart die Wange. Seine dunklen Augen zwangen sie, seinen Blick zu halten. »Einfach entspannen und atmen, Jenner. Kannst du das für mich machen?« Schon beruhigte sie sich etwas, entspannte sich vom Klang ihres Namens auf seinen Lippen und der federleichten Wärme seiner Finger, die jetzt langsam von ihrer Wange zu ihrem Kiefer wanderten, und dann seitlich ihren Hals hinunter. Ihre kurzen, keuchenden Atemzüge wurden allmählich langsamer und tiefer, als Brock mit einer Hand ihren Nacken umfasste und seine andere Handfläche beruhigend und ohne Eile auf ihrem oberen Brustkorb kreisen ließ. »Gut so«, murmelte er, seinen Blick immer noch fest auf sie gerichtet, durchdringend und doch gleichzeitig unglaublich sanft. »Lass die Schmerzen los und entspann dich. Du bist in Sicherheit, Jenner. Du kannst mir vertrauen.« Sie wußte nicht, warum diese Worte eine solche Wirkung auf sie hatten. Vielleicht hatten die Schmerzen sie geschwächt, vielleicht auch die Angst vor dem Unbekannten, dieser klaffende Abgrund der Unsicherheit, der seit der eisigen Horrornacht in Alaska so plötzlich ihre neue Realität geworden war. Und vielleicht war es einfach die simple Tatsache, dass es schon sehr lange her war, ganze vier Jahre, um genau zu sein, seit sie die feste, warme Berührung eines Mannes gespürt hatte, selbst wenn Brock es jetzt nur tat, um sie zu beruhigen. Vier leere, einsame Jahre, in denen sie sich davon überzeugt hatte, dass sie Zärtlichkeit oder Intimität nicht brauchte. Vier endlose Jahre, seit sie sich zum letzten Mal als Frau aus Fleisch und Blut gefühlt hatte. Vier Jahre, seit sie sich zum letzten Mal begehrt gefühlt hatte. Und sie fragte sich zum ersten Mal, wie es wäre, eines Tages wieder ihr Herz zu öffnen. Jenner schloss die Augen. Heiße Tränen stiegen in ihr auf. Sie stieß das Gefühl zur Seite, das da so unerwartet in ihr auffallte und konzentrierte sich stattdessen auf die tröstliche Wärme von Brocks Fingerspitzen auf ihrer Haut. Sie ließ sich von seiner Stimme einlullen und spürte, wie seine Worte und seine Berührung sie allmählich von diesen seltsamen Schmerzen erlösten, die sie eben noch von innen heraus zerrissen hatten. Gut so, Jenner. Jetzt einfach nur atmen. Als er so mit ihr redete, spürte sie, wie der Schraubstock um ihren Schädel sich zu lösen begann. Brock streichelte ihre Schläfen mit seinen Daumen, seine Finger tief in ihr Haar vergraben, hielten ihren Kopf tröstlich umfasst. Das penetrante Pfeifgeräusch in ihren Ohren begann abzuklingen, und endlich war es ganz fort. »Du machst das super«, murmelte Brock. Seine Stimme war tiefer als zuvor, fast schon ein Knurren. »Einfach loslassen, Jenner. Gib mir den Rest davon.« Als Brock ihr Gesicht und Nacken streichelte, entfuhr ihr ein langer, reinigender Seufzer. Sie stöhnte auf vor Lust, genoss das Wohlgefühl, das langsam ihre Schmerzen verdrängte. »Fühlt sich gut an«, flüsterte sie, und konnte dem Drang nicht widerstehen, sich noch tiefer in seine Berührung zu schmiegen. »Jetzt tut es nicht mehr so weh.« »Gut so, Jenner.« Er holte Atem, was sich eher wie ein scharfes Keuchen anhörte, und stieß ihn dann mit einem leisen Stöhnen wieder aus. »Einfach alles rauslassen.« Jenner spürte, dass ihm plötzlich die Fingerspitzen zitterten. Abrupt öffnete sie die Augen und starrte zu ihm auf. Er bot einen erschreckenden Anblick. Die Sehnen an seinem Hals waren fest angespannt, sein Kiefer so fest zusammengebissen, dass ihm fast die Zähne zerspringen mussten. Ein Muskel zuckte wild in seiner schmalen Wange, und seine Stirn und Oberlippe waren von Schweißperlen bedeckt. Er hatte Schmerzen. Schreckliche, grausame Schmerzen, genau wie ihre eigenen vor wenigen Minuten, bevor er mit seiner Berührung ihre Qualen gelindert und von ihr genommen hatte. Da dämmerte ihr, was hier gerade passierte. Er beruhigte sie nicht einfach nur mit seinen Händen, sondern zog irgendwie die Schmerzen aus ihr heraus. Er saugte sie ab und nahm sie bewusst in seinen eigenen Körper auf. Der Gedanke empüllte sie. Aber noch peinlicher war ihr, dass sie nachgelegen und sich eingebildet hatte, dass hinter seiner Berührung vielleicht mehr war als nur Mitleid. Jenna zuckte vor ihm zurück und richtete sich auf dem Sofa auf. Ihr Atem ging heftig vor Empörung, als sie in seine dunklen Augen starrte, in denen Bernstein gelbe Lichtfunken blitzten. »Was zur Hölle denkst du, was du da machst?« keuchte sie und sprang auf die Füße. Der Muskel in seinem Kiefer zuckte wieder, als er aufstand, um sie anzusehen. »Dir helfen.« Schlagartig strömten Bilder auf sie ein. Eine jähe, deutliche Erinnerung an die Zeit nach ihrer Gefangenschaft bei der Kreatur, die in ihr Haus in Alaska eingebrochen war. Auch da hatte sie Schmerzen gehabt. Sie war völlig verängstigt und im Schockzustand gewesen, derart übermannt von Verwirrung und Entsetzen, dass sie gedacht hatte, sie würde daran sterben. Und dann hatten warme, fürsorgliche Hände sie getröstet. Sie erinnerte sich an das grimmige, gutaussehende Gesicht dieses Fremden, der in ihr Leben getreten war wie ein dunkler Engel und dafür gesorgt hatte, dass sie in Sicherheit war, der ihr Geborgenheit und Ruhe gegeben hatte, als die ganze Welt um sie herum ins Chaos stürzte. »Du warst da«, murmelte sie, verblüfft, dass sie es erst jetzt erkannte. »In Alaska, als der Älteste fort war. Du bist bei mir geblieben und hast mir die Schmerzen genommen. Und später auch, als ich schon hier im Hauptquartier war. Mein Gott! Bist du etwa auf der Krankenstation die ganze Zeit über bei mir gewesen?« Seine dunklen, unergründlichen Augen blieben weiter fest auf sie gerichtet. »Ich war der Einzige, der dir helfen konnte.« »Und wer hat dich darum gebeten?« fragte sie heftig, bewusst barsch. Aber sie musste einfach irgendwie gegen die Hitze ankämpfen, die immer noch durch ihren Körper strömte, unwillkommen und ungewollt. Schlimm genug, dass er gedacht hatte, er müsste sie durch die Nachwirkungen ihres Martyriums verhätscheln wie ein Kind. Noch schlimmer war, dass er offenbar dachte, dass sie das immer noch nötig hatte. Sie würde verdammt sein, wenn sie ihm noch eine Sekunde lang das Gefühl gab, dass sie seine Berührung genossen hatte. Das Gesicht immer noch schmerzverzerrt von dem, was er eben für sie getan hatte, schüttelte er den Kopf und stieß einen leisen Fluch aus. »Für eine Frau, die sich von niemandem helfen lassen will, scheinst du es, weiß Gott, oft nötig zu haben.« Sie widerstand nur knapp der Versuchung, ihm zu sagen, dass er sich zum Teufel scheren sollte. »Ich kann schon auf mich selbst aufpassen.« »Wie letzte Nacht in der Stadt?« fragte er herausfordernd. »Wie eben, vor ein paar Minuten im Techniklabor, wo du ohne mich auf deinem starrischen Hintern gelandet wärst?« Ihre Wangen brannten von der Demütigung wie von einer Ohrfeige. »Was, du was? Tu uns beiden einen Gefallen und hilf mir in Zukunft einfach nicht mehr!« Sie wirbelte herum und ging auf die Tür zum Korridor zu, die immer noch offen stand. Bei jedem wunderbar schmerzfreien Schritt wurde sie nur noch wütender auf Brock, nur noch entschlossener, so viel Distanz wie möglich zwischen sich und ihn zu bringen. Bevor sie sich der Schwelle auf einen Meter nähern konnte, stand er schon vor ihr, verstellte ihr einfach den Weg, obwohl sie gar nicht gesehen oder gehört hatte, dass er sich bewegt hatte. Sie blieb abrupt stehen und starrte ihn mit offenem Mund an, verblüfft von seiner übernatürlichen Schnelligkeit. »Geh mir aus dem Weg!« sagte sie und versuchte, an ihm vorbeizugehen. Sein riesiger Körper folgte ihrer Bewegung und verstellte ihr wieder den Weg. Die Intensität seines Blicks sagte ihr, dass er noch mehr sagen wollte, aber Jenna wollte es nicht hören. Sie musste jetzt allein sein. Brauchte Zeit, um über alles nachzudenken, was hier geschehen war. Und was immer noch geschehen möge und ständig beängstigender wurde. »Lass mich vorbei!« sagte sie und hasste es, wie stockend und unsicher ihre Stimme plötzlich klang. Brock hob langsam die Hand und strich ihr eine zerzauste Haarsträhne aus der Stirn. Es war eine zärtliche, freundliche Geste, nach der sie sich zutiefst sehnte, sich jedoch davor fürchtete, sie einzunehmen. »Du bist jetzt in unserer Welt, Jenna, und ob du es zugeben willst oder nicht, du bist selbst schon ein Teil davon geworden.« Als er sprach, beobachtete sie seinen Mund und wünschte sich, von seinen vollen, sinnlichen Lippen nicht so fasziniert zu sein. Immer noch litt er ihre Schmerzen. Sie sah es am leichten Beben seiner Nasenflügel, als er Atem holte und ihn kontrolliert wieder ausschließ. Die Anspannung in seinem schönen Gesicht und an seinem starken Hals hatte auch nicht nachgelassen. Sie sah ihm zu, wie er eine Last trug, die eigentlich ihr gehörte, und hatte plötzlich das Gefühl, ganz klein und hilflos zu sein. Ihr ganzes Leben hatte sie sich damit abgekämpft, sich zu beweisen. Zuerst ihrem Vater und ihrem Bruder Zack, die sie beide nur allzu deutlich spülen ließen, dass sie ihr nicht zutrauten, es um Polizeidienst zu etwas zu bringen. Später hatte sie danach gestrebt, die perfekte Ehefrau und Mutter zu sein. Ihr ganzes geregeltes Leben hatte sich auf einer Basis von Stärke, Disziplin und Tüchtigkeit abgespielt. Es war unglaublich. Aber als sie jetzt so vor Brock stand, lag es nicht etwa daran, dass er einer anderen Spezies angehörte, einer gefährlichen und außerirdischen Spezies, dass sie am liebsten im Erdboden versunken wäre. Es war die Angst, dass er durch die harte Schale ihrer Wut hindurchsehen konnte, die sie wie eine Rüstung trug und dass er vielleicht erkannte, was für eine verängstigte, einsame Versagerin sie in Wirklichkeit war. Wieder schüttelte Brock leicht den Kopf in dem Schweigen, das zwischen ihnen hing. Langsam ließ er den Blick über ihr ganzes Gesicht wandern. Dann sah er ihr wieder in die Augen. Es gibt Schlimmeres, als ich ab und zu mal an jemanden anlehnen zu müssen, Jana. Verdammt, ich hab gesagt, du sollst nur aus dem Weg gehen! Mit diesem Aufschrei versetzte sie ihm einen harten Stoß. Ihre Handflächen prallten gegen seine breite Brust und sie stieß ihn mit all der Wut und Angst zurück, die sie in sich hatte. Brock flog einige Schritte nach hinten und krachte fast gegen die gegenüberliegende Korridorband. Jenne schnappte erschrocken nach Luft, verblüfft darüber, was sie da gerade getan hatte. Zutiefst entsetzt. Brock war ein hünenhafter, muskelbepackter Mann, zwei Meter groß und über hundert Kilo schwer. Er war viel stärker als sie, physisch viel mächtiger als alles, was er je gekannt hatte. Und sie hatte ihn gerade ein paar Meter über den Boden gestoßen. Seine Brauen hoben sich überrascht. Wow, murmelte er und klang eher erstaunt als wütend. Jenne hob die Hände und starrte sie an, als gehörten sie jemand anders. Oh mein Gott, wie hab ich ... Was ist da eben passiert? Ist schon okay, sagte er und kam wieder mit dieser entnervenden, ruhigen Leichtigkeit auf sie zu. Brock, tut mir leid, ich hatte wirklich nicht vor zu ... Weiß ich doch, sagte er mit einem sachlichen Nicken. Kein Problem, du hast mir nicht wehgetan. Hysterisch stieg ihr die Kehle hinauf. Zuerst der Schock darüber, dass das Implantat irgendwie ihre DNA veränderte und jetzt das, dass sie plötzlich über Kräfte verfügte, die sie eigentlich gar nicht besitzen konnte. Sie dachte an ihre Flucht von dem Grundstück zurück und an ihr bizarres neues Sprachtalent. All das war gekommen, seit der Älteste ein Stück von sich in ihrer Wirbelsäule hinterlassen hatte. Was zur Hölle passiert da mit mir, Brock? Wann wird das alles endlich aufhören? Ihr nahm ihre zitternden Hände in seine und hielt sie fest. Was ist immer da passiert? Du musst es nicht alleine durchstehen. Es muss dir klar sein. Sie wusste nicht, ob er für alle im Hauptquartier sprach oder für sich selbst und hatte nicht die Kraft, ihn um eine Erklärung zu bitten. Sie sagte sich, dass es nicht von Bedeutung war, was er meinte. Und doch raste plötzlich ihr Puls, als sie zu ihm aufstarrte. Unter der Hitze seiner unergründlichen braunen Augen spürte sie ihre schlimmsten Ängste dahinschmelzen. Sie fühlte sich warm und geborgen und wollte dagegen ankämpfen, aber konnte es nicht, solange Brock sie in seinen Händen und seinem Blick hielt. Nach einem scheinbar endlosen Augenblick runzelte er die Stirn und ließ langsam ihre Hände los. Dabei ließ er seine Handflächen ihrer Arme hinabgleiten. Es war ein sinnliches Streicheln, das zu lange verweilte, um unverfänglich zu sein. Das wusste Jenna, und sie konnte sehen, dass auch er es wusste. Seine dunklen Augen schienen noch dunkler zu werden, sie zu verschlingen. Sie wanderten langsam zu ihrem Mund und blieben dort liegen, als Jenna mit einem zittrigen kleinen Keuchen ausatmete. Sie wusste, dass sie jetzt von ihm zurücktreten sollte. Es gab keinen Grund für sie beide, so beieinander stehen zu bleiben. Nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Er brauchte nur leicht, den Kopf zu senken oder sie ihren zu heben, und ihre Lippen würden sich berühren. Jennas Puls beschleunigte sich bei der Vorstellung, Brock zu küssen. Sie wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, als er sie vorhin in sein Zimmer getragen hatte, und auch noch vor wenigen Minuten nicht, als sie vor Angst und Wut gefaucht und geknurrt hatte wie ein wildes Tier in der Falle eines Jägers. Aber jetzt, als er ihr so nahe war, dass sie die Hitze seines Körpers spüren konnte, und der würzige Duft seiner Haut sie in Versuchung führte, den Kopf an ihn zu legen und ihn einzuatmen, durchpulste sie bei jedem flatternden Herzschlag der heimliche Drang, Brock zu küssen. Vielleicht wusste er, was sie eben empfand. Vielleicht ging es ihm auch so. Er stieß einen deftigen Fluch aus, dann trat er einen kleinen Schritt zurück von ihr und starrte sie mit wild gerunzelter Stirn an. Na, verdammt! Jenna! Als er ihr Gesicht sanft in seine großen Hände nahm, schien all die Luft aus dem Raum zu verdampfen. Jennas Lungen erstarrten in ihrer Brust, aber ihr Herz hämmerte weiter, so heftig, dass sie Angst hatte, es könnte explodieren. Sie wartete voll Schrecken und Hoffnung ab, verblüfft von ihrem Verlangen danach, Brocks Mund auf ihrem zu spüren. Er fuhr sich rasch mit der Zunge über die Lippen, und bei dieser Bewegung erhaschte sie einen Blick auf die scharfen Spitzen seiner Fänge, die wie Diamanten glitzerten. Weder fluchte er, dann wich er auf Armeslänge zurück, sodass nur ein Abgrund kalter Luft blieb, wo vor einer Sekunde noch sein warmer Körper gewesen war. »Ich sollte jetzt nicht hier sein«, murmelte er, »und du musst dich ausruhen.« »Mach's dir gemütlich. Wenn nicht genug Decken auf dem Bett sind, findest du mehr in meinem begehbaren Wandschrank hinten im Badezimmer. Nimm dir einfach alles, was du brauchst.« Jenner musste sich schwer zusammennehmen, um wieder auf Konversationsmodus umzuschalten. »Diese... das ist deine Wohnung?« Er nickte schwach und trat schon auf den Korridor hinaus. »Was?« »War sie. Jetzt ist es deine.« »Moment mal«, langsam ging Jenner ihm nach. »Und du?« »Wo wohnst du denn dann?« »Mach dir da keine Sorgen«, sagte er und blieb stehen, um sie anzusehen, wie sie gegen den Türrahmen gelehnt stand. »Ru dich etwas aus, Jenner. Wir sehen uns.« Brocks Blut rauschte ihm immer noch heiß in den Adern, als er wenig später draußen vor einer der letzten Wohnungen des Hauptquartiers stand und die Knöchel an die geschlossene Tür fallen ließ. »Elf Minuten früher als vereinbart«, ertönte die tiefe, sachliche Stimme des Stammesvampirs auf der anderen Seite. Die Tür schwang auf und Brock wurde von einem undurchdringlichen, hellgoldenen Augenpaar durchbohrt. »Deine Avon-Beraterin ist da«, sagte Brock zur Begrüßung und hob den schwarzen Ledersack mit seinen persönlichen sieben Sachen, die er vorhin aus seinem Quartier geholt hatte. »Und was soll das heißen elf Minuten früher als vereinbart? Sag mir nicht, dass du einer von diesen überspannten Mitbewohnern bist, die alles nach der Uhr machen, mein Alter. Ich hätte keine Wahl. Du und Chaser, die Letzten im Hauptquartier, die allein wohnen. Wenn Harvard und ich in sein Zimmer teilen, gibt's Mord und Totschlag.« Hunter sagte nichts, als Brock an ihm vorbei in den Raum stapfte, sondern folgte ihm verstohlen wie ein Geist zum Schlafzimmer. »Ich dachte, es wäre jemand anders«, bemerkte er etwas verspätet. »Ach was!« Brock sah sich zu dem stoischen Gen 1 um, ehrlich neugierig über den neuesten Zugang des Ordens, der von allen am zurückgezogensten lebte. Und außerdem musste er sich dringend von seinen überhitzten Gedanken an Janna Darrow ablenken. »Wen hast du denn noch erwartet außer mir?« »Es ist nicht von Belangen«, erwiderte Hunter. »Na gut«, Brock zuckte die Schultern. »Ich versuche ja nur, Konversation zu machen, es ist alles.« Die Mine des Gen 1 blieb ungerührt, völlig ausdruckslos. Was nicht überraschend war, wenn man bedachte, wie der Mann aufgewachsen war. Als einer von Dragos' Killern eigener Züchtung. Der Typ hatte ja noch nicht mal einen richtigen Namen. Wie der Rest der Privatarmee die Dragos mit dem Ältesten gezüchtet hatte, hatte man den Gen 1 einfach nur nach seinem einzigen Daseinszweck benannt. Hunter, der Jäger. Er war vor ein paar Monaten zum Orden gestoßen, nachdem Brock, Nikolai und einige der anderen Krieger eine Versammlung von Dragos und seinen Leutnants überfallen hatten. In dem Scharmützel war Hunter befreit worden und hatte sich mit dem Orden gegen seinen Schöpfer verbündet. Brock blieb zwischen den beiden Betten des bescheidenen Schlafraums im Kasernenstil stehen. Beide waren mit militärischer Präzision gemacht, die hellbraune Überdecke und die weißen Leinentücher makellos zusammengelegt, das einzelne Kissen am Kopfende jeder Pritsche akribisch arrangiert. »Welches ist meins?« »Das spielt für mich keine Rolle.« Brock sah zurück auf das teilnahmslose Gesicht mit den undurchschaubaren goldenen Augen. »In welchem schläfst du, dann nehme ich das andere.« Hantes ausdrucksloser Blick änderte sich kein Deut. »Das sind nur Möbel. Sie haben keinerlei Bedeutung für mich.« Brock murmelte einen leisen Fluch. »Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, wie du das machst mit deiner »Leck mich doch alle am Arsch« Nummer. Die würde mir auch helfen, besonders wenn es um Frauen geht.« Mit einem Knurren warf er seinen Sack auf das linke Bett. Dann rieb er sich mit der Handfläche über Gesicht und Kopf. Das Stöhnen, das ihm entwich, war voller Frustration und aufgestauter Lust, die er unterdrückt hatte, seit er sich gezwungen hatte, Janna stehen zu lassen und der Versuchung zu entkommen, die er gerade so dermaßen nicht brauchen konnte. Verdammt, stieß er hervor. Sein ganzer Körper pochte schon wieder bei der bloßen Erinnerung an ihr schönes Gesicht, das zu ihm aufsah. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte er gedacht, sie hatte nur darauf gewartet, dass er sie küsste. Sein Instinkt hatte ihm das klar und deutlich gemeldet. Aber er wusste auch, dass es das Letzte war, was Janna derzeit brauchen konnte. Sie war verwirrt und verletzlich, und er war keiner, der das ausnutzen würde, bloß weil seine Libido nach ihr gierte. Aber leider halfen solche Gedanken nicht gegen seinen Ständer, der plötzlich wieder aufgewacht war, verdammt noch mal. »Schöner Held bist du«, schallte er sich. »Es hast du jetzt davon, den Noblern zu spielen. Jetzt kannst du die ganze nächste Woche in der Badewanne Eiswasser setzen.« »Bist du krank?«, fragte Hunter, und Brock merkte erschrocken, dass der andere Mann immer noch hinter ihm im Zimmer stand. »Kannst du laut sagen«, sagte Brock mit einem sardonischen Kichern. »Wenn du die Wahrheit wissen willst, fehlt mir schon was, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe.« »Die Menschenfrau«, antwortete Hunter grimmig. »Die ist offensichtlich ein Problem für dich.« Brock stieß einen humorlosen Seufzer aus. »Markt man das so deutlich?« »Ja.« Hunter wertete nicht, stellte nur eine Tatsache fest. Er sprach wie eine Maschine, totale Präzision und Nullgefühl. »Alle heute im Techniklabor durften zu demselben Schluss gekommen sein. Du hast dich von Chase Bemerkungen über deine Beziehung zu dieser Frau unnötig provozieren lassen, und deine Überreaktion hat eine Schwäche in deinem Training aufgezeigt. Schlimmer noch, einen Mangel an Selbstbeherrschung. Du hast fahrlässig reagiert.« »Na, schönen Dank auch«, antwortete Brock und vermutete, dass sein Sarkasmus an den ungeselligen, unerschütterlichen Hunter verschwendet war. »Erinnere mich daran, dass ich dir die Hölle heiß mache, wenn du erst mal so weit auftauchst, dass dir eine Frau zu schaffen macht.« Hunter reagierte nicht, starrte ihn nur ohne einen Funken von Gefühl an. »Das wird nicht passieren.« »Scheiße«, sagte Brock und schüttelte den Kopf über den steifen Gen-Eins-Soldaten, der in seiner Kindheit nur Vernachlässigung und grausame Disziplin kennengelernt hatte. »Du warst wohl noch nicht mit der richtigen Frau zusammen, wenn du dir da so sicher sein kannst.« Hunters Miene blieb stoisch und distanziert. Und als Brock ihn so ansah, begann es ihm zu dämmern. »Ich werd verrückt. Warst du denn überhaupt schon mal mit einer Frau zusammen, Hunter?« »Mein Gott! Du bist noch Jungfrau, nicht?« Die goldenen Augen des Gen-Eins blieben weiter auf Brock gerichtet, als betrachtete er es als Willensprüfung, sich nicht von dieser Entfüllung berühren zu lassen. Und man musste es dem Kerl lassen. In seinen unheimlichen Augen und dem völlig beherrschten Gesicht flackerte keinerlei Gefühlsregung auf. Das Einzige, was ihn zusammenzucken ließ, war das leise Schlurfen von Füßen in Hauspantoffeln, die sich draußen auf dem Korridor näherten. Und dann rief Myras Kinderstimme ins Wohnzimmer hinein. »Hunter? Bist du da?« Er drehte sich ohne ein Wort der Entschuldigung um und ging, um das kleine Mädchen zu begrüßen. »Es kommt mir gerade ungelegen,« hörte Brock ihn mit seiner tiefen, monotonen Stimme zu ihr sagen. »Aber willst du gar nicht wissen, was passiert, wenn Harry den Tarnumhang überzieht?« fragte Myra. Ihre sonst so fröhliche Stimme verhalten vor Enttäuschung. »Das ist eine von meinen Lieblingsstellen im ganzen Buch. Du musst das Kapitel hören, das gefällt dir bestimmt.« »Sie hat recht. Das ist eine der besten Stellen.« Brock kam aus dem Schlafraum, nicht sicher, was ihn mehr zum Grinsen brachte. Die Erkenntnis, dass der eiskalte Gen-1-Killer noch Jungfrau war, oder die genauso amüsante Vorstellung, dass Hunter's Date, das Brock offenbar mit seiner Stippvisite unterbrochen hatte, seine Lesestunde mit der jüngsten Bewohnerin des Hauptquartiers war.« Er zwinkerte Myra lächelnd zu, die sich jetzt auf das Sofa plumpsen ließ und das Buch aufschlug, wo sie beim letzten Mal aufgehört hatten. »Keine Sorge«, sagte er zu Hunter, der steif wie eine Statue dastand. »Sin Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.« Er wartete Hunters Reaktion nicht ab, der ihm wortlos nachstarrte und schlenderte auf den Korridor hinaus. Er entschuldigte sich nicht dafür, was er mit ihr machte, und sagte nicht, wohin er sie brachte, sondern stapfte einfach aus dem Techniklabor und trug sie wieder den Korridor hinauf, aus dem sie vor einigen Minuten mit Alex gekommen war. »Lass mich los«, verlangte Jenna. Ihre Sinne waren immer noch verwirrt, und jeder seiner langen Schritte hallte laut in ihren Ohren. Sie legte sich in seinen Armen und versuchte zu ignorieren, wie sich ihr selbst von dieser kleinen Bewegung der Kopf drehte und der Magen hob. Ihr Kopf fiel über seinen muskulösen Oberarm zurück, und ihr entfuhr ein gequältes Stöhnen. »Ich hab gesagt, du sollst mich runterlassen, verdammt!« Er grunzte, ging aber weiter. »Ich hab's schon das erste Mal gehört.« Sie schloss die Augen, nur weil es zu schwer war, sie offen zu halten und zuzusehen, wie die Korridordecke über ihrem Kopf waberte und strudelte, als Brock sie immer tiefer in das Hauptquartier trug. Nach einer Weile wurde er langsamer, dann drehte er sich abrupt, und Jenna sah auf und erkannte, dass er sie zurück zu der Wohnung gebracht hatte, die jetzt ihr Privatquartier war. »Bitte, lass mich runter,« murmelte sie, ihre Zunge träge, die Kehle ausgedörrt. Das Dröhnen hinter ihren Augen war zudem eines Presslufthammers angeschwollen, das Pfeifen in ihren Ohren zu einem betäubenden Hochfrequenzgeräusch, von dem ihr fast der Schädel platzte. »Ach Gott!« keuchte sie, unfähig, ihre Qualen zu verbergen. »Es tut so weh.« »Schon gut«, sagte Brock ruhig. »Gleich wird alles wieder gut.« »Nein wird es nicht«, sie wimmerte, gedemütigt vom Geräusch ihrer eigenen Schwäche und der Tatsache, dass Brock sie in diesem Zustand sah. »Was passiert da mit mir? Was hat er mit mir gemacht?« »Das ist jetzt egal«, flüsterte Brock. Seine tiefe Stimme klang angespannt, zu beherrscht, um wirklich überzeugend zu wirken. »Jetzt müssen wir dich erst mal versorgen.« Er durchquerte mit ihr den Raum und legte sie sachte auf dem Sofa ab. Jenner sank zurück und ließ sich von ihm sanft die Beine gerade ziehen, noch nicht so weggetreten vor Schmerzen und Angst, dass sie nicht registrierte, wie behutsam diese starken Hände, die einen Menschen wohl mühelos zerschmettern konnten, waren. »Entspann dich«, sagte er, und diese starken, sanften Hände näherten sich ihrem Gesicht. Er beugte sich über sie und streichelte ihr zart die Wange. Seine dunklen Augen zwangen sie, seinen Blick zu halten. »Einfach entspannen und atmen, Jenner. Kannst du das für mich machen?« Schon beruhigte sie sich etwas, entspannte sich vom Klang ihres Namens auf seinen Lippen und der federleichten Wärme seiner Finger, die jetzt langsam von ihrer Wange zu ihrem Kiefer wanderten, und dann seitlich ihren Hals hinunter. Ihre kurzen, keuchenden Atemzüge wurden allmählich langsamer und tiefer, als Brock mit einer Hand ihren Nacken umfasste und seine andere Handfläche beruhigend und ohne Eile auf ihrem oberen Brustkorb kreisen ließ. »Gut so«, murmelte er, seinen Blick immer noch fest auf sie gerichtet, durchdringend und doch gleichzeitig unglaublich sanft. »Lass die Schmerzen los und entspann dich. Du bist in Sicherheit, Jenner. Du kannst mir vertrauen.« Sie wußte nicht, warum diese Worte eine solche Wirkung auf sie hatten. Vielleicht hatten die Schmerzen sie geschwächt, vielleicht auch die Angst vor dem Unbekannten, dieser klaffende Abgrund der Unsicherheit, der seit der eisigen Horrornacht in Alaska so plötzlich ihre neue Realität geworden war. Und vielleicht war es einfach die simple Tatsache, dass es schon sehr lange her war, ganze vier Jahre, um genau zu sein, seit sie die feste, warme Berührung eines Mannes gespürt hatte, selbst wenn Brock es jetzt nur tat, um sie zu beruhigen. Vier leere, einsame Jahre, in denen sie sich davon überzeugt hatte, dass sie Zärtlichkeit oder Intimität nicht brauchte. Vier endlose Jahre, seit sie sich zum letzten Mal als Frau aus Fleisch und Blut gefühlt hatte. Vier Jahre, seit sie sich zum letzten Mal begehrt gefühlt hatte. Und sie fragte sich zum ersten Mal, wie es wäre, eines Tages wieder ihr Herz zu öffnen. Jenna schloss die Augen. Heiße Tränen stiegen in ihr auf. Sie stieß das Gefühl zur Seite, das da so unerwartet in ihr aufweilte, und konzentrierte sich stattdessen auf die tröstliche Warme von Brocks Fingerspitzen auf ihrer Haut. Sie ließ sich von seiner Stimme einlullen und spürte, wie seine Worte und seine Berührung sie allmählich von diesen seltsamen Schmerzen erlösten, die sie eben noch von innen heraus zerrissen hatten. Gut so, Jenna. Jetzt einfach nur atmen. Als er so mit ihr redete, spürte sie, wie der Schraubstock um ihren Schädel sich zu lösen begann. Brock streichelte ihre Schläfen mit seinen Daumen, seine Finger tief in ihr Haar vergraben, hielten ihren Kopf tröstlich umfasst. Das penetrante Pfeifgeräusch in ihren Ohren begann abzuklingen, und endlich war es ganz fort. Du machst das super, murmelte Brock. Seine Stimme war tiefer als zuvor, fast schon ein Knurren. Einfach loslassen, Jenna. Gib mir den Rest davon. Als Brock ihr Gesicht und Nacken streichelte, entfuhr ihr ein langer, reinigender Seufzer. Sie stöhnte auf vor Lust, genoss das Wohlgefühl, das langsam ihre Schmerzen verdrängte. Fühlt sich gut an, flüsterte sie, und konnte dem Drang nicht widerstehen, sich noch tiefer in seine Berührung zu schmiegen. Jetzt tut es nicht mehr so weh. Gut so, Jenna. Er holte Atem, was sich eher wie ein scharfes Keuchen anhörte, und stieß ihn dann mit einem leisen Stöhnen wieder aus. Einfach alles rauslassen. Jenna spürte, dass ihm plötzlich die Fingerspitzen zitterten. Abrupt öffnete sie die Augen und starrte zu ihm auf. Er bot einen erschreckenden Anblick. Die Sehnen an seinem Hals waren fest angespannt, sein Kiefer so fest zusammengebissen, dass ihm fast die Zähne zerspringen mussten. Ein Muskel zuckte wild in seiner schmalen Wange, und seine Stirn und Oberlippe waren von Schweißperlen bedeckt. Er hatte Schmerzen. Schreckliche, grausame Schmerzen, genau wie ihre eigenen vor wenigen Minuten, bevor er mit seiner Berührung ihre Qualen gelindert und von ihr genommen hatte. Da dämmerte ihr, was hier gerade passierte. Er beruhigte sie nicht einfach nur mit seinen Händen, sondern zog irgendwie die Schmerzen aus ihr heraus. Er saugte sie ab und nahm sie bewusst in seinen eigenen Körper auf. Der Gedanke empörte sie. Aber noch peinlicher war ihr, dass sie da gelegen und sich eingebildet hatte, dass hinter seiner Berührung vielleicht mehr war als nur Mitleid. Jenna zuckte vor ihm zurück und richtete sich auf dem Sofa auf. Ihr Atem ging heftig vor Empörung, als sie in seine dunklen Augen starrte, in denen bernsteingelbe Lichtfunken blitzten. »Was zur Hölle denkst du, was du da machst?«, keuchte sie und sprang auf die Füße. Der Muskel in seinem Kiefer zuckte wieder, als er aufstand, um sie anzusehen. »Dir helfen.« Schlagartig strömten Bilder auf sie ein. Eine jähe, deutliche Erinnerung an die Zeit nach ihrer Gefangenschaft bei der Kreatur, die in ihr Haus in Alaska eingebrochen war. Auch da hatte sie Schmerzen gehabt. Sie war völlig verängstigt und im Schockzustand gewesen, derart übermannt von Verwirrung und Entsetzen, dass sie gedacht hatte, sie würde daran sterben. Und dann hatten warme, fürsorgliche Hände sie getröstet. Sie erinnerte sich an das grimmige, gutaussehende Gesicht dieses Fremden, der in ihr Leben getreten war wie ein dunkler Engel und dafür gesorgt hatte, dass sie in Sicherheit war, der ihr Geborgenheit und Ruhe gegeben hatte, als die ganze Welt um sie herum ins Chaos stürzte. »Du warst da«, murmelte sie, verblüfft, dass sie es erst jetzt erkannte. »In Alaska, als der Älteste fort war. Du bist bei mir geblieben und hast mir die Schmerzen genommen. Und später auch, als ich schon hier im Hauptquartier war. Mein Gott! Bist du etwa auf der Krankenstation die ganze Zeit über bei mir gewesen? Seine dunklen, unergründlichen Augen blieben weiter fest auf sie gerichtet. »Ich war der Einzige, der dir helfen konnte.« »Und wer hat dich darum gebeten?« fragte sie heftig, bewusst barsch. Aber sie musste einfach irgendwie gegen die Hitze ankämpfen, die immer noch durch ihren Körper strömte, unwillkommen und ungewollt. Schlimm genug, dass er gedacht hatte, er müsste sie durch die Nachwirkungen ihres Martyriums verhätscheln wie ein Kind. Noch schlimmer war, dass er offenbar dachte, dass sie das immer noch nötig hatte. Sie würde verdammt sein, wenn sie ihm noch eine Sekunde lang das Gefühl gab, dass sie seine Berührung genossen hatte. Das Gesicht, immer noch schmerzverzarrt von dem, was er eben für sie getan hatte, schüttelte er den Kopf und stieß einen leisen Fluch aus. »Für eine Frau, die sich von niemandem helfen lassen will, scheinst du es, weiß Gott, oft nötig zu haben.« Sie widerstand nur knapp der Versuchung, ihm zu sagen, dass er sich zum Teufel scheren sollte. »Ich kann schon auf mich selbst aufpassen.« »Wie letzte Nacht in der Stadt?« fragte er herausfordernd. »Wie eben, vor ein paar Minuten im Techniklabor, wo du ohne mich auf deinem starrischen Hintern gelandet wärst?« Ihre Wangen brannten von der Demütigung wie von einer Ohrfeige. »Weißt du was?« »Tu uns beiden einen Gefallen und hilf mir in Zukunft einfach nicht mehr.« Sie wirbelte herum und ging auf die Tür zum Korridor zu, die immer noch offen stand. Bei jedem wunderbar schmerzfreien Schritt wurde sie nur noch wütender auf Brock, nur noch entschlossener, so viel Distanz wie möglich zwischen sich und ihn zu bringen. Bevor sie sich der Schwelle auf einen Meter nähern konnte, stand er schon vor ihr, verstellte ihr einfach den Weg, obwohl sie gar nicht gesehen oder gehört hatte, dass er sich bewegt hatte. Sie blieb abrupt stehen und starrte ihn mit offenem Mund an, verblüfft von seiner übernatürlichen Schnelligkeit. »Geh mir aus dem Weg!« sagte sie und versuchte, an ihm vorbeizugehen. Sein riesiger Körper folgte ihrer Bewegung und verstellte ihr wieder den Weg. Die Intensität seines Blicks sagte ihr, dass er noch mehr sagen wollte, aber Jana wollte es nicht hören. Sie musste jetzt allein sein. Brauchte Zeit, um über alles nachzudenken, was hier geschehen war. Und was immer noch geschehen möge und ständig beängstigender wurde. »Lass mich vorbei!« sagte sie und hasste es, wie stockend und unsicher ihre Stimme plötzlich klang. Brock hob langsam die Hand und strich ihr eine zerzauste Haarsträhne aus der Stirn. Es war eine zärtliche, freundliche Geste, nach der sie sich zutiefst sehnte, sich jedoch davor fürchtete, sie einzunehmen. »Du bist jetzt in unserer Welt, Jenna, und ob du es zugeben willst oder nicht, du bist selbst schon ein Teil davon geworden.« Als er sprach, beobachtete sie seinen Mund und wünschte sich, von seinen vollen, sinnlichen Lippen nicht so fasziniert zu sein. Immer noch litt er ihre Schmerzen. Sie saß am leichten Beben seiner Nasenflügel, als er Atem holte und ihn kontrolliert wieder ausstieß. Die Anspannung in seinem schönen Gesicht und an seinem starken Hals hatte auch nicht nachgelassen. Sie sah ihm zu, wie er eine Last trug, die eigentlich ihr gehörte, und hatte plötzlich das Gefühl, ganz klein und hilflos zu sein. Ihr ganzes Leben hatte sie sich damit abgekämpft, sich zu beweisen. Zuerst ihrem Vater und ihrem Bruder Zach, die sie beide nur allzu deutlich spüren ließen, dass sie ihr nicht zutrauten, es um Polizeidienst zu etwas zu bringen. Später hatte sie danach gestrebt, die perfekte Ehefrau und Mutter zu sein. Ihr ganzes geregeltes Leben hatte sich auf einer Basis von Stärke, Disziplin und Tüchtigkeit abgespielt. Es war unglaublich, aber als sie jetzt so vor Brock stand, lag es nicht etwa daran, dass er einer anderen Spezies angehörte, einer gefährlichen und außerirdischen Spezies, dass sie am liebsten im Erdboden versunken wäre. Es war die Angst, dass er durch die harte Schale ihrer Wut hindurchsehen konnte, die sie wie eine Rüstung trug, und dass er vielleicht erkannte, was für eine verängstigte, einsame Versagerin sie in Wirklichkeit war. Wieder schüttelte Brock leicht den Kopf, in dem Schweigen, das zwischen ihnen hing. Langsam ließ er den Blick über ihr ganzes Gesicht wandern. Dann sah er ihr wieder in die Augen. »Es gibt Schlimmeres, als sich ab und zu mal an jemanden anlehnen zu müssen, Jana.« »Verdammt, ich hab gesagt, du sollst nur aus dem Weg gehen!« Mit diesem Aufschrei versetzte sie ihm einen harten Stoß. Ihre Handflächen prallten gegen seine breite Brust, und sie stieß ihn mit all der Wut und Angst zurück, die sie in sich hatte. Brock flog einige Schritte nach hinten und krachte fast gegen die gegenüberliegende Korridorband. Jana schnappte erschrocken nach Luft, verblüfft darüber, was sie da gerade getan hatte. Zutiefst entsetzt. Brock war ein hünenhafter, muskelbepackter Mann, zwei Meter groß und über hundert Kilo schwer. Er war viel stärker als sie, physisch viel mächtiger als alles, was er je gekannt hatte. Und sie hatte ihn gerade ein paar Meter über den Boden gestoßen. Seine Brauen hoben sich überrascht. »Wow!« murmelte er und klang eher erstaunt als wütend. Jana hob die Hände und starrte sie an, als gehörten sie jemand anders. »Oh mein Gott! Wie hab ich... Was ist da eben passiert?« »Ist schon okay«, sagte er und kam wieder mit dieser entnervenden, ruhigen Leichtigkeit auf sie zu. »Brock, tut mir leid, ich hatte wirklich nicht vor zu...« »Weiß ich doch«, sagte er mit einem sachlichen Nicken. »Kein Problem. Du hast mir nicht wehgetan.« Hysterisch stieg ihr die Kehle hinauf. Zuerst der Schock darüber, dass das Implantat irgendwie ihre DNA veränderte, und jetzt das, das sie plötzlich über Kräfte verfügte, die sie eigentlich gar nicht besitzen konnte. Sie dachte an ihre Flucht von dem Grundstück zurück und an ihr bizarres neues Sprachtalent. All das war gekommen, seit der Älteste ein Stück von sich in ihrer Wirbelsäule hinterlassen hatte. »Was zur Hölle passiert da mit mir, Brock? Wann wird das alles endlich aufhören?« Ihr nahm ihre zitternden Hände in seine und hielt sie fest. »Was ist immer da passiert? Du musst es nicht alleine durchstehen. Es muss dir klar sein.« Sie wusste nicht, ob er für alle im Hauptquartier sprach oder für sich selbst, und hatte nicht die Kraft, ihn um eine Erklärung zu bitten. Sie sagte sich, dass es nicht von Bedeutung war, was er meinte, und doch raste plötzlich ihr Puls, als sie zu ihm aufstarrte. Unter der Hitze seiner unergründlichen braunen Augen spürte sie ihre schlimmsten Ängste dahinschmelzen. Sie fühlte sich warm und geborgen und wollte dagegen ankämpfen, aber konnte es nicht, solange Brock sie in seinen Händen und seinem Blick hielt. Nach einem scheinbar endlosen Augenblick runzelte er die Stirn und ließ langsam ihre Hände los. Dabei ließ er seine Handflächen ihrer Arme hinabgleiten. Es war ein sinnliches Streicheln, das zu lange verweilte, um unverfänglich zu sein. Das wusste Jenna, und sie konnte sehen, dass auch er es wusste. Seine dunklen Augen schienen noch dunkler zu werden, sie zu verschlingen. Sie wanderten langsam zu ihrem Mund und blieben dort liegen, als Jenna mit einem zittrigen kleinen Keuchen ausatmete. Sie wusste, dass sie jetzt von ihm zurücktreten sollte. Es gab keinen Grund für sie beide, so beieinander stehen zu bleiben. Er brauchte nur leicht, den Kopf zu senken oder sie ihren zu heben, und ihre Lippen würden sich berühren. Jennas Puls beschleunigte sich bei der Vorstellung, Brock zu küssen. Sie wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, als er sie vorhin in sein Zimmer getragen hatte, und auch noch vor wenigen Minuten nicht, als sie vor Angst und Wut gefaucht und geknurrt hatte wie ein wildes Tier in der Falle eines Jägers. Aber jetzt, als er ihr so nahe war, dass sie die Hitze seines Körpers spüren konnte, und der würzige Duft seiner Haut sie in Versuchung führte, den Kopf an, ihn zu legen und ihn einzuatmen, durchpulste sie bei jedem flatternden Herzschlag der heimliche Drang, Brock zu küssen. Vielleicht wusste er, was sie eben empfand. Vielleicht ging es ihm auch so. Er stieß einen deftigen Fluch aus, dann trat er einen kleinen Schritt zurück von ihr und starrte sie mit wild gerunzelter Stirn an. Ach, verdammt! Jenna! Als er ihr Gesicht sanft in seine großen Hände nahm, schien all die Luft aus dem Raum zu verdampfen. Jennas Lungen erstarrten in ihrer Brust, aber ihr Herz hämmerte weiter, so heftig, dass sie Angst hatte, es könnte explodieren. Sie wartete voll Schrecken und Hoffnung ab, verblüfft von ihrem Verlangen danach, Brocks Mund auf ihrem zu spüren. Er fuhr sich rasch mit der Zunge über die Lippen, und bei dieser Bewegung erhaschte sie einen Blick auf die scharfen Spitzen seiner Fänge, die wie Diamanten glitzerten. Weder fluchte er, dann wich er auf armes Länge zurück, sodass nur ein Abgrund kalter Luft blieb, wo vor einer Sekunde noch sein warmer Körper gewesen war. »Ich sollte jetzt nicht hier sein«, murmelte er, »und du musst dich ausruhen. Mach's dir gemütlich. Wenn nicht genug Decken auf dem Bett sind, findest du mehr in meinem begehbaren Wandschrank hinten im Badezimmer. Nimm dir einfach alles, was du brauchst.« Jenna musste sich schwer zusammennehmen, um wieder auf Konversationsmodus umzuschalten. »Diese ... das ist deine Wohnung?« Er nickte schwach und trat schon auf den Korridor hinaus. »War sie. Jetzt ist es deine.« »Moment mal«, langsam ging Jenna ihm nach. »Und du? Wo wohnst du denn dann?« »Mach dir da keine Sorgen«, sagte er und blieb stehen, um sie anzusehen, wie sie gegen den Türrahmen gelehnt stand. »Rudig etwas saust, Jenna. Wir sehen uns.« Brocks Blut rauschte ihm immer noch heiß in den Adern, als er wenig später draußen vor einer der letzten Wohnungen des Hauptquartiers stand und die Knöchel an die geschlossene Tür fallen ließ. »Helf Minuten früher als vereinbart«, ertönte die tiefe, sachliche Stimme des Stammesvampirs auf der anderen Seite. Die Tür schwang auf und Brock wurde von einem undurchdringlichen, hellgoldenen Augenpaar durchbohrt. »Deine Avon-Beraterin ist da«, sagte Brock zur Begrüßung und hob den schwarzen Ledersack mit seinen persönlichen sieben Sachen, die er vorhin aus seinem Quartier geholt hatte. »Und was soll das heißen, elf Minuten früher als vereinbart? Sag mir nicht, dass du einer von diesen überspannten Mitbewohnern bist, die alles nach der Uhr machen, mein Alter. Ich hätte keine Wahl. Du und Chase seid die letzten im Hauptquartier, die allein wohnen. Wenn Harvard und ich in sein Zimmer teilen, gibt's Mord und Totschlag.« Hunter sagte nichts, als Brock an ihm vorbei in den Raum stapfte, sondern folgte ihm verstohlen wie ein Geist zum Schlafzimmer. »Ich dachte, es wäre jemand anders«, bemerkte er etwas verspätet. »Ach was!« Brock sah sich zu dem stoischen Gen 1 um, ehrlich neugierig über den neuesten Zugang des Ordens, der von allen am zurückgezogensten lebte. Und außerdem musste er sich dringend von seinen überhitzten Gedanken an Janna Darrow ablenken. »Wen hast du denn noch erwartet außer mir?« »Es ist nicht von Belang«, erwiderte Hunter. »Na gut«, Brock zuckte die Schultern. »Ich versuche ja nur, Konversation zu machen, es ist alles.« Die Miene des Gen 1 blieb ungerührt, völlig ausdruckslos. Was nicht überraschend war, wenn man bedachte, wie der Mann aufgewachsen war. Als einer von Dragos' Killern eigener Züchtung. Der Typ hatte ja noch nicht mal einen richtigen Namen. Wie der Rest der Privatarmee die Dragos mit dem Ältesten gezüchtet hatte, hatte man den Gen 1 einfach nur nach seinem einzigen Daseinszweck benannt. Hunter, der Jäger. Er war vor ein paar Monaten zum Orden gestoßen, nachdem Brock, Nikolai und einige der anderen Krieger eine Versammlung von Dragos und seinen Leutnants überfallen hatten. In dem Scharmützel war Hunter befreit worden und hatte sich mit dem Orden gegen seinen Schöpfer verbündet. Brock blieb zwischen den beiden Betten des bescheidenen Schlafraums im Kasernenstil stehen. Beide waren mit militärischer Präzision gemacht, die hellbraune Überdecke und die weißen Leinentücher makellos zusammengelegt, das einzelne Kissen am Kopfende jeder Pritsche akribisch arrangiert. »Welches ist meins?« »Das spielt für mich keine Rolle.« Brock sah zurück auf das teilnahmslose Gesicht mit den undurchschaubaren goldenen Augen. »In welchem schläfst du, dann nehme ich das andere.« Huntes ausdrucksloser Blick änderte sich kein Deut. »Das sind nur Möbel. Sie haben keinerlei Bedeutung für mich.« Brock murmelte einen leisen Fluch. »Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, wie du das machst mit deiner Leck mich doch alle am Arschnummer. Die würde mir auch helfen, besonders wenn es um Frauen geht.« Mit einem Knurren warf er seinen Sack auf das linke Bett. Dann rieb er sich mit der Handfläche über Gesicht und Kopf. Das Stöhnen, das ihm entwich, war voller Frustration und aufgestauter Lust, die er unterdrückt hatte, seit er sich gezwungen hatte, Janna stehen zu lassen und der Versuchung zu entkommen, die er gerade so dermaßen nicht brauchen konnte. Verdammt, stieß er hervor. Sein ganzer Körper pochte schon wieder bei der bloßen Erinnerung an ihr schönes Gesicht, das zu ihm aufsah. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte er gedacht, sie hatte nur darauf gewartet, dass er sie küsste. Sein Instinkt hatte ihm das klar und deutlich gemeldet. Aber er wusste auch, dass es das Letzte war, was Janna derzeit brauchen konnte. Sie war verwirrt und verletzlich, und er war keiner, der das ausnutzen würde, bloß weil seine Libido nach ihr gierte. Aber leider halfen solche Gedanken nicht gegen seinen Ständer, der plötzlich wieder aufgewacht war, verdammt noch mal. »Schöner Held bist du,« schallt er sich. »Was hast du jetzt davon, den Noblen zu spälen? Jetzt kannst du die ganze nächste Woche in der Badewanne Eiswasser setzen.« »Bist du krank?«, fragte Hunter, und Brock merkte erschrocken, dass der andere Mann immer noch hinter ihm im Zimmer stand. »Kannst du laut sagen?«, sagte Brock mit einem sardonischen Kichern. »Wenn du die Wahrheit wissen willst, fehlt mir schon was, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe.« »Die Menschenfrau,« antwortete Hunter grimmig, »die ist offensichtlich ein Problem für dich.« Brock stieß einen humorlosen Seufzer aus. »Mirkt man das so deutlich?« »Ja.« Hunter wertete nicht, stellte nur eine Tatsache fest. Er sprach wie eine Maschine, totale Präzision und Nullgefühl. »Alle heute im Technik-Labor durften zu demselben Schluss gekommen sein. Du hast dich von Chase Bemerkungen über deine Beziehung zu dieser Frau unnötig provozieren lassen, und deine Überreaktion hat eine Schwäche in deinem Training aufgezeigt. Schlimmer noch, einen Mangel an Selbstbeherrschung. Du hast fahrlässig reagiert.« »Na, schönen Dank auch,« antwortete Brock und vermutete, dass sein Sarkasmus an den ungeselligen, unerschütterlichen Hunter verschwendet war. »Erinner mich daran, dass ich dir die Hölle heiß mache, wenn du es mal so weit auftauchst, dass dir eine Frau zu schaffen macht.« Hunter reagierte nicht, starrte ihn nur ohne einen Funken von Gefühl an. »Das wird nicht passieren.« »Scheiße,« sagte Brock und schüttelte den Kopf über den steifen Gen-1-Soldaten, der in seiner Kindheit nur Vernachlässigung und grausame Disziplin kennengelernt hatte. »Du warst wohl noch nicht mit der richtigen Frau zusammen, wenn du dir da so sicher sein kannst.« Huntersmine blieb stoisch und distanziert. Und als Brock ihn so ansah, begann es ihm zu dämmern. »Ich werd verrückt.« »Wasst du denn überhaupt schon mal mit einer Frau zusammen, Hunter?« »Mein Gott, du bist noch Jungfrau, nicht?« Die goldenen Augen des Gen-1 blieben weiter auf Brock gerichtet, als betrachtete er es als Willensprüfung, sich nicht von dieser Entfüllung berühren zu lassen. Und man musste es dem Kerl lassen. In seinen unheimlichen Augen und dem völlig beherrschten Gesicht flackerte keinerlei Gefühlsregung auf. Das Einzige, was ihn zusammenzucken ließ, war das leise Schlurfen von Füßen in Hauspantoffeln, die sich draußen auf dem Korridor näherten. Und dann rief Myras Kinderstimme ins Wohnzimmer hinein. »Hunter, bist du da?« Er drehte sich ohne ein Wort der Entschuldigung um und ging. Um das kleine Mädchen zu begrüßen. »Es kommt mir gerade ungelegen,« hörte Brock ihn mit seiner tiefen, monotonen Stimme zu ihr sagen. »Aber willst du gar nicht wissen, was passiert, wenn Harry den Tarnumhang überzieht?« fragte Myra. Ihre sonst so fröhliche Stimme verhalten vor Enttäuschung. »Das ist eine von meinen Lieblingsstellen im ganzen Buch. Du musst das Kapitel hören, das gefällt dir bestimmt.« »Sie hat recht. Das ist eine der besten Stellen.« Brock kam aus dem Schlafraum, nicht sicher, was ihn mehr zum Grinsen brachte. Die Erkenntnis, dass der eiskalte Gen-1-Killer noch Jungfrau war, oder die genauso amüsante Vorstellung, dass Hunter's Date, das Brock offenbar mit seiner Stippvisite unterbrochen hatte, seine Lesestunde mit der jüngsten Bewohnerin des Hauptquartiers war. Er zwinkerte Myra lächelnd zu, die sich jetzt auf das Sofa plumpsen ließ und das Buch aufschlug, wo sie beim letzten Mal aufgehört hatten. »Keine Sorge«, sagte er zu Hunter, der steif wie eine Statue dastand. »Sin Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben.« Er wartete Hunters Reaktion nicht ab, der ihm wortlos nachstarrte und schlenderte auf den Kopf. »Ich will es dir nicht beschreien, Mädels, aber ich glaube, wir haben gerade die Spur gefunden, die wir suchen.« Dylan legte das Telefon auf und drehte sich auf ihrem Bürostuhl zu Jenna, Alex, Renata und Savannah um, die alle schon seit Stunden im Besprechungsraum der Stammesgefährtinnen versammelt waren. Wobei diese Bezeichnung dem Raum eigentlich nicht gerecht wurde. Auf einem langen Tisch im hinteren Teil standen ganze sechs Computerarbeitsplätze bereit. In einem hohen Bücherregal standen schachtelweise nach Regionen geordnete Aktenmappen. Fast jeder Zentimeter Wandfläche war mit Hand beschrifteten Stecknadel übersäten Karten von Neuengland und detaillierten Ermittlungsdiagrammen bedeckt, die jede Spezialeinheit der Polizei für ungeklärte Verbrechen beschämt hätten. Dazwischen hingen auch einige professionell ausgeführte Bleistiftzeichnungen von jungen Frauen. Porträts von einigen der vermissten Stammesgefährtinnen, nach denen die Ordenskrieger und ihre emsigen Gefährtinnen so entschlossen suchten. Nein, dachte Jenna, als sie ihre Umgebung in sich aufnahm, das war nicht einfach ein Besprechungszimmer. Das war eine Kommandozentrale. Jenna genoss die Energie des Raumes, besonders nach den verstörenden Neuigkeiten über ihr Blutbild. Und sie hatte auch Ablenkung gebraucht, um nicht ständig an die unerwartet heißen Momente mit Brock in seiner oder für mehr ihrer Wohnung im Hauptquartier zurückzudenken. Nachdem er gegangen war, hatte sie die erste Gelegenheit ergriffen, um dort herauszukommen. Es war Alex gewesen, die wenig später gekommen war, um nach ihr zu sehen, und die sie dann zur Kommandozentrale der Stammesgefährtinnen mitgenommen hatte, damit sie etwas Gesellschaft hatte. Sie hatte sich gesagt, dass es sie völlig kalt ließ, woran die Frauen des Ordens da so eifrig arbeiteten. Aber als sie jetzt mit ihnen zusammensaß, wurde die Polizistin in ihr vom allgemeinen Recherchefieber angesteckt. Und so reckte sie sich neugierig in ihrem Stuhl am Konferenztisch, als Dylan zu einem Laserdrucker hinüberging und den Ausdruck aus dem Ausgabeschacht nahm. »Was hast du da?«, fragte Savannah. Dylan legte die ausgedruckte Seite schwungvoll vor den versammelten Frauen auf den Tisch. Schwester Margaret Mary Holland Jenna und die anderen beugten sich vor, um das gescannte Foto zu betrachten. Es war eine Gruppenaufnahme von etwa einem Dutzend junger Frauen und Mädchen, dem Modestil nach etwa zwanzig Jahre alt. Sie waren auf dem Rasen vor der Treppe einer breiten, überdachten Veranda versammelt, wie Schulkinder für das alljährliche Klassenfoto. Nur dass es sich hier im Hintergrund nicht um eine Schule handelte, sondern laut der Aufschrift am Dachvorsprung des riesigen, aber bescheidenen Hauses um das Mädchenheim St. John's in Queensborough, New York. Neben der Gruppe stand eine gütig dreinblickende ältere Frau in einem züchtigen Sommerkleid, ein Kruzifix um den Hals und neben sich eines der jüngsten Mädchen, dem sie liebevoll den Arm um die schmalen Schultern gelegt hatte. Die Kleine sah strahlend vor Zuneigung zu ihr auf. »Das ist sie«, sagte Dylan und zeigte auf die Frau mit dem mütterlichen Lächeln und den Geborgenheit spendenden Armen. »Schwester Margaret.« »Und sie ist wer?« fragte Jenner, die ihre Neugier nicht zügeln konnte. Dylan sah zu ihr hinüber. »Vorausgesetzt, sie ist noch am Leben, ist diese Frau derzeit vermutlich unsere beste Chance, mehr über die Stammesgefährtinnen herauszufinden, die verschwunden oder durch Dragos umgekommen sind.« Jenner schüttelte leicht den Kopf. »Kann dir nicht folgen.« »Einige der Frauen, die er umgebracht hat und wahrscheinlich viele, die er immer noch gefangen hält, kamen aus Heimen,« sagte Dylan. »Weißt, es ist nicht ungewöhnlich, für Stammesgefährtinnen sich in der Gesellschaft der Normalsterblichen verwirrt und deplatziert zu fühlen. Die meisten von uns haben keine Ahnung davon, wie anders wir wirklich sind, ganz zu schweigen davon, warum. Außer dem Muttermahl, das wir alle haben, und unserer Biologie, haben wir alle auch individuelle, übernatürliche Fähigkeiten. Aber nicht so, wie man es immer in Fernsehtalkshows oder der Werbung für Hellseher-Hotlines sieht, barf Savannah ein. »Echte, übersinnliche Fähigkeiten sind oft der sicherste Indikator, eine Stammesgefährtin zu identifizieren.« Dylan nickte. »Manchmal sind diese Talente ein Segen, aber oft sind sie auch ein Fluch. Meine eigene Gabe ist für mich den größten Teil meines Lebens ein Fluch gewesen. Aber zum Glück hatte ich eine Mutter, die mich liebte. So verwirrt und verängstigt ich auch war, bei ihr hatte ich immer mein sicheres Zuhause. »Aber es haben eben nicht alle solches Glück,« fügte Renata hinzu. »Mira und ich haben eine ganze Reihe Waisenhäuser in Montreal durchlaufen, und manchmal haben wir auch auf der Straße gelebt.« Jenna hörte schweigend zu und schätzte sich glücklich, dass sie in eine normale, relativ eng verbundene Familie hineingeboren worden war, in der er als Kind ihr größtes Problem darin bestanden hatte, mit ihrem Bruder um Anerkennung und Zuneigung wetteifern zu müssen. Sie konnte sich nicht vorstellen, die Art von Problemen zu haben, wie die Frauen mit dem Mahl der Stammesgefährtinnen sie hatten. Ihre eigenen Probleme, so unbegreiflich sie auch waren, schienen sich ein wenig zu relativieren, als sie darüber nachdachte, was für ein Leben diese anderen Frauen geführt hatten. Ganz zu schweigen von der Hölle, durch die diejenigen von ihnen gegangen waren, die tot waren oder vermisst wurden. »Ihr glaubt also, dass Dragos junge Frauen jagt, die in diesen Heimen landen?« fragte sie. »Das wissen wir sogar«, sagte Dylan. »Meine Mom hat früher in einer Stiftung für Straßenkids in New York gearbeitet.« »Es ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir ein andermal, aber jedenfalls hat sich herausgestellt, dass die Einrichtung, in der sie arbeitete, von Dragos selbst gegründet und geleitet wurde.« »Oh mein Gott«, hauchte Jenna. Wenn er sich in den oberen Gesellschaftskreisen der Menschen bewegte, tat er es mit einer falschen Identität unter dem Namen Gordon Fassow. Also hatte niemand eine Ahnung, wer er wirklich war. Und dann war es zu spät. Dylan holte Atem, um sich zu stärken. »Als er erkannte, dass er enttarnt und der Orden ihm auf der Spur war, hat er meine Mom getötet.« »Es tut mir leid«, flüsterte Jenna und meinte es von ganzem Herzen. »Einen geliebten Menschen durch einen solchen Schurken zu verlieren.« Die Worte verhalten und tief in ihr brodelte etwas Kaltes und Kämpferisches auf. Als ehemalige Polizistin kannte sie den bitteren Geschmack der Ungerechtigkeit und das Bedürfnis, etwas dagegen zu tun. Aber sie zwang die Gefühle nieder. Der Kampf des Ordens gegen seinen Feind Dragos war nicht ihrer. Sie hatte ihre eigenen Schlachten zu schlagen. »Ich bin sicher, Dragos wird am Ende bekommen, was er verdient«, sagte sie. Es war eine lahme Bemerkung, bewusst emotional distanziert, aber sie hoffte trotzdem, dass sie Recht behalten würde. Jetzt, wo sie mit diesen Frauen zusammensaß, die sie in ihrer kurzen Zeit im Hauptquartier schon alle ein wenig besser kennengelernt hatte, betete Jenna für den Erfolg des Ordens gegen Dragos. Der Gedanke, dass jemand, der so pervers zwar wie er ungehindert sein Unwesen treiben konnte, war absolut inakzeptabel für sie. Sie hob das ausgedruckte Foto auf und betrachtete den gütigen Gesichtsausdruck der Nonne, die wie ein guter Schafhirte neben ihrer schutzlosen Herde stand. »Wieso denkst du, dass diese Schwester Margaret euch helfen kann?« »In solchen Jugendheimen wechseln die Betreuer oft«, erklärte Dylan. Die Stiftung, in der meine Mom gearbeitet hat, war da keine Ausnahme. Eine frühere Arbeitskollegin von ihr hat mir eben Schwester Margarets Namen und dieses Foto geschickt. Sie sagte, die Schwester ist vor ein paar Jahren in Rente gegangen, aber sie hat schon seit den 1970ern ehrenamtlich in mehreren Jugendeinrichtungen in New York gearbeitet. Genau solche Leute suchen wir. Wir brauchen jemanden, der über einen langen Zeitraum in vielen dieser Jugendeinrichtungen gearbeitet hat und uns vielleicht anhand einfacher Skizzen ehemalige Bewohnerinnen identifizieren kann, sagte Savannah und zeigte auf die Hand gezeichneten Porträts an der Wand. Jenna nickte. Diese Skizzen stellen Frauen da, die in Einrichtungen hier in der Gegend gewesen sind. Diese Skizzen, sagte Alex neben Jenna, sind Stammesgefährtinnen, die Dragos immer noch gefangen hält. Ihr denkt, sie sind immer noch am Leben? Vor ein paar Monaten waren sie es jedenfalls noch. Renatas Stimme war grimmig. Eine Freundin des Ordens, Claire Reichen, konnte mit ihrer Stammesgefährtinnen Gabe auf einem Traumspaziergang Dragos Hauptquartier orten. Sie hat die Gefangenen selbst gesehen. In seinem Labor waren über zwanzig Frauen in Gefängniszellen eingesperrt, Dragos hat seine Operation verlegt, bevor wir sie retten konnten, aber Claire hat sich mit einer Zeichnerin zusammengesetzt, um die Gesichter wenigstens zu dokumentieren, die sie dort gesehen hat. Da sind sie jetzt auch gerade, Claire und Elise, sagte Alex. Elise hat einen großen Freundeskreis in der zivilen Stammesbevölkerung hier in Boston. Sie und Claire arbeiten gerade an zwei neuen Skizzen von Frauen, die Claire in Dragos Schlupfwinkel gesehen hat. Sobald wir die Gesichter der Gefangenen haben, sagte Dylan, können wir anfangen, nach Namen und Familienangehörigen zu suchen, nach allem, was uns hilft, mehr darüber herauszufinden, wer diese Frauen sind. Was ist mit den Vermissten Datenbanken? fragte Jana. Habt ihr eure Skizzen mit Profilen der landesweiten Vermisstenstelle und ähnlicher Organisationen abgeglichen? Haben wir und nichts gefunden, sagte Dylan. Viele dieser Frauen und Mädchen in den Heimen sind Waisen und viele von ihnen wurden von ihren Familien vor die Tür gesetzt. Manche sind auch selbst davon gelaufen und haben alle Verbindungen zu Familie und Freunden abgebrochen. Das Ergebnis ist dasselbe. Sie haben niemanden, der sie sucht oder vermisst, also gibt es für sie Renata nickte zustimmend, offenbar kannte sie die Situation aus erster Hand. Wenn du nichts und niemanden mehr hast, kannst du einfach verschwinden und es ist, als hätte es dich nie gegeben. Aus ihren Jahren im Polizeidienst in Alaska wusste Jenna, wie wahr das sein konnte. Leute verschwanden spurlos in Großstädten, aber genauso in kleinen Ortschaften auf dem Land. Es passierte jeden Tag, obwohl sie Svanna Renata und die anderen Frauen ihr jetzt erklärten. Und was ist euer Plan, wenn ihr die verschwundenen Stammesgefährtin identifiziert habt? Sobald wir genug an persönlichem Material für jede einzelne von ihnen haben, sagte Svanna, kann Claire versuchen, im Traum eine Verbindung zu ihnen herzustellen und so hoffentlich etwas darüber herausfinden, wohin die Gefangenen verlegt wurden. Jenna war es gewohnt, Fakten schnell zu erfassen und auszuwerten, aber nun begann sich ihr von all diesen neuen Informationen doch der Kopf zu drehen. Und sie konnte ihren Verstand nicht bremsen, Lösungen für die Probleme zu suchen, die ihr da präsentiert wurden. Warte mal, wenn Claires Gabe sie früher schon mal zu Dragos Schlupfwinkel geführt hat, warum kann sie es dann nicht einfach nochmal tun? Damit ihre Person, die sie im Traum besuchen will, antwortete Dillen. Ihre Verbindung beim letzten Mal bestand nicht zu Dragos, sondern zu jemand anders, zu ihrem ehemaligen Gefährten Wilhelm Roth, bemerkte Renata und zischte den Namen fast wie ein Fluch. Das war vielleicht ein ekelhafter Kerl, aber gegen Dragos war der immer noch der reinste Waisen Knabe. Auf Dragos persönlich können wir Claire nicht Verstehe, also was bleibt uns dann übrig? fragte Jenna und das Wort uns entschlüpfte ihr, noch bevor sie realisierte, dass sie es ausgesprochen hatte. Aber zurücknehmen ließ es sich nicht mehr und sie war auch viel zu fasziniert, um es noch zu leugnen. Wie soll es jetzt weitergehen? Mit etwas Glück finden wir Schwester Margaret und sie kann uns helfen, das herauszufinden, sagte Dylan. Dylans Enthusiasmus schwand ein wenig. Leider können wir nicht einmal sicher sein, dass sie überhaupt noch lebt. Die Freundin meiner Mutter sagte, inzwischen müsste sie über achtzig sein. Das einzig Gute für uns ist, dass das Kloster der Schwester sein Mutterhaus in Boston hat. Es gibt also eine Chance, dass sie noch hier wohnt. Alles, was wir von ihr haben, ist ihre Sozialversicherungsnummer. Gib sie Gideen, sagte Savannah. Er hackt sich in einen Regierungscomputer und besorgt uns alle Infos über sie, die wir brauchen. Genauso hatte ich mir das vorgestellt, antwortete Dylan grinsend. Janna dachte darüber nach, ihre Hilfe anzubieten, um die alte Schwester zu finden. Sie hatte immer noch etwas gut bei diversen Freunden bei der Polizei und ein paar Bundesbehörden. Es würde sie nur einen Anruf Aber die Frauen des Ordens schienen alles bestens im Griff zu haben. Und sie war sowieso besser beraten, sich nicht in diese ganze Sache hineinziehen zu lassen, wie sie sich streng erinnerte, als Dylan das Telefon neben ihrem Computer Arbeitsplatz abhob und im Techniklabor anrief. Denn später kamen Gideen und Rio in die Kriegszentrale hinüber und Dylan gab den beiden Kriegern eine Kurzzusammenfassung davon, was sie herausgefunden hatte. Noch bevor sie zu Ende erklärt hatte, saß Gideen schon am Computer und tippte wild drauf los. Von ihrem Platz am Tisch aus sah Jenna zu, wie Savannah, Renata, Alex, Rio und Dylan sich um Gideen versammelten und dem Datenmagier zusahen, wie er sein Ding machte. Savannah hatte Recht gehabt. Er brauchte nur wenige Minuten, um sich durch die Firewall einer Seite der US-Regierung zu hacken und die Daten herunterzuladen, die sie brauchten. Margaret Mary Holland ist laut Sozialversicherungsbehörde gesund und munter, verkündete er, hat letzten Monat ihren Scheck über 298 Dollar und ein paar zerquetschte irgendwo in Gloster eingelöst. Ich drück's euch gerade aus. Dylan grinste. Danke, Gideen, du bist ein Genie. Aber gern doch, er sprang aus dem Stuhl, schnappte sich Savannah und küsste sie leidenschaftlich. Sag mir, dass du hin und weg von mir bist, Baby. Ich bin hin und weg von dir, antwortete sie lachend und schlug ihm spielerisch auf die Schulter. Er grinste und warf und warf Jenner über den Rand einen schelmischen Blick zu. Sie liebt mich nämlich, sagte er und drückte seine atemberaubende Gefährtin noch fester an sich. Sie ist wirklich verrückt nach mir, kann nicht ohne mich leben, würde mich wahrscheinlich am liebsten sofort ins Bett schleppen und vernaschen. Könnte dir so passen, sagte Savannah, aber sie warf ihm einen erhitzten Blick zu. Zu dumm, dass wir nicht auch solches Glück mit Terra Global haben, sagte Rio und legte Dylan unwillkürlich mit einer innigen Geste den Arm um die Schultern. Renata runzelte die Stirn. Immer noch nichts, was? Nicht viel, meinte Gideon. Er musste Jenners verständnislosen Blick gesehen haben. Terra Global Partners ist der Name einer Firma, von der wir glauben, dass Dragos sie als Fassade für einige seiner Geheimoperation benutzt. Jetzt meldete sich Alex zu Wort. Erinnerst du dich noch an diese Minengesellschaft, die vor ein paar Monaten draußen vor Harmony aufgemacht hat? Cold Stream? Jenner nickte. Die hat Dragos gehört. Wir glauben, dass sie als neues Gefängnis für den Ältesten gedacht war, sobald sie ihn nach Alaska transportiert hatten. Wie das gelaufen ist, wissen wir ja alle. Wir konnten die Saminengesellschaft zu Terra Global zurückverfolgen, fügte Rio hinzu. Aber weiter kamen wir nicht. Wir wissen, dass Terra Global eine Scheinfirma ist, aber es dauert einfach zu lange, die Hintermänner aufzudecken. Und in der Zwischenzeit gräbt sich Dragos immer tiefer ein, entfernt sich jede Minute weit aus unserer Reichweite. Ihr kriegt ihn schon, sagte Jenna. Sie versuchte zu ignorieren, wie sich jetzt ihr Puls beschleunigte, und sie drängte, sich ein paar Waffen umzuschnallen und den Angriff auf Dragos anzuführen. Ihr müsst ihn einfach kriegen, also kriegt ihr ihn auch. Das werden wir, antwortete Rio, sein vernarbtes Gesicht angespannt vor Entschlossenheit, als er zustimmend nickte und dabei Dylan in die Augen sah. Eines Turgis kriegen wir diesen Hundesson, und er wird für alles bezahlen, was er getan hat. Unter seinem starken Arm lächelte Dylan traurig. Sie schmiegte sich an ihn und versuchte erfolglos ein Gähnen zu unterdrücken. Komm, sagte er und strich ihr ein paar rote Haarsträhnen aus den Augen. Du hast so ne lang gearbeitet. Jetzt bringe ich da. Es wird früh dunkel und jede wette, dass Nico immer noch im Waffenraum ist und die neue Munition testet. Zeit, meinen Liebsten einzusammeln. Sie verabschiedete sich und verließ den Raum und dann taten Dylan und Rio und Savannah und Gideon dasselbe. Willst du noch ein bisschen mit zu mir und Kate kommen? Fragte Alex. Jenna schüttelte den Kopf. Nein, danke, ich denke, ich bleibe noch ein paar Minuten hier, um wieder runterzukommen. Es war ein langer, seltsamer Tag. Alex lächelte mitfühlend. Wenn du irgendwas brauchst, kommst du rüber zu uns, okay? Jenna nickte. Ich brauch nichts, aber trotzdem danke. Sie sah zu, wie sich ihre Freundin umdrehte und im Korridor verschwand. Als der Raum völlig ruhig und verlassen da lag, stand Jenna auf und ging zu der Wand hinüber, an der die Karten, Diagramme und Skizzen hingen. Es war wirklich bewundernswert, was der Orden und seine Stammes Gefährtinnen zu tun versuchten. Es war wichtige Arbeit, wichtiger als alles, womit Jenna im ländlichen Alaska und anderswo jemals zu tun gehabt hatte. Wenn alles, was sie in den letzten paar Tagen erfahren hatte, war, war, dann arbeitete der Orden gerade buchstäblich daran, die Welt zu retten. Herr im Himmel, flüsterte Jenna, betroffen von den enormen Dimensionen. Sie wollte helfen. Wenn sie irgendwas tun konnte, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit war, dann musste sie helfen. Oder nicht? Jenna ging in der Kommandozentrale auf und ab und in ihr tobte ihre eigene Schlacht. Sie war nicht bereit, sich in so etwas zu beteiligen. Nicht, wenn es immer noch so viel gab, dass sie selbst noch herausfinden musste. Jetzt, wo ihr Bruder tot war, hatte sie gar keine Angehörigen mehr. Ihr ganzes Leben lang war Alaska ihr Zuhause gewesen und jetzt war auch das vorbei. Ein ganzer Teil ihres früheren Lebens war ausgelöscht worden, weil der Orden bei der Verfolgung seines Feindes seine Geheimnisse wahren musste. Und was ihre Zukunft anging, die war völlig offen. Die außerirdische Materie, die sie in sich trug, war ein Problem, das sie sich niemals hätte vorstellen können. Und die würde nicht wieder verschwinden, auch wenn sie sich das noch so sehr wünschte. Nicht einmal der brillante Gideon schien fähig, sie aus ihrem Fühlergewirr herauszulösen. Und dann war da noch Brock. Von allem, was mit ihr geschehen war, vom Eindringen des Ältesten an bis jetzt zu ihrer so unerwartet freundlichen Aufnahme durch alle Bewohner des Hauptquartiers, war es die Sache mit Brock, mit der sie am allerwenigsten umgehen konnte. Sie war auch nicht annähernd bereit, sich den Gefühlen zu stellen, die er in ihr weckte, Gefühle, die sie seit Jahren nicht mehr gehabt hatte und was Gott auch jetzt nicht haben wollte. Nichts in ihrem Leben war noch sicher und das allerletzte, was sie jetzt brauchte, war, sich noch weiter in die Probleme der Krieger und ihrer Gefährtinnen hineinziehen zu lassen. Nichtsdestotrotz ertappte sich Jenna dabei, wie sie langsam auf den nächstgelegenen Computerarbeitsplatz auf dem Tisch zuging. Sie setzte sich an die Tastatur und öffnete einen Browser. Dann ging sie zu einer dieser kostenlosen E-Mail-Seiten und richtete sich ein Konto ein. Sie erstellte eine neue Nachricht und tippte die Adresse eines ihrer Freunde bei der Staatspolizei in Anchorage ein. Sie stellte eine einzige Frage, bat ihn darum, als persönlichen Gefallen für sie etwas nachzuschauen und die Anfrage vertraulich zu behandeln. Mit angehaltenem Atem in den Duschen neben den Trainingsraum griff Brock hinter sich und drehte die Temperatur von warm auf heiß. Die Hände auf die Teakholztür der Duschkabine gestützt, den Kopf tief auf die Brust gesenkt, genoss er das sengende Dröhnen des Wasserstrahls, der über seine Schulter und seinen nackten Rücken schoss. Heißer Dampf wallte um ihn auf, senkte sich dick wie Nebel von seinem Kopf zum Fliesenboden unter seinen Füßen. »Himmel!« zischte Kate ein paar Kabinen weiter. »Haben dir die zwei Stunden Nahkampftraining noch nicht gereicht? Musst du dich da drüben jetzt auch noch zum Leben ein Brühwürstchen machen?« Brock grunzte nur und fuhr sich mit der Hand über sein nasses Gesicht, während sich immer mehr Dampf sammelte und die Hitze seinen verspannten Muskeln zusetzte. Nachdem er seine Sachen in seiner neuen WG mit Hunter deponiert hatte, war er zu Kate, Nico und Chase in den Waffenraum gegangen. Er hatte erwartet, dass ein paar schweißtreibende Runden Zweiertraining mit den Klingen ihm etwas von seiner Rastlosigkeit und Zerstreutheit nehmen würden. Das hätte eigentlich auch aber nicht. Was ist bloß los mit dir, Mann? Weiß nicht, wovon du redest, murmelte Brock und hielt Kopf und Schultern weiter unter den kochend heißen Wasserstrahl. Kates Schnauben halte in dem riesigen Duschraum wieder. Und ob du das weißt! Scheiße! Brock stieß ein Fluch aus in den Nebel, der seinen Kopf umwölkte. Warum habe ich nur das Gefühl, dass du mich gleich aufklärst, wurde ein Wasserhahn abgedreht. Dann stieß Kate mit einem Knall die Tür seiner Duschkabine auf und ging in den angrenzenden Umkleiderraum hinüber. Ein paar Minuten später ertönte seine Stimme von nebenan. Wann erzählst du mir endlich, was letzte Nacht in dieser Fleischfabrik unten in Sazi passiert ist? Brock schloss die Augen und stieß etwas aus, das selbst für seine eigenen Ohren wie ein Knorren Klang. Da gibt's nichts zu erzählen. Da war noch was offen und ich hab aufgeräumt. Ach ja? sagte Kate. Das hatte ich mir fast gedacht. Als Brock den Kopf hob, stand Kate ihm gegenüber. Er lehnte fertig angezogen in einem schwarzen Hemd und Jeans an der gegenüberliegenden Wand und sah ihn wissend aus schmalen stellernen Silberaugen an. Brock hatte zu viel Respekt vor seinem Freund, um ihm etwas vor zu machen. Diese Männer waren Abschaum. Sie haben sich nichts dabei gedacht, eine wehrlose Frau zu entführen, anzuschießen und in einem Kühlraum einzusperren. Denkst du, weil diese Art von Brutalität sollte ungestraft bleiben? Nein. Kate starrte ihn an, dann nickte er düster. Wenn ich auf einmal einen vor mir hätte, der Alex auch nur ein Haar gekrümmt hat, müsste ich den Bastard töten. Das hast du gemacht, nicht? Du hast die meiner umgebracht. Das waren keine Menschen mehr, stieß Brock hervor. Das waren tollwütige Hunde. Was sie Jenna angetan haben und auch noch dachten, dass sie ungeschoren damit davon kommen, haben sie garantiert nicht zum ersten Mal mit einer Frau gemacht und Jenna wäre sicher nicht die letzte gewesen. Also ja, ich sie Kate sagte lange nichts, sondern sah ihn nur an, selbst dann noch, als Brock seinen Kopf wieder unter den dröhnenden Wasserstrahl hielt. Weitere Erklärungen würde er nicht abgeben, nicht einmal seinem besten Freund im Orden, dem Krieger, der wie ein Bruder für ihn war. Verdammt, murmelte Kate nach einer ausgedehnten Stille. Du bist verknallt in Seenig. Brock schüttelte sich das Wasser aus dem Luken hat mir die Verantwortung für sie übertragen. Die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie in Sicherheit ist. Ich tue nur meinen Job. Ist seine Mission nicht anders als jeder andere? Oh, na klar. Gar kein Zweifel, schmunzelte Kate. Seine Mission hatte ich auch erst neulich, oben in Alaska. Ich hab's wohl mal erwähnt. Das ist was anderes, knurrte Brock. Was du und Alex miteinander habt, ist überhaupt nicht das Gleiche. Alex ist eine Stammesgefährtin, das mit Jenna kann gar nicht ernst das werden. Ich bin nicht der Typ dafür, und außerdem ist sie normal sterblich. Kate runzelte die dunklen braun. Ich glaube, was genau sie jetzt ist, kann keiner von uns wirklich wissen. Da hatte er allerdings recht. Brock nahm die Bemerkung mit einem erneuten Gefühl von Besorgnis in sich auf, nicht nur wegen Jenna, sondern auch wegen des Ordens und des Rest des Vampirvolkes. Was immer damit ihr passierte, seit heute beschleunigte sich der Prozess offenbar. Er konnte nicht leugnen, dass die Veränderungen in ihren Laborbefunden ihm zu schaffen machten, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass diese verdammte außerirdische Materie sich aktiv immer tiefer in ihren Körper hinein arbeitete, ihn auf eine Weise infiltrierte, gegen die offenbar nicht einmal Gideon etwas ausrichten konnte. Brock stieß unter dem gnadenlosen Wasser Strahl der Dusche in den leisen Fluch raus. Wenn du mir das alles sagst, damit ich mich besser fühle, kannst du jederzeit damit aufhören. Kate kicherte, sichtlich amüsiert. Deinem neuen Mitbewohner wirst du garantiert nicht dein Herz ausschütten. Das ist nur meine Art, dir zu zeigen, dass du mir wichtig bist. Und ganz gerührt, murmelte Brock. Und jetzt verpiss dich endlich, damit ich mich in Ruhe verbrühen kann. Aber gern. Bei diesem ganzen Gerede über Missionen und Frauen fällt mir ein, dass ich selber wichtige Pflichten vernachlässige. Die warten schon in meinem Quartier auf mich. Brock grunzte. Sag Alex schöne Grüße. Kate salutierte grinsend vor ihm und schlenderte dann auf den Ausgang zu. Als er fort war, blieb Brock nur noch ein paar Minuten länger unter der Dusche. Es war spät am Tag, aber er war viel zu aufgedreht, um schlafen zu gehen. Ihm schwirrte immer noch der Kopf davon, dass Kate mit Jenner und den biologischen Veränderungen in ihrem Körper angefangen hatte. Er trocknete sich ab, dann zog er sich ein graues T-Shirt und dunkle Jeans über. Er fuhr in seine schwarzen Lederstiefel und hatte den plötzlichen Drang, in den Waffenraum zurückzugehen und dort weiter Dampf abzulassen, bis er am Abend endlich wieder aus dem Hauptquartier herauskam. Aber das hat ihm schon das erste Mal nicht viel gebracht. Es wird auch jetzt nicht helfen. Während er noch überlegte, wie er seine Anspannung loswerden könnte, ertappte sich Brock dabei, wie er über den zentralen Korridor des Hauptquartiers zum Techniklabor stapfte. Die Korridore waren still und verlassen. Nicht überraschend für diese Tageszeit, wenn die blutsverbundenen Krieger sich mit ihren Frauen zurückgezogen hatten und die restlichen Bewohner des Hauptquartiers sich noch etwas erholten, bis sie bei Sonnenuntergang auf Patrouille nach oben gingen. Wahrscheinlich hätte auch Brock das tun sollen, aber er wollte wissen, ob Gideon schon mehr über Janas Laborbefunde herausgefunden hatte. Als er in die Abzweigung zum Techniklabor einbog, hörte er in einem der anderen Besprechungsräume des Hauptquartiers eine Bewegung. Er folgte dem Geräusch von raschelndem Papier und blieb vor der offenen Tür des Raumes stehen, den die Stammesgefährtinnen vor kurzem als ihre eigene Kommandozentrale beschlagnahmt hatten. Jenna war allein im Raum. Sie saß mit einem Stift in der Hand über einen Notizblock gebeugt am Konferenztisch und schrieb völlig vertieft. Vor sich hatte sie den Inhalt mehrerer Aktenmappen ausgebreitet, einige weitere lagen ordentlich gestapelt neben ihrem Ellbogen. Zuerst dachte er, sie hätte seine Anwesenheit nicht bemerkt, aber dann hielt ihre Hand in der Blattmitte inne und sie hob den Kopf. Ihr weiches braunes Haar floss um ihr Gesicht wie Seide, als sie sich umdrehte, um zu sehen, wer da in der Tür stand. Es war ein Signal, sich schnell zu verdrücken, bevor sie ihn sah. Als Stammesvampir hätte er auf und davon sein können, bevor ihre menschlichen Augen seine Anwesenheit registrierten. Stattdessen trat er aus irgendeinem idiotischen Grund, über den er lieber nicht genauer nachdenken wollte, einen Schritt ins Zimmer und räusperte sich. Jenners haselnussbraune Augen wurden größer, als sie ihn sah. Hi, sagte er. Sie lächelte ihm kurz zu, wirkte, als ob er sie ziemlich aus dem Konzept gebracht hätte. Und warum sollte es anders sein, so wie er die Dinge das letzte Mal zwischen ihnen belassen hatte? Sie zog sich eine der Aktenmappen heran und legte sie auf ihren Notizblock. Ich dachte, es wären schon alle im Bett. Sind sie auch? Er kam weiter in den Raum und überflog rasch das Material, das sie vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Dylan und die anderen haben anscheinend schon geschafft, dich zu rekrutieren. Sie zuckte schwach die Schultern. Ich habe mir nur ein paar Sachen angesehen, die Einträge in ein paar Akten verglichen und mir ein paar Notizen dazu gemacht. Brock setzte sich auf den Stuhl neben mir. Das wird sie freuen, sagte er, beeindruckt, dass sie ihnen half. Er streckte die Hand nach ihren Notizen aus. Darf ich mal sehen? Viel ist es nicht, sagte sie. Aber manchmal hilft es einfach, wenn ein Außenstehender mal drüberschaut. Er sah auf ihre klare, präzise Handschrift, die fast die ganze Seite bedeckte. Ihr Verstand schien auf dieselbe organisierte Art zu logischen Aufbau ihrer Notizen erkannte und an ihrer Liste neuer Recherche Vorschläge für die vermissten Fälle, die Dillen und die anderen Stammesgefährten in den letzten Monaten untersucht hatten. Gute Arbeit, sagte er, nicht um ihr zu schmeicheln, sondern ganz sachlich. Man merkt, dass du eine verdammt gute Polizistin bist. Wieder dieses verneinende Schulterzucken. Ich bin keine mehr, ich bin schon lang aus dem Dienst ausgeschieden. Er beobachtete sie beim Sprechen, hörte das Bedauern in ihrer Stimme heraus. Das heißt aber nicht, dass du es nicht immer noch drauf hast. Ich hab's schon seit einer ganzen Weile nicht mehr drauf. Es ist was passiert und ich hab meinen Biss verloren. Unerschrocken sah sie zu ihm hinüber. Vor vier Jahren gab's einen Autounfall. Mein Mann und meine sechsjährige Tochter sind beide gestorben, aber ich hab's irgendwie überlebt. Brock nickte schwach. Ich weiß, mein Beileid. Sein Mitgefühl schien sie etwas nervös zu machen, als wäre sie nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte. Vielleicht wäre es einfacher für sie gewesen, über ihre Tragödie zu reden, wenn sie nicht gewusst hätte, dass er schon Bescheid wusste. Jetzt sah sie ihn unsicher an, als hätte sie Angst, dass er sie irgendwie verurteilen würde. Ich wollte lange nicht wahrhaben, dass Mitch und Libby tot waren. Ich weiß ja damals kaum, wie ich nach all dem noch weiterleben soll, sogar heute noch. Du bist am Leben, sagte Brock. Das ist alles, was du tun kannst. Sie nickte, aber in ihren Augen lag ein gehetzter Ausdruck. Es klingt so einfach, wie du es sagst. Nicht einfach, nur notwendig. Er sah zu, wie sie müßig an einer verbogenen Heftklammer auf einem der Berichte herumzupfte. Gehst du deshalb aus dem Polizeidienst ausgeschieden, weil du nach dem Unfall nicht mehr gewusst hast, wie du weiterleben sollst. Sie starrte auf die Aktenstapel vor ihr auf der Tischplatte und schwieg lange. Ich habe meinen Job gekündigt, weil ich meine Pflichten nicht mehr ausüben konnte. Jedes Mal, wenn ich zu einem Verkehrsunfall gerufen wurde, auch wenn es nur Kleinigkeiten wie eine verbeulte Stoßstange oder ein geplatzter Reifen waren, habe ich so schlimm gezittert, dass ich am Unfallort kaum noch aus dem Wagen steigen konnte. Und nach den wirklich schlimmen Fällen, den schweren Unfällen oder den häuslichen Streitigkeiten, die gewalttätig endeten, war mir tagelang sterbensübel. Alles, was ich bei meiner Ausbildung und dem Job gelernt hatte, war schlagartig weg, als dieser Sattelschlepper voller Bauholz über die vereiste Schnellstraße zu uns auf die Gegenfahrbahn gekommen ist und mein Leben zerstört hat. Da sah sie zu ihm hinüber, ihre grünbraunen Augen hartnäckiger und unbeirrbarer denn je. Ich habe aufgehört, weil ich wusste, dass ich den Job nicht mehr machen konnte, wie er gemacht werden musste. Ich wollte nicht, dass jemand, der auf mich angewiesen ist, womöglich für meine Nachlässigkeit zahlen muss, also habe ich gekündigt. Brock hatte Jenners Mut und Unverwüstlichkeit schon von dem Moment an respektiert, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Jetzt war sie in seiner Achtung nochmals gewaltig gestiegen. Dir war deine Arbeit wichtig und die Leute, die auf dich angewiesen waren. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und du hast deine Arbeit ja offensichtlich geliebt. Ich glaube, das tust du immer noch. Warum er mit dieser schlichten Beobachtung einen wunden Punkt bei ihr treffen sollte, wusste er nicht. Aber er hätte blind sein müssen, um das abwehrende Aufblitzen in ihren Augen nicht zu bemerken. Sie wandte den Blick ab, als hätte sie ihre Blöße bemerkt, und als sie redete, lag keine Wut in ihrer Stimme, nur matte Resignation. Du weißt eine Menge über mich, was? Ich schätze, es gibt nichts, was du und der Orden nicht inzwischen über mich wisst. Alex hat uns das Wichtigste erzählt, gab er zu. Nachdem das in Alaska passiert ist, mussten wir das alles einfach genauer wissen. Sie stieß ein höhnisches Schnauben aus. Du meinst, nachdem ich angefangen habe, im Schlaf außerirdisches Kauderwätsch zu reden und der Orden mich gegen meinen Willen zu seiner Schutzbefohlenen gemacht hat? Ja, sagte er und blieb sitzen, als sie aufstand und mit vor der Brust verschränkten Armen von ihm fortging. Er bemerkte, dass sie den Gehstock, den Tess und Gideon ihr verordnet hatten, völlig aufgegeben hatte und dass sie kaum noch hinkte. Ich sehe halt deine Schussverletzung gut. Ist schon viel besser geworden, sagte sie und warf ihm über die Schulter ein vages Nicken zu. Aber ich glaube, so ernst war die gar nicht. Brock senkte den Kopf, als wäre er einverstanden, aber er erinnerte sich nur allzu gut daran, wie schwer ihre Verletzung gewesen war. Wenn ihre Wundheilung sich dermaßen beschleunigt hatte, musste das wohl an diesen DNA-Mutationen liegen, die Gideon entdeckt hatte. Freut mich, dass es dir besser geht, sagte er und hielt es für klüger, sie nicht an die fremde Materie zu erinnern, die sich zunehmend in ihren Körper integrierte. Ihr Blick ruhte weiter auf ihm und wurde sanfter. Danke, dass du das für mich getan hast, dass du nach mir gesucht und mich aus diesem schrecklichen Kühlraum herausgeholt hast. Du hast mir das Leben gerätet, Brock. Dankeschön. Lieber Gott, er hoffte, dass sie nie die Einzelheiten darüber erfahren würde, wie grausam er mit ihren beiden Angreifern umgesprungen war. Sie würde ihm nicht danken, wenn sie ihn in jener Nacht in Aktion gesehen hätte, oder wenn sie dabei gewesen wäre, als er seinen Blutdurst und seine Wut so wild an diesem menschlichen Abschaum gestillt hatte. Wenn Jenner wüsste, wozu er fähig war, würde sie ihn zweifellos genauso sehen, wie den Ältesten, der sie angefallen hatte. Er wusste nicht, warum ihn das stören sollte, aber es störte ihn. Er wollte nicht, dass sie ihn für ein Monster hielt, zumindest nicht, solange er die Aufgabe hatte, für den Orden auf sie aufzupassen. Sie musste ihm vertrauen, und als ihr zugeteilter Beschützer musste er dafür sorgen, dass sie es tat. Er hatte einen Job zu erledigen, und er würde seine Verantwortung nicht aus dem Blick verlieren. Aber die Sache mit Jenner ging tiefer als das, und er wusste es. Er hatte nur einfach nicht die Absicht, sie zu analysieren, weder jetzt noch in der näheren Zukunft. Er sah ihr zu, wie sie langsam auf die Wand mit den Karten und Diagrammen zugingen, die die Suche des Ordens nach den Stammesgefährtenen dokumentierten, die Dragos gefangen hielt. »Sie machen verdammt gute Arbeit«, murmelte Jenner. »Dellen, Savannah, Renata, Tess. All die Frauen, die ich hier kennengelernt habe, sind wirklich unglaublich.« »Sind sie allerdings«, stimmte Brock ihr zu. Er stand auf und ging zu Jenner hinüber. Der Orden war immer eine ernstzunehmende Größe, aber in dem einen Jahr, das ich jetzt dabei bin, konnte ich miterleben, wie sich unsere Kraft durch die Frauen im Hauptquartier praktisch verdoppelt hat. Sie warf ihm einen Blick zu, den er schwer zu deuten fand. »Was?« fragte er. »Nichts.« Ein kurzes Lächeln spielte um ihre Lippen, und sie schüttelte leicht den Kopf. »Ich bin nur überrascht, das zu hören, das ist alles. Die meisten Männer, mit denen ich auf der Arbeit zu tun hatte, und sogar mein eigener Vater und mein Bruder, hätten lieber ihre Dienstmarken gefressen, als zuzugeben, dass sie mit Frauen im Team besser beraten waren. »Ich hab keine Dienstmarke«, sagte er und erwiderte ihr Lächeln. »Und ich bin nicht wie die meisten Männer.« Sie lachte leise, aber wandte den Blick nicht ab. »Nein bist du nicht.« »Und doch bist du einer der wenigen hier, die keine Stammesgefährtin haben.« Er dachte über die Bemerkung nach, geschmeichelt, dass sie persönliches Interesse an ihm zeigte. »Der Job ist eine Sache, die Blutsverbindung mit einer Stammesgefährtin eine andere. Das ist für immer und ewig, und ich bin nur lagisch gegen Langzeitbeziehung.« Ihre intelligenten Augen musterten ihn, versuchten, ihn einzuschätzen. »Warum?« Es wäre einfach gewesen, ihr eine charmante, nichtssagende Antwort zu geben, ihr den üblichen schlagfertigen Blödsinn zu erzählen, mit dem er Kate und die anderen Jungs immer abspeiste, sobald das Thema Stammesgefährtinnen und emotionale Verstrickungen aufkam. Aber als er Jenner jetzt in die Augen sah, konnte er nur ehrlich sein, egal, was sie danach von ihm halten würde. »Langzeitbeziehungen bedeuten zu viele Gelegenheiten, jemanden zu enttäuschen, also versuche ich, ihnen aus dem Weg zu gehen.« Eine oder zwei Minuten lang sagte sie gar nichts, sah ihn einfach nur schweigend an, ihre Arme immer noch um sich selbst geschlungen, ihre Augen dunkel von unausgesprochenen Gefühlen. »Ich weiß genau, was du meinst«, sagte sie schließlich, und ihre Stimme war ein wenig heiser geworden, kaum mehr als ein Flüstern. »Ich bin selber Spezialistin, dafür, andere zu enttäuschen.« »Das glaube ich denen nicht.« Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese kompetente, selbstbewusste Frau bei irgendetwas versagte, was sie sich vorgenommen hatte. »Glaub mir«, sagte sie nüchtern. Dann drehte sie sich von ihm fort und ging zur anderen Wand hinüber, wo neben den Notizen und ausgedruckten Karten auch einige Zeichnungen angepinnt waren. Als sie widersprach, lag eine Lässigkeit in ihrer Stimme, die gezwungen klang. »Also, ist diese Allergie gegen Langzeitbeziehungen was Neues bei dir, oder bist du Bindungen schon immer aus dem Weg gegangen?« Sofort sah er funkelnde, dunkle Augen vor sich und hatte ein schelmisches, melodiöses Lachen am Ohr, das ihn immer noch verfolgte, wie ein Geist, der sich in den entlegenen Ecken seiner Erinnerung versteckte. »Volange Zeit gab's denn mal jemanden? Oder vielmehr hätte es jemanden geben können. Sie ist lange tot.« Schlagartig war Janna zerknirscht. »Practice tut mir leid, ich wollte nicht.« Er zuckte die Schultern. »Du brauchst dich nicht entschuldigen. Es ist ewig hier.« Fast im wörtlichen Sinn, wie er erkannte, verblüfft von der Tatsache, dass tatsächlich schon fast hundert Jahre vergangen waren, seit seine Nachlässigkeit jemanden das Leben gekostet hatte, den er eigentlich hätte beschützen sollen. Langsam kam Janna zu ihm herüber und setzte sich in seiner Nähe auf die Kante des langen Konferenztisches. »Was ist mit ihr passiert?« Sie wurde ermordet. »Ich war damals Leibwächter am dunklen Hafen ihrer Familie in Detroit. Ich war dafür verantwortlich, sie zu beschützen, aber ich hab versagt. Sie ist während meiner Schicht verschwunden. Ihre Leiche ist erst Monate später in einem verdreckten Flussabschnitt aufgetaucht, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.« Oh mein Gott, Jennas Stimme war leise, ihre Augen braun gerunzelt vom Mitgefühl. »Das ist ja furchtbar.« »War es allerdings«, sagte er und erinnerte sich nur allzu gut daran, was man ihr Entsetzliches angetan hatte, vor ihrem grausamen Tod und danach. Und nach drei Monaten im Wasser war der Anblick ihrer Überreste auch nicht leichter zu ertragen gewesen. »Tut mir leid«, sagte Jenna wieder, streckte die Hand aus und legte sie auf seinen muskulösen Oberarm. Er versuchte, das Begehren zu ignorieren, das bei der Berührung in ihm aufflammte. Er versuchte, sich aus ihrer Anziehungskraft zu lösen, aber genauso gut konnte man dem Feuerbefehl nicht heiß zu sein. Man fasste es an und verbrannte sich. So, wie er jetzt brannte, als er auf Jennas blasse Hand hinuntersah, die auf seiner dunkleren Haut ruhte. Als er wieder den Blick zu ihr hob, merkte er daran, wie ihr der Atem stockte, dass in seinen Augen bernsteinfarbene Lichtfunken tanzten, ihre Transformation sein Verlangen nach ihr verriet. Sie schluckte, sah aber nicht weg. Oh Gott, und sie zog auch ihre weiche Hand nicht weg, nicht mal, als ihm ein tiefes, lösternes Knurren in der Kehle aufstieg. Die Erinnerung daran, was erst vor wenigen Stunden in seinem Quartier zwischen ihnen passiert war, überflutete ihn wieder wie eine heiße Welle. Nur wenige Zentimeter hatten sie dort voneinander getrennt, genau wie jetzt. Vorhin hatte er sich gefragt, ob Jenna gewollt hatte, dass er sie küßte. Er war sich unklar über ihre Gefühle gewesen. Ob es sein konnte, dass sie ihn genauso heftig begehrte, wie er sie? Jetzt musste er es wissen, und zwar mit einer Wildheit, die ihn erschütterte. Um sicherzugehen, dass er die Lage nicht falsch interpretierte, hob er seine freie Hand und legte sie auf ihre Finger. Dann näherte er sich ihr von vornem. Sie wich nicht vor ihm zurück. So eine war Jenna nicht. Sie starrte ihm direkt in die Augen, stand ihm genau gegenüber, ganz so, wie er es sich hätte denken können. Ich weiß wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll, sagte sie leise. Was seit dieser Nacht in Alaska mit mir passiert ist, all die Fragen, auf die es vielleicht nie eine Antwort gibt, damit komme ich klar. Irgendwie will ich schon lernen, damit klar zu kommen. Aber du? Das. Dann sah sie hinunter, starrte kurz auf ihre aufeinanderliegenden Hände, ihre verschlungenen Finger. Ich bin nicht so gut bei sowas. Mein Mann ist seit vier Jahren tot, und seither gab es niemanden. Ich war nicht bereit dazu. Ich habe nicht gewollt, Jenna, sagte Brock, streichelte sehr sanft die Unterseite ihres Kinds und hob es an, bis sie ihm in die Augen sah. Darf ich dich küssen? Ihre Lippen verzogen sich zu einem zitternden kleinen Lächeln, und er konnte nicht länger widerstehen. Er senkte den Kopf und küsste sie langsam und behutsam, obwohl sein Verlangen ihn fast wahnsinnig machte. Sie hatte ihm eben gestanden, dass sie aus der Übung war, aber er hätte es nie gemerkt, so sinnlich, wie sich ihre Lippen auf seinen anfühlten. Sie küßte ihn, weich und doch direkt, gebend und nehmend, und steckte ihn lichterloh in Brand. Er trat näher zu ihr, bis er zwischen ihren Beinen stand, musste ihren Körper dicht an seinem spüren, als er seine Zunge zwischen ihre samtigen Lippen schob. Er fuhr ihr mit den Händen über die Hüften und half ihr auf den Konferenztisch, als ihr verletzter Schenkel unter ihr zu zittern begann. Der Kuss war ein Fehler gewesen. Er hatte nämlich gedacht, dass er es dabei belassen könnte. Bei nur einem Kuss. Aber jetzt, als er und Jenna ernsthaft in Fahrt kamen, wusste er nicht, woher er die Kraft nehmen sollte, wieder aufzuhören. Und angesichts dessen, wie sie sich in seinen Armen anfühlte, angesichts ihres lustvollen Stöhnens und ihrer gebrochenen Säufzer, als ihr Kuss zu etwas viel Intensiverem aufflammte, war er sicher, dass auch sie mehr von ihm wollte. Aber offensichtlich lag er voll daneben. Erst als er die Feuchtigkeit auf seinem Gesicht spürte, erkannte er, dass sie weinte. Um Gottes Willen, zischte er, zog sich sofort zurück und kam sich beim Anblick ihrer tränen nassen Wangen wie ein Idiot vor. Tut mir leid, wenn ich eben so heftig war. Sie schüttelte kläglich den Kopf, sagte aber nichts. Sag mir, dass ich dir nicht wehgetan habe, Jana. Verdammt! Sie unterdrückte ein gebrochenes Schluchzen. Ich kann das nicht. Tut mir leid, es ist meine Schuld, ich hätte dich nie... Sie verstummte und dann stieß sie ihn von sich, krabbelte unter ihm hervor und rannte auf den Korridor hinaus. Brock stand eine Sekunde da, am ganzen Körper angespannt und wund vor Begehren. Er sollte sie gehen lassen. Das Ganze als knapp abgewendete Katastrophe verbuchen und sich die Verlockung namens Jana Darrow aus dem Kopf schlagen. Genau das sollte er tun. Und das wusste er auch verdammt gut. Aber bis sich dieser Gedanke gebildet hatte, hatte er schon den halben Korridor hinter sich gelassen und folgte dem Geräusch von Janners leisem Weinen zurück zu seinem Leben. Jana kam sich wie ein Riesenfeigling vor, wie eine üble Betrügerin, als sie über den Korridor floh und mit den Tränen kämpfte. Sie hatte Brock denken lassen, dass sie ihn nicht wollte, ihm wahrscheinlich das Gefühl gegeben, dass er sich ihr mit diesem Kuss aufgedrängt hatte, wo sie doch auf dem Konferenztisch vor Lust fast zu einer Pfütze zerflossen wäre. Sie hatte ihm das Gefühl gegeben, dass er etwas falsch gemacht hatte, sie womöglich sogar irgendwie verletzt hatte. Und das war das Unfairste überhaupt. Und doch musste sie vor ihm davonlaufen, musste Distanz zwischen sie beide bringen, mit einer Entschlossenheit, die an Verzweiflung grenzte. Er weckte einfach zu viele Gefühle in ihr, Gefühle, auf die sie nicht vorbereitet war. Gefühle, nach denen sie sich zutiefst sehnte, die sie aber nicht verdiente. Und so rannte sie vor ihm davon, so verängstigt wie noch nie in ihrem Leben und hasste sich für ihre Feigheit, die sie bei jedem Schritt antrieb. Als sie an ihrem Quartier ankam, zitterte sie und war außer Atem, und die Tränen liefen ihr heiß die Wangen hinunter. Jana. Seine tiefe Stimme hinter ihr war wie eine warme Liebkosung auf ihrer Haut. Sie drehte sich zu ihm um, verblüfft, mit welcher Geschwindigkeit und Geräuschlosigkeit er sie eingeholt hatte. Kaum eine Sekunde, nachdem sie angekommen war. Aber er war ja auch kein Mensch. Er war etwas anderes, wie sie sich in Erinnerung rufen musste, als er jetzt so nah bei ihr stand und seine schiere Größe und die wilde Intensität seiner dunklen Augen zur Frau in ihr sprachen und sie zutiefst erregten. Immer noch glühte ihr Mund von seinem Kuss. Immer noch hämmerte ihr Puls. Immer noch flackerte Hitze zwischen ihren Beinen. Als ob er das füßte, kam Brock näher und nahm schweigend ihre Hand in seine. Worte waren nicht nötig. Trotz ihrer versiegenden Tränen und ihrer zitternden Glieder konnte sie das Begehren nicht verbergen, das sie für ihn empfand. Sie leistete keinen Widerstand, als er sie enger an sich zog, an seinen erhitzten Körper, in seine tröstenden Arme. Ich hab Angst, flüsterte sie, Borte, die ihr noch nie leichtgefallen waren und es auch jetzt nicht hatten. Ohne den Blick von ihr zu nehmen, streichelte er sanft ihr Gesicht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich tu dir nicht weh, Janna. Und sie glaubte ihm. Schon bevor er seinen Kopf senkte und ihre Lippen in einem Kuss von fast schon schmerzhafter Zärtlichkeit streifte. So unglaublich und unmöglich es auch war, sie vertraute diesem Mann, der gar keiner war. Sie wollte seine Hände auf sich spüren, wollte wieder diese Verbindung zu jemandem haben, selbst wenn sie überhaupt noch nicht bereit war, über das Körperliche hinaus zu denken, die Sehnsucht zu berühren und berührt zu werden. Es ist okay, murmelte er an ihrem Mund. Bei mir bist du sicher, versprochen. Janna schloss die Augen, als sie seine Worte in sich aufnahm. Dieselben Worte, mit denen er sie in der Finsternis ihres Blockhauses in Alaska getröstet hatte und dann wieder in der Krankenstation des Hauptquartiers. Nach ihrem Martyrium durch den Ältesten war Brock ihre feste, verlässliche Verbindung zur Welt der Lebenden gewesen. Ihre einzige Rettungsleine in den endlosen, tagelangen Albträumen, nachdem man sie an diesen seltsamen Ort gebracht hatte, so entsetzlich verändert. Und jetzt? Jetzt war sie nicht sicher, wie er in die Verwirrung hineinpasste, die von ihrem Leben übrig geblieben war. Sie war noch nicht bereit, darüber nachzudenken. Genauso wenig wusste sie, ob sie wirklich bereit war, den Gefühlen nachzugeben, die er in ihr entfachte. Sie zog sich etwas zurück. Scham und Zweifel wallten in ihr auf. Sie kamen aus dem Teil ihrer Seele, der immer noch trauerte, der offenen Wunde, von der sie vor vor so langer Zeit akzeptiert hatte, dass sie nie völlig heilen würde. Die Stirn gegen seine warme, feste Brust gepresst, den weichen Baumwollstoff seines grauen T-Shirts, der mit seinem exotischen Duft getränkt war, holte Jenner Atem, um sich zu stärken. Doch er entfuhr ihr als leiser, gebrochener Seufzer. Habe ich sie genug geliebt? Das frage ich mich die ganze Zeit, seit dieser Nacht in meinem Haus. Brocks Hände glitten leicht über ihren Rücken, als er sie in den Armen hielt, stark und voll Mitgefühl, von einer beständigen Ruhe, die sie brauchte, um diese qualvollen Momente aufs Neue zu durchleben. Als der Älteste sie gedrängt hatte, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, Er hat mich wählen lassen, Brock. In dieser letzten Nacht in meinem Haus dachte ich, er würde mich töten, aber er hat es nicht getan, dabei hätte ich mich gar nicht gewehrt. Ich glaube, das hat er gewusst. Sie war sich sogar ziemlich sicher. In der Nacht, als der Älteste in ihr Haus eindrang, war sie völlig in ihrer Depression versunken gewesen. Er hatte die fast leere Whiskeyflasche neben ihr auf dem Boden gesehen und die geladene Pistole in ihrer Hand, die Schachtel mit den Fotos, die sie jedes Jahr an dem Jahrestag des Unfalls hervorholte, der ihr ihre Familie geraubt und sie allein zurückgelassen hatte. Er wusste, dass ich mich umbringen wollte, aber statt mich zu töten, hat er mich gezwungen, die Worte laut auszusprechen, ihm zu sagen, was ich mir mehr wünschte, Leben oder Tod, es war wie eine Folter, ein krankes Spiel, und ich musste gegen meinen Willen mitspielen. Brock stieß einen leisen, heftigen Fluch hervor, aber seine Hände blieben sanft auf ihrem Rücken liegen und verströmten dort eine tröstliche Wärme. Er hat mich wählen lassen, sagte sie und erinnerte sich an jede unerträgliche Minute ihres Martyriums. Aber schlimmer als die endlosen Stunden ihrer Gefangenschaft, in denen sich der Älteste von ihr genährt hatte, schlimmer als der Schrecken zu erkennen, dass ihr Peiniger eine Kreatur aus einer anderen Welt war, war der schreckliche Augenblick gewesen, als sie ihre eigene heisere Stimme die Worte hatte sagen hören, die aus den schändlichsten Untiefen ihrer Seele zu kommen schienen. Ich will leben. Oh Gott, bitte lass mich leben. Ich will nicht sterben. Jenna schluckte an dem Kloß in ihrem Hals. Ich denke nur immer, dass ich sie nicht genug geliebt habe, flüsterte sie, ganz elend beim Gedanken daran. Ich muss nur immer denken, wenn ich sie wirklich geliebt hätte, wäre ich mit ihnen gestorben. Und als der Älteste mich gezwungen hat, zu wählen, ob ich leben wollte oder nicht, hätte ich mich anders entscheiden sollen. Als ihr Atem in ein Schluchzen überging, glitten Brocks Finger unter ihr Kinn und hoben es an, bis sie ihm in die Augen sah. Du hast überlebt, sagte er Ernst und doch klang seine Stimme unendlich sanft. Das ist alles, was du getan hast. Niemand würde dir daraus einen Vorwurf machen, sie am aller wenigsten. Sie schloss die Augen, spürte, wie sich das schwere Gewicht ihrer Reue bei seinen tröstlichen Worten etwas von ihr hob. Aber in ihrem Herzen war nichts als ein kalter leerer Abgrund, der nur noch weiter aufklaffte, als Broxy fest an sich zog und tröstete. Seine Warme und Fürsorglichkeit drangen in ihre Haut wie Balsam und weckten tiefere Emotionen als ihr Begehren, das auch nicht nachlassen wollte, so nah, wie sein Körper ihr war. Sie kuschelte sich in die Geborgenheit seiner Arme und legte die Wange an seine feste, starke Brust. Ich kann es dir abnehmen, Jana. Sie spürte den warmen Druck seines Mundes und wie sein Atem über ihr Haar strich, als er sie oben auf den gesenkten Kopf küsste. Ich kann dir den Kummer abnehmen, wenn du willst. Ein Teil von ihr rebellierte bei dem Gedanken. Die unabhängige Frau, die erfahrene Polizistin, die immer in vorderster Front stand, sobald es irgendwo ein Problem gab, zuckte zusammen beim Gedanken, dass ihr Kummer zu groß war, als dass sie ihn alleine tragen könnte. Sie hatte nie eine helfende Hand gebraucht, noch würde sie jemals darum bitten. Niemals. Diese Art von Schwäche konnte sie sich nicht erlauben. Sie zog sich zurück und wollte schon etwas entsprechendes sagen, aber als sie den Mund öffnete, kam kein Wort heraus. Sie starrte auf Brocks gut aussehendes Gesicht, in seine durchdringenden dunklen Augen, die so tief in sie hinein zu sehen schienen. »Wann hast du dir das letzte Mal ein bisschen Glück gegönnt, Jenna?« Er streichelte ihre Wange so leicht, so andächtig, dass sie unter seiner Berührung erzitterte. »Wann war es das letzte Mal, dass du dir erlaubt es, so richtig scharf zu sein?« Seine riesige Hand fuhr ihr seitlich den Hals hinunter. Die breite Handfläche und die langen Finger strahlten Hitze aus. Ihr Puls beschleunigte sich, als er ihren Nacken umfasste und mit dem Daumen über die empfindliche Haut unter ihrem Ohr strich. Dann zog er sie an sich, hob ihr Kinn und küsste sie, langsam und tief. Als sein Mund so gemächlich mit ihrem Verschmolz, schoss ihr flüssige Hitze durch die Adern. Das Feuer sammelte sich zwischen ihren Beinen und erfüllte sie mit hellem, wildem Verlangen. Wenn du das nicht willst, murmelte ihr an ihren Lippen. Dann brauchst du mir es bloß zu sagen. Ich kann jederzeit auf. Nein, sagte sie und schüttelte den Kopf, hob die Hand und berührte sein starkes Kinn. Ich will es auch. Ich will dich gerade so sehr. Es macht meine Heiden Angst. Auf seinem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Seine sinnlichen Lippen öffneten sich und enthüllten seine blitzenden weißen Zähne und Fänge, die sich gerade weit ausfuhren. Jenner starrte auf seinen Mund. Eigentlich hätten ihre Überlebensinstinkte gerade wild Alarm schlagen sollen. Sie warnen, dass es tödlich sein konnte, diesen scharfen Fängen zu nahe zu kommen. Aber sie hatte keine Angst. Ihr war unerklärlich, wie fraglos ihr Verstand seine Transformation akzeptierte. Sie fand es sogar aufregend, als in seinen faszinierenden braunen Augen feurige Lichtfunken zu tanzen begannen. Über dem Halsausschnitt seines grauen T-Shirts und unter den kurzen Ärmeln, die eng an seinen mächtigen Oberarmmuskeln klebten, hatten Brocks Dermaglyphen farbig zu pulsieren begonnen. Statt ihrer normalen dunklen Bronze Farbe schälerten seine Stammesmuster und tiefen Purpur Tönen. Jenna fuhr die kunstvollen Schnörkel und konischen Bögen mit dem Finger nach und bewunderte ihre außerirdische Schönheit. Alles, was ich kannte, ist jetzt anders, dachte sie laut, als sie so in seinen Armen stand und müßig eine Glüfe nachfuhr, die sich über seinen massigen Unterarm zog. Jetzt ist alles anders. Ich bin anders, habe mich auf eine Weise verändert, die ich vielleicht nie ganz begreifen werde. Sie sah zu ihm auf. Ich will nicht noch mehr Verwirrung in meinem Leben. Mir wird gerade einfach alles zu viel, ich weiß nicht, ob ich das auch noch ertragen kann. Er hielt ihren Blick. Kein Urteil in seinen Augen, nur Geduld und eine Aura unfehlbarer Selbstbeherrschung. Bist du gerade verwirrt, wenn ich dich berühre oder küsse? Nein, sagte sie und erkannte es überrascht. Dann nicht? Gut. Er senkte den Kopf und küsste sie wieder, saugte an ihrer Unterlippe, fing sie zwischen seinen Zähnen, während er ihren Rücken streichelte. Dann umfing er mit beiden Händen ihren Po. Er drückte sie besitzergreifend und zog ihren elektrisierten Körper hoch gegen die harte Schwellung zwischen seinen Beinen. Er drückte das Gesicht in ihre Halsbeuge, seine Lippen warm und feucht auf ihrer Haut. Als er wieder redete, war seine Stimme belegt, von derselben Begierde, die auch sie durch toste. »Gönne dir die Lust, Janna. Wenn du willst, dann muss zwischen uns auch nicht mehr sein als das. Kein Druck, keine Verpflichtungen, keine Versprechen, die gerade keiner von uns einhalten kann. Oh Gott, es klang so gut, so verlockend, einfach dem Begehren nachzugeben, dass schon seit ihrer Ankunft im Hauptquartier des Ordens zwischen ihnen knisterte. Sie war noch nicht bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Vielleicht würde sie nie wieder bereit sein, sich so verletzbar zu machen. Aber sie ahnte doch, dass sie nicht stark genug war, um dem Geschenk widerstehen zu können, dass Brock ihr da gerade machte. Er küßte die Mulde an ihrem Hals 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 Ansatz. Es ist okay, Jaina. Gib mir einfach den Rest. Lass alles andere los, außer uns. Ja, seufzte sie und konnte ein atemloses Keuchen nicht mehr zurückhalten, als seine Hände liebkosend über ihren Körper strichen. Seine starken, geschickten Hände schickten ihr prickelnde Energiestöße durch die Adern. Seine übernatürliche Gabe zog die schwere Last ihres Kummers, ihre Schuldgefühle und ihrer Verwirrung aus ihr heraus. Und sein heißer Mund ließ nur Sinnesempfindungen und Hunger in ihr zurück. Langsam zog er eine Spur aus Küssen ihren Hals hinauf, dann über ihren Kiefer, bis er wieder ihre Lippen fand. Jenner genoss seine Leidenschaft und öffnete sich ihm als seine Zunge zwischen ihre Lippen vor. Er stöhnte auf, als sie ihn tiefer einsog, knurrte vor Lust, als sie die Finger um seinen Hinterkopf schloss und ihn fester an sich drückte. Gott, sie hatte keine Ahnung gehabt, wie sehr sie sich nach der Berührung eines Mannes gesehnt hatte. Sie war so lange ohne Intimitäten ausgekommen, hatte sich Sex bewusst versagt. Vier Jahre lang hatte sie sich eingeredet, dass sie ihn weder wollte noch verdiente, eine weitere selbst auferlegte Strafe für ihr Verbrechen, den Unfall überlebt zu haben, bei dem ihre Lieben umgekommen waren. Sie hatte geglaubt, dass sie gegen Begehren immun war. Doch jetzt mit Brock stürzten all diese einst so unüberwindlichen Barrieren um sie herum in sich zusammen, als wären sie nur aus trockenen Blättern gewesen. Sie konnte keine Schuldgefühle empfinden über die Lust, die er ihr gab. Ob das an Brocks mächtiger Gabe lag, ihre Qual in sich aufzunehmen oder an der Tiefe ihres eigenen verdrängten Verlangens wusste sie nicht genau. Alles, was sie spürte, war die wilde, steigende Intensität, mit der ihr Körper auf ihn reagierte. Eine Sturmflut von Lust und angespannte Erwartung, die sie atemlos machte. Gierig nach Meer. Brocks große Hände fuhren zu ihren Schultern hinunter und wanderten langsam über ihre Brüste. Unter dem dünnen Baumwoll Stoff ihres T-Shirts richteten sich ihre Brustwarzen auf. Hart und schmerzend vor Janna stöhnte, wollte mehr von seiner Berührung spüren. Sie nahm seine Hand und führte sie unter den weiten Saum ihres Oberteils. Weitere Anweisungen waren nicht nötig. Im Handumdrehen hatte er den Vorderverschluss ihres BHs geöffnet, bedeckte ihr nacktes Fleisch mit seiner heißen Handfläche und liebkoste die harte kleine Knospe. Ist das besser? murmelte er an ihrem Ohr. Sag mir, ob dir das gefällt. Gott, ja, es fühlte sich so gut an, dass sie kaum Worte bilden konnte. Jenner sog lustvoll zischend die Luft durch die Zähne und legte den Kopf zurück, als die Spannung zwischen ihren Beinen immer stärker und heißer wurde. Er berührte sie weiter, küßte und streichelte sie und zog ihr dann langsam das Oberteil aus. Mit der gleichen Sorgfalt widmete er sich ihrem geöffneten BH, streifte die dünnen Träger von ihren Schultern und über ihre Arme. Plötzlich stand sie mit nacktem Oberkörper vor ihm. Der Instinkt sich zu bedecken, die Narben zu verstecken, die ihren Oberkörper seit dem Unfall verunstalteten und die auf ihrem Unterbauch, die sich jeden Tag an Libbys schwierige Geburt erinnerte, flackerte in ihr auf, aber nur für einen Augenblick. Nur so lange, wie sie brauchte, um den Kopf zu heben und Brock in die Augen zu sehen. Du bist wunderschön, sagte er, nahm sanft ihre Hände in seine und zog sie von ihrem Körper fort, bevor sie Gelegenheit hatte, sich von seinem Lob oder seiner offenen Musterung unbehaglich oder peinlich berührt zu fühlen. Sie hatte sich nie für sonderlich schön gehalten. Selbstbewusst und kompetent, körperlich fit und stark, das waren Worte, die sie verstehen und annehmen konnte. Worte, die sie durch den größten Teil ihres 33-jährigen Lebens getragen hatten, selbst durch ihre Ehe. Aber schön? Es fühlte sich so fremd an, wie die seltsame Sprache, die sie sich selbst vor ein paar Tagen auf dem Video aus der Krankenstation hatte sprechen hören. Brock dagegen war schön, obwohl das zugegebenermaßen eine seltsame Beschreibung war für diese dunkle Natur Gewalt, die jetzt vor ihr aus seinen Augen war jetzt der Rest ihrer samtig braunen Farbe verschwunden, verzehrt von dem hellen bernsteinfarbenen Schein, der ihre Wangen wärmte wie eine offene Flamme. Seine Pupillen hatten sich zu dünnen Schlitzen verengt und seine schmalen Wangen wirkten jetzt angespannt und kantiger. Seine makellose dunkle Haut war straff über den Knochen gespannt und bildete einen scharfen sengenden Augen unablässig auf sie gerichtet, zog er sich das T-Shirt aus und ließ es neben ihrem auf den Boden fallen. Sein Brustkopf war unglaublich, die massive Wand aus perfekt geformten Muskeln von einem kunstvollen Muster pulsierender Glyphen bedeckt. Sie konnte nicht widerstehen, seine glatte Haut zu berühren, nur um zu sehen, ob sie sich an ihren Fingern so samtig anfühlte, wie sie weicher, als sie gedacht hatte, aber die schiere übermenschliche Kraft darunter war unverkennbar. Brock sah genauso tödlich aus, wie in der Nacht in der Stadt, als er gekommen war, um sie zu retten, nur dass er statt der kalten Wut, die er damals ausgestrahlt hatte, jetzt von einem Gefühl vibrierte, das genauso aggressiv und intensiv war. Begehren und alles davon war auf sie konzentriert. Du bist verdammt Jenna, keuchte er und fuhr mit dem Finger die Linie ihrer Schultern nach, dann umkreiste er die rosige Brustwarze. Du hast keine Ahnung, wie schön du bist, nicht? Sie antwortete ihm nicht, wusste nicht, wie. Stattdessen kam sie näher und zog ihn auf einen weiteren sengenden Kuss zu sich herunter. Haut an Haut, ihre Brüste gegen seine mächtigen Brustmuskeln gedrückt, ging Jenna vor Begierde fast in Flammen auf. Ihr Herz hämmerte, ihr Atem ging wild, als Brock hinuntergriff und Knopf- und Reißverschluss ihrer Jeans öffnete. Sie biß sich auf die Lippe, als er mit beiden Händen zwischen den losen Hosenbund und die Haut ihrer Hüften fuhr und die Jeans gewand über ihr weißes Höschen streifte. Dann ging er in die Hocke und zog ihr die Jeans die Beine hinab. Er war vorsichtig mit ihrer heilenden Schußwunde, achtete darauf, den Verband an ihrem Oberschenkel nicht zu berühren. Ist das okay, so? fragte er und sah zu ihr auf, seine tiefe Stimme so rau, dass sie sie kaum erkannte. Wenn du Schmerzen hast, kann ich sie dir weg nehmen. Jenna schüttelte den Kopf. Es tut nicht weh. Wirklich ist es okay. Seine hellen, bernsteingelben Augen wurden von seinen dunklen Wimpern verdeckt, als er sich wieder seiner Aufgabe zuwandte. Als er ihr die Jeans ausgezogen hatte, setzte er sich auf die Hacken und sah sie an, strich ihr mit den Händen über die langen Beine. So wunderschön, lobte er sie. Dann beugte er sich vor und presste den Kopf gegen das weiße Baumwoll Dreieck zwischen ihren Schenkeln. Das letzte Stückchen Stoff, das sie jetzt noch am Körper trug. Jenna stieß einen zittrigen Seufzer aus, als er den Stoff in seinen Zähnen und Fängen fing. Er zu ihr auf, während seine Hände immer noch ihre Beine streichelten, zog an dem Baumwoll Stoff und ließ ihn weich gegen ihr überhitztes Fleisch schnappen. Dann folgte er ihm mit seinem Mund, küsste sie wieder, jetzt entschlossener, zog den dünnen Stoff zur Seite und vergrub sein Gesicht tief in ihrer feuchten Spalte. Seine Hände schlossen sich fest um ihren Po, als er sie mit Lippen und Zunge erkundete und seine scharfen Zähne aufreizend über ihre nasse Haut strichen. Vorsichtig zog er ihr das Höschen aus, dann spreizte er ihr die Schenkel und leckte sie. Mit einer Hand fuhr er ihr zwischen die Beine und fügte der schon schwindelerregenden Expertise seines Mundes das schlüpfrige Spiel seiner Finger hinzu. Janet zitterte, verloren an ihre Sinne und kurz davor zu kommen. Oh Gott, keuchte sie und er bebte, als er mit seiner stumpfen Fingerspitze tiefer zwischen ihre nassen Schamlippen tauchte und langsam in sie eindrang, während seine Zunge ihr Verlangen sogar noch wilder entfachte. Sie wiegte sich an ihn, von Hitze überflutet. Oh mein Gott, Brock, hör Er stöhnte an ihrer Nässe, ein langes, genüssliches, maskulines Schnurren, das durch ihr Fleisch und ihre Knochen vibrierte, tief in ihre erhitzte Mitte hinein. Jenners Orgasmus zog so heftig wie ein Sturm in ihr auf. Sie erschauerte und schrie auf, als die Welle der Lust sie ergriff und zum Himmel emportrug. Ihre Sinnesempfindungen glitzerten wie Sternenstaub, während sie höher und höher stieg und Glücksschauer sie durchzuckten wieder und wieder. Sie war völlig erschöpft, als sie langsam wieder zur Realität zurücktrieb. Völlig ausgelaugt, obwohl ihr Körper immer noch vor Verlangen pulsierte. Und Brock küsste sie immer noch, streichelte sie immer noch mit seinen Fingern, entlockte ihr auch noch die letzten kleinen Nachbeben, während sie sich keuchend an seine massigen Schultern klammerte. Ich glaube, das habe ich gebraucht, flüsterte sie zitternd, als sein tiefes, leises Kichern gegen ihr empfindliches Fleisch vibrierte. Er küßte die Innenseite ihrer Oberschenkel mit spielerischen kleinen Bissen und ihre Beine gaben etwas unter ihr nach. Sie ließ sich nach vorne sinken und legte sich über Brocks breiten Rücken. Oh, mein Gott, ich hätte keine Ahnung, wie sehr ich das gebraucht habe. Gern geschehen, knurrte er, und ich bin noch lange nicht fertig mit ihr. Er bewegte sich unter ihr, schlang den Arm um sie und legte sie sich auf seiner rechten Schulter zurecht. Festhalten. Ihr blieb nichts anderes übrig, denn bevor sie wusste, was er vorhatte, stemmte er einfach ihr ganzes Gewicht mit einer Schulter und stand auf, als hätte sie gar kein Gewicht. Jenna hielt sich fest, wie er verlangt hatte, und konnte nur seine schiere Kraft bestaunen, als er mit ihr nach nebenan ins Schlafzimmer hinüberging. Er trug nur noch seine Jeans, und bei jedem langen Schritt konnte sie unter seiner glatten Haut seine Rückenmuskeln arbeiten sehen, ein perfektes Zusammenspiel von Fitness und Form. Kein Zweifel, er war atemberaubend. Und ihr schon elektrisierter Körper summte erneut vor Hitze, als sie erkannte, dass er sie direkt zu dem großen Doppelbett hinübertrug. Er zog Überdecke und Decke beiseite, dann setzte er sie auf dem Rand der Matratze ab. Mit wachsender Begierde sah Jana zu, wie er seine dunkle Jeans aufknöpfte und auszog. Darunter trug er nichts. Kunstvolle Glüfen zogen sich um seine schmalen Hüften und auf seine mächtigen senigen Oberschenkel hinunter. Die Farben pulsierten und schillerten und lenkten ihren Blick nur kurz von seiner riesigen Erektion ab, die noch größer wurde, als er sie beobachtete. Wie sie seinen Anblick in sich aufnahm. Jana schluckte mit ausgedorrter Kehle, als er auf sie zukam, verheerend in seiner Nacktheit. Der feurige Schein seiner Augen war sogar noch heller geworden, seine Fänge riesig. Er blieb am Bettrand stehen und runzelte die Stirn, als sie seinem transformierten Blick standhielt. Hast du Angst vor mir? Wenn ich so bin? Sie schüttelte leicht den Kopf. Nein, habe ich nicht. Wenn du dir Sorgen machst, schwanger zu werden, wieder schüttelte sie den Kopf. Das haben schon meine inneren Verletzungen durch den Unfall erledigt. Ich kann nicht mehr schwanger werden. Aber man hat mir auch gesagt, die DNA vom Stamm und normalsterblichen Menschen sich nicht miteinander vermischt? Stimmt, sagte er. Und es alle anderen Bedenken angeht, die du vielleicht hast, mit mir ist es garantiert safe. Unsere Spezies hat keine Krankheiten. Jenna nickte. Ich vertraue dir Brock. Seine Stirn glättete sich ein wenig, aber immer noch hielt er sich sehr ruhig. Wenn du nicht sicher bist, wenn es nicht das ist, was du willst, dann gilt immer noch, was ich vorhin gesagt habe. Wir können jederzeit aufhören. Er kicherte leise. Es wird mich zwar umbringen, wenn ich jetzt aufhören muss, so verdammt scharf, wie du hier in meinem Bett aussiehst, aber ich mach's. Gott helfe mir, ich mach's. Sie lächelte gerührt, dass ein so mächtiger Mann wie er solches Ehrgefühl und solche Bescheidenheit besitzen konnte. Sie schlug die Decke zurück und machte neben sich Platz für ihn. Ich will nicht aufhören. Sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen. Mit einem Knurren stapfte er heran und kletterte neben ihr ins Bett. Zuerst streichelten sie sich bloß, küßten sich zärtlich und erkundeten einander. Brock war geduldig mit ihr, obwohl die Anspannung in seinem Körper ihr verriet, dass er es vor Verlangen kaum noch aushielt. Er war lieb und sanft, behandelte sie wie eine in Ehren gehaltene Geliebte, obwohl sie sich doch Verlichtungen. Es kam ihr unglaublich vor, dass dieser Mann, den sie kaum kannte, dieser Stammesvampir, der sie doch eigentlich zu Tode ängstigen sollte, sich stattdessen so vertraut anfühlte. Aber Brock war kein Fremder mehr für sie. Er hatte sie durch den Albtraum ihres Martyriums begleitet und war während ihrer Genesung im Hauptquartier tagelang an ihrer Seite gewesen. Und in der Nacht, als sie allein und verletzt in der Stadt gewesen war, war er ihr unerwarteter, furchterregender Retter gewesen. Warum hast du das getan? fragte sie ihn leise und fuhr mit den Fingern die Damaglyphen nach, die sich von seiner Schulter auf seine Brust hinunterschlängelten. Warum bist du in Alaska bei mir geblieben und dann tagelang in der Krankenstation? Einen Augenblick schwieg er, die schwarzen Brauen über dem feurigen Schein seiner Augen gerunzelt. Ich fand es schrecklich, was mit dir passiert ist. Du warst nur ein unschuldiges Opfer, das zufällig zwischen die Fronten gerät. Du bist ein Mensch und hast es nicht verdient, in unseren Krieg hineingezogen zu werden. Ich bin ein großes Mädchen, ich komme schon klar, sagte sie automatisch, obwohl sie es gar nicht mehr so empfand, besonders seit ihren verstörenden letzten Laborbefunden. Und was ist das hier? Ich meine, was wir hier machen? Gehört das auch zu deinem Programm, sei nett zu dem armen Menschen? Nein, Hölle noch mal, nein! Sein Stirnrünzeln vertiefte sich, bis er fast schon wütend wirkte. Du denkst, hier geht's um Mitleid. Hat es sich für dich so angefühlt? Mit einem scharfen Zischenbleckte er die scharfen Spitzen seiner Fänge, rollte sie auf den Rücken und setzte sich rittlings auf sie. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin verdammt scharf auf dich, Lady. Fehlt nicht mehr viel und ich bin Asche. Um das zu beweisen, stieß er mit den Hüften zu und positionierte seinen Schwanz zwischen den samtigen, nassen Falten ihres Geschlechts. Er pumpte ein paar Mal, ließ seinen steifen Schwanz in ganzer Länge über ihre feuchte Mitte gleiten und erregte sie mit seiner Hitze und Härte. Er fuhr mit seinem Arm unter ihr Bein und legte es sich über die Schulter, drehte sein Gesicht gegen ihren Schenkel und biss heftig in die zarte Haut. Das ist die reine Notwendigkeit, kein Mitleid, sagte er rauh und dann drang er mit einem langen, langsamen Stoß tief in sie ein. Jenna hätte keine Worte bilden können, selbst wenn sie es versucht hätte. Das unglaubliche Gefühl, wie er sie ausfüllte und mit jedem weiteren mächtigen Stoß immer weiter dehnte, war so überwältigend, dass es ihr den Atem nahm. Sie klammerte sich mit beiden Händen an ihn, als er ihren Mund in einem hungrigen Kuss fing und sich über ihr in einem wilden, fordernden Tempo bewegte. Schon kündigte sich unaufhaltsam ein weiterer Orgasmus in ihr an. Er packte sie heftig und schärfte ihre Sinne. Sie spürte das Rauschen ihres Blutes in ihren Adern und das wilde Hämmern von Brocks Puls, der unter ihren Fingerspitzen und in jedem ihrer Nervenenden dröhnte. Ihr atemloser Lustschrei klang ihr in den Ohren, ebenso das glitschige Aneinanderreiben ihrer Körper, die sich in den Laken wanden. Die Gerüche von Sex, Seife und sauberem Schweiß auf heißer Haut berauschten sie. Der Geschmack von Brocks sengendem Kuss auf ihren Lippen machte sie gierig auf mehr. Sie fühlte sich ausgehungert auf eine Art, die sie nicht verstand. Ausgehungert nach ihm. Sie wollte ihn schmecken. Die Macht seiner Spezies spüren. Keuchen von den Nachbeben ihres Orgasmus entzog sie sich seinem Mund. Er stieß einen heftigen Fluch aus. Seine Stöße wurden intensiver und an seinem Nacken und seinen Schultern traten Adern und Sehnen unter seiner Haut hervor wie dicke Kabel. An ihn geklammert ließ Jenna ihren Kopf einen Augenblick zurückfallen und versuchte, sich im Rhythmus ihrer Körper zu verlieren. Versuchte, nicht über das nagende Hungergefühl nachzudenken, das in ihr schwerte, den verwirrenden und doch unwiderstehlichen Impuls, der ihren Blick wieder zu seinem starken Hals zog. Zurück zu den prallen, blutgefüllten Venen, die in ihren Ohren wie Kriegstrommeln pulsierten. Sie presste ihr Gesicht an die starke Säule seines Halses und fuhr mit der Zunge über die Stelle, wo sie seinen Puls fand. Sein lustvolles Stöhnen fachte das Feuer, das immer noch in ihr loderte, nur noch heftiger an. Mutiger geworden schloss sie die Zähne über seiner Haut. Er fauchte einen wilden Fluch und sie biss fest dazu, spürte die Welle der Anspannung, die durch seinen ganzen Körper schoss. Jetzt war er kurz davor zu kommen. Seine Arme um sie wie Granit, jeder Stoß seiner Hüften wurde intensiver. Jenner biss fester auf die weiche Haut zwischen ihren Zähnen. Sie biss zu, bis er vor Leidenschaft raste und tobte. Biss sie den ersten süßen Tropfen seines Blutes. Er wusste nicht, was ihn schärfer machte. Die enge, nasse Hitze von Jenners Scheide, die seinen Schwanz immer fester umschloss, als er auf seinen Orgasmus zujagte, oder dass sie ihn so plötzlich, so völlig unerwartet in den Hals gebissen hatte. Beides zusammen war absolut verheerend. Brock packte Jenner um den Rücken und stieß sie unter sich, als der Knoten seiner Lust sich fester, heißer zusammenzog und dann explodierte. Mit gebleckten, pulsierenden Fängen warf er den Kopf zurück und kam mit einem kehligen Schrei, heftig, schnell und gnadenlos, der intensivste Orgasmus, den er je erlebt hatte. Und doch stillte er nicht sein Verlangen nach ihr. Hölle noch mal! Nicht einmal annähernd! Sein Schwanz blieb steif in ihr. Er führte plötzlich ein Eigenleben und stieß ungezügelt immer weiter, als der erdige, süße Duft von Jenners Lust sich mit dem Duft seines eigenen Blutes mischte. Er griff sich in den Hals, wo die kleine Bisswunde brannte, die sie ihm zugefügt hatte. Seine Fingerspitzen wurden klebrig von dem kleinen Rinnsal, das auf seine Brust hinabtröpfelte. »Herr im Himmel!«, zischte er heiser. Vor Überraschung und Erregung war seine Kehle wie zugeschnürt. »Tut mir leid«, murmelte sie erschrocken. »Ich wollte nicht...« Als er auf Jenner hinuntersah, fiel der bernsteinfarbene Schein seiner transformierten Augen über ihr schönes Gesicht und dann über ihren Mund. Ihren vom Küssen geröteten, wunderbaren Mund. Auch dort war sein Blut. Es glänzte rot auf ihren Lippen. Alle seine Stammessinne konzentrierten sich schlagartig auf diesen dunklen, glänzenden Fleck. Wilde Begierde flackerte in ihm auf und loderte noch höher, als ihre rosa Zungenspitze herausschoss, um die roten Tropfen abzulecken. Sein Hunger packte ihn wie ein Schraubstock. Er war so schon gefährlich in seiner sexuellen Gier, und jetzt meldete sich auch noch die Gier nach Nahrung. Er taumelte zurück, auch wenn alle seine Impulse ihm zuriefen, sich diese Frau auf jede Art zu nehmen, wie nur ein Angehöriger seiner Spezies es konnte. Um sich irgendwie zu beruhigen, bevor alles noch weiter außer Kontrolle geriet, zog er sich von ihr zurück und schwang mit einem deftigen Fluch die Beine über den Bettrand. Der Boden war kalt unter seinen Füßen, eisig an seiner lebendigen, schweißbedeckten Haut. Als er Jennas Hand leicht auf seinem Rücken spürte, durchzuckte ihn die Berührung wie eine Flamme. »Brock, alles in Ordnung?« »Ich muss los«, sagte er schroff, Borte, die ihm nur widerwillig über die Zunge kamen. Es fiel ihm so verdammt schwer, aus diesem Bett zu steigen, wo Jenna ihm so nah war, nackt und wunderschön, und ihn mit ihrer liebevollen, wenn auch unnötigen Besorgnis berührte. Dieses Rendezvous, der Sex, den er ihr so wohlwollend angeboten hatte, in der Fehlannahme, dass er alles so gut unter Kontrolle hatte, sollte eigentlich ihr gelten. Zumindest hatte er sich das eingeredet, als er sie in der Kommandozentrale geküsst und erkannt hatte, wie lange sie allein gewesen war. Unberührt. Aber eigentlich war es der reine Egoismus gewesen. Er hatte sie gewollt und gedacht, dass der einzige Weg, sie sich aus dem Kopf zu schlagen, war, sie in sein Bett zu kriegen. Er hatte erwartet, dass es mit ihr genauso sein würde, wie mit jeder anderen, seiner unverbindlichen, bewusst unkomplizierten Affären mit normalsterblichen Frauen. Doch da hatte er sich gründlich getäuscht. Statt sein Verlang nach Jenna zu stillen, hatte der Sex seine Begierde nach ihr nur noch verstärkt. Er wollte sie immer noch. Heftiger als je zuvor. Ich kann nicht bleiben. Das murmelte er mehr, um sich selbst zu bestärken, statt als Erklärung für sie. Ohne sie anzusehen, weil er wusste, dass er dann nicht mehr die Kraft haben würde, zu gehen, stand er auf. Er bückte sich nach seinen Jeans und zog sie hastig an. Es wird schon bald dunkel. Ich muss mir meine Befehle für die Petroleum, Waffen und Munition vorbereiten. Ist schon gut. Du musst mir nichts erklären, sagte sie hinter ihm. Ist ja nicht so, dass ich noch mit dir kuscheln will oder so. Das brachte ihn dann doch dazu, sich zu ihr umzudrehen. Erleichtert sah er, dass sie nicht vorwurfsvoll oder wütend wirkte, während sie ihn unverwandt ansah. Doch das leicht gereckte Kinn kaufte er ihr nicht ganz ab. Sie dachte wohl, dass es sie abgebrüht und unerschütterlich wirken ließ. Das kühle, geübte Selbstbewusstsein, das besagte, dass sie keine Herausforderung scheute. Wenn er sie eben erst getroffen hätte, hätte er ihr diesen Blick abgekauft. Aber alles, was er in diesem Augenblick sah, war, wie fragil und verletzlich sie eigentlich hinter ihrer taffen Maske war. Denk nicht, dass es ein Fehler war, Jenna. Ich will nicht, dass du bereust, was hier passiert ist. Sie zuckte die Schultern. Was gibt's denn zu bereuen? Es war doch nur Sex. Absolut unglaublicher Sex, berichtigte er innerlich, sagte es aber nicht laut, wo doch selbst der Gedanke daran ihn noch steifer machte. Gott, er brauchte schleunigst eine eiskalte Dusche oder vielleicht gleich ein Eiswasserbad die ganze nächste Woche. Er räusperte sich. Ich muss jetzt los. Wenn dein Bein dir Probleme macht oder wenn du sonst irgendwas brauchst, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag mir Bescheid, okay? Sie nickte, aber am trotzigen Flackern ihrer Augen und dem störrisch gereckten Kinn konnte er sehen, dass sie ihn nie um etwas bitten würde. Sie war bisher schon zögerlich gewesen, seine Hilfe anzunehmen, aber jetzt würde sie garantiert alles an Hilfe zurückweisen, was er ihr anbot. Wenn er sich gefragt hatte, ob dieses Rendezvous ein Fehler gewesen war oder nicht, dann starrte die Antwort ihm eben voll ins Gesicht. Wir sehen uns, sagte er und fühlte sich genauso lahm, wie er klang. Er wartete nicht ab, dass sie ihm klipp und klar sagte, er solle sich zum Teufel scheren, sondern wandte sich ab und verließ das Schlafzimmer. Sein T-Shirt schnappte er sich im Gehen, zog die Wohnungstür hinter sich zu und ging den leeren Korridor hinauf. Verdammt, er war schon ein erstklassiges Arschloch. Mit einem Stöhnen voller Selbsthass ließ sich Jenna auf das Bett zurückfallen, als sich im Nebenraum die Tür hinter Brock schloss. Sie hatte schon immer ein Händchen dafür gehabt, Männer in die Flucht zu schlagen, ob mit geladener Waffe in der Hand oder ohne. Aber dafür, dass sie es geschafft hatte, dass sogar ein Prachtexemplar wie Brock, ein Vampir, Herrgott noch mal, nachdem Sex mit ihr fluchtartig den Raum verließ, war jetzt wirklich ein spezieller Orden fällig. Er hatte gesagt, er wollte nicht, dass sie den Sex mit ihm als Fehler betrachtete, dass sie ihn nicht bereuen sollte. Doch sein Gesichtsausdruck dabei hatte eine andere Sprache gesprochen, und wie er danach aus der Wohnung abgehauen war, ließ auch nur wenig Raum für Zweifel übrig. Es war doch bloß Sex, murmelte sie leise. Komm drüber weg. Sie wusste nicht, warum sie sich so verletzt und blamiert fühlte. Eigentlich konnte sie ja dankbar sein. Schließlich war sie eben jede Menge aufgestaute sexuelle Frustration losgeworden. Das hatte sie ganz offensichtlich gebraucht. Sie konnte sich nicht erinnern, sich jemals so wild und hemmungslos gefühlt zu haben, wie eben mit Brock. Und so befriedigt sie auch war, vibrierte ihr Körper immer noch. All ihre Sinne schienen auf eine höhere Frequenz eingestellt als sonst. Ihre Haut fühlte sich lebendig an, so überempfindlich, dass sie prickelte, viel zu eng für ihren Körper. Und dann waren da noch die emotionalen Verstrickungen. Sie legte sich zurück, völlig verwirrt über diesen absurden Impuls, der sie dazu gebracht hatte, Brock zu beißen. Ihn tatsächlich bis aufs Blut zu beißen. Sein seltsamer, würzig-süßer Geschmack lag ihr immer noch auf der Zunge. So exotisch und mysteriös wie der Mann selbst. Sie hatte das flüchtige Gefühl, dass sie entsetzt darüber sein sollte, was sie da getan hatte. Unmittelbar danach war sie das tatsächlich auch gewesen. Aber als sie jetzt so da lag, allein im Bett, das eigentlich ihm gehörte, gierte ein dunkler, perverser Teil von hier nach mehr. Was zur Hölle waren das bloß für Gedanken? Sie war wohl dabei, den Verstand zu verlieren, zu denken, dass sie diesem Impuls tatsächlich nachgegeben hatte. Oder vielleicht war es sogar etwas noch Schlimmeres, was sie da antrieb. Ach du Scheiße! Abrupt setzte sich Jenna auf. Plötzlich wurde ihr schlecht vor Angst. Das Implantat in ihrem Körper hatte begonnen, ihr Blutbild und ihre DNA zu verändern. Was, wenn das nicht das Einzige war, was sich an ihr veränderte? Mit eiskalter Angst im Magen sprang sie aus dem Bett, eilte ins Badezimmer hinüber und schaltete alle Lichter an. Über das Marmorwaschbecken gebeugt, zog sie ihre Oberlippe zurück und starrte in den riesigen Spiegel. Keine Fangzähne. Gott sei Dank! Nur ihr eigenes, vertrautes Spiegelbild starrte ihr entgegen, mit ihrem eigenen, unscheinbaren Menschengebiss. Sie war nie so froh gewesen, es zu sehen, seit man ihr damals mit dreizehn die feste Zahnspange entfernt hatte, einem zu hoch aufgeschossenen, zu jungenhaften, unbeholfenen Mädchen, das in der Junior High eine Menge Jungs vermöbeln musste, die sie Silberfresse genannt und wegen ihrem Sport-BH gehänselt hatten. Ein ironisches, fast schon hysterisches Lachen stieg in ihr auf. Mit rasiermesserscharfen Fangzähnen hätte sie sich damals jede Menge Ärger und blauer Flecken ersparen können. Sie stieß einen langen Seufzer aus und ließ sich gegen das Waschbecken sinken. Nach außen sah sie normal aus, was eine Erleichterung war. Aber innen war sie anders. Das wusste sie und brauchte auch Gideons neueste Testergebnisse nicht, um zu wissen, dass unter ihrer Haut etwas sehr Merkwürdiges vor sich ging. In ihren Knochen. In dem Blut, das ihr wie Lavaflüsse durch die Adern rauschte. Sie hob die Hand unter ihr langes Haar und fuhr mit den Fingern über die Stelle in ihrem Nacken, wo der Älteste seinen Einschnitt gemacht und sein verdammtes biotechnisches Implantat eingepflanzt hatte. Die Stelle war verheilt. Inzwischen war auf ihrer Hautoberfläche nichts mehr davon zu spüren. Aber sie hatte ja die Röntgenbilder gesehen. Sie wusste, dass es da war, sich immer tiefer in ihre Nerven und ihre Wirbelsäule einfraß und ihre DNA kontaminierte. Zu einem Teil von ihr wurde. Oh mein Gott, murmelte sie, und eine Schwindelwelle erfasste sie. Wie viel schlimmer konnte ihr Leben noch werden? Da hatte sie dieses Problem von wirklich monumentalen Ausmaßen und war trotzdem mit Brock in die Kiste gesprungen. Sie hatte es wohl gebraucht, um sich von den Geschehnissen der letzten Zeit abzulenken. Aber was sie definitiv nicht brauchte, war es, eine sowieso schon überkomplizierte Situation noch komplizierter zu machen. Sie musste, weiß Gott, nicht dasitzen und sich sorgen, was er jetzt wohl von ihr dachte. Das hatte sie verdammt noch mal nicht nötig. Aber obwohl sie sich das sagte, musste sie trotzdem die ganze Zeit an ihn denken. Und als sie den Verband von ihrer heilenden Wunde am Bein löste und die Dusche anstellte, sagte sie sich, dass sie weder Brock noch sonst wen brauchte, um durchzustehen, was immer da vor ihr lag. Sie war lange allein gewesen. Sie wusste, wie es war, alleine zu kämpfen und schwere Zeiten aus eigener Kraft zu überstehen. Aber obwohl sie das wusste, stützte sie sich doch auf die Erinnerung an Brock, die tröstliche Kraft seiner sanften Worte und seiner geschickten Hände, sein gemurmeltes Versprechen, dass sie nicht allein war und dass er sie beschützte. Ich brauche ihn nicht, flüsterte sie in das leere Echo des Raumes. Ich brauche nichts von niemandem. Ihre Stimme zitterte leicht unter einem Anflug von Angst, für die sie sich verachtete. Sie holte scharf Atem und stieß ihn mit einem Fluch wieder aus. Jenner trat unter den warmen Wasserstrahl der Dusche und schloss die Augen. Sie ließ sich vom Dampf ganz einhüllen und der unablässige Rhythmus des niederprasselnden Wassers übertönte ihr leises, zitterndes Schluchzen. Es hätte Brock nicht überraschen sollen, auf einen der anderen Krieger zu treffen. Schließlich wurde es oben Abend und der Großteil des Ordens würde bald auf Patrouille in die Stadt aufbrechen. Aber so ziemlich der allerletzte, den er sehen wollte, als er aus dem Duschraum kam, wo er eine gute Stunde unter eiskaltem Wasser verbracht hatte, war Sterling Chase. Der ehemalige Agent reinigte seine Pistolen auf einem Tisch im Waffenraum. In seinen schwarzen Drillichhosen und Kampfstiefeln war er schon aufbruchbereit für seine Mission der heutigen Nacht. Als Brock an ihm vorbeistapfte, sah er von seiner Arbeit auf. »Sieht so aus, als wären wir heute Nacht zusammen eingeteilt«, meinte Chase gedehnt. »Luken schickt Kate und Nico nach Rhode Island runter. Anscheinend hat Reichen von seinem letzten Europatrip neue Informationen für uns mitgebracht. Sie brechen bei Sonnenuntergang auf.« Brock knurrte verärgert. »Er und Chase, Partner auf Patrouille?« »Da ging ein sowieso schon mieser Tag vollends den Bach runter.« »Danke für das Update. Denn will ich mal versuchen, dich nicht aus Versehen umzubringen, wenn wir heute Nacht nach bösen Jungs Ausschau halten.« Chase sah ihn ausdruckslos an. »Gleichfalls...« »Scheiße«, zischte Brock. »Auf welchen von uns beiden ist er sauer?« Chase hob unter seinem kurzen, blonden Haarschopf fragend die braunen. »Luken«, sagte Brock, »wie zum Henker kommt er bloß darauf, uns zusammen einzuteilen. Es sei denn, er denkt, dass einer von uns oder wir beide eine Disziplinarmaßnahme nötig hätten.« Es war meine Idee. »Dieses Eingeständnis machte die Sache nicht gerade besser.« Brock erstarrte und runzelte argwöhnisch die Stirn. »Du hast ihm vorgeschlagen, uns beide heute Nacht als Partner einzuteilen?« Chase nickte. »Stimmt genau. Sie ist als Friedensangebot. Ich habe mich wohin ziemlich im Ton vergriffen, von wegen du und die Menschenfrau. Das hätte ich nicht sagen sollen.« Brock starrte ihn ungläubig an, und dann packte er ihn am Kragen. Er würde die Sache sofort eskalieren lassen, wenn er in dem arroganten Karl auch nur einen Hauch von Falschheit spürte. »Jetzt hör mal gut zu, Harbert. Ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielen willst, aber leg dich bloß nicht mit mir an.« »Kein Spiel«, sagte Chase. Seine durchdringenden blauen Augen sahen ihn klar und unverwandt an, und er erkannte verblüfft, dass Chase es ehrlich meinte. »Es war unter meinem Niveau, mich so zu benehmen, und ich entschuldige mich dafür.« Brock registrierte die überraschende Aufrichtigkeit von Chase' Worten. Er ließ ihn los und hob das Kinn. »In Ordnung«, sagte er misstrauisch. Er war schon oft genug mit Sterling Chase auf Missionen gewesen. Er hatte ihn arbeiten sehen und wusste, dass der Mann eine Viper sein konnte, sowohl im bewaffneten Kampf als auch mit Worten. Er war gefährlich, und nur weil er jetzt offenbar Waffenstillstand mit ihm schließen wollte, bedeutete das nicht, dass Brock gut beraten war, ihm allzu schnell den Rücken zuzukehren. »Okay«, murmelte er. »Entschuldigung angenommen, Mann.« Chase nickte. Dann machte er sich wieder daran, seine Waffen zu reinigen. »Übrigens, du blutest am Hals.« Brock knurrte einen Fluch und fuhr mit den Fingern über die kleine Bisswunde, die Jenna ihm zugefügt hatte. Dort war kaum noch Blut, aber selbst ein Bruchteil davon war schon zu viel, um der Aufmerksamkeit eines Stammesvampirs zu entgehen. Und Waffenstillstand hin oder her, es war typisch Chase, so eine Beobachtung zu kommentieren. »Ich bin bei Sonnenuntergang einsatzbereit«, sagte Brock zu dem gesenkten, blonden Kopf, der zur Antwort nicht einmal aufsah. Chase' Aufmerksamkeit blieb völlig auf seine Waffen gerichtet, die vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet waren. Brock wandte sich ab und stapfte auf den Korridor hinaus. Er hatte keine Erinnerung daran gebraucht, was zwischen ihm und Jenna passiert war. Er hatte die ganze Zeit an sie gedacht. Sie hatte praktisch all seine Gedanken beherrscht, von dem Augenblick an, als er sie in seinem Quartier zurückgelassen hatte. Chase' Entschuldigung machte ihm jetzt klar, dass auch bei ihm eine fällig war. Er wollte die Dinge mit Jenna nicht so belassen. Ein Teil von ihm fragte sich, ob es fair von ihm gewesen war, ihr so nachzustellen, ihr zu folgen, nachdem sie in Tränen aufgelöst vor ihm davongelaufen war. Er hatte ihr ihren Kummer mit seiner Berührung genommen. Aber hatte er sie dadurch nicht auch empfänglicher für sein Verlangen nach ihr gemacht? Es war nicht sein Plan gewesen, sie in sein Bett zu manipulieren, so sehr er sie auch begehrt hatte. Und selbst wenn er sie verführt hatte, Jennas Verlangen war eindeutig gewesen, sobald sie losgelegt hatten. Es fiel ihm nur allzu leicht, wieder das Gefühl, ihre Hände auf seiner Haut zu spüren, weich und doch fordernd, ihren Mund heiß und nass auf seinem, gebend und nehmend, der ihn verrückt machte. Ihre Scheide hatte ihn umschlossen wie feuchter, warmer Satin, und schon bei der bloßen Erinnerung daran wurde er wieder steif. Und dann erst der Druck ihrer stumpfen Menschenzähne an seinem Hals. Hölle noch mal! Das war das geilste Gefühl in seinem Leben gewesen. Noch nie hatte er eine Frau gekannt, die so scharf war wie Jenna. Und er hatte nicht gerade wie ein Eremit gelebt, dem die Vergleichsbasis fehlte. Er hatte Menschenfrauen schon lange bevorzugt. Eine nette Zerstreuung ohne Gefahr, dass es ernst wurde. Bei seinen menschlichen Gespielen war er nie versucht gewesen, über ein paar Nächte hinauszudenken. Jetzt fragte er sich, ob er Jenna Darrow ursprünglich nicht genauso gesehen hatte. Wenn er ehrlich zu sich war, musste er zugeben, dass er gehofft hatte, auch sie in diese praktische kleine Schublade packen zu können. Und nach heute Nacht war er fest entschlossen, sein Verlangen nach ihr endgültig zu begraben und sich davon zu machen, solange er die Chance dazu hatte. Aber deshalb störte ihn doch, wie er die Dinge mit ihr belassen hatte. Selbst wenn sie wütend auf ihn war, wozu sie alles Recht der Welt hatte, wollte er, dass sie wusste, dass es ihm leid tat. Nicht wegen des Sex, der so heiß gewesen war, dass es ein Wunder war, dass sie nicht zusammen in Flammen aufgegangen waren. Sondern weil er hinterher einfach abgehauen war, ohne sich seiner eigenen Schwäche zu stellen. Er wollte die Dinge zwischen ihnen klären, damit sie beide darüber hinwegkamen. Und dann? Was? Freunde sein? Scheiße, er war nicht mal sicher, ob er wusste, wie das ging. Seine Freunde konnte er an einer Hand abzählen, und keiner von ihnen war ein Mensch. Und es war auch keine Frau dabei, die ihn schon in Flammen setzte, nur indem sie mit ihm im selben Zimmer war. Trotz alldem fand er sich vor seinem ehemaligen Quartier wieder, die Faust erhoben, um an die geschlossene Tür zu klopfen. Er ließ seine Knöchel leicht gegen die Tür fallen. Keine Antwort. Einen Augenblick lang überlegte er hin und her, ob er nicht einfach umdrehen und die ganze Sache so belassen sollte, die ganze Episode mit Jenna als mangelndes Urteilsvermögen verbuchen und dafür sorgen sollte, dass ich das nie wiederholen würde. Aber bevor er entscheiden konnte, was das größere Vergehen wäre, uneingeladen einzutreten oder wieder wegzugehen, hatte er schon die Tür geöffnet. Es war dunkel in der Wohnung. Nicht ein einziges Licht war an. Er roch Shampoo im Dampf, der aus dem Badezimmer drang, als er lautlos durch die Wohnung strich, ins Schlafzimmer hinüber, wo Jenna in seinem Bett lag und schlief. Sie lag mit dem Rücken zu ihm, auf der Seite zusammengerollt. Langsam ging er zu ihr hinüber und beobachtete sie einen Augenblick, lauschte ihren langen, ruhigen Atemzügen. Er wäre fast zu ihr ins Bett geschlüpft, aber er hielt sich gerade noch zurück. Ihr weiches, dunkles Haar war in feuchtglänzenden Strähnen über das Kissen ausgebreitet. Er streckte die Hand aus und ließ seine Finger hineingleiten, vorsichtig, um sie nicht zu wecken. Seine Entschuldigung würde warten müssen. Vielleicht würde sie sie nicht einmal hören wollen. Ja, vielleicht wäre es das Beste für sie beide, wenn er einfach alles Persönliche auf ein Minimum beschränkte und ihre Begegnungen rein professionell hielt, solange sie noch hier im Hauptquartier war. Das war, weiß Gott, der vernünftigste Plan. Der sicherste für sie beide, aber besonders für sie. Wenn er jemandem emotional zu nahe kam, den er schützen sollte, hieß das, dass er bei seiner Arbeit nachlässig wurde. Das hatte er schon mal getan, und eine lebenslustige junge Frau hatte es mit ihrem Leben bezahlt. Diesem Risiko würde er Jänner nicht aussetzen. Klar, sie war tough und kompetent, nicht wie das naive Mädchen, das ihr Vertrauen in Brock gesetzt hatte und für diesen Fehler gestorben war. Aber solange ihm Jenners Schutz anvertraut war, würde er sie auf Abstand halten müssen. Das war ein Versprechen, das er um jeden Preis einhalten würde. Er ließ die feuchte, dunkle Haarsträhne wieder auf das Kissen zurückfallen. Völlig lautlos wich er vom Bett zurück und verließ die Wohnung so verstohlen, wie er sie betreten hatte. Und merkte nicht, dass Jänner drüben im stillen Schlafzimmer die Augen geöffnet hatte und mit angehaltenem Atem lauschte, wie er nun schon zum zweiten Mal in dieser Nacht einen fast perfekten... Erde an Jänner! Alles in Ordnung mit dir? Was? Oh ja, klar, alles bestens. Jänner sah zu Alex auf und riss sich aus der Benommenheit, die sie schon den ganzen Abend daran hinderte, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Schon die ganze Zeit seit Brocks unerwartetem Auftauchen in ihrem Zimmer vor ein paar Stunden. Ganz zu schweigen von dem unglaublichen Sex, der ihm vorangegangen war. Bin etwas abwesenfürchtig. Genau darum frage ich ja, sagte Alex. Du bist schon die ganze Zeit ganz woanders, seit du dich heute Abend mit mir hingesetzt hast. Tut mir leid, aber mach dir keine Sorgen, es ist wirklich alles bestens. Jänner nahm ihre Gabel und schob ein Stückchen Lachs auf ihrem Teller herum. Sie war nicht hungrig, aber als Alex vorbeigekommen war und sie zum Abendessen in ihre Wohnung eingeladen hatte, hatte sie sich darauf gefreut, mit ihrer besten Freundin zusammen zu sein. Wenigstens für eine kleine Weile wollte sie so tun, als ob alles noch genauso wäre wie vor ein paar Wochen in Alaska. Bevor sie erfahren hatte, dass ihr Bruder korrupt gewesen und nun tot war. Bevor sie erfahren hatte, dass es Vampire, außerirdische Biotechnologie und beschleunigte DNA-Mutationen gab. Bevor sie all ihre Probleme ins Unermessliche gesteigert hatte, indem sie mit Brock ins Bett gegangen war. »Hallo«, auf der anderen Tischseite beobachtete Alexi über den Rand ihres Bierglases. »Nur zu deiner Information, du machst es schon wieder, Jen. Was ist denn los mit dir?« »Außer dem Offensichtlichen, meinst du wohl«, antwortete Jenna, schob ihren Teller zur Seite und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sie starrte ihre Freundin an, den mitfühlendsten, hilfsbereitesten Menschen, den sie kannte. Die einzige außer Brock, die ihr die Kraft gegeben hatte, die sie brauchte, um die schlimmste Tortur ihres Lebens zu überstehen. Jenna wurde klar, dass sie Alex mehr schuldete als die übliche »Keine Sorge, alles Bestens« Fassade. Und außerdem besaß Alexi ja die Fähigkeit, Unaufrichtigkeit mit ihrem eingebauten Lügendetektor zu durchschauen. Ihrer Stammesgefährtin in Gabe. Jenna atmete langsam ein und stieß den Atem mit einem Seufzer wieder aus. »Es ist was passiert vorhin, zwischen Brock und mir.« »Es ist was... passiert?« Einen Augenblick musterte Alexi schweigend, dann runzelte sie die Stirn. »Du meinst... doch nicht... doch, genau das meine ich.« Jenna stand vom Tisch auf und begann, ihren Teller abzuräumen. »Ich war allein in der Kommandozentrale, als alle anderen schon im Bett waren. Brock kam rein, wir haben angefangen, uns zu unterhalten, und dann haben wir rumgeknutscht, und es ist ziemlich schnell ziemlich intensiv geworden. Ich glaube, keiner von uns beiden hat das kommen sehen.« Alex stand auf und folgte ihr in die Küche. »Du und Brock... hab miteinander geschlafen?« fragte sie. »Ihr hattet Sex in der Kommandozentrale?« »Lieber Himmel, nein, wir haben nur rumgeknutscht auf dem Konferenztisch, der Sex kam erst später in seinem Quartier... oder vielmehr in meinem.« Jenna spürte, wie ihr die Rüte in die Wangen stieg. Sie war es nicht gewohnt, über ihr Sexleben zu reden, vor allem deshalb, weil sie schon sehr lange keins mehr gehabt hatte. Und mit Sicherheit noch nie ein so leidenschaftliches wie mit Brock. »Ach, um Himmels Willen, sag was, Alex!« Sie starrte sie mit leicht geöffnetem Mund an. »Ich... äh...« »Was, bist du schockiert, enttäuscht? Du kannst es mir sagen!« sagte Jenna und versuchte zu erraten, was ihre Freundin von ihr denken musste, die ja wusste, wie sehr sie in den Jahren seit dem Unfall jeder Beziehung oder Intimität aus dem Weg gegangen war. Nur, um jetzt mit einem Ordenskrieger im Bett zu landen, den sie erst ein paar Tage kannte. »Du musst mich für ganz schön erbärmlich halten, ich tue's, weiß Gott.« »Jenna, nicht!« Alex nahm sie bei den Schultern und zwang sie, sie anzusehen. »Das denke ich überhaupt nicht. Ich bin bloß überrascht. Aber eigentlich auch wieder nicht. Es war mir klar, dass du und Brock einen Draht zueinander hattet, sogar noch bevor man dich hierher ins Hauptquartier gebracht hat. Und Kate hat ein paar Mal erwähnt, dass Brock dich sehr attraktiv fand, sich Sorgen um dich gemacht hat und sehr fürsorglich zu dir war.« »Wirklich?« Gegen ihren Willen wurde jetzt doch ihre Neugier wach. »Er hat mit Kate über mich geredet? Wann? Was hat er gesagt?« Plötzlich fühlte sie sich wie ein Teenager, der um Details über seinen Schulhof-Schwarm bettelt. »Oh Gott, vergiss es. Ich will's nicht wissen. Ist ja egal, was zwischen uns passiert. Es hat gar nichts zu bedeuten. Am liebsten will ich gar nicht mehr daran denken.« Wenn es nur so einfach wäre, das alles zu vergessen. Alex' Augen waren sanft und sie wählte ihre Worte vorsichtig. »Denkt Brock auch so? Dass es gar nichts zu bedeuten hat? Dass du versuchen solltest, so zu tun, als sei es nie passiert?« Jenner dachte zurück an die unglaubliche Leidenschaft, die sie zusammen erlebt hatten, und seine sanften Worte danach. Er hatte ihr gesagt, dass er nicht wollte, dass sie es bereute, oder dass sie dachte, dass es ein Fehler gewesen war. Liebe fürsorgliche Worte hatte er zu ihr gesagt. Und im nächsten Augenblick war er aus dem Raum geflohen und hatte sie allein und verwirrt im Dunkeln zurückgelassen. »Wir waren uns schon vorher einig, dass wir es unverbündlich halten, dass zwischen uns was Festes nicht in Frage kommt,« hörte sie sich murmeln, als sie sich von Alex abwandte, und hastig begann, noch mehr Geschirr abzuräumen. Sie wollte nicht daran denken, wie gut es sich angefühlt hatte, in Brocks Armen zu sein, oder an die seltsamen Begierden, die er in ihr geweckt hatte. »Es war wirklich nur Sex, Alex, und eine einmalige Sache, und schließlich ist es doch nicht so, als hätte ich derzeit nicht größere Sorgen, oder? Ich werde jetzt nicht alles noch schlimmer machen, indem ich mich mit ihm einlasse, ob körperlich oder sonst wie.« Es klang wie ein kluges und vernünftiges Argument, aber sie war nicht ganz sicher, wen sie damit eigentlich überzeugen wollte, ihre Freundin oder sich selbst. Alex kam hinter ihr aus der Küche. »Ich glaube, er bedeutet dir jetzt schon etwas, Jen, und das jagt dir eine riesen Angst ein.« Erschrocken wirbelte Jenner herum. Was Alex da aussprach, war die reine Wahrheit, und Jenner wusste es. »Ich will nichts für ihn empfinden, ich kann nicht, Alex.« »Wäre das denn so schlimm?« »Wäre es allerdings,« antwortete sie heftig. »Mein Leben ist so schon unsicher genug. Wie bescheuert wäre ich denn, wenn ich mich jetzt auch noch in ihn verliebe?« Alex' Lächeln war voller Anteilnahme. »Da könntest du es viel schlimmer treffen. Brock ist schwer in Ordnung.« Jenner schüttelte den Kopf. »Er ist nicht mal ein richtiger Mensch, um diesen kleinen Nebenaspekt nicht zu vergessen. Aber eigentlich bin ich das wohl auch nicht mehr, so wie ich ihn vorhin gebissen habe.« Alex hob die Brauen. »Du hast ihn gebissen?« Es war zu spät, ihre unbedachte Äußerung zurückzunehmen. Jenner tippte sich mit dem Finger seitlich an den Hals. »Als wir vorhin im Bett waren. Ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist. Es ist wohl einfach mit mir durchgegangen, und ich hab ihn ... gebissen. So fest das Blut kam.« »Oh«, antwortete Alex langsam und musterte sie. »Und wie hat es sich angefühlt?« Jenner stieß einen ärgerlichen kleinen Seufzer aus. »Tach, verrückt, impulsiv. Wenn du es wirklich wissen willst, es war mir tot peinlich. Brock hat das offenbar auch so gesehen. Danach konnte er sich nicht schnell genug davonmachen.« »Hast du seither mit ihm gesprochen?« »Nein, und ich hoffe, das bleibt mir erspart. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich ist es das Beste, wenn er und ich die ganze Sache einfach vergessen.« Aber selbst als sie es sagte, musste sie doch wieder zu dem Augenblick zurückdenken, als sie gemerkt hatte, dass er noch einmal ins Zimmer gekommen war, nachdem sie geduscht und sich hingelegt hatte. Sie konnte nicht umhin, sich zu erinnern, wie verzweifelt sie sich gewünscht hatte, seine Stimme zu hören. Dass er irgendetwas zu ihr sagte in diesen stillen Minuten, als er sie im Dunkeln beobachtete und dachte, dass sie schlief und nicht wusste, dass er da war. Und selbst jetzt, nachdem sie versucht hatte, sich und auch Alex davon zu überzeugen, dass sie die Sache mit Brock im Griff hatte, ließ die Erinnerung an ihre Leidenschaft ihr Herz schneller schlagen. »Es war ein Fehler«, murmelte sie. »Ich will es nicht noch schlimmer machen, indem ich mir vorstelle, dass es mehr war als das. Alles, was ich tun kann, ist es nicht zu wiederholen.« Sie klang so selbstsicher, Alex musste ihr das einfach glauben. Aber als sie jetzt zu ihrer Freundin hinüber sah, ihrer besten Freundin, die ihr durch alle Triumphe und Tragödien ihres Lebens zur Seite gestanden hatte, war ihr klar, dass Alex sie doch besser kannte. »Na komm, Jen«, sagte sie sanft. »Räumen wir hier ab und dann gehen wir mal und sehen, wie Dylan und die anderen mit ihren Ermittlungen weiterkommen.« »Jetzt sitzen wir hier schon geschlagene 25 Minuten rum, Mann. Ich glaub, dein Typ kommt nicht mehr.« Brock warf Chase vom Fahrersitz des geparkten Rover einen Blick zu. »Wie lange sollen wir noch auf dieses Arschloch warten?« Chase starrte auf das leere, schneebedeckte Grundstück in Dorchester hinaus, wo ihr Treffen mit seinem ehemaligen Agenturkollegen hätte stattfinden sollen. »Ihm muss was dazwischengekommen sein. Matthias Rowan ist okay, der versetzt mich nie. Geben wir ihm noch ein paar Minuten.« Brock stieß ein ungeduldiges Grunzen aus und drehte die Heizung des Geländewagens höher. Er war gar nicht begeistert gewesen, heute Nacht mit Chase auf Patrouille zu gehen. Aber noch weniger passte ihm das Treffen mit einem Mitglied der Polizeibehörde des Stammes in der Stadt. Zwischen der Agentur und dem Orden herrschte lang gehegtes Misstrauen. Beide Seiten waren sich uneinig darüber, wie Justiz und Strafvollzug im Vampirvolk gehandhabt werden sollten. Wenn die Agentur früher einmal effektiv gewesen war, dann hatte Brock persönlich das nicht mehr mitbekommen. Die Organisation war schon lange in erster Linie politisch ausgerichtet und bevorzugte Techniken der Problembewältigung wie Arschkriecherei und Lippenbekenntnisse. Dinge, die im Regelbuch des Ordens fehlten. »Mann, wie ich den Winter hasse!«, brummte Brock, als es draußen vor dem Rover nun ernsthaft zu schneien begann. Ein eisiger Windstoß rüttelte am Wagen und heulte schaurig über das leere Grundstück. In Wahrheit hatte seine miese Laune vor allem damit zu tun, wie er die Sache mit Jenner vermasselt hatte. Er musste sich einfach die ganze Zeit fragen, wie es ihr ging, was sie dachte, ob sie ihn jetzt verachtete, wozu sie alles Recht der Welt hatte. Er konnte kaum erwarten, dass seine Mission in dieser Nacht vorbei war, damit er zurück ins Hauptquartier fahren und sich davon überzeugen konnte, dass sie in Ordnung war. »Dein Kontakt, Rowan, verarscht uns besser nicht«, knurrte er. »Ich sitze hier nicht für jeden im Költen und frimme die Eier ab. Schon gar nicht für so einen selbstgerechten Agenturschnösel.« Chase warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Ob du's glaubst oder nicht, es gibt doch ein paar gute Leute in der Agentur. Matthias Rowan ist einer davon. Er hält im inneren Zirkel seit Monaten Augen und Ohren für mich offen. Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance wollen, Dragos potenzielle Verbündete innerhalb der Agentur auszumerzen, geht das nur mit Rowan auf unserer Seite.« Brock nickte grimmig und lehnte sich zurück. Dann würden sie eben warten. Chase hatte vermutlich Recht, was seinen alten Verbündeten anging. Nur wenige in der Agentur würden zugeben, dass es in ihrem Fundament Risse gab, die es einer Pest wie Dragos ermöglicht, hatten seit Jahrzehnten heimlich innerhalb der Agentur zu operieren. Dragos hatte sich hinter einem falschen Namen versteckt, Macht und Informationen angesammelt, zahllose gleichgesinnte Anhänger rekrutiert, die bereit waren, für ihn zu töten, und zu sterben, wenn die Pflicht es verlangte. In der Agentur war Dragos zum hohen Posten eines Direktors aufgestiegen, bevor der Orden ihn vor einigen Monaten entlarvt und in den Untergrund getrieben hatte. Obwohl Dragos inzwischen aus der Agentur verschwunden war, war der Orden sicher, dass er nicht all seine Verbindungen gekappt hatte. Es musste immer noch viele geben, die mit seinen gefährlichen Plänen sympathisierten. Geheime Mitglieder seiner Verschwörung, die sich hinter zahllosen bürokratischen Barrieren versteckten, die Brock und die anderen Krieger daran hinderten, sie im offenen Kampf auszumerzen. Eine von Shays Hauptprioritäten in den Monaten seit Dragos' Flucht war es, sich diese Barrieren in der Agentur vorzunehmen und nach und nach abzutragen. Um Dragos näher zu kommen, musste der Orden nahe an seine Leutnants herankommen, ohne dabei Verdacht auszulösen. Nur eine falsche Bewegung, und Dragos würde sich noch tiefer in den Untergrund verziehen. Die Operation lief extrem verdeckt und war nur umso heikler, weil die einzige Hoffnung des Ordens auf Erfolg in den Händen des launischen, unberechenbaren Sterling Chase lag, der einem alten Freund vertraute, von dem die anderen nicht wissen konnten, ob er wirklich loyal war. Auf dem Armaturenbrett der Beifahrerseite begann Chase' Handy zu vibrieren. »Das wird Rowan sein«, sagte er und nahm den Anruf entgegen. »Ja. Wir warten. Wo bist du?« Brock starrte durch die Windschutzscheibe auf das Schneetreiben hinaus und lauschte Chase' Gespräch, das nicht nach guten Neuigkeiten klang. »Ach du Scheiße. Gibt es Tote?« Chase schwieg eine Sekunde. Dann zischte er einen deftigen Fluch. Auf Brocks fragenden Blick hin erklärte er, »Ihm ist was dazwischengekommen. Ein Notfall. Ein Junge aus dem dunklen Hafen hat auf einer Party die Kontrolle verloren. Es gab einen Kampf, dann eine Nahrungsaufnahme draußen auf der Straße. Ein Toter und ein Schwerverletzter, der stark blutend zu Fuß geflohen ist. »Himmel, Arsch und Zwirn«, murmelte Brock. Der Tote und eine Nahrungsaufnahme auf offener Straße waren schlimm genug. Doch das größere Problem war der entkommene Zeuge. Es war nicht schwer, sich die Hysterie vorzustellen, die ein blutüberströmter Mensch auslösen konnte, der in der Öffentlichkeit herumrannte und »Vampir« schrie, ganz zu schweigen von den Reaktionen, die er bei Brocks eigener Spezies auslösen würde. Der Geruch von frischen roten Zellen wirkte für jeden Stammesvampir in einem Umkreis von drei Kilometern wie ein Magnet. Und wenn noch Rogues in der Stadt übrig waren, dann gute Nacht. Schon ein Hauch von Blutgeruch aus einer offenen Wunde würde ausreichen, um den blutsüchtigen Abschaum des Vampirvolkes in wilde Fressgier zu versetzen. Jays Kiefermuskeln waren angespannt, als er sich wieder Matthias Rowan am Handy zuwandte. »Sag mir, dass deine Leute den Zeugen geschnappt haben.« Ein deftiger Fluch folgte und Brock tippte, dass die Antwort ein Nein war. »Gottverdammt, Matthias! Du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir diesen Menschen von der Straße holen müssen und wenn die ganze Bosner Einheit ausrücken muss, um ihn aufzuspüren!« »Wer ist da unten von der Agentur bei dir?« Brock beobachtete und lauschte, als das Gespräch weiterging, und sah eine Seite von Sterling Chase, die er kaum kannte. Der ehemalige Agent war kühl und gebieterisch, logisch und präziser. Der unberechenbare Hitzkopf, an den Brock sich als Ordensmitglied gewöhnt hatte, schien in den Hintergrund zu treten zugunsten des forschen, kompetenten Anführers, der jetzt neben ihm im Rover saß. Er hatte gehört, dass Chase bei der Agentur als vielversprechendes Nachwuchstalent gehandelt wurde, bevor er dem Orden beigetreten war. Wenn Brock auch in dem Jahr, dass sie schon Seite an Seite zusammenarbeiteten, nichts davon gemerkt hatte, jetzt spürte er, wie neuer Respekt für den ehemaligen Agenten in ihm aufflackerte. Und dass er neugierig wurde, was es mit seiner anderen, düsteren Seite auf sich hatte, die immer so knapp unter der Oberfläche lauerte. Wo genau seid ihr, Matthias? Chase machte Brock ein Zeichen, den Wagen zu starten. Pass auf, ob der Orden sich hier einmischen muss oder nicht, lass mal meine Sorge sein. Ich frage dich nicht um Erlaubnis und dieses Gespräch hat nie stattgefunden, verstanden? Das klären wir, wenn ich dort bin. Wir sind schon unterwegs. Brock fuhr den Rover auf die Straße hinaus und folgte Chase Anweisungen, der jetzt trotz Matthias Rowans hörbaren Protesten auflegte und das Handy in seiner Manteltasche verstaute. Sie rasten tiefer in die Stadt, auf den Industriehafen zu, wo die Jugendlichen, Menschen wie Stammesvampire, sich derzeit auf Raves und privaten Afterwork-Partys trafen. Es war nicht schwer, den Schauplatz des Mordes zu finden. Zwei schwarze Limousinen waren an einem Lagerhaus am Wasser geparkt. Auf dem angrenzenden Grundstück umstanden mehrere Stammesvampire in dunklen Mänteln und Anzügen eine große Gestalt, die reglos im schmutzigen Schnee lag. Das sind sie, sagte Chase. Die meisten von denen kenne ich noch aus der Agentur. Brock bog auf das Gelände ein und beäugte die Gruppe, als alle Köpfe zu ihnen herumfuhren. Und ob sie das sind, so planlos und konfus wie eh und je, meinte Brock gedehnt und maß die Agenten mit einem Blick. Welches Drohwan? Die Frage beantwortete sich von selbst. Kaum hatte er sie ausgesprochen, kam einer der Gruppe zügig zu ihnen herüber, um sie zu begrüßen, als sie aus dem Wagen stiegen. Agent Matthias Drohwan war so groß und breit gebaut wie jeder der Krieger. Seine muskulösen Schultern wirkten massig unter seinem schweren Maß geschneiderten dunklen Wollmantel. Intelligente, hellgrüne Augen blitzten verärgert, als er sich näherte, und seine Haut spannte sich über den hohen Wangenknochen. Wie man hört, habt ihr Jungs von der Agentur ein kleines Problem heute Nacht, sagte Chase so laut, dass auch der Rest der versammelten Agenten ihn hören musste. Dachten uns, ihr könntet hier draußen etwas Hilfe brauchen. Bist du wahnsinnig? Knurrte Rohwan leise, nur für Chase Ohren bestimmt. Dir ist doch klar, dass jeder Einzelne meiner Agenten hier dich lieber in Fetzen reißt, als dich mitten in ihrer Ermittlung platzen zu lassen. Ach ja? antwortete Chase mit einem großspurigen Grinsen. Können Sie gerne versuchen, ich hatte bis jetzt eine ruhige Nacht. Chase verdammt noch mal. Rohwan hielt seine Stimme leiser. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht herkommen. Chase stieß einen Grunzlaut aus. Es gab mal eine Zeit, als ich hier die Befehle ausgegeben habe und du sie befolgt hast, Matthias. Das war einmal. Rohwan runzelte die Stirn, aber es war keine Feindseligkeit in seiner Miene. Ich hab dem Zeugen drei Agenten nachgeschickt, die kriegen ihn schon. Das Gebäude wurde vollständig von Menschen geräumt und allen potenziellen Zeugen des Vorfalls haben wir die Erinnerung an die ganze Nacht gelöscht. Es ist alles unter Kontrolle. Da sieh mal einer an! Sterling Chase, das Arschloch! Der gefauchte Gruß wehte auf der winterlichen Brise zu ihnen hinüber. Am anderen Ende der verschneiten Industrieparzelle hatten sich ein paar weitere Männer aus der Gruppe gelöst und kamen zu ihnen herübergeschlendert. Chase sah hinüber und machte die Augen schmal. Frane, knurrte er, als er den großen Mann erkannte, der die Gruppe anführte, und spuckte aus, als hätte er einen schlechten Geschmack im Mund. Ich hätte wissen sollen, dass dieses Arschloch auch da ist. Sie mischen sich hier in offizielle Angelegenheiten der Agentur ein, sagte Agent Rohwan, jetzt lauter, damit alle ihn hörten. Er warf Chase einen warnenden Blick zu, sprach aber mit dem üblichen arroganten Tonfall, der bei der Agentur offenbar genauso zum Standard gehörte, wie die modischen Anzüge und spiegelblanken Halbschuhe. Dieser Vorfall geht den Orden nichts an. Es ist eine Angelegenheit der dunklen Häfen, und wir haben die Situation unter Kontrolle. Mit einem gefährlichen Grinsen an die Adresse der Neuankömmlinge trat Chase um seinen Freund herum und würdigte ihn kaum eines Seitenblicks. Brock folgte ihm. Seine Muskeln zuckten kampfbereit, als er die bedrohliche Ausstrahlung der beiden Agenten registrierte, die gekommen waren, um ihnen die Stirn zu bieten. Meine Fresse, du bist es wirklich, sagte derjenige, der Frayn hieß, die Lippen höhnisch gebläckt. Wir dachten schon, wir sehen dich nie wieder, nachdem du letztes Jahr deinen Rogue-Neffen abgeknallt hast. Brock war angespannt, etwas überrumpelt von der absichtlichen Grausamkeit dieser Bemerkung. Empörung flammte in ihm auf, und doch wirkte Chase nicht überrascht. Er ignorierte den Spott, obwohl es ihn unglaubliche Selbstbeherrschung kosten musste, wie an seinem Stählern zusammengepressten Kiefer zu säen war, als er sich an seinen ehemaligen Kollegen vorbeidrängte und zum Tatort hinüberging. Brock hielt Schritt mit Chase, ging durch das wirbelnde Schneegestöber an der getönten Scheibe einer wartenden Limousine vorbei, in der der Junge aus dem dunklen Hafen wartete, der seinen Hunger nicht hatte beherrschen können. Brock spürte den Blick des jungen Stammesvampirs schwer auf sich Lasten, als er und Chase an dem Wagen vorbeigingen und sich in der Scheibe spiegelten. Zwei schwer bewaffnete Gestalten in schwarzen Drillichosen und langen Ledermänteln. Unverkennbar Mitglieder des Ordens Auf dem Boden bei dem Gebäude, wo der Kampf stattgefunden hatte, war der Schnee rot von Blut. Das in einen Leichensack verpackte Opfer wurde eben in ein weiteres Fahrzeug der Agentur verladen, das in der Nähe stand. Das Blut war tot und stellte weder Verlockung noch Nutzen mehr dar, aber sein kupfriger Geruch lag immer noch schwer in der kalten Luft und Brocks Zahnfleisch kribbelte, als sich seine Fänge ausfuhren. Hinter ihnen knirschten Schritte in Schnee und Kies. Frayne räusperte sich. Offenbar konnte er die ganze Sache nicht auf sich beruhen lassen. Weißt du, Chase, mal ganz von Mann zu Mann. Niemand kann dir einen Vorwurf daraus machen, dass du den Jungen erschossen hast. Agent Frayne, sagte Matthias Rowan, eine Warnung, die unbeachtet blieb. »Ist ja nicht so, dass er es nicht verdient hätte, was, Chase? Ich meine, scheiße, der Junge war ein Rook und die kann man nur auf eine einzige Art behandeln. Wie tollwütige Hunde!« So entschlossen der andere Agent auch schien, ihn zu provozieren, Chase schien genauso entschlossen, ihn auszublenden. »Da drüben«, sagte er zu Brock und zeigte auf eine deutliche Blutspur, die sich vom Tatort entfernte. Brock nickte. Auch er hatte schon entdeckt, in welche Richtung der Zeuge geflohen war. Und so gahn er sich Agent Frayne persönlich vorgenommen und dem selbstgefälligen Bastard einen ordentlichen Dämpfer verpasst hätte, wenn Chase ihn ignorieren konnte, würde Brock sein Bestes geben, es auch zu tun. »So wie es aussieht, ist unser Zeuge auf die Docks zugerannt.« Chase nickte. »Und bei der Menge Blut, die er verloren hat, ist er schon zu geschwächt, um weit zu kommen. Höchstens ein paar hundert Meter, bis er vor Erschöpfung zusammenbricht.« Brock sah zu Chase. »Also wenn das ganze Gelände abgesucht wurde und keiner ihn gefunden hat, dann versteckt er sich noch irgendwo ganz in der Nähe.« Beendete Chase den Satz. Sie wollten sich gerade an die Verfolgung machen, als hinter ihnen Fraynes Kichern ertönte. »Wenn du mich fragst, es war ein Gnadenakt, dem Jungen eine Kugel ins Hirn zu jagen. Aber man muss sich doch fragen, ob seine Mutter das auch so gesehen hat. Schließlich musste sie ja mit ansehen, wie du direkt vor ihren Augen ihren Sohn getötet hast.« »Chaser starrte«, Brock sah zu ihm hinüber. In seinem zusammengepressten Kiefer zuckte ein Muskel, gefährlich schnell. Während der Rest der kleinen Gruppe sich aus der unmittelbaren Nähe entfernte, trat Matthias Rowan vor seinen Agenten. Er kochte förmlich vor Wut. »Verdammt noch mal, Frayne, Maul halten, hab ich gesagt, das ist ein Befehl!« Aber der Scheißkerl wollte einfach nicht aufhören. Er ging um seinen Vorgesetzten herum und stellte sich direkt vor Chase. »Elise kann einem wirklich leid tun, diese arme Frau, zuerst vor all den Jahren deinen Bruder Quentin bei einem Einsatz zu verlieren, und dann nimmst du ihr auch noch direkt vor ihren Augen das einzige Kind. Da wundert einen nicht, dass sie sich anderswo nach Trost umgesehen hat. Sogar bei dem Abschaum vom Orden.« Frayne machte ein obszönes Geräusch in der Kehle. »So eine schöne Frau wie sie hätte sich jeden ins Bett holen können. Bewerber gab es ja genug. Da wäre ich auch gerne mal zum Zug gekommen. Wundert mich nur, dass sie dich nie herangelassen hat.« Chase stieß ein Brüllen aus, von dem der Boden erbebte. Mit einer Bewegung, die so schnell war, dass nicht einmal Brock sie ganz verfolgen konnte, sprang er Frayne an. Die beiden riesigen Männer krachten auf Kies und Schnee hinunter, Chase nagelte den Agenten unter sich fest und drosch mit den Fäusten auf sein Gesicht ein. Frayne wehrte sich, aber Chase' Wut war ihr nicht gewachsen. Brock, der alles aus der Nähe sah, zweifelte daran, ob überhaupt irgendjemand der animalischen Wut gewachsen war, mit der Chase einen vernichtenden Volltreffer nach dem anderen landete. Keiner der anderen Agenten machte Anstalten, dazwischenzugehen. Er hielt sich schweigend und stoisch im Hintergrund, und der Rest seiner Untergebenen schien ihre Reaktion an ihm auszurichten. Sie hätten Chase Frayne umbringen lassen, und ob der es nun verdient hatte oder nicht, Brock konnte nicht zulassen, dass es soweit kam. Er trat vor und legte seinem Waffenbruder die Hand auf die prügelnde Schulter. Chase, mein Alter, es reicht. Chase hämmerte weiter, obwohl Frayne sich schon gar nicht mehr wehrte. Mit vor Wut weit ausgefahrenen Fangzähnen und feurig blitzenden Augen schien Chase nicht bereit oder fähig, das rasende Tier in sich zu bändigen. Als er eine seiner blutverschmierten Fäuste hob, um einen weiteren Schlag zu landen, fing Brock sie auf und hielt sie mit aller Kraft fest. Chase warf ihm einen wilden Blick zu und fauchte eine Obszönität. Brock schüttelte langsam den Kopf. »Komm, Harvath, lass ihn jetzt. Es ist nicht wert, dass du ihn umbringst, nicht so.« Chase starrte ihm wütend in die Augen, die Lippen von den Fangzähnen zurückgezogen. Er grunzte tierhaft, dann schwang er den Kopf herum zu dem röchelnden, blutüberströmten Mann, der immer noch unter ihm eingezwängt war und halbbewusstlos im Matsch lag. Brock spürte, wie die festgeballte Faust in seiner Hand sich unmerklich öffnete. »Es reicht jetzt, mein Alter. Du bist besser als das. Besser als er.« Ein Handy klingelte in der Nähe. Im Augenwinkel sah Brock, wie Rowan es ans Ohr hielt und sich umdrehte, um den Anruf anzunehmen. Chase war immer noch wütend und gefährlich, noch nicht bereit, Frayn freizugeben. »Sie haben ihn,« verkündete Agent Rowan ruhig und nahm der Situation damit etwas von der Spannung. »Zwei meiner Agenten haben den Zeugen gefunden. Er hat sich bei den Docks unter einem Lieferwagen versteckt. Sie haben seine Erinnerung gelöscht und bringen ihn gerade in unser Hauptquartier, wo seine Verletzungen behandelt werden.« Brock nahm es mit einem leichten Nicken zur Kenntnis. »Hörst du das, Chase? Es ist vorbei. Wir sind hier fertig.« Er ließ Chase Faust los und vertraute darauf, dass er die Situation mit Frayn oder den anderen Agenten, die immer noch um sie versammelt waren und sie in nervösem Schweigen beobachteten, nicht wieder eskalieren lassen würde. »Lass ihn gehen, Chase. Dieses Scheiß ist vorbei, mein Alter.« »Nur für heute Nacht,« murmelte Chase schließlich mit rauer und düsterer Stimme. Er schnüffelte und schüttelte die Hand ab, die Brock auf seine Schulter gelegt hatte. Immer noch wütend verpasste er Frayns ramponiertem Gesicht einen letzten vernichtenden Schlag, dann sprang er auf die Füße. »Wenn ich dich das nächste Mal sehe,« knurrte er, »bist du ein toter Mann.« »Bekomm, Harvard,« sagte Brock und schritt ein, bevor alles noch schlimmer wurde. Er führte ihm vom Gelände und ihm entging der vielsagende Blick nicht, den Matthias Rowan ihnen zuwarf, als sie zurück zum Rover gingen. »Das war's dann wohl mit unseren diplomatischen Beziehungen zu Agentur, mein Alter.« Chase sagte nichts. Er blieb ein paar Schritte hinter ihm zurück, sein Atem ging keuchend und sein Körper strahlte Aggressionswellen aus wie eine Kernexplosion. »Ich hoffe, wir haben diesen Kontakt zur Agentur nicht gebraucht.« »Den können wir uns jetzt abschminken,« sagte Brock, als sie das Fahrzeug erreicht hatten. Chase antwortete nicht, hinter Brock blieb alles still. Zu still. Er drehte sich um. Wo eben noch Chase gestanden hatte, war nichts mehr. Er war fort, war einfach ohne ein Wort der Entschuldigung oder Erklärung im nächtlichen Schneegestöber verschwunden. Ein paar Stunden nach dem Abendessen mit Alex saß Jenna in der Kommandozentrale der Stammesgefährtinnen, am selben Konferenztisch, wo sie und Brock mit etwas angefangen hatten, wozu sie beide nicht wirklich bereit waren. Aber sie versuchte nicht, daran zu denken. Sie versuchte, nicht an Brocks sinnlichen Mund auf ihrem zu denken, oder an seine geschickten Hände, die ihr solche Lust gespendet hatten, als er ihr Kummer und Hemmungen genommen hatte. Stattdessen richtete sie all ihre Aufmerksamkeit auf die Diskussion der Frauen des Ordens, die sich im Raum versammelt hatten, um zu besprechen, wie weit sie mit der Aufspürung von Dragos Gefangenen gekommen waren. Nur Tess fehlte bei diesem Treffen. Die hochschwangere Stammesgefährtin hatte sich entschuldigen lassen. Sie ruhte sich stattdessen in ihrem und Dantes Quartier aus und leistete der kleinen Myra-Gesellschaft. »Ihr geht's doch gut, oder?« fragte Alex. »Ihr denkt doch nicht, das Baby kommt zu früh.« Savannah schüttelte milde den Kopf und stützte die Ellbogen auf den Tisch. »Tess sagt, es geht ihr bestens, sie ist nur ein bisschen müde. Ist ja verständlich, jetzt sind es nur noch ein paar Wochen.« Sie zögerte leicht, und dann wanderte ihr Blick voll unausgesprochener Neugier zu Jenna hinüber. In diesem Augenblick fiel Jenna auf, dass Savannah die Handflächen auf die Tischplatte gepresst hatte. Ihre schmalen, schwarzen Brauen hoben sich leicht, und am belustigten Zucken ihrer Mundwinkel war zu erkennen, dass ihre Stammesgefährtinnen Gabe, die Geschichte von Gegenständen durch Berührung zu lesen, ihr gerade sagte, dass Jenna und Brock sich auf eben dieser Tischplatte leidenschaftlich geküsst hatten. Und das zweifellos bis ins kleinste Detail. Jenna wollte schon peinlich berührt den Blick abwenden, doch Savannah lächelte nur und nickte ihr ermunternd zu. »Dante hat eine Wette über den Geburtstermin laufen,« meldete sich Dylan zu Wort. »Rio und ich haben auf ein Weihnachtsbaby gesetzt.« Renata schüttelte den Kopf und die Spitzen ihrer dunklen Pagenfrisur schwangen um ihr Kinn. »An Silvester, jede Wette. Dantes Sohn wird doch nie eine Party auslassen.« Am anderen Ende des Tisches lachte Gabriel. »Luken wird ja nie zugeben, dass er sich darauf freut, ein Baby im Hauptquartier zu haben, aber ich weiß zufällig aus sicherer Quelle, dass fünf Mäuse auf den 20. Dezember gesetzt wurden.« »Ist das ein besonderes Datum?« fragte Jenna, angesteckt von der Aufregung und weil sie jetzt wirklich neugierig war. »Das ist Lukens Geburtstag,« sagte Elise und lachte mit Gabriel. »Und Tagen hat 100 Dollar auf den 4. Februar gesetzt, obwohl er genau weiß, dass das gar nicht mehr in Frage kommt, weil bis dahin das Baby längst da ist.« »Der 4. Februar,« sagte Savannah und nickte verständnisvoll. Elise' Lächeln war voller Erinnerungen, sanft und bittersüß. »Das war die Nacht, als Tagen mich auf meiner Jagd nach Rogues in Boston gefunden und versucht hat, mich zu stoppen.« Dillen drückte der anderen Stammesgefährtin leicht die Hand. »Und, wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte.« Als die Unterhaltung von kleinen alltäglichen Dingen in eine ernstere Diskussion über das Verfolgen von Hinweisen und eine neue Strategie überging, spürte Jenna, wie ihr Respekt für die klugen, entschlossenen Gefährtinnen der Ordenskrieger wuchs. Und trotz der allgemeinen Beteuerungen, dass Tess' Erschöpfung kein Grund zur Beunruhigung sei, ertappte sie sich dabei, dass auch sie sich Sorgen um sie machte und das Gefühl hatte, dass die Gruppe um eines ihrer lebhaftesten Mitglieder ärmer geworden war. Und als sie die anderen Frauen schweigend beobachtete und ihre Gesichter in sich aufnahm, kam ihr ein verblüffender Gedanke. Irgendwie hatte sie begonnen, sie alle als ihre Freundinnen zu betrachten. Diese Frauen und ihre Ziele waren ihr wichtig. Auch wenn sie felsenfest davon überzeugt war, dass sie nicht hierher, nicht zu diesen Leuten gehörte, erkannte sie, dass sie ihnen Erfolg wünschte. Sie wollte miterleben, wie der Orden Dragos besiegte, und ein Teil von ihr, ein sehr entschlossener Teil, wollte selbst zu diesem Sieg beitragen. Jenna hörte aufmerksam zu, als Elise den anderen berichtete, wie weit sie mit den neuen Skizzen waren, an denen sie und Claire Reichen mit Elise-Künstlerfreunden im dunklen Hafen von Boston gearbeitet hatten. Jetzt durfte es nur noch ein paar Tage dauern, bis wir fertige Skizzen haben, mit denen wir arbeiten können. Claire war einfach Wahnsinn. Sie hat darauf geachtet, dass jedes Detail genau so ist, wie sie sich von ihrem Traumspaziergang in Dragos' Labor erinnert. Sie hat sich akribische Notizen gemacht, und ihr Gedächtnis ist unglaublich. »Prima«, sagte Renate. »Wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können.« »Leider haben Dylan und ich mit Schwester Margaret eine Niete gezogen.« »Sie lebt in einem alten Heim für Nonnen, unten in Gloucester«, fuhr Dylan fort. »Ich habe mit der Leiterin geredet und ihr gesagt, dass meine Mom und Schwester Margaret Kolleginnen in diesem New Yorker Mädchenheim waren. Natürlich habe ich ihr nicht gesagt, was wir wirklich wollen. Ich habe es als Privatbesuch dargestellt, und sie gefragt, ob es wohl möglich wäre, die Schwester zu besuchen und mit ihr über ihre Zeit als Ehrenamtliche zu plaudern. Vielleicht auch ein bisschen über meine Mom. Die gute Nachricht ist, dass Schwester Margaret sich sehr über Besuch freut. »Und was ist denn das Problem?«, fragte Jenner, die sich mit Feuereifer auf diese neue Spur stürzte. »Altersdemenz«, antwortete Renate. Dylan nickte. »Schwester Margaret leidet schon seit ein paar Jahren daran. Die Leiterin sagt, dass sie sich kaum an meine Mom oder ihre Arbeit im Mädchenheim erinnern dürfte.« »Dabei ein Versuch ist es doch wert.« Jenner sah in der Runde umher. »Ich meine, an diesem Punkt ist doch jede Spur wichtig. Wir sind Menschenleben in Gefahr, also müssen wir alles nutzen, was wir können, und alles tun, was nötig ist, um diese Frauen zu finden und nach Hause zu bringen.« Mehrere Köpfe drehten sich überrascht in ihre Richtung. Doch wenn die Frauen des Ordens es für seltsam hielten, dass sie sich selbst in ihre Bemühungen einbezog, sagte doch keiner ein Wort dazu. Severnas Blick ruhte am längsten auf ihr. In ihren sanften Augen strahlte ein Blick voller Dankbarkeit, Freundschaft und Akzeptanz. Es war dieses Gefühl, dass man sie hier einfach so akzeptierte. Das Gefühl von Wärme und Gemeinschaft, dass jede dieser außergewöhnlichen Frauen ihr vom ersten Tag an vermittelt hatte, dass Jenner jetzt die Kehle zuschnürte. Sie war völlig überwältigt davon, auch zu dieser eng verbundenen, außergewöhnlichen Großfamilie zu gehören, die hier im Hauptquartier zusammenlebte und arbeitete. »Na gut, dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen«, sagte Dylan nach einem Augenblick. »Es gibt viel zu tun, packen wir es an.« Einige sahen Aktenmappen durch, andere setzten sich an die vielen Computerarbeitsplätze der Kommandozentrale. Jenner ging langsam zu einem der unbesetzten PCs hinüber und öffnete einen Internetbrowser. Sie hatte ihre Nachricht an ihren Freund vom FBI-Büro in Anchorage fast vergessen, aber sobald sie ihre E-Mails aufrief, sah sie, dass in ihrer Inbox eine Antwort wartete. Sie klickte sie an und überflog ihren Inhalt. »Ähm, Mädels«, sagte sie aufgeregt und spürte ein kleines Triumphgefühl, als sie die Antwort ihres Freundes las. »Ihr habt doch versucht, mehr über Terra Global Partners rauszufinden.« »Dragors Scheinfirma«, sagte Dylan und kam schon herüber, um zu sehen, was Jenner hatte. Alex und die anderen Frauen folgten ihr auf dem Fuß. »Was ist los, Jen?« »Wir sind nicht die Einzigen, die Interesse an Terra Global haben.« Jenner sah zu den gespannten Gesichtern auf, die um sie versammelt waren. »Ein alter Kumpel in Anchorage hat eine Suchanfrage für mich durchlaufen lassen. Es gab einen Treffer. Mit einem ungläubigen Lachen las Savannah die E-Mail auf dem Bildschirm. »Das FBI hat eine offene Ermittlung gegen Terra Global laufen. Laut meinem Freund hier ist die sogar relativ frisch. Sie wird von jemandem in der New Yorker Außenstelle geleitet.« Gabriel lächelte Jenner anerkennend zu. »Gute Arbeit. Wir sagen besser gleich Luke in Bescheid.« Der Abend war erst halb vorüber, aber schon jetzt betrachtete er ihn als triumphalen Erfolg. Im Dunkel seines Privathelikopters lächelte Dragos mit tiefer Befriedigung in sich hinein, als sein Pilot das schnittige Fluggerät von der glitzernden Winterlandschaft der geschäftigen Bundeshauptstadt unter ihnen in nördlicher Richtung über den dunklen Atlantik zu seinem zweiten Auftritt des heutigen Abends steuerte. Er konnte es kaum erwarten, dort anzukommen. Die Vorfreude auf einen weiteren Sieg ließ sein Herz höher schlagen. Schon seit einiger Zeit hatte er die Kontakte zu seinen nützlichsten Verbündeten neu aktiviert und seine Vermögenswerte zusammengezogen, in Vorbereitung auf den Krieg, den er nicht nur seiner eigenen Spezies erklären wollte, allesamt selbstzufriedene, impotente Feiglinge, die es verdient hatten, unter seinem Stiefelabsatz zermalmt zu werden, sondern der ganzen Welt. Die privaten Zusammenkünfte des heutigen Abends waren für seine Ziele von entscheidender Wichtigkeit und nur der Anfang eines atemberaubenden Offensivschlags, den er dem Stamm und der Menschheit versetzen würde. Wenn der Orden jetzt schon befürchtete, dass sein Einfluss gefährlich tief in die Machtelite der Vampirrasse hineinreichte, dann würde er bald sein blaues Wunder erleben. Schon sehr bald, dachte er, und kicherte schadenfroh in sich hinein. »Wie lange noch bis zur Landung in Manhattan?« fragte er den Piloten, einen seiner Lakaien. »Zweiundfünfzig Minuten, Meister, genau nach Plan.« Dragos grunzte zufrieden und entspannte sich für den Rest des Fluges in seinem Sitz. Der Abend war bislang praktisch schreibungslos verlaufen, bis auf eine kleine Sache, die ihm doch gegen den Strich ging. Vorhin hatte ihn die ärgerliche Neuigkeit erreicht, dass offenbar irgend so ein kleiner Sesselpupser bei der Staatspolizei von Alaska in seinen Angelegenheiten herumschnüffelte und Nachforschungen über Terra Global Partners anstellte. Dahinter musste der Orden stecken. Schließlich kam es nicht jeden Tag vor, dass eine Minengesellschaft, Scheinfirma hin oder her, so spektakulär in Flammen aufging, wie seine kleine Operation im Binnenland von Alaska, wofür Lukens Krieger verantwortlich waren. Jetzt hatte Dragos das zusätzliche Problem, sich mit einem nervigen kleinen Beamten oder Naturschützer herumzuplagen, der offensichtlich seine Karriere ankurbeln wollte, indem er versuchte, einem Schurkenkonzern irgendein Vergehen anzuhängen. Sollten die nur wühlen, dachte er süffisant, denn er wusste ja, dass er keinerlei negative Folgen zu befürchten hatte. Zwischen ihm und Terra Global waren genügend Barrieren eingebaut, um ihn von neugierigen Justizbehörden oder Provinzpolitikern abzuschirmen, die ihm dazwischenfunken wollten. Und sollten diese Mechanismen versagen, hatte er alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass seine Interessen geschützt wurden. Und in dem großen Ganzen war es sowieso nicht von Belang. Er war unberührbar. Seine Macht wuchs von Tag zu Tag. Schon bald würde nichts und niemand ihn mehr aufhalten können. Weil er sich so völlig sicher fühlte, klang seine Stimme ganz entspannt, als sein Handy klingelte und sich einer seiner Leutnants zurückmeldete. Operationsstatus. Alles in Ordnung, Sir. Meine Männer wurden auf die vereinbarten Positionen eingeschleust und sind bereit, morgen bei Sonnenuntergang planmäßig zuzuschlagen. Hervorragend, antwortete Dragos. Informieren Sie mich, wenn es getan ist. Selbstverständlich, Sir. Dragos klappte das Handy zu und ließ es wieder in die Manteltasche gleiten. Die heutige Nacht war ein triumphaler Schritt auf die goldene Zukunft zu, die er vor so langer Zeit entworfen hatte. Aber seine morgige Offensive gegen den Orden, die ihn so unerwartet treffen würde wie ein Wiepernbiss, würde ein noch süßerer Sieg für ihn sein. Mit zurückgelehntem Kopf und geschlossenen Augen hing Dragos seinen Gedanken nach und genoss die Aussicht, dass er dem Orden schon sehr bald den endgültigen Vernichtungsschlag versetzte. Für eine Stunde vor der Morgendämmerung kam Brock alleine ins Hauptquartier zurück. Normalerweise war es ihm gar nicht recht, einen Patrouillenpartner nach einer Mission zurückzulassen. Aber nachdem er die Stadt die ganze Nacht vergeblich nach Chase abgesucht hatte, war ihm nichts anderes übrig geblieben. Wohin auch immer sich Chase nach seiner Auseinandersetzung mit dem Agenten vorhin verzogen hatte, offenbar wollte er nicht gefunden werden. Es war nicht das erste Mal, dass er nach einer Patrouille spurlos verschwand, ohne sich abzumelden. Aber das machte die Sache für Brock nicht besser. Die Sorge um seinen verschwundenen Waffenbruder trug nicht zur Besserung seiner Laune bei, als er die Tür zu seinem Übergangsquartier bei Hand eröffnete und in den ruhigen, dunklen Raum trat. Brock war im Dunkeln zu Hause. Sein Sehvermögen war hier schärfer als im Hellen. Er zog seinen Ledermantel aus und legte ihn auf das Sofa. Dann ging er durch das Wohnzimmer zum Schlafzimmer hinüber. Es war so dunkel und still, dass er annahm, sein Mitbewohner wäre noch gar nicht heimgekommen, bis er das Schlafzimmer betrat und beste Sicht auf die Gen-1-Glyphen bekam, die den Mann von Kopf bis Fuß bedeckten. »Himmel!« murmelte Brock und wandte den Blick von dem unerwarteten und absolut ungewollten Anblick seines nackten Mitbewohners ab. »Was treibst du da, Mann?« Hunter stand mit geschlossenen Augen an die gegenüberliegende Wand gelehnt, reglos wie eine Statue. Seine Atmung war kaum noch wahrnehmbar. Seine mächtigen, muskulösen Arme hingen loser an seinen Seiten herunter. Obwohl er bei Brocks Eintreten die Augen aufschlug, schien der riesige, unergründliche Mann nicht im Entferntesten überrascht oder verlegen. »Ich habe geschlafen,« sagte er sachlich. »Jetzt bin ich ausgeruht.« »Gut,« meinte Brock gedehnt und drehte dem nackten Krieger kopfschüttelnd den Rücken zu. »Wie wäre es, wenn du dir was überziehst, verdammt, ich habe gerade mehr von dir gesehen, als ich je sehen wollte.« »Mein Schlaf ist ohne einengende Kleidung effektiver,« kam die monotone Antwort. Brock schnaubte. »Pff, meiner auch. Aber deshalb willst du dir ja wohl genauso wenig meinen nackten Arsch anschauen, wie ich deinen, oder sonst was. Geh mir noch mal ein paar gehen weg, okay?« Kopfschüttelnd schneite Brock seinen Waffengürtel ab und ließ ihn auf eines der beiden unberührten Betten fallen. Er erinnerte sich an Hunters nichtsagende Antwort auf seine Frage am Anfang, welches Bett ihm gehörte, und warf dem Gen 1, der sich hinter ihm eben eine weite Trainingshose überzog, über die Schulter einen Blick zu. Dem Stammesvampir, den Dragos gezüchtet und zur Mordmaschine abgerichtet hatte, der in völliger Isolation aufgewachsen war, ohne Kontakt oder Gemeinschaft mit anderen, bis auf den Lakaien, dem man ihm als Wärter zugeteilt hatte. Plötzlich verstand er, warum Hunter so völlig egal gewesen war, welches Bett ihr belegte. »Du schläfst immer so?« fragte er und zeigte auf die Stelle, wo Hunter gestanden hatte. Der unheimliche Gen 1 zuckte vage die Schultern. »Manchmal auch auf dem Boden.« »Nicht sehr bequem.« »Bekwemlichkeit verweichlicht nur. Sie ist ein Zeichen von Schwäche.« Brock nahm die ausdruckslose Bemerkung in sich auf. Dann stieß er einen leisen Fluch aus. »Was haben Dragos und die anderen Arschlöcher all die Jahre mit dir gemacht, die du ihnen gedient hast?« fragte er finster. Die goldenen Augen sahen ihn in der Dunkelheit unverwandt an. »Sie haben mich stark gemacht.« Brock nickte düster. Gnadenloser Drill und Disziplin, das war alles, was Hunter kannte. »Stark genug, um sie zu Fall zu bringen.« »Jeden Einzelnen von ihnen«, antwortete Hunter völlig monoton, und doch war sein Versprechen scharf wie eine Klinge. »Willst du Rache dafür, was sie dir angetan haben?« Hunter schüttelte langsam den Kopf. »Gerechtigkeit«, sagte er. »Dafür, was sie denen angetan haben, die sich nicht wehren konnten.« Brock stand einen langen Augenblick da und verstand die kalte Entschlossenheit, die von dem anderen Mann ausging. Auch er hatte dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, und wie Hunter, wie jeder einzelne Krieger, der dem Orden den Treuheit geschworen hatte, würde er nicht rasten noch ruhen, bis sie Dragos und alle, die seiner wahnsinnigen Mission loyal ergeben waren, ausgelöscht hatten. »Du machst uns Ehre«, sagte er, eine Phrase, die der Stamm nur für die engsten Familienangehörigen oder die feierlichsten Ereignisse reservierte. »Der Orden kann sich glücklich schützen, dich auf seiner Seite zu haben.« Hunter schien überrascht. Doch Brock konnte nicht sicher sein, ob über dieses Lob oder die persönliche Bindung, die es implizierte. Unsicherheit flackerte in den goldenen Augen auf, und als Brock die Hand ausstreckte, um ihn leicht auf die Schulter zu schlagen, zog sich der Gen 1 zurück. Wich der Berührung aus, als könnte er sich daran verbrennen. Er erklärte seine Reaktion nicht, und Brock drängte auch nicht auf eine Erklärung, auch wenn die Frage eigentlich berechtigt war. »Na gut, dann bin ich mal weg. Ich muss Gideon was fragen.« Hunter starrte ihn an. »Du machst dir Sorgen wegen deiner Frau.« »Sollte ich?« Brock hatte die Bemerkung, dass Janna seine Frau war, eigentlich berichtigen wollen, aber er war zu sehr damit beschäftigt, dass ihm plötzlich das Blut in den Adern gefrohr. »Ist sie okay?« »Sag mir, was los ist. Ist irgendwas mit ihr passiert, solange ich auf Patrouille war?« »Von physischen Problemen weiß ich nichts«, sagte Hunter mit entnervender Ruhe. »Ich meinte ihre Nachforschungen zu Terra Global.« »Terra Global«, wiederholte Brock, und in seinem Magen bildete sich ein Angstknoten. »Das ist doch eine von Dragos' Firmen.« »Korrekt.« »Herr im Himmel!« murmelte Brock. »Willst du mir etwa sagen, sie hat die irgendwie kontaktiert?« Hunter schüttelte leicht den Kopf. »Sie hat einem Bekannten in Alaska eine E-Mail geschickt. Einem Agenten der Bundespolizei, der ließ für sie eine Suchanfrage zu Terra Global durchlaufen. Eine FBI-Einheit in New York City hat darauf geantwortet. Sie wissen von Terra Global und haben einem Treffen mit Janet zugestimmt, um mit ihr über ihre laufende Ermittlungen zu reden.« »Verflucht!« »Sag mir, dass du Witze machst!« Das Gesicht des anderen Mannes blieb völlig ernst. Nicht, dass das Brock überrascht hätte. »Soweit ich weiß, ist das Treffen heute Nachmittag im New Yorker FBI-Büro angesetzt. Laut Lukens Anordnung soll Renata sie begleiten.« Je mehr er hörte, desto unruhiger wurde Brock. Er musste sich bewegen, tigerte auf und ab und versuchte nicht einmal, seine Besorgnis zu verbergen. »Mit wem trifft sich Jenner in New York? Wissen wir überhaupt, ob diese FBI-Ermittlung gegen Terra Global wirklich existiert? Scheiße! Es hat sie sich bloß dabei gedacht, sich in diese Sache einzumischen. Weißt du was? Vergiss es! Ich gehe und frage sie selber!« Er rannte schon durch den Raum, nur ein paar schnelle Schritte, und schon hatte er die Wohnung verlassen und war draußen auf dem Korridor. Mit einem Puls wie ein Presslufthammer und dem Adrenalinschock in seinen Adern war er absolut nicht in der Gemütsverfassung, sich Auge in Auge mit seinem verschwundenen Patrouillenpartner wiederzufinden. Denn genau in diesem Augenblick kam Chase den Korridor hinaufgestapft und sah absolut schrecklich aus. Seine blauen Augen sprühten immer noch bernsteinfarbene Funken, die Pupillen eher geschlitzt als rund. Er atmete keuchend durch Zähne und Fänge, sein Gesicht war mit Dreck und getrocknetem Blut verkrustet und noch mehr davon klebte in seinem kurzen, blonden Haar. Seine Kleider waren zerrissen und völlig verdreckt von Gott weiß was. Er sah aus und roch, als käme er direkt von einem Kriegsschauplatz. »Wer zum Henker hast du gesteckt?«, fragte Brock. »Ich hab ganz Boston nach dir abgesucht.« Chase starrte wütend zu ihm auf und bläckte die Zähne in einem wilden Fauchen, lieferte aber keine Erklärung. Er drängte sich an ihm vorbei und rammte Brock dabei mit der Schulter, forderte ihn offen heraus. Wenn Brock nicht so besorgt wegen Jenner und dem Ärger, den sie offenbar angerichtet hatte, gewesen wäre, hätte er den arroganten Scheißkerl umgenietet. »Arschloch!«, knurrte Brock ihm nach, als der ehemalige Agent in steinernem, verschlossenem Schweigen davonstapfte. Nervös fuhr Jenner vom Sofa auf, als heftig an die Tür ihres Quartiers geklopft wurde. Es war früher Morgen, erst kurz nach sechs laut der Digitalanzeige der Stereoanlage, die leise im Wohnzimmer spielte. Nicht, dass sie geschlafen hätte in den wenigen Stunden, seit sie mit Lukin und Gideon gesprochen hatte. Und nicht, dass sie würde schlafen können in der Zeit, die ihr noch bis zu dem wichtigen Treffen blieb, das sie später am Tag mit dem Einsatzagenten des FBI in New York haben würde. Special Agent Philip Cho war am Telefon durchaus liebenswürdig gewesen, als sie ihn angerufen hatte, und sie sollte eigentlich dankbar sein, dass er sich Zeit für ein Treffen mit ihr nahm, um ihr von seiner Ermittlung gegen Terra Global zu erzählen. Es war nicht das erste Mal, dass sie eine Audienz bei einer Bundesbehörde hatte, also wusste sie nicht, warum ihr dermaßen die Nerven flatterten. Es war doch nur eine einfache Besprechung, um an Informationen zu kommen. Andererseits war sie noch nie auf einer Besprechung gewesen, von der so viel abhing wie von dieser. Sie wollte die Sache richtig machen, und die Verantwortung für die Welt, für ihre und die des Ordens, lastete schwer auf ihren Schultern. Sie war nicht sehr lange Polizistin gewesen, und jetzt musste sie in nur ein paar Stunden eine erstklassige Performance liefern. Also war es wahrscheinlich nur vernünftig, dass die ganze Sache sie etwas nervös machte. Wieder das Klopfen an der Tür, dieses Mal lauter, fordernder. Augenblick noch! Sie schaltete die Stereoanlage mit der Fernbedienung stumm. Die alte Jazz-Idee von Bessie Smith war schon eingelegt gewesen, als sie sie vor einer Weile eingeschaltet hatte, um etwas Zeit totzuschlagen. Sie ging zur Tür hinüber und öffnete sie. Brock wartete draußen auf dem Korridor, und sein Anblick überraschte sie vollkommen. Er steckte von Kopf bis Fuß in schwarzer Kampfmontur. Anscheinend war er erst vor kurzem von seiner nächtlichen Patrouille heimgekommen. Sein hautenges T-Shirt spannte über seiner breiten Brust und den massigen Schultern, und seine Oberarmmuskeln sprengten fast die kurzen Ärmel. Sie musste einfach ihren Blick an ihm herunterwandern lassen. Wobei an seinen straffen Bauchmuskeln, die noch betont wurden durch die Art, wie er das T-Shirt eng in den Gürtel seiner schwarzen Drillichosen gesteckt hatte, die weit geschnitten waren, aber nicht weit genug, um seine schmalen Hüften oder seine mächtigen Oberschenkelmuskeln zu kaschieren. Es fiel ihr nur allzu leicht, sich daran zu erinnern, wie gut sie diesen Körper kannte und wie heftig sie ihn begehrte, selbst nachdem sie sich gesagt hatte, dass sie das erste und letzte Mal mit ihm ins Bett gegangen war. Erst als sie ihren Blick mit Mühe wieder in sein gutaussehendes, aber angespanntes Gesicht hob, erkannte sie, dass er aufgebracht war, um nicht zu sagen stinksauer. Sie runzelte die Stirn. Was ist los? Das könnte ich dich fragen. Er trat einen Schritt auf sie zu. Sein riesiger Körper näherte sich wie eine Wand und zwang sie vor ihm in den Raum zurück. Ich habe eben von deiner Anfrage zu Terror Global beim gottverdammten FBI gehört. Was zum Henke hast du dir dabei gedacht, Jenna? Dass der Orden vielleicht meine Hilfe brauchen könnte, antwortete sie und sein aggressiver Ton machte sie nun selbst wütend. Ich dachte, ich könnte meine alten Polizeikontakte aktivieren, um etwas über Terror Global herauszufinden, da ihr damit ja nicht weitergekommen seid. Dragos ist Terror Global, zischte er. Kam näher auf sie zu und baute sich turmhoch vor ihr auf. In seinen dunkelbraunen Augen knisterten winzige bernsteingelbe Lichtfunken. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, was du da riskiert hast, verdammt! Ich habe gar nichts riskiert, sagte sie nun abwehrend. Ihre Nackenhaare sträubten sich, als er sie jetzt mit jedem Schritt physisch weiter in den Raum drängte. Sie blieb stehen und wappnete sich. Ich bin absolut diskret vorgegangen und die Person, die ich um Hilfe gebeten habe, ist ein guter Freund. Denkst du im Ernst, ich würde den Orden oder seine Mission absichtlich gefährden? Den Orden, schnaubte er. Ich rede von dir, Jenna. Es ist nicht dein Kampf. Du musst dich da raushalten, bevor dir was passiert. Entschuldige mal, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin Polizistin, schon vergessen? Du warst einer, erinnerte er sie streng und nagelte sie mit einem strengen Blick fest. Und bei deiner Arbeit hattest du es nie mit einem Gegner wie Dragos zu tun. Ich habe auch jetzt nicht mit ihm zu tun, argumentierte sie. Hier geht es nur um eine harmlose Besprechung mit einem Einsatzagenten der Regierung. Es wird einen Revierkampf geben, wie ich es schon hundertmal mitgemacht habe. Die von der Bundespolizei machen sich doch in die Hose, dass irgend so ein hinterwälderischer Provinzbulle womöglich mehr über einen ihrer Fälle weiß als sie. Sie wollen wissen, was ich weiß und umgekehrt. Keine große Sache. Oder sollte keine sein, dachte sie. Aber ihre Nerven summten immer noch und auch Brock wirkte alles andere als überzeugt. Die Sache könnte größer sein als du denkst, Jenna. Wenn es um Dragos und seine Interessen geht, müssen wir mit allem rechnen. Du solltest da nicht hingehen. Sein Gesicht war sehr ernst. Ich rede mit Luken. Ich denke, es ist zu gefährlich, dir das zu erlauben. Ich erinnere mich nicht, dich um deine Meinung gebeten zu haben, sagte sie und versuchte, sich von seiner grimmigen Miene und seinem ernsten Tonfall nicht verunsichern zu lassen. Er war besorgt, zutiefst besorgt über sie und ein Teil von ihr reagierte auf seine Besorgnis mit einem Gefühl, das sie lieber ignorieren wollte. Ich erinnere mich auch nicht daran, dich gebeten zu haben, mir zu sagen, was ich tun oder lassen soll. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Du und der Orden denkt vielleicht, ihr könntet mich an der Leine halten oder unter ein verdammtes Mikroskop stecken, solange es euch passt. Bisher habe ich mitgespielt, aber verwechsel das bloß nicht mit Kontrolle. Ich bin die Einzige, die über mein Leben bestimmt. Als sie seinen grollenden Blick nicht länger ertragen konnte, wandte sie sich ab, ging zum Sofa zurück und machte sich damit zu schaffen, den kleinen Stapel von Büchern aufzuräumen, in denen sie in ihren ruhelosen letzten Stunden geblättert hatte. Himmel, bist du vielleicht ein Sturkopf? Er stieß einen leisen Fluch aus. Das ist dein größtes Problem. Was zum Teufel soll das heißen? Sie sah sich wütend nach ihm um und merkte überrascht, dass er direkt hinter ihr stand. Nah genug, um sie zu berühren. So nah, dass sie seine Körperwärme in jedem erwachten Nervenende ihres Körpers spürte. Sie stellte sich innerlich gegen die maskuline Kraft, die von seinem riesigen Körper ausstrahlte und hasste es, wie heftig sie ihn begehrte. Sogar jetzt noch, wo sie doch kochte vor Wut. Sein Blick durchdrang sie, schien sie zu durchbohren. Du hast ein Problem mit Kontrolle, Jena. Du kannst einfach nicht ertragen, sie abzugeben, nicht? Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ach ja? Ich wette, du warst schon als kleines Mädchen so. Sie wandte sich von ihm ab, während er redete, entschlossen, sich nicht von ihm provozieren zu lassen. Sie schnappte sich einen Arm voller Bücher und trug sie zu den Einbauregalen hinüber. Du bist schon dein ganzes Leben so gewesen, nicht? Alles muss nach deinem Kopf gehen, stimmt's? Bloß keinem anderen die Zügel in die Hand geben, kost es, was es wolle. Du gibst keinen Zentimeter nach, bis du nicht deinen Dickkopf durchgesetzt hast und du bestimmst, wo's lang geht. So gerne sie das auch abstreiten wollte, er lag damit gar nicht so daneben. Sie erinnerte sich an ihre Kinderjahre, an all die Spielplatzraufereien und waghalsigen Streiche, in die sie sich hatte hineinziehen lassen, nur, um zu beweisen, dass sie keine Angst hatte. Später bei der Polizei war es kein Deut anders gewesen, nur in größerem Maßstab, mit Kugeln statt Fäusten. Aber immer noch hatte sie beweisen wollen, dass sie so gut war wie jeder Mann, sogar noch besser. Ehe und Mutterschaft hatten neue Hürden mit sich gebracht, die sie bewältigen musste, und das war der eine Lebensbereich, in dem sie kläglich versagt hatte. Während Brocks herausfordernde Worte hinter ihr verklangen, blieb sie vor dem Bücherregal stehen, schloss die Augen und erinnerte sich an den Streit, den sie und Mitch in der Unfallnacht gehabt hatten. Auch er hatte ihr ihren Sturkopf vorgehalten. Er hatte Recht gehabt. Aber ihr selbst war das erst klar geworden, als sie Wochen später ohne ihre Familie im Krankenhaus aufgebracht war. Doch das hier war etwas anderes. Brock war nicht ihr Mann. Nur weil sie einmal miteinander im Bett gewesen waren und trotz der sexuellen Spannung, die immer noch zwischen ihnen knisterte, sobald sie einander nahekamen, gab ihm das kein Recht, sich dermaßen in ihre Entscheidungen einzumischen. Willst du wissen, was ich denke? fragte sie, als sie jedes Buch zurück an seinen Platz im Regal stellte, ihre Bewegungen abgehackt vor Verärgerung. Verärgerung. Ich denke, du bist hier derjenige, der ein Problem hat. Du hast keine Ahnung, wie du mit einer Frau umgehen sollst, die deinen Schutz nicht braucht. Eine reale Frau, die allein bestens klarkommt und die dir nicht erlaubt, dich dafür verantwortlich zu fühlen, wenn ihr was passiert. Hier geht es nur darum, dir selbst die Schuld daran zu geben, dass du irgendeinem imaginären Maßstab nicht gerecht werden kannst, den du dir gesetzt hast. Irgendeinem unerreichbaren Anspruch von Ehre und Pflichtgefühl. Wenn du hier schon über Probleme reden willst, dein Versuchsgefell ist mal mit deinen eigenen. Es war so ruhig geworden, dass Jenner schon dachte, er wäre aus dem Zimmer gegangen. Aber als sie sich umdrehte, um zu sehen, ob er fort war, sah sie ihn beim Sofa stehen, mit dem alten Foto in der Hand, das sie zwischen den Seiten eines seiner Bücher gefunden hatte. Die hübsche junge Frau mit dem ebenholzschwarzen Haar und den riesigen Mandelaugen. Brock starrte das Bild an. Seine Kiefermuskeln waren angespannt und in seiner glatten, dunklen Wange zuckte es. »Ja, vielleicht hast du recht, was mich angeht, Jenner«, sagte er schließlich und ließ das Foto los. Es landete auf dem Sofakissen. Als er zu ihr hinüber sah, war sein Gesicht beherrscht und nüchtern, ganz der Krieger. »Aber nichts von alldem ändert etwas an der Tatsache, dass ich tatsächlich für dich verantwortlich bin. Luggen hat mir aufgetragen, dich zu beschützen, solange du im Gewahrsamsordens bist.« »Im Gewahrsam«, fuhr sie auf, aber er redete über sie hinweg. »Und das bedeutet, ob's dir passt oder nicht, dass ich durchaus sein Wörtchen dabei mitzureden hab, was du tust oder mit wem du Kontakt hast.« Sie schnaubte empört. »Einen Dreck tust du!« Er stapfte zu ihr hinüber, nur drei lange Schritte, und schon stand er direkt vor ihr. Und seine Nähe saugte all die Luft aus dem Raum. Hitze leuchtete in seinen Augen. Sein wilder, starrender Blick hätte sie einschüchtern sollen, aber sie war zu empört und sich nur allzu bewusst wie ihre Sinne nach ihm verlangten, trotz ihrer Wut, die sie das Kinn recken ließ. Als sie ihn so anstarrte und in sich nach der knallharten Polizistin suchte, die vielleicht die Kraft gehabt hätte, ihn barsch- und kratzbürstig wegzustoßen, merkte sie, dass sie sie verlassen hatte. Alles, was sie tun konnte, war, den Atem anzuhalten, der in ihren Lungen plötzlich schal geworden war. Unendlich zärtlich und sanft fuhr er mit der Fingerspitze über die Wange. Sein Daumen verweilte auf ihren Lippen und streichelte dort ein langsames Muster, und seine Augen nahmen sie eine kleine Ewigkeit lang in sich auf. Dann nahm er ihr Gesicht in die Hände, zog sie an sich und küsste sie leidenschaftlich und fiel zu kurz. Als er sie losließ, sah sie, dass die Funken, die eben noch in seinen Augen glommen, zu hellglühenden Kohlen geworden waren. Seine Brust war fest und warm an ihrer. Seine Erregung drückte sich frech und unverkennbar an ihre Hüfte. Sie taumelte nach hinten zurück. Eine heiße Woge des Verlangens schoss ihr durch die Adern. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, Jenna, das ist mir egal. Obwohl sein Ton geschäftsmäßig war, vibrierte seine tiefe Stimme durch sie wie der Vorbote eines Sturmes. Es ist mein Job, dich zu beschützen. Also täusch dich nicht. Wenn du das Hauptquartier verlässt, dann machte seine Ankündigung wahr, sie zu dem Treffen mit dem FBI in New York zu begleiten. Jenna wusste nicht, was er zu Lucan gesagt hatte, um ihn zu überzeugen, aber später am Morgen war es nicht Renata, die den schwarzen Range Rover des Ordens über vier Stunden unvertraute Autobahnstrecke von Boston nach Manhattan fuhr, sondern Jenna saß am Steuer, mit einem Navi am Armaturenbrett und Brock hinter sich, der versuchte, sie vom Rücksitz aus zu navigieren. Wegen seiner sonnenempfindlichen Stammeshaut war es ausgeschlossen, dass er die lange Strecke vorne neben ihr saß, vom Fahren ganz zu schweigen. Wahrscheinlich war es kindisch von ihr, aber Jenna musste zugeben, dass ihr seine Verbannung auf den Rücksitz einen Riesenspaß machte, denn sie hatte seinen Vorwurf nicht vergessen, dass immer sie diejenige am Steuer sein musste. Und so ungeduldig, wie er ihren Fahrstil kommentierte und irgendwas von wegen Bleifuß vor sich hin murmelte, war sie offensichtlich nicht die Einzige, die ein Problem damit hatte, Kontrolle abzugeben. Und als sie jetzt in der dunklen Tiefgarage gegenüber dem New Yorker FBI-Gebäude saßen, erteilte Brock ihr vom Rücksitz aus immer noch Befehle. »Simsmeer, sobald du durch die Security durch bist«, auf ihr Nicken fuhr er fort. »Sobald du in deinem Treffen mit dem Agenten bist, simsmeer wieder. Ich will, dass du dich alle 15 Minuten per SMS meldest, oder ich komme rein.« Jenner stieß einen ungeduldigen Seufzer aus und warf ihm vom Fahrersitz aus einen ärgerlichen Blick zu. »Das hier ist keine Klassenparty auf der Mittelschule, sondern ein professionelles Arbeitstreffen in einem öffentlichen Gebäude. Solange da drin nicht irgendwas komplett aus dem Ruder läuft, simse ich dir, wenn ich ins Treffen gehe und wenn es vorbei ist.« Sein finsterer Blick war durch seine UV-undurchlässige Rundum-Sonnenbrille deutlich zu sehen. »Wenn du das nicht ernst nimmst, gehe ich eben mit dir rein.« »Ich nehme das sogar sehr ernst,« erklärte sie. »Und von wegen, du willst mit in dieses Regierungsgebäude? Also bitte. Du starrst vor Waffen und steckst von Kopf bis Fuß in schwarzem Keffler. Du würdest erst gar nicht an der Security am Eingang vorbeikommen, falls das Sonnenlicht dich nicht vorher verbrennt.« »Die Security ist kein Problem. Die spüren einen kalten Luftzug im Nacken, wenn ich vorbeigehe.« Jenner lachte laut heraus. »Okay, und dann?« »Willst du dich draußen auf dem Gang herumdrücken, solange ich mich mit Special Agent Show treffe?« »Ich werde tun, was nötig ist,« antwortete er völlig ernst. »Schließlich ist es eine Informationsbeschaffungsmaßnahme für den Orden. Es sind unsere Informationen, die du darin besorgen willst, und mir gefällt der Gedanke immer noch nicht, dass du da allein reingehst.« Sie wandte sich ab. Irgendwie verletzte es sie, dass er sie offenbar nicht als Teil des Ordens betrachtete. Sie starrte aus dem Fenster auf eine flackernde gelbe Lampe in der riesigen Tiefgarage hinaus. »Wenn du dir solche Sorgen machst, dass ich dieses Treffen nicht alleine schaffe, dann hätte doch besser Renata mitkommen sollen.« Er beugte sich vor, zog die Sonnenbrille ab, kroch zwischen die Sitze und nahm sie an den Schultern. Seine starken Finger packten sie fest, seine Augen loderten in einer Mischung aus dunkelstem Braun und feurigem Bernsteingelb, aber als er sprach, war seine Stimme wie samt. »Ich mach mir Sorgen, Jenna, aber weniger um dieses verdammte Treffen als um dich. Scheiße auf das Treffen. Es gibt nichts, was wir dort erfahren können, das mir auch nur halb so wichtig wäre wie deine Sicherheit. Renata ist deshalb nicht hier, weil, wenn dir schon jemand Rückendeckung bietet, dann ich.« Trotz ihrer Verärgerung musste sie lächeln. »Pass bloß auf, du fängst schon an, dich verdammt wie mein Partner anzuhören.« Sie hatte Partner auf Streife gemeint, aber was als launige Bemerkung gemeint gewesen war, hing jetzt als gefährliche Anspielung zwischen ihnen. Eine schwere, unausgesprochene Spannung erfüllte den engen Fahrgastraum, als Brock ihrem Blick standhielt. Schließlich stieß er einen finsteren Fluch aus und ließ sie wieder los. Seine Wange zuckte, als er sie in langem Schweigen anstarrte. Er tog sich wieder auf den Rücksitz des Rovers zurück in die Schatten hinter ihr. »Hört mich einfach auf dem laufenden, Jenna. Kannst du mir wenigstens das versprechen?« Sie stieß den Atem aus, den sie angehalten hatte und fasste nach dem Griff der Fahrertür. »Ich simse dir, sobald ich drin bin.« Ohne seine geknurrte Antwort abzuwarten, stieg sie aus dem Geländewagen und ging auf das FBI-Gebäude auf der anderen Straßenseite zu. Special Agent Philip Chu ließ sie im Empfangsbereich des 18. Stocks keine fünf Minuten warten. Jenna hatte eben ihre SMS an Brock abgeschickt, als der Adrette-Agent in schwarzem Anzug und konservativer Krawatte aus seinem Büro kam, um sie zu begrüßen. Nachdem sie dankend eine Tasse des abgestandenen Nachmittagskaffees abgelehnt hatte, wurde sie an einem Meer von Großraum Arbeitsplätzen vorbei zu einem Konferenzraum geführt, der direkt daran angrenzte. Agent Chu zeigte auf einen Drehstuhl am rechteckigen Tisch im Mittelpunkt des Raumes. Er schloss die Tür hinter sich, dann setzte er sich auf den Stuhl ihr direkt gegenüber. Er legte einen in schwarzes Leder gebundenen Notizblock vor sich zurecht und lächelte ihr höflich zu. »Also, wie lange sind Sie schon aus dem aktiven nicht nur wegen ihrer Direktheit, sondern weil ihr Freund beim FBI von Anchorage ihr versprochen hatte, ihren Zivilistenstatus nicht zu erwähnen. Aber sie hätte sich eigentlich denken können, dass Cho vor ihrem Treffen seine Hausaufgaben gemacht und Erkundigungen über sie eingezogen hatte. Jenna räusperte sich. »Ich bin vor vier Jahren aus der Staatspolizei von Alaska ausgeschieden. Aus persönlichen Gründen. Er nickte mitfühlend und ihr wurde klar, dass er ihre Antwort vorhergesehen und die Gründe für ihre Kündigung schon gekannt hatte. »Ich muss zugeben, dass ich überrascht war, zu erfahren, dass ihre Recherche zu Terra Global nicht Teil einer offiziellen Ermittlung war, sagte er. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesem Treffen nicht zugestimmt. Es ist ihnen doch klar, dass die Nutzung von Ressourcen der Staats- und Bundesbehörden durch Privatpersonen illegal ist und schwere Konsequenzen nach sich ziehen kann. Jenna zuckte leicht mit der Schulter. Sie wurde sich nicht mit Drohungen über Protokoll und Prozedere einschüchtern lassen. Dafür hatte sie diese Karte schon viel zu oft selbst ausgespielt, als sie noch Dienstmarke und Uniform getragen hatte. Nennen sie mich einfach neugierig. Eine Minengesellschaft im Binnenland ist in Rauch aufgegangen, im wörtlichen Sinn, und niemand vom Mutterkonzern hat sich die Mühe gemacht, sich bei der Stadt auch nur zu entschuldigen. Die Aufräumarbeiten werden nicht billig, und die Stadtväter von Harmony wüssten gerne, wohin sie die Rechnung schicken sollen. Unter dem grellen Licht der Neonröhren an der Decke brachte Cho's unverwandter Blick ihre Adern seltsam zum Summen. Ihr Interesse an dieser Angelegenheit ist somit in erster Linie das einer besorgten Bürgerin. Verstehe ich Sie da richtig, Miss Darrow? Stimmt genau. Und die Polizistin in mir muss sich einfach fragen, wer eigentlich hinter einem so undurchsichtigen Konzern wie Terra Global Partners steckt. Soweit ich herausfinden konnte, und viel ist es nicht, sind da nur Geister und Phantome angestellt. Cho starrte sie über den Tisch hinweg weiter so beunruhigend an. Was genau haben Sie herausgefunden, Miss Darrow? Ich wäre sehr interessiert, daran, mehr zu erfahren. Jenna senkte das Kinn und musterte ihn aus schmalen Augen. Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen meine Informationen preisgebe? Einfach so? Ganz ohne Gegenleistung? So läuft das nicht mit mir. Sie zuerst, Special Agent Cho. Warum ist Ihre Behörde so an Terra Global interessiert? Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte mit einem dünnen Lächeln die Fingerspitzen aneinander. Ich fürchte, diese Informationen sind geheim. Damit war ihr Treffen offenbar für ihn beendet. Aber sie wollte verdammt sein, wenn sie den ganzen weiten Weg hergekommen war, nur um sich genoss, mit ihr zu spielen. Und je länger sie ihn ansah, desto mehr machte seine ausdruckslose Miene ihr Gänsehaut. Sie zwang sich, ihr unbehagen zu ignorieren und versuchte es mit einer versöhnlicheren Taktik. Hören Sie, das ist mir klar, Sie sind ja dazu verpflichtet, mir die offizielle Antwort zu geben. Ich hatte nur gehofft, wir als zwei vom Fach und selbst wenn Sie immer noch im aktiven Polizeidienst wären, könnte ich Ihnen keine Informationen über Terra Global geben. Ach, kommen Sie schon, antwortete sie frustriert. Geben Sie mir einen Namen, nur einen Namen, eine Adresse, irgendwas. Wann genau haben Sie Alaska verlassen, Miss Dara? fragte er beiläufig, ignorierte ihre Frage und musterte sie mit seltsam zur Seite gelegtem Kopf. Haben Sie Freunde hier bei uns, vielleicht Angehörige? Sie schnaubte verächtlich und schüttelte den Kopf. Sie rücken nichts raus, was? Sie haben diesem Treffen nur zugestimmt, weil sie dachten, dass sie etwas Nützliches aus mir heraus bekommen würden, das ihren eigenen Interessen dient. Sein Schweigen war ihr Antwort genug. Er öffnete sein ledergebundenes Notizbuch und begann, sich auf dem Kanarien gelben Papier Notizen zu machen. Einen Augenblick saß Jenna da und starrte ihn an. Sie war sich so absolut sicher, dass dieser zugeknöpfte, sonderbare FBI-Agent all die Antworten hatte, die sie und der Orden so verzweifelt brauchten, um Dragos auf die Spur zu kommen. Na gut, sagte sie und dachte sich, dass es an der Zeit war, die einzige Karte auszuspielen, die sie noch in der Hand hatte. Sie geben mir keinen Namen, dann gebe ich ihnen eben einen Gordon Fassow. Schusshand hielt mitten im Satz inne. Das war der einzige Hinweis darauf, dass dieser Name ihm überhaupt etwas sagte. Als er aufsah, war sein Gesichtsausdruck völlig leer und seine seltsam stumpfen Augen verrieten nichts. Wie bitte? Gordon Fassow, sagte sie und wiederholte den Decknamen, den Dragos benutzte, wenn er sich unter den oberen Zehntausend der Menschen bewegte. Sie beobachtete Joes Gesicht, versuchte, in dem unverwandten, haifischartigen Blick seine Reaktion zu deuten, doch sie wurde einfach nicht schlau aus ihm. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein. Er steckte die Kappe auf seinen Füller und legte ihn präzise ausgerichtet auf dem Konferenztisch ab. Sollte ich? Jenner starrte ihn an, versuchte, seinen sorgfältig beherrschten Tonfall und die lässige Art einzuschätzen, mit der er sich jetzt in seinem Stuhl zurücklehnte. Wenn Sie vom FBI Terror Global ernsthaft auf dem Kieker haben, sollte man doch meinen, dass Sie schon ein- oder zweimal auf diesen Namen gestoßen sind. Joes Mund wurde zu einem harten Strich. Tut mir leid, er ist mir unbekannt. Sind Sie sicher? Sie wartete sein ausgedehntes Schweigen ab und hielt den Blick fest auf seine dunklen Augen gerichtet, schon um ihn wissen zu lassen, dass sie in dieser offensichtlichen Sackgasse, in der ihr Gespräch gemündet war, genauso störrisch sein konnte wie er. Die Taktik schien zu funktionieren. Jo stieß einen langsamen Seufzer aus und erhob sich von seinem Stuhl. Einer meiner Kollegen arbeitet mit mir an dieser Ermittlung. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, während ich mich mit ihm berate? Natürlich, sagte Jenna und entspannte sich ein wenig. Vielleicht würde sie jetzt endlich weiterkommen. Nachdem Cho aus dem Raum gegangen war, nutzte sie die Gelegenheit für eine schnelle SMS an Brock, der immer noch im Geländewagen auf der anderen Straßenseite wartete. Hab was, bald zurück. Kaum hatte sie sie abgeschickt, erschien Cho wieder in die Tür. Miss Darrow, würden Sie mir bitte folgen? Sie stand auf und folgte ihm über einen korridor voller Arbeitsnischen vorbei an den Köpfen von zahlreichen Agenten, die auf Computer Bildschirme starten oder leise in ihre Telefone sprachen. Cho ging zügig weiter, auf eine Reihe von Büros am anderen Ende des Stockwerks zu. Dort angekommen, bog er rechts ab und ging an den zahlreichen Türen mit den genormten Namensschildern und Abteilungsbezeichnungen der Regierungsbehörde vorbei. Schließlich blieb einen elektronischen Mitarbeiterausweis durch den Schlitz des Lesegerätes. Als das kleine Kontrolllämpchen von rot zu grün wechselte, stieß der Agent die Stahltür auf und hielt sie ihr auf. Hier lang bitte. Die Sondereinsatzgruppe hat ihren Sitz auf einem anderen Stockwerk. Einen Augenblick lang flackerte etwas in ihrem Unterbewusstsein auf. Ein stummer Alarm, der aus dem Nichts zu kommen schien. Sie zögerte und sah Cho in die Augen, die nie zu blinzeln schienen. Mit einem leichten Stirnrunzeln legte er den Kopf schief. Miss Darrow Sie blickte um sich und erinnerte sich daran, dass sie sich in einem Bürogebäude der Bundesregierung befand, wo mindestens hundert Leute emsig in ihren Nischen und Büros arbeiteten. Es gab keinen Grund, sich bedroht zu fühlen, sagte sie sich, als einer der zahlreichen Angestellten aus einem naheliegenden Büro kam. Der Mann trug einen dunklen Anzug mit Krabatte, adrett und professionell, genau wie Cho und alle anderen Leute in dieser Abteilung. Beim Näherkommen nickte er ihnen grüßend zu. Offenbar wollte er ebenfalls ins Treppenhaus. Special Agent Cho, sagte er mit einem höflichen Lächeln, das einen Augenblick später zu Jenna wanderte. Guten Tag, Special Agent Green, antwortete Cho und ließ dem anderen Mann den Vortritt durch die offene Tür. Wollen wir, Miss Darrow? Jenna schüttelte ihren seltsamen Anflug von Unbehagen ab und gingen an Cho vorbei. Er folgte ihr sofort. Die Tür fiel mit einem metallischen Dröhnen ins Schloss, das in dem leeren Treppenschacht widerhallte. Und plötzlich drehte der andere Mann, Green, sich um und zwängte sie zwischen sich und Cho ein. Auch seine Augen wirkten jetzt gespenstisch. Aus der Nähe betrachtet waren sie genauso stumpf und emotionslos wie Chus Augen vorhin im Konferenzraum ausgesehen hatten. Adrenalin flutete Jennas Adern. Sie öffnete den Mund, um zu schreien. Sie bekam nie Gelegenheit dazu. Etwas Kaltes und Metallisches wurde ihr hinters Ohr gedrückt. Sie wusste, dass es keine Pistole war, noch bevor sie das elektronische Knistern hörte, mit dem die Elektroschockpistole eingeschaltet wurde. Panik ergriff sie. Sie versuchte, dem lähmenden Stromstoß auszuweichen, aber es war zu spät. Feuriger Schmerz durchzuckte sie, summte ihr wie ein riesiger Bienenschwarm in den Ohren. Nimm du die Beine, hörte sie Cho zu dem anderen Mann sagen, als er ihr seine Hände unter die Achseln schob. Wir bringen sie zum Fracht Aufzug. Mein Wagen steht in der Tiefgarage gegenüber, wir nehmen den Gang im Keller. Jenna hatte keine Kraft, die Männer abzuschütteln, keine Stimme, um Hilfe zu rufen. Sie spürte, wie sie hochgehoben und unsanft ein paar Treppen hinuntergetragen wurde, dann verlor sie ganz das Bewusstsein. Wo blieb sie nur so verdammt lange? Brock sah auf sein Handy und las Jenners SMS erneut. Sie hatte geschrieben, dass sie bald wieder unten sein würde, aber das war jetzt schon über fünfzehn Minuten her und keine Spur von ihr und auch keine weitere SMS die ihm sagte, dass sie sich verspätete. Scheiße! knurrte Rover. Er spähte aus dem Heckfenster zur offenen Einfahrt der Tiefgarage hinüber, in den gleißenden Lichtschein des Winternachmittags hinaus. Jenner war im Gebäude direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Keine hundert Meter von ihm entfernt, aber weil das helle Tageslicht sie voneinander trennte, hätten es genauso gut hundert Kilometer sein können. Er schickte ihr eine kurze SMS. Melde dich, wo bist du? Dann wartete er wieder ungeduldig, ließ den Strom von Leuten, die die Bundesbehörde betraten und verließen keine Sekunde aus den Augen und rechnete ständig, damit sie herauskommen zu sehen. Komm schon, Jenner, wo zum Teufel bleibst du denn? Nachdem wieder einige Minuten ohne eine Antwort oder Spur von ihr auf der anderen Straßenseite vergangen waren, hielt er die Untätigkeit nicht mehr aus. Er hatte einen UV-undurchlässigen Ganzkörperanzug angezogen, bevor er an diesem Morgen das Hauptquartier verlassen hatte, eine Vorsichtsmaßnahme, die ihm ein wenig Zeit verschaffen würde, wenn er jetzt wirklich so verrückt war, aus dem Rover zu steigen und über die Straße zu gehen. Und auch seine Abstammung kam ihm hier zugute. Wenn er Gen 1 gewesen wäre, hätte er allerhöchstens zehn Minuten, bevor die Sonne ihn verbrannte, ob mit oder ohne Schutzanzug. Brock, der einige Generationen von den reinsten Blutlinien des Stammes entfernt war, konnte etwa eine halbe Stunde UV-Licht überleben, plus minus ein paar Minuten. Es war kein Risiko, dass ein Angehöriger seiner Spezies unbekümmert einging und auch er tat es nicht, als er jetzt die hintere Tür des Rover öffnete und aus dem Wagen stieg. Aber irgendetwas war faul an Jennas Treffen. Obwohl er sich nur auf seinen Instinkt verlassen konnte und seine Angst, dass er einer unbewaffneten Frau erlaubt hatte, sich mitten in eine potenzielle Gefahrenzone zu begeben, konnte Brock nun keine Sekunde länger tatenlos FBI-Agenten gehen musste. Er streifte sich Handschuhe über und zog seine lichtdichte Kapuze tief in die Stirn. Die UV-undurchlässige Rundumsonnenbrille schützte seine Netzhäute, die jetzt schon brannten, als er an Hunderten von geparkten Fahrzeugen vorbeistapfte, auf das gleißende Sonnenlicht zu, das in die offene Garageneinfahrt drang. Er wappnete sich gegen den Schock, nahm das Regierungsgebäude auf der anderen Straßenseite fest in den Blick und trat aus der Schütze die Schmerz zurück, der ihr durch den ganzen Körper wanderte. Janas Reflexe erwachten schlagartig, als hätte man in ihr einen Schalter umgelegt. Der Instinkt zu schreien und um sich zu treten war stark, aber sie unterdrückte ihn. Besser so tun, als sei sie immer noch bewusstlos von der Elektroschockpistole, bis sie die Situation besser einschätzen konnte. Sie hielt ihre Augen fast geschlossen, hob ihre Lider nur einen Spalt an, um ihren Entführern nicht zu verraten, dass sie aufgewacht war. Sie war fest entschlossen, diese Arschlöcher zu bekämpfen, aber zuerst musste sie sich sammeln, feststellen, wo sie war und wie sie da wieder rauskam. Der erste Teil war einfach. Die Gerüche schimmelten Fußmatten sagten ihr, dass sie sich auf dem Rücksitz eines Wagens befand. Sie lag auf der Seite, den Rücken gegen die breiten Polster gelehnt. Obwohl der Motor lief, bewegte sich der Wagen noch nicht. Es war dunkel in der Limousine, nur irgendwo auf der anderen Seite der getönten Fensterscheibe über ihrem Kopf flackerte eine gedämpfte gelbe Lampe. Das gibt's doch nicht. Hoffnung flackerte in ihr auf, hell und stark. Sie hatten sie in die Tiefgarage auf der anderen Straßenseite gebracht, die Garage, wo immer noch Brock auf sie wartete. Hatte er bemerkt, was mit ihr passiert war? Aber sie verwarf diesen Gedanken sofort wieder. Wenn Brock gesehen hätte, dass sie in Schwierigkeiten war, wäre er schon da. Das wusste sie mit einer Gewissheit, die sie war. Somit konnte er nicht wissen, dass sie hier war. Nur wenige Meter vom schwarzen Rover des Ordens entfernt gefangen gehalten wurde. Vorerst, bis sie einen Weg fand, seine Aufmerksamkeit zu erregen, war sie auf sich allein gestellt. Sie hob die Lieder etwas weiter an und sah, dass ihre Entführer beide vorne im Wagen saßen. Joe am Steuer des Fort Crown , Victoria, Green auf dem Beifahrersitz, den Lauf seiner Dienstwaffe, einer Glock 23, über die Lehne auf ihren Brustkorb gerichtet. Jawohl, Meister, wir haben sie jetzt im Wagen, sagte Joe in sein Headset. Nein, keinerlei Komplikationen. Natürlich, Meister, mir ist klar, dass sie sie lebend wollen. Ich werde sie kontaktieren, sobald wir sie sicher in das Lagerhaus gebracht haben, um ihre Ankunft heute Abend abzuwarten. Meister? Was zum Teufel war das denn? Ein Angstschauer lief Jenner über den Rücken, als sie der roboterhaften Gehorsamkeit ins Schoß seltsamem Ton verlauschte. Auch ohne dieses seltsam unterwürfige Gespräch wusste sie, dass sie so gut wie tot war, wenn sie diesen Männern erlaubte, sie an einen anderen Ort zu bringen. Doch wenn ihre Instinkte Recht behielten, wer der Meister dieser beiden Männer war, dann erwartete sie womöglich Schlimmeres als der Tod. Scho beendete das Gespräch und legte den Rückwärtsgang ein. Das war ihre Chance, jetzt musste sie handeln. Vorsichtig drehte sich Jenner auf dem Sitz und zog geräuschlos die Knie an die Brust. Sie machte es ganz langsam, bis sie ihre Füße zwischen den beiden Vordersitzen in Position gebracht hatte. Und sobald sie soweit war, zögerte sie nicht. Sie trat mit beiden Füßen zu. Ihr rechter traf Green mit voller Wucht seitlich am Kopf, mit dem linken erwischte sie ihn am Ellbogen seines Waffenarms. Green brüllte auf, sein Kinn zuckte hoch, als die Hand mit der Glock zur Wagendecke gerissen wurde. Ein Schuss löste sich und krachte laut durch den Wagen, die Limousine streifte einen der massiven Betonpfeiler in der Reihe hinter ihn, aber Joe hatte sich schnell gefangen. Er warf den Vorwärtsgang ein und trat wieder heftig aufs Gas. Mit quietschenden Reifen machte der Wageneinsatz nach vorn und beschleunigte. Wo zur Hölle steckte Brock? Jenna packte den Türgriff am Rücksitz. Abgeschlossen. Sie trat gegen die Tür auf der anderen Seite, rammte brachte die Gerüche von Motoröl und Fritten von der Imbissbude um die Ecke mit. Jenna kroch hektisch auf das klaffende Fenster zu, aber schon fuhr Green herum und drückte ihr seine Pistole gegen die Schläfe. Setzen Sie sich wieder hin und benehmen Sie sich, Miss Darrow, sagte er liebenswürdig. Sie gehen nirgendwohin, bis der Meister es will. Langsam wich Jenna vor der geladenen Glock zurück, ihren Blick auf die gespenstischen, gefühllosen Augen von Special Agent Green gerichtet. Jetzt hatte sie überhaupt keine Zweifel mehr. Diese FBI-Agenten, diese Wesen, die zwar aussahen und sich verhielten wie Menschen, aber irgendwie doch keine waren, gehörten zu Dragos Organisation. Herr im Himmel, wie weit reichte seine Macht bloß? Angesicht dieser Frage bildete sich ein eisiger Angstklumpen in ihrem Magen, als Cho das Gaspedal durchtrat und die Limousine aus der Tiefgarage schoss in den dichten Nachmittagsverkehr hinaus. Mit der übernatürlichen Geschwindigkeit des Stammes hatte Brock die sonnenhelle Straße innerhalb weniger Sekunden überquert und stand vor der Tür des hohen Regierungsgebäudes. Eben wollte er eintreten und ebenso schnell an der Security vorbei, als sein scharfes Gehör in Schusses registrierte. Die Tiefgarage. Er wusste es noch bevor er das Kreischen von Metall und das Quietschen durchdrehende Autoreifen auf dem Asphalt hörte. Jana. Obwohl er keine Blutsverbindung zu ihr hatte, die ihn alarmierte, wenn sie in Gefahr war, spürte er, wie diese Gewissheit ihm ihre Krallen in den Magen schlug. Sie war nicht mehr hier im Gebäude, sondern wieder in der Garage auf der anderen Seite der Sonnenhellen Straße. Irgendwas war da entsetzlich schiefgelaufen und es hatte alles mit Terra Global zu tun. Mit Dragos. Kaum hatte der Gedanke sich gebildet, als ein unauffälliger grauer Fort Crown Victoria aus der Garagenausfahrt schoss. Als die Limousine davon raste, sah er vorne zwei Männer sitzen. Der Beifahrer war einem einzelnen Passagier auf dem Rücksitz zugewandt. Nein, keine Männer. Lakaien. Und Jenner saß stocksteif auf dem Rücksitz und wurde mit vorgehaltener Waffe bedroht. Wut brandete in ihm auf wie eine Flutwelle. Seinen Blick fest auf den Wagen gerichtet, raste er an der Menschenmenge auf dem Gehsteig vor dem Gebäude vorbei, schneller als Menschen Augen wahrnehmen konnten. Er sprang über die Kühlerhaube eines Taxis, das am Bordstein stand, dann wich er gerade noch einem Lieferwagen aus, der aus dem Nichts kam und ihn überfahren hätte, wenn seine Stammessinne ihn nicht vorwärts getrieben hätten, und seiner Angst, was mit Jenner passieren würde, wenn er sie nicht rechtzeitig erreichte. Mit hämmerndem Herzen raste er in die Tiefgarage hinüber und sprang in den Rover. Zwei Sekunden später schoss er auf die Straße hinaus, trotzte dem gleißenden UV-Licht, dass er sie erreichte, bevor Dragos oder die tödliche Nachmittagssonne ihm die Frau nahmen, deren Leben er zu schützen hatte. Seine Frau, dachte er wild, als er den Stiefel auf das Gaspedal fallen ließ. Special Agent Green, oder wer oder was er in Wirklichkeit war, hielt mit ruhiger Hand die Glock auf sie gerichtet, als sich die Limousine durch den dichten Verkehr der New Yorker City schlängelte. Jenner hatte keine Ahnung, wohin sie sie brachten. Sie konnte sich nur denken, dass es irgendwo außerhalb der Stadt war, denn nun ließen sie das Hochhaus Labyrinth der City hinter sich und hielten auf eine alte Hängebrücke im neugotischen Stil zu, die einen breiten Fluss überspannte. Jenner lehnte sich zurück und wurde bei jeder Unebenheit in ihrem Sitz hin und her weitergeworfen. Als die Limousine beschleunigte, um ein langsameres Fahrzeug zu überholen, verlor sie das Gleichgewicht, sodass sie aufsah und dabei einen unerwarteten Blick in den Seitenspiegel des Crown Victoria erhaschte. Ein schwarzer Range Rover folgte ihnen mit nur ein paar Wagenlängen Abstand. Jenners Herz zog sich zusammen. Brock, er musste es sein. Aber im selben Moment hoffte sie inständig, dass er es nicht war. Es konnte nicht sein. Er wäre ja dumm, das zu riskieren. Die Sonne war immer noch ein gigantischer Feuerball im westlichen Himmel. Bis Sonnenuntergang waren es noch mindestens zwei Stunden. Am helllichten Tag zu fahren, war für einen Angehörigen seiner Spezies Selbstmord. Aber er war es wirklich. Als die Limousine das nächste Mal die Spur wechselte, konnte Jenner im Spiegel, selbst durch den Verkehr und die Entfernung, die sie voneinander trennte, seine entschlossen angespannten Kiefermuskeln sehen. Obwohl er seine dunkle rundum Sonnenbrille trug, um seine Augen zu schützen, waren die lichtundurchlässigen Gläser nicht dunkel genug, um den glühenden Schein seiner Augen zu verbergen. Brock war hinter ihnen, und er stinksauer. Verdammt, murmelte Green und spähte über ihren Kopf hinweg durch das Heckfenster des Wagens. Erfolgt uns einer? Bist du sicher? fragte Cho und nutzte die Gelegenheit, einen weiteren Wagen zu überholen, als sie sich dem anderen Ende der Brücke näherten. Ganz sicher, antwortete Green. In seine sonst so undurchdringliche Mine hatte sich eine Spur Unbehagen geschlichen. Es ist ein Vampir, einer von den Kriegern. Cho gab Vollgas. Informiere den Meister, dass wir fast da sind. Frag ihn, wie wir weiter vorgehen sollen. Green nickte. Die Glock unablässig auf Jenna gerichtet, zog er ein Handy aus der Tasche und drückte eine einzelne Taste. Der Anruf war auf Lautsprecher gestellt. Es klingelte einmal, dann meldete sich Dragos Stimme. Status. Wir nähern uns dem Frachthafen von Brooklyn Meister, wie sie angeordnet haben, aber wir sind nicht allein. Green redete hastig, als spürte er schon den Unmut, der folgen würde. Jemand folgt uns auf der Brücke, er ist Stammesvampir, ein Ordenskrieger. Der wilde Fluch, der über den Lautsprecher des Handys explodierte, erfüllte Jenna mit tiefer Befriedigung. So beängstigend es auch war, die Stimme des verhassten Feindes des Ordens zu hören, es machte ihr Mut zu wissen, dass Dragos die Krieger fürchtete, und er hatte auch einen Grund dazu. Hängt ihn ab, zischte Dragos. Er ist direkt hinter uns, sagte Cho und sah nervös in den Rückspiegel, als sie eine Uferstraße entlang brausten, die auf ein Industriegebiet zuführte. Er ist nur ein Wagen hinter uns und holt immer weiter auf. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt noch abhängen können. Dann wurde sein Tonfall leise und monoton. In Ordnung, sagte er. Dann brecht die Aktion ab, tötet die Schlampe und verschwindet von dort. Werft ihre Leiche von den Docks oder auf die Straße, ist mir scheißegal wohin, aber lasst diesen gottverdammten Vampir nicht an euch ran, an keinen von euch. Verstanden. Green und Cho tauschten einen kurzen Blick aus. Jawohl, Meister, antwortete Green und beendete den Anruf. Cho bog scharf links von der Straße ab und fuhr auf einen Parkplatz am Wasser zu. Hier und da standen riesige Frachtcontainer und auch einige Laster auf dem teilweise vereisten aufgesprungenen Asphalt. Und näher am Flussufer waren mehrere Lagergebäude, auf die Cho jetzt in halsbrecherischem Tempo zuhielt. Green senkte die Waffe auf sie, bis sie durch den Lauf auf die bald in ihrem Kopf stecken würde. Ein plötzlicher Kraftstoß schoss durch ihre Adern, viel intensiver als Adrenalin und der Augenblick begann in Zeitlupe abzulaufen. Greens Finger spannte sich auf dem Abzug. Mit einem leisen metallischen Klicken reagierte der Mechanismus in der Waffe wie im dicken Nebel eines Traumes. Jenna hörte die Kugel aus der Kammer schießen. Sie roch den scharfen Geruch von Schießpulver und Rauch und sie sah den Energiestrahl in der Luft als die Kugel auf sie zugeschossen kam. Sie duckte sich aus der Schussbahn. Sie wusste weder wie sie das schaffte noch wie es möglich war dass sie genau wusste wie sie der Kugel ausweichen musste. Sie wusste nur dass sie sich jetzt ganz auf ihre seltsamen übernatürlichen Instinkte verlassen musste. Sie tauchte hinter Greens Sitz auf und riss ihm den Arm herum brach ihm mit bloßen Händen den Knochen er schrie vor Schmerzen wieder ging die Pistole los dieses mal ein ungezielter Schuss ins Blaue er traf Joe seitlich in den Schädel und tötete ihn auf der Stelle die Limousine scherte aus und beschleunigte ruckend vom toten Gewicht von Zeitlich und rollte über Schnee und Eis Jenner wurde gegen die Wagendecke geschleudert Fensterscheiben splitterten Airbags wurden aktiviert Ihre ganze Welt wurde wild umher gewirbelt wieder und wieder bis der Wagen endlich mit einem misstönenden Kreischen Kopf über auf dem Asphalt zum Stehen kam Um Gottes Willen Brock bog auf das Industriegelände ein machte eine Vollbremsung und beobachtete mit einer Mischung aus Wut und Entsetzen wie der Crown Victoria die Kante eines Fracht Containers rammte und sich auf dem gefrorenen Asphalt überschlug Jenner schrie er stellte den Wagen ab und stürzte zur Tür hinaus Das Tageslicht war schon im Wagen kaum auszuhalten gewesen draußen war es die reine Hölle für ihn Durch den Schleier des blendend weißen Lichts konnte er kaum etwas sehen als er die Räder drehten sich immer noch der jaulnde Motor spuckte Rauch und Dampf Wolken in die eisige Luft Als er näher herankam hörte er Jenner stöhnen und sich im Wagen Inneren bewegen Brocks erster Instinkt war den Wagen zu packen und umzudrehen aber dadurch konnte er ihr vielleicht noch mehr Schaden zufügen und das war ein Risiko das er nicht eingehen wollte Jenner ich bin da er streckte sich riss die kopfstehende Fahrertür sauber aus den Angeln und warf sie beiseite dann ging er in die Hocke und spähte in das Innere des Autowracks um Gottes Willen überall Blut und Gewebe fetzen der beißende Gestank toter roter Zellen und die scharfen Dämpfe von auslaufendem Öl und Benzin fraßen sich in seine von der sengenden Sonne vernebelten Sinne er sah an der Leiche des Fahrers vorbei sein Kopf zerschmettert von einem Schuss aus allernächster Nähe Brocks gesamte Konzentration war auf Jenner gerichtet das Dach der Limousine war zerbeult und eingedrückt so dass nur noch ein kleiner Raum für sie und den anderen Mann übrig geblieben war der sich eben damit abmühte ihre Beine zu sofort auf sobald sein ausdrucksloser Blick auf Brock fiel er ließ Jenners knöchellos verzog sich wieder nach hinten und versuchte sich mit dem Hintern voran durch die zerbrochene Windschutzscheibe zu schieben lakai fauchte Brock und sein Hass auf den seelenlosen Geists Sklaven brachte sein Blut noch heißer zum Kochen diese beiden Männer waren Dragos loyale Bluthunde nachdem er sie fast bis zum Tod hatte ausbluten lassen dienten sie Dragos nun in jeder Weise wie er sie brauchte gehorsam bis zum letzten Atemzug zu diesem letzten Augenblick wollte Brock dem fliehenden Mann persönlich verhelfen ihn mit bloßen Händen töten und das würde er auch aber erst musste er dafür sorgen dass Jenner in Sicherheit war bist du okay fragte er zog sich mit den Zähnen warf sie beiseite damit er sie berühren konnte er strich mit dem Finger über ihr blasses hübsches Gesicht dann griff er hinunter und fasste sie unter den Armen komm holen wir dich hier raus sie schüttelte heftig den Kopf mir geht's gut aber mein Bein ist zwischen den Sitzen eingeklemmt schnapp ihn dir Brock der Mann arbeitet für Dragos ich weiß sagte er er ist ein Lakai und halt dich an mir fest süß ich hol dich jetzt hier raus ein metallisches krachen ertönte draußen vor dem wagen gefolgt von einem lauten echo dann krachte es wieder und noch einmal schüsse jennas augen fanden ihn durch die dünnen rauchschwaden und dämpfe die sich nun immer schneller im innern des autowracks ausbreiteten er muss noch eine pistole haben er schießt auf uns Brock antwortete nicht er wusste dass der lakai nicht versuchte sie durch all das metall und die maschinerie zu treffen er feuerte auf den wagen versuchte den funken zu erzeugen der den freiliegenden benzintank in brand setzen würde festhalten sagte er zu ihr stemmte eine hand gegen ihren rücken und griff mit der anderen nach den zerquetschten sitzen die jenna eingeklemmt hatten mit einem tiefen knurren riss er sie los ich bin frei sagte sie und krabbelte los wieder traf eine kugel den wagen brock hörte ein unnatürliches soggeräusch von draußen einen luftzug gefolgt von plötzlich scharfem brandgeruch dickem schwarzem rauch und dem hitze schwall der ihm sagte dass der lakai sein ziel getroffen hatte raus rief er und packte jennas hand er zog sie aus dem wagen beide rollten hals über kopf auf den asphalt hinaus ein feuerball brach aus dem umgestürzten wagen hervor als der tank explodierte und unter ihnen erbebte der boden der lakai feuerte immer weiter kugeln pfiffen gefährlich nah an ihn vorbei brock schirmte jenna mit seinem körper ab und packte eine der halbautomatischen pistolen in seinem waffengürtel er kam auf die knie wollte schießen und merkte dass er seine sonnenbrille verloren hatte als aus dem wagen gerollt war die hitze wand die wirbelnden rauchschwaden und das sengende sonnenlicht hatten ihn fast blind gemacht scheiße zischte er und wischte sich mit der hand über die augen bemühte sich durch die schmerzen seiner angesenkten netz heute etwas zu sehen jetzt bewegte sich jenner unter ihm kroch unter seinem schützenden körper hervor er griff nach ihr streckte blind die hand aus und fand sie nicht mehr jenner verdammt bleib unten aber sie blieb nicht in deckung sie nahm ihm die pistole aus der hand und eröffnete das feuer eine schnelle kugelsalve krachte laut über das brüllen der flammen und das heiße metall neben ihnen auf der anderen seite des wracks schrie der lakai abrupt auf und verstummte dann hab ich dich du wichser sagte jenner dann spürte brock wie sich ihre finger um seine schlossen er ist tot und du verbrennst uns hier draußen komm nichts wie weg hier hand in hand mit ihr rannte brock über das offene gelände auf den rover zu so sehr sein stolz auch verlangte dass er noch fahren konnte wusste er dass er nach der langen sonneneinwirkung nicht mehr in der verfassung war um es auch nur zu versuchen jenner gab ihm keine chance zum protest sie stieß ihn auf den rücksitz und sprang hinters steuer in der ferne näherte sich das heulen von polizeisirenen die behörden der menschen reagierten offenbar schon auf den unfall bei den docks festhalten sagte jenner und legte den gang ein sie schienen unerschüttert von der ganzen sache kühl und gesammelt ein absoluter profi und er wollte verdammt sein wenn er in seinem leben je etwas schärferes gesehen hatte brock lehnte sich in den kühlen ledersitz zurück und dankte gott sie an seiner seite zu haben als jenner aufs gas trat und sie von dem ort des geschenk die rückfahrt nach boston hatte fast vier stunden gedauert aber jenners herz raste immer noch sie war fast verrückt vor sorge um brock als sie den rover durch das eiserne tor des hauptquartiers und um das haus herum zum fuhrpark des ordens steuerte wir sind da sagte sie parkte den wagen in der riesigen garage und stellte den Motor ab sie sah rücksitz des geländewagens ruhig gewesen hatte sich nur in sichtlichen qualen bewegt offenbar hatte er versucht seine überdosis uv-licht auszuschlafen sie drehte sich im sitz herum um ihn genauer anzusehen ist in ordnung ich werde überleben ihre augen trafen sich in der dunkelheit sein breiter mund zuckte mehr grimasse als lächeln er versuchte sich aufzusetzen und stöhnte vor anstrengung bleib liegen ich helfe dir sie kroch zu ihm auf den rücksitz bevor er ihr sagen konnte dass er das schon alleine schaffte er sah in einem langen vielsagenden schweigen zu ihr auf ihre augen fanden sich sie sahen einander lange an alle Luft schien schlagartig aus dem Wagen zu verdampfen und auch aus ihren Lungen Erleichterung und Sorge Die Verbrennungen auf Stirn Wangen und Nase die vor ein paar Stunden noch schlimm gewesen waren waren jetzt fast verschwunden seine dunklen Augen tränten immer noch aber wenigstens waren sie nicht mehr blut unterlaufen und geschwollen oh Gott flüsterte sie und spürte wie ihre Gefühle sich in ihr bahn brachen ich hatte solche Angst Brock du hast ja keine Ahnung wie sehr du und Angst er hob die hand und fuhr ihr sanft über die Wange seine Lippen kräuselten sich und er schüttelte leicht den Kopf ich hab dich heute in Aktion erlebt ich glaub nicht dass es irgendwas gibt vor dem du Angst hast sie runzelte die Stirn erinnerte sich an den Augenblick als sie erkannt hatte dass er im Geländewagen direkt hinter ihr war am hellichten Tag am Steuer saß und nachdem sich ihr Wagen überschlagen hatte war ihre Sorge um ihn zu hellem Entsetzen geworden als er freiwillig durch die tödlichen UV Strahlen ging um ihr zu helfen selbst jetzt noch war sie erschüttert und beschämt von dem was er getan hatte du hast dein Leben für mich riskiert flüsterte sie und schmiegte ihre Wange in Er setzte sich auf dem Sitz auf und nahm ihr Gesicht in beide Hände sein Blick war feierlich so grenzenlos aufrichtig wir waren heute Partner und wenn du mich fragst waren wir ein verdammt gutes Team sie musste lächeln du hast mich schon wieder retten müssen als Partner hast du hier leider die Arschkarte gezogen nein absolut nicht Brocks Augen hielten sie mit einer Tiefe und Intensität gefangen die mitten in ihr tiefstes Inneres zu dringen schienen er streichelte ihre Wange strich mit dem Daumen Ballen über ihre Lippen und nur damit du es weißt du warst heute die jenige die mir den arsch gerettet hat wenn dieser Lackay nicht ein von uns oder beide ausgeschaltet hätte dann wär es die Geräte jenna verdammt du warst einfach Wahnsinn als sie den Mund öffnete um es abzustreiten beugte er sich vor und küsste sie jenna schmolz an ihm verlor sich in der warmen Liebkosung seines Mundes das verlangen das sie für ihn spürte hatte nicht nachgelassen seit sie miteinander im Bett gewesen waren aber jetzt war da ein noch starkeres Gefühl hinter dem hitzeschwall der in ihr aufloderte er bedeutete ihr wirklich etwas und die Erkenntnis was sie für ihn fühlte kam völlig überraschend für sie es sollte nicht so sein sie sollte nicht eine so starke Bindung zu ihm spüren schon gar nicht wo er doch klar gemacht hatte dass er die Lage nicht mit Gefühlen oder Erwartungen an eine Beziehung verkomplizieren wollte aber als er ihren Kuss beendete und ihr in die Augen sah erkannte sie dass auch er mehr für sie fühlte als er gedacht hatte da flackerte mehr als nur Verlangen im bernsteinfarbenen Schein seiner faszinierenden braunen Augen hat sich heute gesehen aber wie diese Lakaien mit dir davongefahren sind Janna die Worte verhalten er stieß einen leisen Fluch aus und zog sie an sich hielt sie lange an sich gedrückt das Gesicht in der Mulde zwischen Hals und Schulter vergraben als ich sie mit dir gesehen habe dachte ich ich hätte dich im Stich gelassen ich weiß nicht was ich getan hätte wenn dir was passiert wäre ich bin hier sagte sie streichelte seinen starken Rücken und seinen gesenkten Kopf du hast mich gar nicht im Stich gelassen nur wegen dir bin ich noch am Leben Brock er küsste sie wieder dieses mal tiefer und gemächlicher seine Hände waren sanft auf ihr fuhren in ihr Haar und bewegten sich zart über ihre Schultern und ihren Rücken sie fühlte sich so geborgen in seinen Armen so klein und fraulich an und sie mochte das Gefühl sie genoss es dass er ihr das Gefühl gab so sicher so vollkommen Frau zu sein wie sie es früher nie gehabt hatte nicht einmal mit ihrem Mann Mitch oh Gott beim Gedanken an ihn zog sich ihr Herz zusammen als wäre es in einem Schraubstock gefangen nicht aus Kummer oder Sehnsucht nach ihm sondern weil Brock sie küsste und in den Armen hielt seine Zuneigung zu verdienen und dabei hatte sie ihm noch gar nicht alles erzählt seine Gefühle für sie würden sich schlagartig ändern wenn er wußte dass sie selbst mit ihrem Egoismus den Unfall verursacht hatte indem ihr Mann und ihr Kind umgekommen waren was ist fragte Brock offenbar spürte er die Veränderung die sie gerade überkam was hast du sie entzog sich seiner Umarmung und wandte den Blick ab sie wusste es war zu spät um so zu tun als ob alles in Ordnung wäre Brock streichelte sie immer noch zärtlich wartete darauf dass sie ihm sagte was ihr zu schaffen machte du du hattest recht was mich angeht murmelte sie du hast gesagt mein problem ist dass ich immer der boss sein muss und du hattest recht er grunzte abschätzig und hob ihr gesicht zu seinem es ist doch alles nicht wichtig doch ist es beharrte sie es war heute wichtig und auch vor vier jahren in alaska du meinst in der nacht in der du mitch und libby verloren hast sagte er mehr eine feststellung als eine frage du denkst dass es irgendwie deine schuld war ich weiß es ein schluchzen stieg ihr die kehle hinauf aber sie wirkte es zurück es wäre nicht passiert wenn ich damals nicht darauf bestanden hätte dass wir noch in der nacht wieder heim waren jenna du denkst doch wohl nicht lass es mich sagen unterbrach sie ihn bitte ich will dass du die wahrheit weißt und ich muss es endlich aussprechen brock ich kann es nicht mehr für mich behalten er sagte nichts mehr nahm ruhig ihre hände zwischen seine und ließ sie erzählen wie ihre Sturheit ihr gottverdammtes Bedürfnis in jeder Situation der Boss zu sein Mitch und Libby wir waren in Galina einer Stadt einiger Autostunden von Harmony entfernt wo wir wohnten die Kollegen von der Staatspolizei hatten da so eine schicke Gala organisiert eine von diesen alljährlichen Veranstaltungen wo sie einem auf die Schulter klopfen Belobigungen austeilen und einen mit dem Gouverneur fotografieren ich wurde ausgezeichnet für hervorragende Leistung auf der Dienststelle meine erste Auszeichnung überhaupt ich war überzeugt dass es meiner Karriere nützen würde von so vielen wichtigen Leuten gesehen zu werden also habe ich Mitch gegenüber darauf bestanden dass wir auch Libby mitnehmen sie holte Atem um sich zu stärken und stieß ihn langsam wieder aus es war November und die Straßen waren fast unpassierbar wir haben es ohne große Probleme nach Galina geschafft aber bei der Rückfahrt ist schon okay sagte Brock und strich ihr eine lose Haarsträhne aus dem Gesicht geht's wieder sie nickte zittrig obwohl sie alles andere als in Ordnung war ihre Brust war wund vor Beklemmung und Schuldgefühlen und in ihren Augen brannten aufsteigende Tränen Mitch und ich haben uns die ganze Zeit gestritten er dachte dass die Straßenverhältnisse zu schlecht zum Fahren wären das waren sie auch aber es war ein Schneesturm angekündigte die Straßenlage nur noch weiter verschlechtern würde ich wollte ihn nicht abwarten weil ich am nächsten Tag früh zum Dienst musste also sind wir nach Hause gefahren Mitch hat den Chevrolet gefahren Libby war hinten in ihrem Kindersitz nach ein paar Stunden auf der Schnellstraße kam uns ein Sattelschlepper mit einer Ladung Bauholz entgegen und geriet auf unsere Spur es ging alles so schnell dass wir nicht mehr reagieren konnten ich konnte ihnen nicht mehr sagen dass es mir leid tat oder wie sehr ich sie liebte kumme er sagte Brock und zog sie fest an sich er hielt sie lange in den Armen seine Starke war so tröstlich und warm Mitch hat mir vorgeworfen dass mir mehr an meiner Karriere lag als an ihm oder Libby flüsterte sie mit brüchiger Stimme die Worte kamen nur widerwillig er hat immer gesagt ich wäre zu herrschsüchtig und mein Dickschädel würde mir noch große Scherereien einbringen aber er hat immer nachgegeben sogar an diesem Abend Brock küsste ihr Haar du konntest nicht wissen was passieren würde Janna du hättest es nicht voraussehen können also gibt ihr keine schuld es lag nicht in deiner macht ich fühle mich einfach so schuldig weil ich noch am leben bin warum konnte es nicht mich treffen statt sie tränen erstickten sie jetzt heiß und bitter in ihrer kehle ich konnte mich nicht mal von ihnen verabschieden man hat mich mit dem rettungshubschrauber nach Fairbanks ins Krankenhaus geflogen und ins künstliche Koma versetzt damit sich mein körper erholen konnte als ich einen monat später aufgewacht bin hat man mir gesagt dass sie beide nicht mehr am leben sind hemmel flüsterte brock und hielt sie immer noch in der tröstlichen geborgenheit seiner arme es tut mir leid jenna mein gott das muss schrecklich für dich gewesen sein sie schluckte versuchte sich nicht in dieser schrecklichen zeit zu verlieren es half ihr dass brock sie jetzt im arm hielt er war ein felsen der stärke hielt sie fest und sicher als ich aus dem krankenhaus kam war ich so verloren ich wollte nicht mehr leben ich wollte die tatsache nicht akzeptieren dass ich meine familie nie wieder sehen würde alex und mein bruder sag hatten sich um die beerdigung gekümmert weil ja niemand wusste wann ich wieder aus dem koma erwachen würde bis ich aus dem kranken entlassen wurde waren Mitch und Libby schon fast zwei wochen unter der erde ich habe nie den mut gefunden zum friedhof zu gehen in alte zeit kein einziges mal fragte er sanft und streichelte ihr haar sie schüttelte den kopf kurz nach dem unfall konnte ich es nicht ertragen ihre grabsteine zu sehen und mit jedem jahr das seither vergangen ist habe ich weniger die kraft gefunden hinzugehen und Abschied von ihnen Alex ich habe mich zu sehr geschämt irgendwem zu sagen wie schwach ich wirklich bin du bist nicht schwach brock hielt sie von sich fort nur so weit dass er den kopf senken und ihr mit feierlichem ernst in die Augen sehen konnte alle machen fehler jenna alle bereuen irgendwas oder haben schuld gefühle wegen dingen die sie in ihrem leben hätten anders machen sollen schlimme sachen passieren einfach und wir bewältigen sie so gut wie können du kannst ihr deswegen nicht ewig vorwürfe machen seine worte trösteten sie aber sie konnte nicht alles annehmen was er ihr sagte sie hatte gesehen wie er sich mit seinen eigenen schuld gefühlen herum schlug und wusste dass er sie nur trösten wollte das sagst du mir bloß damit ich mich besser fühle ich weiß dass du selber gar nicht daran glaubst er runzelte die stirn und in der dunkelheit des rover flackerte ein ausdruck stummer qual über sein gesicht wie war ihr name jenner berührte seinen angespannten kiefer sah den alten schmerz in seinen augen das mädchen auf dem foto in deinem quartier ich habe gesehen wie du es gestern angesehen hast du hast die gekannt nicht ein fast unmerkliches nicken ihr name war korin sie war eine junge stammes gefährtin ich war in detroit als ihr leibwächter angestellt das bild muss schon ziemlich alt sein sagte jenner und erinnerte sich an die kleider und den jazz club im stil der dreißiger jahre vor dem die junge frau fotografiert worden war brock verstand was sie ihn fragte sie saß an seinem leicht belustigten blick es war im juli 1935 es weiß ich so genau weil ich das foto gemacht habe jenner nickte eigentlich sollte sie wohl verblüffter sein über diese erinnerung daran dass brock und seine spezies praktisch unsterblich waren aber in diesem Augenblick und jedes mal wenn er bei ihr war dachte sie von ihm einfach nur als Mann einem ehrenhaften außergewöhnlichen Mann der immer noch eine schmerzende alte Wunde in sich trug die ihn tief verletzt hatte Corinne ist die Frau die du verloren hast fragte sie sanft sein Stirnrunzeln vertiefte sich und du gibst dir die Schuld an ihrem Tod ermunterte sie ihn vorsichtig zum weiterreden denn sie musste wissen was er durchgemacht hatte sie wollte ihn besser verstehen wenn sie konnte wollte sie ihm helfen ihm etwas von seiner eigenen Schuld und seinen Schmerzen abnehmen wie ist es passiert zuerst dachte sie er würde es ihr nicht sagen er starrte auf ihre verschlungenen Finger hinunter und rieb müßig mit dem Daumen über ihren Handrücken als er endlich redete klang seine tiefe Stimme rau als wäre der Schmerz Corinne verloren zu haben immer noch frisch in seinem Herzen das waren damals schwere Zeiten in Detroit nicht so sehr für den Stamm aber für die Menschen der Leiter des dunklen Hafens und seine Gefährtin hatten ein paar obdachlose junge Mädchen bei sich aufgenommen Stammes Gefährtin um sie als ihre eigenen aufzupassen sie war ein Wildfang sogar schon als Kind quick lebendig immer lustig als sie größer wurde als Teenager wurde sie noch wilder sie rebellierte gegen die Vorsichtsmaßnahmen ihres Vaters hielt ihn für zu dominant sie fing an ihre Grenzen aus zu testen machte sich ein Spiel daraus sich seinen Regeln und Erwartungen zu widersetzen dabei gingen sie große Sicherheitsrisiken ein und hat die Geduld ihrer Familie auf eine harte Probe gestellt Jenna lächelte ihm sanft so ich kann mir denken dass du da nicht sonderlich begeistert warst milde ausgedrückt sagte er kopfschüttelnd Corinne war clever und sie hat sich jedes Mal solche Mühe gegeben mich abzuschütteln aber sie hat es nie geschafft bis auf dieses letzte Mal am Abend ihres 18. Geburtstages was ist passiert Corinne war ganz verrückt nach Musik damals war Jazz angesagt und die besten Jazzclubs von Detroit waren in einer Gegend namens Paradise Valley Keine Woche verging an der sie mich nicht angefläht hat mit ihr dahin zu gehen und meistens hab ich nachgegeben wir gingen auch in der nacht ihres geburtstages in die Clubs und in den dreißiger jahren war das keine einfache sache ein weißes mädchen allein mit einem schwarzen Mann er stieß ein humorloses leises kichern aus in der Welt des stammes spielt die Hautfarbe leider ist es ja auch heute noch viel zu oft so sagte jana schlang ihre finger ein wenig fester um seine und sah im kontrast ihrer hautfarben nichts als schönheit gab es ärger in dem club er nickte schwach es wurde geglotzt und getuschelt ein paar weiße Männer hatten zu viel getrunken sie kamen rüber und sagten obszünitäten zu grin ich hab ihnen gesagt sie sollen sich zum teufelschen wer zuerst zugeschlagen hat weiß ich nicht mehr aber von da an ist die sache ziemlich schnell eskaliert wussten die Männer was du bist dass du ein stammes vampir bist zuerst nicht ich wusste dass meine wut nicht verraten würde also musste ich es dem club raus bevor der ganze laden meine transformation mit bekam die Männer sind mir nach draußen gefolgt Corinne wäre auch mit gekommen aber ich habe gesagt sie soll irgendwo drinnen auf mich warten bis die Sache erledigt ist er holte stockend atem ich war keine zehn minuten weg und als ich wieder in den club kam war sie spurlos verschwunden ich hab den ganzen club auf den kopf gestellt und bis sonnenaufgang jede ecke in der Stadt und alle dunklen häfen der gegend nach ihr abgesucht und danach hab ich jede nacht weiter nach ihr gesucht sogar über die staatsgrenze hinaus aber nichts sie war verschwunden hat sich einfach in luft aufgelöst jenna konnte die frustration und die reue in seiner stimme hören selbst nach all diesen jahren sie hob die hand und berue sanft sein gesicht unsicher was sie für ihn tun konnte wenn ich doch nur deine gabe hätte wenn ich dir doch nur den schmerz abnehmen könnte er schüttelte den kopf dann hob er ihre hand fläche zum mund und drückte einen kuss hinein ich bin vor allem wütend auf mich selbst ich hätte sie nirs den Augen lassen dürfen keine sekunde lang als ich hörte dass man eine verstümmelte verbrannte frauenleiche unweit der klubs aus einem fluss gezogen hatte war ich halbtot vor angst ich wollte nicht glauben dass sie es war nicht 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 als sie mit eigenen augen sah oder vielmehr das was von ihr übrig war nach allem was man ihr angetan hatte vor den drei Monaten die sie im wasser lag jenner schreckte zusammen sie wusste nur allzu gut wie entsetzlich der tod aussehen konnte besonders für diejenigen die dem opfer nah standen und ganz besonders für einen Mann der sich für ein verbrechen die schuld gab das er weder hatte voraussehen noch verhindern können sie war völlig unkenntlich man konnte sie nur an den resten ihrer kleidung und einer halskette identifizieren die sie immer noch trug als man sie aus dem fluss zog ihr die Hände abzuhaken und sie zu verbrennen hat ihrem Mörder noch nicht gereicht sie war auch noch mit Gewichten beschwert wurden damit es dauerte bis man sie entdecken würde mein Gott flüsterte Jenna wer mit solcher Brutalität und solchem Vorsatz vorgeht handelt nicht einfach so wer immer das war hat es nicht ohne Grund getan Brock zuckte die Schultern was konnte es schon für einen Grund geben eine wehrlose junge Frau zu töten sie war doch noch ein Mädchen ein wunderschönes wildes Kind des ganzen Augenblick lebte ihre Energie und die Temperament hatten fast schon was manisches Corinne war scheißegal was man über sie sagte oder dachte sie hatte einfach jeden Tag gelebt als wäre der letzte himmel sie hatte ja keine Ahnung an seiner sorgfältig beherrschten Miene sah Jenna das ganze Ausmaß seiner Reue wann hast du gemerkt dass du dich in sie verliebt hattest in der Dunkelheit des Rücksitzes hatte er den Blick in die Ferne gerichtet ich weiß nicht mehr wie es passiert ist ich habe versucht meine Gefühle für mich zu behalten und sie nicht merken zu lassen nicht einmal hat sie geflirtet und mich geneckt hat es war nicht richtig gewesen Corinne war zu jung das war das eine und ihr Vater hatte sie mehr anvertraut um auf sie aufzupassen jenner lächelte als sie die hand ausstreckte und ihm über seine angespannte wange strich du bist ein ehrenmann brock damals wie jetzt er schüttelte langsam den kopf dachte einen augenblick darüber nach ich habe versagt was Corinne passiert ist mein gott was die killer mit ihrer leiche gemacht haben war einfach unfassbar es hätte nie passieren dürfen ich hätte sie beschützen sollen ich habe sehr lang gebraucht um anzuerkennen dass sie tot war dass diese verkohlten und geschändeten Überreste einst die lebenslustige junge frau gewesen weil ich seit ihrer kindheit kannte ich wollte nicht dass sie tot war weil noch mal lange wollte ich es gar nicht wahr haben habe in drei staaten nach ihr gesucht und mir eingeredet dass sie immer noch irgendwo da draußen ist dass ich sie retten kann es hat sie nicht zurück gebracht Jenna beobachtete ihn und sah wie sehr diese inneren Qualen ihm immer noch zu schaffen machten wünschst du dir du könntest sie zurückbringen es war mein job sie zu beschützen das war mein versprechen das ich jedes mal gab wenn sie den dunklen Hafen ihres vaters verließ ich hätte ohne zu zögern mein Leben für sie gegeben und jetzt fragte Jenna ruhig und ihr wurde bewusst welche Angst sie davor hatte jetzt von ihm zu hören dass er den schönen Geist aus seiner Vergangenheit immer noch liebte aber als Brock den Kopf hob blickten seine Augen fest und ernst völlig auf sie konzentriert seine warme Berührung verweilte auf ihrem gesicht sein mund war ihrem so nah willst du nicht lieber wissen wie ich für dich fühle er strich mit dem daumen über ihre lippen berührte sie kaum und doch loderte sie innerlich auf ich konnte einfach nicht aufhören an dich zu denken und glaub mir ich hab's versucht ich hatte nie vor mich auf jemanden einzulassen ich weiß sagte sie beziehungs allergie ich erinnere mich ich bin sehr lange sehr vorsichtig gewesen jana seine stimme klang belegt ein heiseres knurren das tief in ihren knochen vibrierte ich gebe mir immer solche mühe keine fehler zu machen besonders solche nicht die sich nicht mehr rückgängig machen lassen sie schluckte plötzlich besorgt weil seine stimme zu ernst geworden war du schuldest mir gar nichts wenn es das ist was du meinst da täuschst du dich gewaltig sagte er ich schulde dir allerdings etwas eine entschuldigung wegen neulichen acht sie schüttelte den kopf brock nicht er fing ihr kinn und zog ihre aufmerksamkeit wieder zurück zu seinen augen ich wollte dich jana so wie ich hinter dir her war und ich in mein bett gezerrt habe war es wahrscheinlich nicht fair und es war weiß gott nicht ehrenhaft meine gabe einzusetzen um dir deinen kummer zu nehmen denn vielleicht habe ich dir so auch deinen freien willen genommen nein sie berührte sein gesicht und erinnerte sich sehr gut daran wie gut es sich angefühlt hatte ihn zu küssen zu berühren nackt mit ihm in seinem bett zu legen sie war absolut willig gewesen diese lust mit ihm zu erleben damals und auch jetzt so war es nicht brock und du musst nicht erklären und vor allem sagte er und redete einfach über ihre einwände hinweg schuldig dir eine entschuldigung dafür dass ich gesagt habe dass der sex mit dir rein körperlich sein würde ohne verpflichtung oder erwartung über den Moment du verdienst mehr als das jenner viel mehr als alles was ich dir geben kann ich hab dich nicht um mehr gebeten sie streichelte seinen kiefer entlang dann ließ sie die finger seinen starken hals hinunter gleiten und das begehren war gegenseitig du kannst meinen willen nicht beeinflussen brock ich habe es absolut freiwillig getan und ich würde es sofort wieder mit dir machen mit einem lustvollen knurren zog er sie an sich und küsste sie wild er hielt sie fest an sich gedrückt sein herz schlug heftig und die hitze seines körpers drang ihr wie ein balsam durch die haut als er von ihrem mund abließ ging sein atem keuchen durch die zähne und die hellen spitzen seiner fänge und in seinen dunklen augen glitzerten bernsteinfarbene funken himmel jene am liebsten würde ich jetzt diesen wagen wieder anwerfen und mit dir irgendwo hin weg fahren nur wir zwei nur für eine kurze weile einfach weg von allem die Idee war äußerst verlockend und wurde noch unwiderstehlicher als er sich vorbeugte und sie leidenschaftlich küsste sie schlang die arme um ihn und küsste ihn wieder verlor sich in der sinnlichen vereinigung ihrer münder er machte ein kehliges geräusch ein grollendes knurren das durch sie vibrierte als er sie enger in seine arme zog jenner spürte das schürfende kratzen seiner fänge an ihrer zunge spürte die harte beule seiner erregung die sich an ihre hüfte presste als er sie auf die lange rücksitzbank gleiten ließ und sich auf sie legte gedean wartet doch schon im technik labor auf uns gelang es ihr zu flüstern als er von ihrem mund abließ und die empfindliche haut unter ihrem ohr mit einer schwindelerregenden spur von küssen überzog sie hatten vor etwa einer stunde von unterwegs aus angerufen gedean und luken von ihrem problem in new york unterrichtet und sie wissen lassen dass sie auf der rückfahrt ins hauptquartier waren wir sollten uns doch gleich nach der ankunft bei ihnen melden ja knurrte er hörte aber nicht auf sie zu küssen er zog den reißverschluss ihres mantels auf und fuhr mit der hand unter ihre bluse er streichelte ihre brüste durch den dünnen stoff ihres behars reizte ihre brust warzen zu harten kleinen knuspen sie wand sich unter ihm als er sich auf ihr bewegte und langsam die hüften kreisen ließ bis ihr körper vor verlangen schrie ihn nackt auf sich tief in sich zu spüren rock keuchte sie fast verloren an die leidenschaft die er in ihr entfachte gedean weiß doch dass wir hier sind wahrscheinlich hat er uns gerade auf einem überwachungs monitor getönte scheiben knurrte er und sah mit einem aufreizenden grinsen das die glänzenden spitzen seiner fänge enthüllte zu ihr auf niemand kann uns sehen jetzt hör auf an gedean zu denken und küss mich das brauchte er ihr nicht zweimal zu sagen seine hände und lippen löschten all ihre gedanken außer ihrem verlangen nach mehr von ihm er küßte sie fordernd stieß ihr die zunge in den mund als wollte er sie verschlingen seine leidenschaft war berauschend und sie trank ihn klammerte sich an ihn und verfluchte innerlich ihre lästigen kleider und den engen rücksitz des rover sie wollte ihn noch heftiger als beim ersten mal ihr verlang wurde erst recht angeheizt von seiner liebevollen unnötigen entschuldigung und dem adrenalin das ihr nach allem was sie heute zusammen durchgemacht hatten immer noch in den adern kochte mit einem lustvollen keuchen murmelte sie seinen namen als sein mund seitlich über ihren hals wanderte und seine hände ihre vor erregung schmerzenden brüste streichelten sie wusste wenn sie auch nur eine minute länger zusammen in diesem fahrzeug blieben würden sie splitternackt genau hier auf diesem rücksitz enden nicht dass sie sich beschweren würde sie hatte kaum den Atem um mehr zu tun als lustvoll zu stöhnen als er ihr mit der hand zwischen die beine fuhr und seine hand fläche in einem gekonnten rhythmus an ihr rieb oh gott flüsterte sie bitte hör nicht auf aber er hörte auf und das keine sekunde später er erstarrte über ihr und hob ruckartig den kopf da hörte sie es auch draußen vor dem hangar gebäude näherte sich die garagentür öffnete sich und ein weiterer schwarzer geländewagen des ordens schoss herein und hielt mit quietschenden reifen einige parkplätze neben ihnen einer einer der krieger sprang vom fahrersitz es ist chase murmelte brock mit gerunzelter stirn und beobachtete ihn durch das heckfenster scheiße das ist nicht in ordnung bleib hier drin wenn du nicht willst dass er uns zusammen sieht vergiss es ich komme mit sagte sie brachte hastig ihre kleider in ordnung und folgte ihm aus dem rover um den anderen stammesvampir zu begrüßen sterling chase war bereits zügig zum aufzug des hauptquartiers unterwegs und sah zu brock und jenna herüber als sie näher kamen wenn er erriet wobei er sie eben unterbrochen hatte verrieten seine durchdringenden blauen augen nichts davon was ist los fragte brock seine tiefe stimme klang geschäftsmäßig chase war genauso düster und drosselte beim reden kaum sein tempo ihr habt noch nicht gehört brock schüttelte knapp den kopf wir sind selber eben erst angekommen für ein paar minuten kam ein anruf von matthias rovan sagte chase in einem der dunklen häfen von boston gab es heute nacht eine entführung oh mein gott flüsterte jenna erschrocken doch nicht wieder eine stammes gefährtin chase schüttelte den ein vierzehnjähriger junge zufällig der enkel eines stammes ältesten eines gen eins namens lazaro arca gen eins murmelte brock seine instinkte wurden schlagartig in alarmbereitschaft versetzt das kann kein zufall sein sehe ich auch so stimmte chase ihm zu die agentur verhört gerade zeugen versucht herauszufinden wohin man den jungen gebracht haben könnte und warum in der zwischenzeit fordern lazaro arca und sein sohn christoph der vater des jungen lautstark dass sie sich persönlich mit den kidnappern treffen wollen wer immer die sind um über seine freilassung zu verhandeln Ratzer und Prellungen abbekommen, aber sonst fehlte ihr zum Glück nichts. Hätte schlimmer laufen können. Lukin fuhr sich mit der Hand durch das dunkle Haar. »Dragos wird ständig dreister. La keinem gottverdammten FBI hat man da noch Töne.« »Was?« Chase runzelte die Stirn und sah ungläubig zwischen Brock und Jenner hin und her. »Soll das etwa heißen, der FBI-Agent, mit dem du dich heute getroffen hast, war einer von Dragos' Lakaien, antwortete Brock. Er und noch eine von Dragos' Geistsklaven haben sie im Gebäude überwältigt und sind mit ihr davongefahren. Ich sofort hinterher konnte sie aber erst einholen, als sie auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge ihren Wagen zu Schrott gefahren haben.« Chase stieß einen leisen Fluch aus. »Ihr zwei können von Glück reden, dass ihr noch am Leben seid.« »Ja«, stimmte Brock ihm zu. »Dank Jenner. Sie hat beide Lakaien ausgeschaltet und mich dann dafür gerettet, als Grillsteak zu enden.« »Ehrlich wahr?« Etwas von der Anspannung wich aus Chase' harten blauen Augen, als er sie ansah. »Nicht schlecht für eine Normalsterbliche. Alle Achtung.« Sie tat das Kompliment mit einem Schulterzucken ab. »Ich hätte wissen sollen, dass mit diesem Agenten was nicht stimmte. Das heißt, ich hab's gewusst. Ich hatte so'n Gefühl, könnte man wohl sagen. Ich wusste nicht genau wieso, aber während des ganzen Treffens dachte ich ständig, dass er irgendwie komisch war.« »Was meinst du?« fragte Gedeon. Sie runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich weiß nicht genau. Es war irgendwie instinktiv. Von seinen Augen würde mir ganz anders, und ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, dass er irgendwie nicht ganz normal war.« »Du hast gewusst, dass er kein richtiger Mensch mehr war«, schlug Brock vor, genauso überrascht von ihren Worten wie die übrigen Krieger. »Du konntest spüren, dass er ein Lakai war?« »Ich denke, ja«, sie nickte. »Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht das Wort dafür. Ich wusste nur, dass er mir eine Gänsehaut verursachte, je länger ich in seiner Nähe war.« Brock entging nicht, dass sich Gedeon und Lucan einen stummen Blick zu warfen. Auch Janna entging es nicht. »Was ist denn? Warum seid ihr auf einmal so still geworden?« »Menschen haben nicht die Fähigkeit, Lakai zu erkennen«, antwortete Brock. »Die Sinne der Göttung Homo sapiens sind nicht scharf genug, um den Unterschied zwischen normalsterblichen Menschen und solchen wahrzunehmen, deren Wille einem Stammesvampir gehört.« Sie hob die Braunen. »Ihr denkt, das hat auch mit dem Implantat zu tun, nicht? Mein unerschöpfliches Geschenk aus dem Weltraum verleiht mir immer neue Gaben.« Sie stieß ein scharfes Lachen aus. »Wie verrückt bin ich schon geworden, dass mir das alles ganz normal vorkommt?« Brock widerstand nur knapp dem Drang, den Arm um sie zu legen. Stattdessen warf er Gedeon einen ernsten Blick zu. »Gibt's bei ihr in Laborbefunden schon was Neues?« »Nichts Wesentliches, außer den Anomalien, die wir schon entdeckt haben. Aber ich würde gar noch ein paar Proben entnehmen und weitere Kraft- und Belastungstests mit ihr machen.« Jenna nickte zustimmend. »Gern, jederzeit. Da es ja so aussieht, als könnte ich das verdammte Ding nicht mehr loswerden, sollte ich wohl lieber versuchen, es besser zu verstehen.« »Die Tests werden noch etwas warten müssen«, warf Luke hinein. »Ich will alle in zehn Minuten im Techniklabor haben. Heute ist jede Menge Scheiße passiert und ich muss sicher gehen, dass alle auf dem neuesten Stand sind, bevor unsere Gäste aus dem dunklen Hafen eintreffen.« Der Anführer des Ordens warf einen anerkennenden Blick auf Jenna, dann auf Brock. »Es freut mich, euch heil wieder zu haben. Euch beide.« Jenna murmelte einen Dank, aber ihre Miene war verkniffen vor Enttäuschung. »Dom ein Treffen ja leider eine Falle war, konnten wir keine neuen Informationen zu Terror Global in Erfahrung bringen.« Lukin stieß einen Grunzlaut aus. »Das vielleicht nicht, aber zu wissen, dass Dragos seine Lakaien in die Regierungsbehörden der Menschen eingeschleust hat, dürfte auf lange Sicht sogar noch wertvoller für uns sein. Es sind weiß Gott keine guten Neuigkeiten, aber es ist etwas, womit wir in Zukunft rechnen müssen.« »Er fährt derzeit große Geschütze auf«, fügte Gideon hinzu. »Diese Entdeckung heute und jetzt die Entführung von Lazaro Akers Enkel?« »Es ist ziemlich klar, dass Dragos nicht vorhat aufzugeben.« »Und dass er von nichts zurückschrägt«, bemerkte Brock ernst. »Das macht ihn gefährlicher denn je. Bei diesem Mistkerl sollten wir uns besser auf das Schlimmste einstellen.« Luke nickte. Sein Blick war ernst und nachdenklich. »Wir werden jede Krise nehmen, wie sie kommt.« »Chase, du kommst mit mir. Ich will, dass du Tagin den Beifahrer machst, wenn er an die Oberfläche geht, um die Argers abzuholen. Alle anderen ins Techniklabor in zehn Minuten.« Lazaro Arger war angeblich fast tausend Jahre alt. Aber wie jeder andere Stammesvampir wirkte der schwarzhaarige Gen 1 keinen Tag über dreißig. Dass die Falten um seinen ernsten Mund und die Schatten unter seinen dunkelblauen Augen besonders ausgeprägt waren, lag nur an seinem Kummer über die Entführung seines Enkels. Mit seinen klugen, aber matten Augen musterte er die Gesichter der Runde, die im Techniklabor versammelt war. Die Krieger, ihre Gefährtinnen und auch Jenna an Brocks Seite, die ihn ihrerseits alle abwartend beobachteten, als Lucan und Gabriel den Stammesältesten und seinen grimmigen Sohn Christoph in den Raum führten. Um den riesigen Konferenztisch wurde eine schnelle, höfliche Begrüßungsrunde gemacht, aber allen Anwesenden war klar, dass es sich hier nicht um ein geselliges Treffen handelte. Brock konnte sich gar nicht erinnern, wann man das letzte Mal einen zivilen Stammesangehörigen ins Hauptquartier gelassen hatte. Nur wenige Angehörige des Vampirvolks wussten überhaupt, wo sich das Hauptquartier des Ordens befand, geschweige denn, dass sie es hier betreten hatten. Keiner der Arkers schien sich hier sonderlich wohlzufühlen, besonders der Vater des entführten Jungen nicht. Brock entging keineswegs wie der jüngere Mann leicht überheblich das Kinn hob, als er sich im Techniklabor umsah und jeden Krieger am Tisch, die meisten von der Patrouille immer noch in Kampfmontur und vollbewaffnet, einzeln musterte. Christoph Arker schien zögerlich, wenn nicht gar abgeneigt, den angebotenen freien Stuhl unter den heidnischen Ordenskriegern anzunehmen. Schwere Zeiten, dachte Brock ernst und neigte grüßend den Kopf, als der Zivilist der zweiten Generation in seinem langen Kaschmirmantel und in perfekt maßgeschneidertem Hemd und ebensolchen Hosen sich vorsichtig auf den Stuhl neben ihm setzte. Lukin räusperte sich, und seine tiefe Stimme übernahm schlagartig das Kommando im Raum, als er die beiden Neuankömmlinge ansah. »Als erstes will ich euch beiden versichern, dass jeder hier im Raum eure Besorgnis um Kellerns Wohlergehen teilt.« »Wie ich dir schon vorhin am Telefon«, sagte Lazarus, »steht der ganze Orden bereit, um den Jungen zu finden und nach Hause zu bringen.« »Das alles klingt sehr beruhigend,« sagte Christoph Acker neben Brock mit angespannter Stimme. »Die Agentur hat uns dasselbe versprochen. Und so sehr ich es auch glauben möchte. Tatsache ist doch, dass wir nicht einmal wissen, wo wir mit der Suche nach meinem Sohn beginnen sollen. Oder kann mir hier irgendjemand sagen, wer so etwas tun sollte? Was für feige Kriminelle in unserer Abwesenheit in unser Haus einbrechen und meinen Jungen entführen?« Nachdem Chase erneut mit Matthias Rowan von der Agentur gesprochen hatte, hatte er sie alle noch vor der Ankunft der Arkers über die beunruhigenden Details der Entführung informiert. Offenbar hatten drei riesige, bis an die Zähne bewaffnete Stammesvampire den dunklen Hafen überfallen, wo Lazarus und Christoph Acker mit ihren Familien lebten. Die älteren Arkers und ihre Gefährtinnen waren an diesem Abend auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung gewesen und hatten den Teenager Kellen allein zu Hause gelassen. So wie es sich anhörte, war die Entführung mit größter Heimlichkeit und Präzision durchgeführt worden, ausgerichtet auf eine ganz spezifische Zielperson. In einer Zeitspanne von nur wenigen Minuten hatten die Eindringlinge den dunklen Hafen durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses betreten. Zwei von Christoph Security-Leuten getötet, sich dann den Jungen aus seinem Zimmer im oberen Stock geholt und waren mit ihm davongefahren. Der einzige Zeuge der Entführung war ein Cousin, einige Jahre jünger als Kellen, der sich während des Überfalls in einem Schrank versteckt hatte. Verständlicherweise verängstigt und verstört, konnte er die Entführer kaum beschreiben, außer, dass sie von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet waren und Skimasken übers Gesicht gezogen hatten, die nur ihre Augen freiließen. Dem Jungen war auch aufgefallen, dass alle drei Männer seltsame, dicke, schwarze Halsbänder getragen hatten. Während der Agent die Tragweite dieses wesentlichen Details nicht begriffen hatte, war sie jedem Mitglied des Ordens nur allzu klar. Sie hatten schon vermutet, dass Dragos dahinter steckte, aber als sie jetzt hörten, dass drei seiner Killer vor Ort gewesen waren – Gen 1, gezüchtet und abgerichtet, um ihm zu dienen, ihre Loyalität garantiert durch die tödlichen UV-Halsbänder, die jeder von ihnen tragen musste – sahen sie ihren Verdacht bestätigt. »Das ist doch alles völliger Wahnsinn«, sagte Christoph und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Er wirkte angeschlagen, seine Augen flehend. »Ich meine, warum das alles? Unsere Rasse ist doch nicht so primitiv wie die Menschen, die sich um Geld bekriegen. Was versprechen die sich also davon, mir mein einziges Kind zu stehlen?« »Nein«, antwortete Luken. Die Worte waren so grimmig wie seine Miene. »Wir glauben nicht, dass es hier um finanzielle Bereicherung geht.« »Aber was können Sie sonst mit Kellen wollen?« Luken sah kurz zu Lazaro Acker hinüber. »Hin als Druckmittel einsetzen. Der Auftraggeber dieser Entführung wird zweifellos schon bald seine Forderungen stellen.« »Forderungen wonach?« »Nach mir«, sagte Lazaro ruhig. Als sein Sohn ihm einen fragenden Blick zuwarf, sah der Gen 1 ihn mit ehrlicher Reue an. »Christoph weiß nichts von dem Gespräch, das wir vor fast einem Jahr miteinander geführt haben, Logan. Ich habe ihm nie von der Warnung erzählt, die du mir und den wenigen anderen verbliebenen Gen 1 gegeben hast. Dass nämlich jemand versucht, uns auszulöschen. Er weiß nichts von der Anschlagserie gegen die Angehörigen unserer Generation.« Christoph Acker wurde ein wenig blass. »Vater, wovon redest du? Wer will dir etwas antun?« »Sein Name ist Dragos«, antwortete Luken. »Der Orden liegt schon seit einiger Zeit mit ihm im Krieg. Aber leider hatte er vorher einige Jahrzehnte Zeit. Jahrhunderte, um genau zu sein, sein geheimes Reich aufzubauen. Der Mann ist wahnsinnig. Allein im letzten Jahr hat er mehrere andere Gen 1 ermordet, und das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Macht ist alles, was ihm etwas bedeutet. Und seine Machtgier kennt keine Grenzen. Um zu bekommen, was er will, schreckt er vor nichts zurück. Kein Leben ist ihm heilig.« »Herr im Himmel! Willst du mir etwa sagen, dass dieser kranke Bastard Kellen entführt hat?« Luken nickte. »Tut mir leid.« Christoph sprang auf die Füße und begann hinter dem Tisch auf- und abzugehen. »Wir müssen ihn zurückholen. Verdammt, wir müssen einen Jungen nach Hause bringen. Koste es, was es wolle!« »Darin sind wir uns alle einig«, sagte Luken und sprach für die ganze Gruppe, die in ernstem Schweigen im Techniklabor versammelt war. »Und wir werden tun, was wir können. Doch ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass die Situation ihre Risiken birgt.« »Komm mir nicht mit Risiken!« schrie er. »Wir reden hier von meinem Sohn, meinem einzigen Kind, meinem geliebten Jungen!« »Erzähl mir nichts von Risiken, Luken. Für Kellen würde ich mit Freuden mein Leben geben!« »Ich auch«, sagte Lazarus nüchtern. »Alles für meinen Enkel.« Brock sah dem emotional geführten Wortwechsel zu. Er wusste, wie es sich anfühlte, angesichts eines solch drohenden Verlusts hilflos zu sein. Aber noch mehr als der Schmerz der Arcus bewegte ihn, wie erschüttert Jenner neben ihm aussah. Obwohl sie äußerlich ruhig wirkte, war ihr Mund angespannt, ihre Lippen zitterten leicht und ihre haselnussbraunen Augen waren feucht von unvergossenen Tränen. Ob aus Mitgefühl für die beiden Stammesvampire oder in Erinnerung an ihre eigene Qual, ihre Lieben so abrupt verloren zu haben, wusste er nicht sicher. Aber die Verletzlichkeit, die er an ihr sah, berührte ihn tief. Unter dem Tisch griff sie nach seiner Hand. Er nahm ihre schlanken Finger in seine, und sie sah mit einem kleinen Lächeln zu ihm hinüber, als ihre Finger sich in stummer Bestärkung verschlangen. Etwas Tieferes ging in diesem Augenblick zwischen ihnen vor. Eine unausgesprochene Bestätigung ihrer Bindung aneinander, die immer stärker wurde. Er wusste, dass sie stark war. Er kannte sie als mutige, belastbare Frau, die in ihrem Leben schon viel zu viele Schläge erlitten hatte und doch immer wieder aufgestanden war. Aber sie jetzt in diesem Augenblick ruhiger Verletzlichkeit zu sehen, brach ihm ein wenig das Herz. Er liebte an ihr, dass sie keine fragile Blume war, die schon bei der kleinsten Hitze dahin welkte. Aber er liebte auch ihre verborgene Empfindsamkeit. Gott, er liebte so vieles an ihr. Außer dem kleinen Problem, dass sie nicht als Stammesgefährtin zur Welt gekommen war, war Jenna Darrow eine Frau, die er sich nur allzu leicht an seiner Seite vorstellen konnte. Ein echter Partner im Leben und in allem. Aber sie war normal sterblich, und sich in sie zu verlieben, bedeutete unvermeidlich, sie zu verlieren. Was heute in New York geschehen war, sie in den Händen von Dragos Lakaien zu sehen, hatte ihm diesen Punkt nur allzu deutlich bewusst gemacht. Corinnes Tod war ein Schlag gewesen, auf den er nicht vorbereitet gewesen war, und trotzdem war es ihm gelungen, weiterzuleben. Doch Jenna zu verlieren, ob an das Alter, das sie ihm irgendwann nehmen würde, oder sonst wie, war inzwischen unvorstellbar für ihn geworden. Als er jetzt ihre Hand hielt, wusste er, dass er nicht länger so tun konnte, als ob sie nur eine seiner Missionen sei, oder dass er sie nur beschützte, weil der Orden es von ihm verlangte. Es hatte ihn schwer erwischt, zu sehr, um weiter zu leugnen, wie viel sie ihm bedeutete. Über diese beunruhigende Erkenntnis dachte er immer noch nach, als Lucan vom Tisch aufstand und sich neben Christoph Arker stellte. Er legte dem anderen Mann die Hand auf die Schulter, die dunklen Brauen ernst gerunzelt. »Wir werden nicht ruhen, bis wir deinen Sohn gefunden und zurückgebracht haben. Darauf hast du mein Wort. Und das all meiner Brüder hier in diesem Raum.« Bei seinem Schwur erhoben sich Brock und die anderen Krieger ebenfalls von ihren Stühlen, um ihre Solidarität zu zeigen. Selbst Hunter, der Gen 1, der die rücksichtslose Grausamkeit von Dragos und seinen Killern aus erster Hand kannte. Christoph sah sich mit einem festen Blick zum Anführer des Ordens um. »Ich danke dir. Da gibt es nichts mehr, um was ich bitten kann.« »Und da gibt es nichts, was ich nicht geben würde«, sagte Lazaro und trat zu seinem Sohn und Lucan im hinteren Teil des Raumes. »Der Orden hat mein volles Vertrauen. Ich kann mir nicht verzeihen, deinen Rat vor einem Jahr ignoriert zu haben, Lucan. Sieh nur, was es mich jetzt kostet.« Traurig schüttelte er den Kopf. »Vielleicht bin ich schon zu lange am Leben, wenn ein solches Scheusal wie Dragos unter uns existieren kann. Ist das die Richtung, in die der Stamm sich entwickelt? Wollen wir einander bekriegen, uns von Gier und Macht korrumpieren lassen, genau wie die Menschen? Vielleicht sind wir doch gar nicht so anders als sie. Was das angeht, unterscheiden wir uns überhaupt so sehr von den bestialischen Außerirdischen, die uns gezeugt haben?« Lucans stahlgraue Augen hatten nie Resoluter geblickt. »Ich zähle darauf.« Lazaro Arca nickte. »Und ich zähle auf euch«, sagte er und sah nacheinander jedem Krieger und jeder Frau, die mit ihnen aufgestanden war, einzeln ins Gesicht. »Ich zähle auf euch an.« Nachdem Lazaro und Christoph Arca gegangen waren, setzte der Orden seine Besprechung noch einige Stunden fort. Dann gingen Jenna und die anderen Frauen irgendwann zu ihrem Abendessen und die Krieger begannen, ihre begrenzten Handlungsmöglichkeiten und Strategien für die Suche nach dem entführten Jungen zu diskutieren. Obwohl Brock zuhörte und Vorschläge machte, wenn ihm welche einfielen, waren sein Verstand und sein Herz anderswo. Der Großteil seiner Konzentration hatte mit Jenna den Raum verlassen, und seither zählte er die Minuten, bis er wieder bei ihr sein konnte. Sobald sich die Versammlung im Techniklabor auflöste, ging er auf den Korridor hinaus, um sie zu suchen. Als er sich eben seinem Quartier näherte, kam Alex heraus und schloss die Tür hinter sich. Als sie ihn erblickte, lächelte sie ihm verschwörerisch zu. »Wie geht's ihr?«, fragte er. »Viel besser, als es mir gehen würde, wenn ich heute das Gleiche durchgemacht hätte wie sie. Sie ist völlig K.O., aber du kennst ja, Jen. Sie würde es nie zugeben.« »Oh ja«, sagte er und erwiderte Alex Lächeln. »Das weiß ich allerdings.« »Ich glaube, sie macht sich größere Sorgen um dich. Sie hat mir erzählt, was du getan hast, Brock. Wie du ihr nachgefahren bist am helllichten Tag.« Er zuckte mit den Schultern. Das Lob war ihm unangenehm. »Ich hatte die entsprechende Schutzausrüstung an. Meine Verbrennungen waren minimal. Sie waren schon verheilt, bis wir wieder im Hauptquartier waren.« »Das ist nicht der Punkt.« Alex lächelte ihn warm an. Dann stellte sie sich abrupt auf die Zehenspitzen und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Danke, dass du meine Freundin gerettet hast.« Als er etwas hilflos dastand und nicht wusste, wie er antworten sollte, verdrehte Alex die Augen. »Worauf wartest du? Geh schon rein und sieh selbst nach ihr.« Er wartete, bis Kates Gefährtin gegangen war, bevor er an die Tür klopfte. Es dauerte einen Augenblick, bis Jenna ihm öffnete. Sie war barfuß, trug seinen weißen Frottee-Bademantel und offenbar nicht viel darunter. »Hi«, sagte sie und lächelte ihn so einladend an, dass sein Blut in seinen Adern zu Lava wurde. »Ich wollte gerade unter die Dusche.« Diese verlockende Vorstellung machte alles nur noch schlimmer. »Ich wollte mal vorbeischauen und nach dir sehen«, murmelte er, die Stimme heiser bei der Erinnerung an die weiblichen Rundungen und die langen, sinnlichen Glieder, die sich unter diesem übergroßen Bademantel verbargen. Denn nur die lose, gebundene Schleife um ihre schlanke Taille zusammenhielt. Er räusperte sich. »Aber wenn du müde bist, bin ich nicht?« Sie drehte sich um und ging in den Raum. Die offene Tür war eine unausgesprochene Einladung. Brock ging hinein und schloss die Tür hinter sich. Er war nicht hergekommen, weil er sie vernaschen wollte, musste aber zugeben, dass es eine wirklich brillante Idee war, jetzt, wo er ihr so nah war, dass er sie berühren konnte. Nah genug, um zu spüren, dass es ihr genauso ging. Bevor er sich bremsen konnte, griff er nach ihrer Hand und zog sie wieder zu sich. Sie leistete keinen Widerstand. Ihre haselnussbraunen Augen waren groß und einladend, als er ihr die Hand um den Hinterkopf legte und sie an sich zog. Er fing ihren Mund in einem tiefen, hungrigen Kuss. Sie saugte seine Unterlippe hart zwischen die Zähne, und all seine guten Absichten, die paar, die er gehabt hatte, waren dahin. »Mein Gott, Jenna«, murmelte er heiser an ihrem Mund, »ich kann einfach nicht die Finger von dir lassen.« Ihre Antwort war ein kehliges Stöhnen. Das langsame, weibliche Schnurren vibrierte durch seinen Körper und direkt in seinen Schwanz. Er war hart wie Stahl, seine Haut angespannt und überhitzt, jedes Nervenende pochte im Takt mit dem wilden Dröhnen seines Pulses. Langsam zog er den losen Frottierstoff von Jenners sinnlichem Körper, enthüllte zentimeterweise eine köstliche Rundung nach der anderen vor seinem hungrigen Blick. Er strich mit den Händen über die weiche Haut, genoss, wie samtig sie sich unter seinen rauen Fingerspitzen anfühlte. Ihre Brüste füllten seine Handflächen aus. Perfekte Hügel, gekrönt von kleinen rosa Brustwarzen, die ihn anflehten, sie zu kosten. Er senkte den Kopf und liebkoste sie mit seiner Zunge, saugte an den harten kleinen Knospen und knurrte auf vor Lust, als sie über ihm stöhnte und seufzte. Der süße Duft ihrer Erregung schoss ihm in die Nase, und seine schon ausgefahrenen Fänge schossen noch weiter aus dem Zahnfleisch. Er griff ihr zwischen die Beine und teilte ihre feuchte Scham mit seinem Finger. »So weich«, murmelte er, streichelte sie und genoss, wie sie unter seiner Berührung noch weiter aufblühte. »So heiß und nass. Du bist so verdammt sexy, Jenna.« »O Gott«, keuchte sie und vergrub die Finger in seinen Schultern, als er langsam in sie eindrang. »Zuerst mit einem Finger, dann mit zwei.« »Mehr«, flüsterte sie. »Hör nicht auf.« Mit einem Knurren wiegte er seine Handfläche an ihr und küßte sie heftig und besitzergreifend. Zunge und Finger tauchten tief, Gaben und Namen, bis er ihren Körper in den ersten Schaudern ihres Orgasmus erzittern fühlte. Sie stieß einen scharfen Seufzer aus, aber er hörte erst auf, als sie mit einem Aufschrei kam und seinen Namen rief. Sie keuchte immer noch, klammerte sich immer noch an seinen Schultern fest, als er sie weiter langsam streichelte und sich hinunterbeugte, um die harten kleinen Brustwarzen zu küssen. »Du hast viel zu viel an«, murmelte sie, ihre verhangenen Augen dunkel und so fordern wie ihre Hände, die jetzt seine Arme hinabfuhren, direkt auf die mächtige Beule unter dem Bund seiner Drillichose zu. Sie streichelte ihn durch den Stoff, und als sie ihn so ohne jede Scheu anfasste, schwoll sein Schwanz noch größer an und wollte befreit werden. »Ausziehen. Sofort.« »Immer ganz der Boss«, sagte er grinsend und beeilte sich, ihrem lüsternen Befehl zu folgen. Sie lachte und fuhr mit den Händen über seinen ganzen Körper, während er sich hastig aus seinen Sachen pellte. Als er nackt war, schlang er die Arme um sie und zog sie an sich, bis ihre Rundungen mit seinen harten Muskeln verschmolzen. Sie war kein fragiles Frauchen, und das liebte er an ihr. Er liebte ihre Stärke. Da war so viel, was er an dieser Frau liebte, erkannte er, als er so mit ihr dastand. Haut an Haut, Auge in Auge. Oh ja, es hatte ihn voll erwischt. »Du hast vorhin was von einer Dusche gesagt«, murmelte er und versuchte sich einzureden, dass er sich nicht gerade Hals über Kopf verliebte. Dass er sich nicht schon viel früher in sie verliebt hatte, schon damals, als er sie das erste Mal in ihrem dunklen Blockhaus in Alaska gesehen hatte, misshandelt, aber ungebrochen. Sie lächelte zu ihm auf, völlig ahnungslos, welche Welle der Erkenntnis ihn eben überströmte. »Das habe ich allerdings. Aber die ist da drüben im Badezimmer, und wir sind hier draußen.« »Das lässt sich ändern.« Er hob sie vom Boden auf, und bevor sie aufkreischen konnte, dass er sie runterlassen sollte, hatte er sie schon mit übernatürlicher Geschwindigkeit nach nebenan ins Badezimmer getragen. »Oh mein Gott«, rief sie lachend, als er ihre Füße auf dem Marmorboden absetzte. »Netter Trick?« »Pass nur auf, Baby, ich hab noch jene Menge Tricks auf Lager.« Sie hob eine schmale Braue. »Ist das eine Einladung?« »Willst du eine?« Statt ihr anzügliches Geplänkel fortzusetzen, wurde sie plötzlich ruhig und sah einen Augenblick zur Seite. Als sie wieder zu ihm aufsah, war ihr Gesicht so ernst, wie er es noch nie an ihr gesehen hatte. »Ich weiß nicht, was ich will. Nur noch das. Mehr von dir.« Brock hob ihr schönes Gesicht mit den Fingerspitzen an. »Nimm dir alles, was du willst.« Sie schlang ihm die Arme um den Rücken und küsste ihn, als wollte sie ihn nie wieder loslassen. Er hielt sie, und ihre Münder verschmolzen gierig miteinander, während er mit ihr in die geräumige Dusche hinüberging und sie anstellte. Warmes Wasser schoss über sie und durchnäßte sie, während sie sich weiter streichelten und küssten. Jenna gab das Tempo vor, und er überließ sich ihr gerne und lehnte sich gegen die kalten Marmorfliesen zurück, als sie von seinem Mund abließ und langsam vor ihm in die Knie ging. Sie fuhr ihm mit dem Mund über Brust und Bauch. Ihre Zunge folgte den Mustern seiner Glyphen, während ihre nassen Hände seinen steifen Schaft bearbeiteten. Als sie ihre Lippen um seine Eichel schloß, wäre er fast gekommen. Sie saugte ihn tief ein, und schon in wenigen Sekunden hatte sie ihn mit ihrer süßen, nassen Folter fast wahnsinnig gemacht. »Himmel«, zischte er, »jetzt schon so kurz davor zu kommen.« »Komm rauf zu mir.« Er zog sie an seinen harten Körper hinauf und küsste sie hungrig, drang mit der Zunge in sie ein, so wie er kaum erwarten konnte, mit dem Schwanz in sie einzudringen. Er griff hinunter und spreizte ihr die Beine von hinten, zog ihre festen, nassen Pobacken auseinander. Er zog sie an sich und fuhr mit der Hand zu ihrer feuchten, erhitzten Leibesmitte. »Ich muss in dir sein«, knurrte er, und sein Hunger wurde so übermächtig, dass er fast explodierte. Er stemmte die Füße fest auf den Boden der Dusche und presste den Rücken an die Wand. Dann hob er sie hoch und ließ sie mit einem lustvollen Zischen langsam auf seinen Schwanz hinuntergleiten. Stöhnen vergrub sie ihr Gesicht an seiner Schulter, als er sie in einem gemächlichen Tempo vögelte und jeden Seufzer und jedes lustvolle Aufkeuchen genoss, das sie ihm gab. Sie kam mit einem zitternden Aufschrei, und ihre Scheide zog sich mit winzigen Kontraktionen um seinen ganzen Schwanz zusammen und molg ihn. Sein eigenes Verlangen brüllte in ihm auf. Er drehte sie um und spreizte ihre Beine. Sie beugte sich vor, die Handflächen auf der Marmorwand. Wasser schoss ihr durch die Mulde ihrer Wirbelsäule in ihre Poritze hinab. Wieder drang er in sie ein, den Arm um ihre Taille geschlungen, nun schon zu weit, um es langsam anzugehen. So intensiven Sex hatte er noch nie gehabt. Noch nie hatte er ein so tiefes Verlangen gespürt wie nach dieser Frau. Ihn packte der Wilde Drang, sie zu besitzen, genau wie beim ersten Mal, als er und Jenner sich geliebt hatten. Die brennende Sehnsucht, sie zu besitzen, sie als sein Eigentum zu betrachten und für immer von jedem anderen Mann fernzuhalten, war ein Gefühl, das er nie erwartet hätte. Aber jetzt brannte es in ihm. Als er in die weiche, nasse Hitze ihres Körpers pumpte, schmerzte sein Zahnfleisch vor Hunger, sie zu schmecken. Sie an sich zu binden, obwohl er wusste, dass es unmöglich war, diese normalsterbliche Menschenfrau zu seiner blutsverbundenen Stammesgefährtin zu machen. Er fauchte vor Verlangen und konnte sich nicht bremsen, seinen Mund auf die geschmeidige Mulde an ihrem Halsansatz zu drücken, als er mit jedem harten Stoß tiefer in sie eindrang. Die ganze Zeit über ruhten die Spitzen seiner Fänge auf ihrer zarten Haut. Spielerisch, prüfend. »Tus«, flüsterte sie. »O Gott, Brock, ich will es spüren, ich will alles von dir.« Mit einem tiefen, kehligen Knurren ließ er die scharfen Spitzen seiner Fänge ein wenig tiefer einsinken, nur haarscharf davon entfernt, ihre Haut zu verletzen. »Es wird nichts bedeuten«, keuchte er rau, unsicher, ob seine Stimme vor Wut oder Bedauern so heiser war. Sein Orgasmus kündigte sich an und zog sich immer fester zusammen. Er war kurz davor, zu explodieren. »Ich muss nur...« »Ach, Scheiße! Ich muss dich schmecken, Janna!« Sie griff nach hinten und legte ihm die Hand auf den Hinterkopf, wollte ihn zwingen. »Tus!« Er biss zu, biss in das weiche Fleisch am selben Augenblick, als er ganz in sie eindrang und sich tief in sie ergoß. Jannas Blut war heiß auf seiner Zunge, nur ganz normale, dickflüssige, kupfrige, rote Zellen, aber noch nie hatte er etwas Süßeres geschmeckt. Er trank von ihr, als sie wieder zum Höhepunkt kam, und gab dabei Acht, ihr nicht wehzutun, wollte ihr nichts als Lust bereiten. Als sie sich anschließend wieder entspannte, fuhr er sanft mit der Zunge über die Bisswunden und versiegelte sie. Er drehte sie wieder zu sich herum. Beide waren klatschnass unter dem warmen Wasserstrahl der Dusche. Er hatte keine Worte, empfand nur andächtiges Staunen vor dieser Menschenfrau, der es irgendwie gelungen war, sein Herz zu stehlen. Sie sah unter ihren dunklen Wimpern zu ihm auf, ihre Wangen rosa, ihr Mund immer noch gerötet von seinen Küssen. Brock streichelte ihr Kinn, dieses störrische, wunderschöne Kinn. Sie lächelte, kräuselte aufreizend die Lippen, und plötzlich küßten sie sich wieder. Das Feuer in seinem Blut loderte wieder hoch auf, sein Schwanz reagierte prompt. Jenner griff nach ihm und nahm ihn in die Hand, und im selben Augenblick glitt ihre Zunge in seinen Mund und fuhr spielerisch über seine Fangzähne. Oh Mann! Jenner wachte in Brocks riesigem Bett auf, in seine starken Arme geschmiegt. Sie hatten sich endlose Stunden lang geliebt, unter der Dusche, an die Schlafzimmerwand gelehnt, auf dem Wohnzimmersofa. Sie hatten schon fast den Überblick über all die Orte und kreativen Stellungen verloren. Jetzt hob sie in glückseliger Erschöpfung die schweren Augenlider, als sie sich tiefer in seine Arme kuschelte, ihre Wange an seine Brust geschmiegt, ein Bein angewinkelt und um seine Hüften geschlungen. Als sie sich regte, entfuhr ihm ein raues Stöhnen, das tief durch ihren Körper vibrierte. »Ich wollte dich nicht wecken,« flüsterte sie. Wieder stöhnte er lüstern. »Ich hab nicht geschlafen.« Sein Bizeps wölbte sich, als er sie fester an sich zog. Dann nahm er ihre Hand und führte sie zu dem einen Teil von ihm, der definitiv hellwach war. Jenner lachte schläfrig. »Weißt du, für einen alten Mann hast du eine ganz schöne Ausdauer.« Er pumpte ein wenig, als sie ihn in die Hand nahm, und sein dicker Schaft schwoll in ihrer Faust noch größer auf. »Hast du vielleicht was gegen Hundertjährige?« »Hundert?« fragte sie und stützte sich auf den Ellbogen auf, um ihn anzusehen. Es gab so vieles, was sie nicht über ihn wusste, so vieles, was sie über ihn lernen wollte. »Bist du wirklich so alt?« »So in etwa, wahrscheinlich sogar älter, aber ich hab schon lange aufgehört zu zählen.« Er lächelte, kräuselte nur leicht seine sinnlichen Lippen. Dann streckte er die Hand aus und strich ihr eine Haarsträhne hinters Ohr. »Bist du Angst, dass ich nicht mit dir Schritt halten kann.« Sie hob eine Braue. »Seit letzter Nacht nicht mehr.« Er kicherte, und sie beugte sich hinunter und küßte ihn. Dann kam sie wieder hoch, setzte sich Rittlings auf ihn und seufzte auf vor Lust, wie perfekt ihre Körper zusammenpassten. Als sie sich langsam auf ihm bewegte, einfach nur das Gefühl genoss, ihn wieder in sich zu spüren, bemerkte sie die winzige heilende Bisswunde, die sie in ihrer Leidenschaft an seinem Hals hinterlassen hatte. Sie hatte nicht widerstehen können, ihn zu beißen, besonders nachdem er in der Dusche von ihr getrunken hatte. Allein schon beim Gedanken daran wurde sie wild vor Erregung. Am liebsten hätte sie ihn mit Haut und Haaren gefressen, selbst jetzt noch. Stattdessen beugte sie sich über ihn und leckte mit der Zunge über die Stelle an seinem Halsansatz, wo sein Puls schlug. »Hm«, stöhnte sie an seiner Haut. »Du bist unglaublich.« »Und du unersättlich«, antwortete er und meinte es alles andere als kritisierend. »Na gut, sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich habe anscheinend jede Menge Energie zu verbrennen, und besonders mit dir.« Es war als Witz gemeint gewesen, aber als sie es sagte, erkannte sie, wie viel Wahrheit in dieser Feststellung lag. Sie zog sich zurück und starrte auf ihn hinunter, von ihren Gefühlen verblüfft. »Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt habe. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.« Seine dunkelbraunen Augen sahen sie zärtlich an. »Du scheint es jeden Tag besser zu gehen.« »Tut es auch.« Sie schluckte beim Gedanken an all die Veränderungen, die sie seit ihrer Ankunft im Hauptquartier überkommen hatten. Nie hatte sie sich der Welt um sich herum verbundener gefühlt. Nie war sie neugieriger und lebenslustiger gewesen. Ihr Körper erholte sich immer noch von ihrem Martyrium in Alaska. Sie wartete immer noch ab, welche Auswirkungen es auf ihr weiteres Leben haben würde. Aber innerlich fühlte sie sich lebhaft und stark. Das erste Mal seit sehr langer Zeit fühlte sie sich innerlich im Frieden mit sich selbst und voller Hoffnung. Sie fühlte sich, als könnte sie sich vielleicht wieder verlieben. Vielleicht war sie schon verliebt. Angesichts dieser Erkenntnis stockte ihr der Atem. Sie starrte auf Brock hinunter und fragte sich, wie sie das nur hatte zulassen können. Wie konnte sie ihm so schnell ihr Herz geöffnet haben? So schnell, so vorbehaltlos, so waghalsig. Sie liebte ihn, und der Gedanke erschreckte sie zutiefst. »Hey«, sagte er und streckte die Hand nach ihr aus. »Alles okay?« »Klar«, flüsterte sie. »Mir ging's nie besser.« Sein Stirnrunzeln schien zu besagen, dass er ihr das nicht ganz abnahm. »Komm her«, sagte er, zog sie vor sich auf das Bett hinunter und kuschelte sich an sie. Er drang nicht sofort in sie ein, sondern schmiegte seine harte Erektion nur zwischen ihre Schenkel und hielt sie in der warmen Geborgenheit seiner Arme. Er küsste sie hinten auf die Schulter, genau auf die Stelle, wo er sie letzte Nacht gebissen hatte. Jetzt war sein Mund sanft, sein Atem streifte warm ihre Haut. Jenna seufzte tief, genoss es, sich einfach so mit ihm zu entspannen. »Was denkst du, wie lange wir zusammen im Bett bleiben können, bis irgendwem auffällt, dass wir verschwunden sind?« Er stöhnte leise, dann drückte er ihr einen Kuss auf die Schulter. »Das haben sie sicher schon gemerkt. Alex weiß, dass ich hier bin, also ist auch Kate im Bilde.« »Und dein Mitbewohner auch«, erinnerte sie ihn. »Ja, der auch.« Er stieß ein leises Kiechern aus. »Hunter ist einer, dem gar nichts entgeht. Ich mag den Kerl, aber ich schwöre dir, die meiste Zeit ist er eine lebende Maschine.« »Ich kann mir nicht vorstellen, wie es für ihn gewesen sein muss, so aufzuwachsen«, murmelte Jenna und fragte sich, wie jemand aus einem solchen Umfeld hervorgehen konnte, ohne tiefe seelische Verletzungen davon zu tragen. Der Gedanke ließ sie frösteln, und sie kuschelte sich enger in Brocks warme Arme. Sein Körper war heiß und fest an ihrem Po. Einige Körperteile definitiv härter als andere. Sie lächelte. Daran konnte sie sich schnell gewöhnen. »Wo wir gerade von Mitbewohnern reden?« Er knurrte fragend, seine Finger spielten mit ihrem Haar. »Ich denke gerade, eigentlich ist es doch unnötig, dein Quartier aufzugeben. Besonders jetzt, wo wir...« Sie ließ die Worte verklingen, unsicher, wie sie ihre Beziehung bezeichnen sollte, die ursprünglich so unkompliziert und unverbindlich hatte sein sollen, aber irgendwie so viel mehr geworden war. Er fuhr mit dem Mund langsam ihre Schulter entlang, dann seitlich ihren Hals hinauf. »Bittest du mich etwa, mit dir zusammenzuziehen, Jenna?« Sie erzitterte unter der feuchten Wärme seiner Lippen und dem sinnlichen Schürfen seiner Fänge an ihrer empfindlichen Haut. »Kann man wohl sagen. Ich mein, das ist doch schließlich dein Bett. Dir gehört hier doch alles.« »Und du?« Er fasste ihr Haar zusammen, strich es zur Seite und drückte seinen Mund gegen ihren Nacken. »Hörst du mir auch?« Sie schloss die Augen, durch seinen Kuss von Lust überströmt und erfüllt von einer hellen, erschreckenden Freude. »Wenn du die Wahrheit wissen willst, ich glaube, ein Teil von mir gehört dir schon seit Alaska.« Das Stöhnen, mit dem er antwortete, klang alles andere als unglücklich. Er zog sie fester an sich, seine Zunge spielte über die empfindliche Haut hinter ihrem Ohr. Aber plötzlich erstarrte er. Den rauen Fluch, der dann folgte, hatte sie nicht erwartet. »Jenner,« murmelte er beunruhigt. »Ach du Scheiße, das gibt's doch gar nicht.« Ein Angstpfeil durchzuckte sie, scharf und kalt. »Was?« Einen Augenblick lang sagte er nichts. Und als er endlich antwortete, war seine Stimme leise vor Ungläubigkeit. »Das ist eine Glyphe. Himmel noch mal, Jenner. In deinem Nacken bildet sich eine Damaglyphe.« Eine Stunde später saß Jenner auf der Untersuchungsliege der Krankenstation, wo Gideon ihr weitere Blut- und Gewebeproben entnommen hatte. Sie war fassungslos gewesen über die kleine Damaglyphe auf der Stelle, wo der Älteste den Einschnitt gemacht und sein Implantat eingesetzt hatte, wenn auch nicht schockierter als die übrigen Bewohner des Hauptquartiers. Alle waren gekommen, um sich das Hautmuster anzusehen, das etwa so groß war wie ein Silberdoller und unter ihrem langen Haar verborgen gewesen war. Obwohl niemand seine Spekulationen laut ausgesprochen hatte, wusste Jenner, dass alle sich Sorgen um sie machten, allein schon deshalb, weil völlig unklar war, was diese neue Entwicklung langfristig für sie bedeuten würde. Jetzt hatten alle den Raum verlassen, alle außer Brock, der an ihrer Seite stand, mit grimmigem Gesicht und reglos in seinem schwarzen T-Shirt und den dunklen Jeans. Auch Jenner hatte nicht viel zu sagen und sah auf, als das Allround-Genie des Ordens ihr eine letzte Ampulle Blut aus dem Arm entnahm. »Und du sagst, du fühlst dich immer noch gut?« drängte Gideon und sah sie über seine randlose, blau getönte Brille an. »Die sind keine anderen Hautveränderungen auf deinem Körper aufgefallen? Keine physischen oder sonstigen Veränderungen seit dem letzten Mal?« Jenner schüttelte den Kopf. »Nichts.« Gideon warf einen Seitenblick auf Brock, bevor er sie wieder ansah. »Und was ist mit anderen Körperfunktionen? Hat sich deine Verdauung irgendwie verändert? Hast du besonderen Appetit auf etwas oder eine neue Abneigung gegen bestimmte Lebensmittel?« Sie zog dir die Schultern. »Nichts. Ich esse wie ein Scheunendrescher, das war schon immer so.« Das schien ihn etwas zu erleichtern. »Und keine ungewöhnlichen Gelüste, was Hunger oder Durst angeht?« Eine Hitzewelle überrollte sie, als sie den Blick zu Brock hob. Die Bisswunde, die sie ihm zugefügt hatte, war jetzt fort. Aber sie erinnerte sich nur allzu gut an die Gier, die in ihr getobt hatte, als sie ihm beim Sex die Zähne ins Fleisch geschlagen hatte. Sie hatte ihn mit einem wilden Durst begehrt, den sie kaum begreifen und schon gar nicht erklären konnte. Und jetzt fragte sie sich. »Ich, ähm, wenn du Blut meinst,« murmelte sie, peinlich berührt, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss, als Brocks dunkle Augen weiter unverwandt auf sie gerichtet blieben. »Da hatte ich schon gewisse Gelüste.« Gideon hob überrascht die blonden Braun, dann wandte er seine Aufmerksamkeit sofort zu Brock. »Du meinst, ihr beiden habt? Ich hab ihn gebissen,« platzte Jenna heraus. »Letzte Nacht und vor ein paar Nechten auch schon. Ich konnte nichts dagegen machen.« »Was ist sowas?« sagte Gideon und versuchte nicht einmal, seine Belustigung darüber zu verbergen, dass sie und Brock miteinander schliefen. »Und was ist mit dir, mein Alter? Hast du auch von ihr getrunken?« »Fur ein paar Stunden,« antwortete Brock mit einem grimmigen Nicken, wirkte aber alles andere als reumütig, als sein Blick wieder zu ihr zurückkehrte. »Es war unglaublich. Aber ich weiß, worauf die Nauswilste, Gideon. Was sie in den Adern hat, sind ganz normale rote Zellenmarke Homo Sapiens.« »Kein Blutduft?« Brock schüttelte den Kopf. »Nur kupfriges Hämoglobin. Sie ist normalsterblich.« »Nur, dass sie zusätzlich zu den DNA-Mutationen in ihrem letzten Laborbefund und den anderen Dingen, die sie erwähnt hat, jetzt auch noch eine Glühwe hat.« Der Krieger fuhr sich mit den Fingern durch seinen zerzausten, goldblonden Haarschopf. »Und dann ist da noch etwas.« Als er Jenner jetzt ansah, wirkte er so nervös, wie Jenner ihn nie zuvor gesehen hatte. Er schien unschlüssig, was er sagen sollte, und für einen Mann, der sonst für jedes nur erdenkliche Problem eine Antwort wusste, war diese Unsicherheit schlichtweg alarmierend. »Sag's mir, Gideon.« Brock kam näher und nahm ihre Hand. »Scheiße, Gideon, jetzt sag schon, was hast du noch gefunden?« Der andere Krieger runzelte die Stirn und spitzte nachdenklich den Mund. »Ich habe veränderte Werte im Energiefilter eines Körpers gemessen. Offenbar gibt das Implantat eine Art Strahlung ab.« »Was zum Teufel hat das zu bedeuten?«, fragte Brock und schloss seine Finger fest auf Jenners. Gideon zuckte die Schultern. »Na, es ist nichts, was sich mit meiner Ausrüstung bestimmen lässt. Also kann ich euch nicht sagen, was genau es sein könnte. Es handelt sich hier um hochentwickelte Technologie, viel fortschrittlicher als alles, was ich zur Verfügung habe. Wahrscheinlich fortschrittlicher als alles auf diesem Planeten. Meine Vermutung ist, dass das Implantat diese Energie abstrahlt.« Mit ihrer freien Hand betastete Jenner den leicht erhabenen Umriss der verschnorkelten Glüfe in ihrem Nacken. »Könnte diese Energie nicht einfach nur ein Indikator dafür sein, dass das Implantat in mir aktiv ist?« »Es könnte so einfach sein, ja.« Sie sah ihm beim Reden zu und bemerkte, dass er immer noch denselben ernsten, wachsamen Blick hatte. »Es könnte so einfach sein, aber du vermutest etwas anderes, nicht?« Er streckte die Hand aus und berührte sie leicht an der Schulter. »Wir suchen weiter nach den Antworten. Ich gebe dir mein Wort drauf.« Brock nickte seinem Kameraden ernst zu und schlang schützend den Arm um Jenner. »Danke, Mann.« Gedeon lächelte ihnen kurz zu. »Dann lasse ich mal diese Proben durchlaufen und bringe euch die Ergebnisse, sobald ich sie habe.« Als er sich eben zur Tür umdrehte, näherten sich draußen auf dem Korridor schwere, eilige Schritte von gestiefelten Füßen, und Kate erschien. Seine silbernen Augen blitzten vor Dringlichkeit. »Harvard hat eben einen Anruf von Matthias Rowan bekommen,« verkündete er übergangslos. »Die Agentur hat eine potenzielle Spur zum Aufenthaltsort von Kellen Arker.« »Was haben wir?« fragte Brock, den Arm immer noch um Jenners Schultern gelegt, aber sofort ganz im Kriegermodus. »Anscheinend einen weiteren Zeugen, ein Obdachloser an Quincy draußen behauptet, er hätte letzte Nacht gesehen wie drei große Typen, die nach Spezialeinsatzkommando aussahen, einen Jungen auf einem Baustellengelände gezerrt hätten.« Brock knurrte. »Der Hinweis kam von einem Menschen? Seit wann benutzt die Agentur Obdachlose Homo Sapiens als Informanten?« »Frag mich nicht, Alter«, sagte Kate und hob die Hände. »Ein Agent namens Frane hat den Hinweis gemeldet. Harvard sagt, der Typ hat eine ganze Reihe von menschlichen Informanten, die gegen Bares in der Stadt Augen und Ohren für ihn offenhalten.« »Ach nee«, stieß Brock hervor. »Das sind unsere einzigen Quellen für die Spur zu diesem Jungen? Frane und ein menschlicher Junkie?« Kate schüttelte den Kopf. »Im Moment ist es alles, was wir haben. Lazarow und Christoph Arker haben schon mit Matthias Rowan vereinbart, heute Nacht mit einem Team von Agenten nach Quincy runterzufahren und sich dieses Gelände mal anzusehen.« Brocks Fluch wurde gefolgt von Gideons. »Ich weiß«, sagte Kate. »Lukin will uns alle im Techniklabor, um unsere Vorgehensweise zu diskutieren, und zwar pronto. So wie es aussieht, gehen wir heute Nacht mit der Agentur auf Einsatz, um sich auf das Treffen mit Matthias Rowan und seinem Agenturteam am selben Abend vorzubereiten. Aber schließlich basierte die ganze Operation nur auf einem Hinweis aus äußerst zweifelhafter Quelle und der Entschlossenheit von Lazarow Arker und seinem Sohn, die verzweifelt hofften, dass man Kellen Arker tatsächlich zu dieser Großbaustelle am äußersten Rand von Quincy gebracht hatte. Weder Brock noch der Rest des Ordens machten sich große Hoffnungen, dass die Spur sie weiterbringen würde. Wenn Dragos diese Entführung in Auftrag gegeben hatte und davon war auszugehen, dann waren die Chancen, den Jungen lebendig zu finden, nur sehr gering und schon gar nicht so kurz nach seiner Entführung. Aber keiner der Krieger sprach das aus, als sie in der Straße neben dem Grundstück hinter den Fahrzeugen der Agentur parkten. Matthias Rowan war der Erste, der herüberkam, um sie zu begrüßen. Er löste sich aus der Gruppe der sechs Agenten, die ihn begleiteten, und stapfte auf den Rover zu, als Brock gerade den Motor abstellte und die Krieger, die mit ihm gefahren waren, aus dem Wagen auf den eisigen Asphalt stiegen. Chase machte die Vorstellungsrunde und begann mit Taggen und Kate, dann Brock, der Agent Rowan schon kannte. Auch Hunter beteiligte sich an dieser Operation des Ordens, aber er war schon eine Straße vor dem vereinbarten Treffpunkt aus dem Rover gesprungen, um das Gebäude und die ganze umliegende Gegend heimlich zu überprüfen. Das Gebäude war ein zehnstöckiger Wohnblock mit Eigentumswohnungen, oder wäre es laut dem Schild der Immobilienfirma an der Vorderseite geworden, wenn die finanzierende Bank nicht aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise pleite gegangen wäre. Der Rohbau stand schon seit Monaten halbfertig da und wirkte bereits leicht verfallen, der Ziegelturm nur wenig mehr als das Skelett eines Gebäudes mit leeren, unfertigen Stockwerken und verbarrikadierten Fensteröffnungen. Er wirkte ruhig und verlassen genug, um als potenzielles Versteck zu dienen. »Lazaro Arca und der Vater des Jungen sind auch da«, informierte Rowan die Krieger. »Sie haben beide darauf bestanden, mitzukommen, obwohl ich Ihnen angeraten habe, dass es für alle Beteiligten das Beste wäre, wenn Sie in einem der Agenturfahrzeuge warten, solange wir die Suche durchführen.« Taggen neigte zustimmend den Kopf. »Ihre Männer sind noch nicht beim Gebäude?« »Nein, wir sind erst kurz vor Ihnen angekommen.« »Und Sie haben keine Bewegung in oder um das Gebäude bemerkt?«, fragte Brock und sah zu der dunklen Bauruine hinüber, als um sie herum ein feines Schneegestöber zu wirbeln begann. »Wir haben nichts gesehen und gehört«, sagte Rowan. »Was unsere Hinweise angehen, ich hätte, weiß Gott, schon bessere.« »Sehen wir nach«, sagte Taggen und ging voran. Als sie sich den Fahrzeugen der Agentur näherten, erkannte Brock Frayne in Rowans Team. Er und zwei weitere Agenten standen gegen eine der Limousinen gelehnt, ihre halbautomatischen Pistolen gut sichtbar in den Holstern unter ihren offenen Wintermänteln. Brock starrte den streitlustigen Agenten nieder, als sie herankamen. Sein Blick warnte die Gruppe, jetzt bloß keine dumme Bemerkung zu machen. Chase war weniger subtil. Er grinste seinen Gegner von vor ein paar Nächten breit an. »Schön zu sehen, dass du wieder auf den Beinen bist, nachdem ich neulich den Asphalt mit deinem Arsch gewischt habe. Wenn du mehr willst, lass es mich wissen.« »Fick dich doch selbst«, fauchte Frayne, offenbar genauso versessen darauf, den Streit mit seinem ehemaligen Kameraden wieder eskalieren zu lassen. Der giftige Wortwechsel wurde abgebrochen, als sich die hintere Beifahrertür der Agenturlimousine öffnete. Lazarow Arca trat auf die Straße hinaus. Sein Gesicht war schroff und angespannt vor Sorge. Er nickte den Kriegern grüßend zu. »Christoph und ich wollen uns an der Durchsuchung des Gebäudes beteiligen«, sagte er und richtete seine Bitte an Tegan. »Ihr könnt nicht erwarten, dass wir herumsitzen und warten.« »Doch.« »Genau das erwarte ich.« Tegans Stimme war respektvoll, aber unnachgiebig. »Wir wissen nicht, was wir heute Nacht da drin finden werden, Lazarow. Es könnte Fehlalarm sein. Aber wenn nicht, dann musst du die Sache uns überlassen.« »Mein Sohn und ich wollen helfen«, argumentierte er. Tegan reckte entschlossen das Kinn. »Dann helft uns, indem ihr uns unseren Job machen lasst. Bleibt hier. Wir werden schon sehr bald merken, ob an dieser Spur etwas dran ist oder nicht. Chase, du bleibst als Wache bei Rowans Männern, bis wir zurück sind. Lass sie bloß nicht aus den Augen.« Brock entging Havertz' ärgerlicher Blick nicht. Aber der ehemalige Agent tat wie befohlen. Mit Frayn und den beiden anderen Wachposten, die sich bereit hielten, half er Lazarow Arke in den Wagen zurück und schloss die Tür. Dann lehnte er sich mit über der Brust verschränkten Armen gegen den Wagen und sah zu, wie Brock und der Rest der Gruppe sich auf das dunkle Gebäude zubewegten. Sie näherten sich geräuschlos. Tegan gab ein stummes Signal, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Es wurde von Brock und Kate und schließlich auch von Rowan und seinen drei Agenten verstanden und akzeptiert. Während das Team der Agentur um das Gebäude herum zu einer Hintertreppe ging, betraten Tegan, Brock und Kate es durch den vorderen Teil der leeren Hülle, aus der die Eingangshalle geworden wäre. Als sie im Gebäude waren, zeigte sich, dass es nicht völlig unbewohnt war. Über ihren Köpfen war das Schlurfen von schweren Stiefeln zu hören. Und etwa im selben Bereich kratzte ein eisernes Stuhlbein über den Betonboden. Und dann drang durch den Winterwind, der überall durch die offenen Fensteröffnungen heulte, das gedämpfte Weinen eines Jugendlichen. Tegan zeigte auf eine Treppe ins Obergeschoss. Brock und Kate folgten ihm und alle drei stiegen mit gezogenen Waffen die wenigen Stufen hinauf. Als sie den ersten Stock erreichten, wurde Brocks Blick von einem schwachen Lichtschein angezogen, der irgendwo aus dem hinteren Teil einer nicht fertiggestellten Wohnung drang. Auch Tegan und Kate sahen ihn. »Menschen«, sagte Brock tonlos zu seinen Brüdern. Es mussten Obdachlose sein, da alle Angehörigen seiner Spezies im Dunkeln sehen konnten und ganz ohne künstliches Licht auskamen. Tegan winkte ihnen, weiterzugehen und zu erkunden, woher der schwache Lichtschein kam. Sie schlichen im Dunkeln vorwärts und schwärmten aus, um sich der Stelle von allen Seiten zu nähern. Beim Näherkommen erhaschte Brock einen flüchtigen Blick auf drei riesige, maskierte Männergestalten, von Kopf bis Fuß in Schwarz, jeder mit einer halbautomatischen Pistole in der Hand und zwischen ihnen in der Mitte des wandlosen Raumes kauerte eine kleinere Gestalt. Kellen Arker Da war an Franes Tipp ja doch was dran gewesen. Der Kopf des jungen Stammesvampirs war ihm tief auf die schmale Brust gesunken, sein rotblondes Haar hing ihm verfilzt ins Gesicht, seine Kleider waren zerrissen, offenbar waren seine Entführer brutal mit ihm umgesprungen. Man hatte ihm die Hände auf den Rücken gebunden und ihn an Knöcheln und Rumpf mit Ketten an einen Metallstuhl gefesselt. Als Stammesvampir, selbst als Jugendlicher, hätte Kellen sich leicht von seinen Fesseln befreien können, wenn er es versucht hätte. Aber er hatte wenig Chancen, drei von Dragos Killern zu entkommen, jeder einzelne bis an die Zähne bewaffnet und nahe genug, um ihn voll Blei zu pumpen. Tegan sah zu Brock, dann zu Kate hinüber, gab ihnen ein stummes Signal, auf sein Kommando hinauszuschwärmen. Sie mussten sich geräuschlos die besten Positionen suchen, sodass jeder von ihnen einen der Gen-1-Killer ausschalten konnte, ohne dass Kellen Arker ihnen in die Schusslinie geriet. Aber bevor sie den ersten Schritt tun konnten, hörte Brock ein leises, metallisches Klicken aus den tieferen Schatten im ersten Stock, wo sie standen. Matthias Rowan und seine Agenten waren da. Auch sie sahen den entführten Jungen, und im nächsten Augenblick eröffnete einer dieser schießwütigen Idioten das Feuer. Der Lärm der Schießerei im Gebäude drang bis auf die Straße hinaus. Scheiße, fluchte Sterling Chase und riss angesichts des plötzlichen Lärms den Kopf hoch. Himmel, Arsch und Zwirn, sie müssen den Jungen gefunden haben. Frayne sah zu, wie der ehemalige Agent fast schon panisch seine Waffe zog und einen wilden Blick auf den Rohbau warf. Sterling Chase, der Stammesvampir, der vor noch nicht allzu langer Zeit eine glänzende Karriere bei der Agentur in Aussicht gehabt und dann alles fortgeworfen hatte, um dem Orden beizutreten. Idiot. Er hätte sich einer viel mächtigeren Organisation anschließen können, so wie Frayne selbst es erst vor wenigen Monaten getan hatte. »Ich gehe rein«, sagte Chase, entsicherte die schwarze 9-Millimeter-Pistole und entfernte sich bereits von der Agentur-Limousine auf der Straße. »Du und deine Männer rührt euch hier nicht vom Fleck, Frayne. Nicht mal für eine Sekunde kapiert!« Frayne nickte liebenswürdig und gab sich alle Mühe, ein zufriedenes Lächeln zu unterdrücken. Das war genau die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. Tatsächlich hatte er fest damit gerechnet, dass die Dinge sich genau auf diese Weise entwickeln würden. »Sorgt dafür, dass die Argers im Wagen bleiben«, rief Chase, als seine Stiefel über den schneebedeckten Asphalt knirschten auf die wilde Schießerei zu, die immer noch über ihnen in dem skelettartigen Rohbau im Gange war. »Lasst sie nicht aus den Augen, was immer geschieht!« »Aber klar doch«, murmelte Frayne leise, sobald der ehemalige Agent außer Hörweite war. Neben ihm auf der Straße glitt das hintere Fenster auf der Beifahrerseite auf. Christoph Arker spähte aus der Limousine, sein sonst so stolzes Gesicht angespannt vor Sorge. »Was ist los?« Er zuckte zusammen angesichts des Getöses, von dem die Dunkelheit Widerhalter. »Guter Gott, wer schießt da? Haben Sie meinen Sohn gefunden?« Arger machte Anstalten, aus dem Wagen zu steigen, doch Frayne trat vor und blockierte die Tür. »Nur die Ruhe«, sagte er zu dem nervösen Vater. Noch während er redete, zog er geschmeidig seine halbautomatische Pistole aus dem Holster und befahl mit einer kaum wahrnehmbaren Augenbewegung den beiden Agenten auf der anderen Seite des Wagens, es ihm gleichzutun. »Wir haben hier alles unter Kontrolle.« Der ganze erste Stock des Rohbaus war ein einziges Chaos von fliegenden Kugeln und den heiseren Schreien der Krieger und Matthias Rowan und seinen Männern. Die drei riesigen Wachen im Raum mit Kellen Arker erwiderten das Feuer, schossen wild in die Dunkelheit und erwischten zwei von Rowans Agenten schon in den ersten Augenblicken des Überraschungsangriffs. Der dritte ging mit Schmerzgeheul zu Boden, man hatte ihm die Kniescheibe weggeschossen. Dann brachte ihn eine weitere Kugel endgültig zum Schweigen. Das gnadenlose Feuergefecht ging weiter und Brock gelang es nur haarscharf, einer Kugel auszuweichen, die an seinem Kopf vorbeififf. Im Eifer des Gefechts wurde die dicke Kerze umgetreten, die den Raum erleuchtet hatte. Sie rollte den Entführern vor die Füße, die kleine Flamme verlosch auf dem Boden und stürzte den Raum in Finsternis. Brock fiel kaum auf, dass der schwache Lichtschein fehlte, genauso wenig wie seinen Gefährten. Dragors Männer jedoch schienen in der Dunkelheit vorübergehend desorientiert. Brock erledigte den einen mit einem gezielten Kopfschuss und keine Sekunde später erwischte Tegan einen weiteren. Während der letzte verbliebene Killer die Luft mit einem Kugelhagel aus seiner Maschinenpistole durchsiebte, näherte sich Brock ihm von der Seite. Tief geduckt schlich er zu dem Stuhl hinüber, auf dem Kellen Arker saß, und jetzt hektisch versuchte, sich von seinen Fesseln zu befreien. Die Krieger und Rowan kreisten den dritten schwarz gekleideten Killer ein. Jede Waffe im Raum war auf ihn gerichtet. Das Zielobjekt wurde mit einer wilden Salve ausgelöscht und sackte zerfetzt und blutüberströmt auf dem Boden zusammen. Brock packte den vor Entsetzen schreienden Kellen Arker an den schmalen Schultern und beruhigte ihn. »Alles gut, Kleiner. Jetzt bist du in Sicherheit.« Dann stutzte er. Von irgendwo aus der Nähe drang ihm Hämoglobin-Geruch in die Nase. Was zur Hölle war das denn? Seine Fänge schossen aus dem Zahnfleisch, die übliche physiologische Instinktreaktion, wenn seine Stammessinne frisches Blut registrierten. Er warf Tegan und den anderen einen abrupten Blick zu und sah, dass auch sie den kupfrigen Geruch von frischen roten Zellen bemerkt hatten. »Menschen«, murmelte Tegan und musterte mit transformierten bernsteinfarbenen Augen die drei toten Wächter, die in Blut lachen, vor ihnen auf dem Boden lagen. »Keine Halsbänder«, fügte Brock hinzu, dem gerade aufgegangen war, dass Callens Entführer unter ihren schwarzen Skimasken nicht die tödlichen UV-Halsbänder von Dragos' echten Killern trugen. »Ach du Scheiße. Das sind gar nicht die Gen-1-Killer, die den Jungen entführt haben.« Jetzt kamen Kate und Matthias Rowan zu ihnen hinüber. Sie bückten sich und zogen den Toten die Skimasken ab. Kate hob das geschlossene Augenlied des einen und zischte einen Fluch aus. »Das sind Lakaien.« »Lakaien, die uns vormachen wollen, dass sie Gen-1-Killer sind«, fügte Brock hinzu, löste die letzte von Callen Arkers Fesseln und half ihm auf die Beine. »Das war ein Hinterhalt.« »Sieht ganz so aus«, sagte Kate. »Aber zu welchem Zweck?« »Herr im Himmel!« Chase stand hinter der Gruppe. Er war eben erst angekommen. Seine Augen sprühten bernsteingelbes Feuer, die Pupillen waren zu tierhaften Schlitzen verengt, seine Fänge riesig hinter seiner gebleckten Oberlippe. Völlig gebannt starrte er die blutüberströmten Toten an. »Was zur Hölle ist hier passiert?« Tegan drehte sich zu ihm um. »Wo sind die Arkers?« »Draußen«, antwortete er mit rauer Stimme. Es kostete ihn sichtliche Anstrengung, seine Aufmerksamkeit wieder auf Tegan zu richten. »Ich hab sie bei Frayn und seinen Männern gelassen, als ich die Schüsse hier oben gehört habe.« Über Tegans sonst so gelassenes Gesicht flackerte Erschrecken. »Verdammt, Havert! Ich hab dir doch gesagt, du sollst dir nicht aus den Augen lassen!« Völlig geräuschlos kehrte Hunter von seiner Überprüfung des Baustellengeländes zurück. Er raste zurück, weil er die wilde Schießerei am Wohnblock gehört hatte, aber momentan interessierte ihn vor allem der einzelne Schuss, den er eben bei den Agenturlimousinen auf der Straße gehört hatte. Durch die Schneeflocken, die durch die dunkle Nachtluft wirbelten, sah er den Agenten namens Frayn mit einer rauchenden Pistole vor dem geöffneten Rücksitzfenster der schwarzen Agenturlimousine stehen. Im selben Augenblick eröffneten auch Frayns Kollegen das Feuer, nahmen den Wagen von allen Seiten unter Beschuss. Mit einem gewaltigen Satz überwand Hunter die mehreren Meter, die ihn von dem Ort des Geschehens trennten, und landete auf Frayn. Als er den Vampir zu Boden riss, erhaschte er einen Blick auf einen zertrümmerten Schädel, dessen Inhalt im Wageninnern verspritzt war. Der stechende Geruch von Schießpulver und Tod erfüllte die Luft, als die beiden anderen Agenten ihren Angriff auf die Insassen der Limousine fortsetzten. Frayn brüllte unter Hunter, schlug um sich und versuchte ihn abzuwerfen. Hunter packte ihn mit beiden Händen am Schädel und drehte heftig und effizient. Der Kampf war zu Ende. Frayn fiel leblos auf den Gehsteig. Seine blicklosen Augen starrten ihm in einem unnatürlichen Winkel über die Schulter. Im selben Augenblick erschütterte ein tiefes Grollen den Wagen. Ein Heulen brachte den Boden zum Erbeben, und dann wurde die Tür auf der anderen Seite aus den Angeln gerissen. Sie flog mehrere Meter durch die Luft und landete krachend auf dem Asphalt. Lazaro Arger stürzte aus dem Wagen, Mantel und Gesicht, Blut bespritzt und übersät von Knochen, Splittern und Hirnmasse. Er warf sich auf einen der abtrünnigen Agenten und schlug ihm seine riesigen, dolchartigen Fänge in die Kehle. Als die beiden Männer in einer tödlichen Umarmung zu Boden fielen, sprang Hunter über die Kühlerhaube der Limousine, packte den letzten Angreifer und erledigte ihn genauso mühelos wie Frayn. Dann warf er einen teilnahmslosen Blick auf Lazaro Arger und den anderen Stammesvampir, aus dessen klaffender Kehle Blutschoss. Arger hatte ihm einen tödlichen Biss versetzt. Aber er war noch immer nicht fertig mit ihm, obwohl der Agent, den er unter sich fest genagelt hatte, schon so gut wie tot war. Er raste vor Wut, an einen Schmerz verloren, der Hunter, der völlig ohne emotionale Bindungen aufgewachsen war, unbegreiflich bleiben musste. Hunter richtete sich auf und sah in den Wagen, wo Lazaro's Sohn leblos vor dem Rücksitz zusammengesackt war. Frayn hatte ihm aus allernächster Nähe in die Schläfe geschossen. Tegans Erschrecken im Gebäude war nicht unberechtigt gewesen. Tatsächlich übertraf der Anblick, der die Gruppe erwartete, als sie mit Callan Arker nach draußen rannten, ihre schlimmsten Erwartungen. In der Straße, wo die Fahrzeuge der Agentur geparkt waren, stank es nach Tod. Der Wagen, in dem Lazaro und Christoph Arker gesessen hatten, war mit Einschusslöchern übersät, alle Fensterscheiben zersplittert. Beim näheren Hinsehen erkannte Brock, dass die andere Seite der Limousine aufklaffte. Die ganze hintere Tür war aus den Angeln gerissen. Es hatte einen Anschlag auf die Insassen des Wagens gegeben. Eine feige Attacke von außerhalb der Fahrzeuge. Keine Frage, wer die Täter waren, auch nicht, wie die Sache ausgegangen war. Frayn und die anderen beiden Agenten lagen grausam zugerichtet auf dem Asphalt. Hunter stand völlig teilnahmslos über ihnen. Seine wachsamen, goldenen Augen suchten die Umgebung ab. Er war bereit, es mit jeder Gefahr aufzunehmen. Und in der Limousine, Kopf und Oberkörper über die leblose Gestalt auf seinem Schoß gebeugt, saß Lazaro Arker. Selbst aus dieser Entfernung konnte Brock das Blut und die Gewebefetzen auf dem dunklen Mantel des Stammes Ältesten und in seinem Haar sehen. Der riesige Gen 1 weinte leise, grabengebeugt über den Verlust seines Sohnes. »Jesus«, flüsterte Chase neben Brock. »O Herr im Himmel! Nein!« »Frayn«, knurrte Brock. »Der Bastard muss für Dragos gearbeitet haben.« Chase schüttelte den Kopf und fuhr sich in sichtliche Verzweiflung mit der Hand durchs Haar. Als er redete, klang seine Stimme dumpf und ausdruckslos vor Schock. »Ich hätte sie nicht mit ihm alleine lassen dürfen. Ich habe die Schüsse im Gebäude gehört und dachte... Ach, scheiße, ist jetzt egal, was ich dachte. Verdammt, ich hätte wissen sollen, dass Frayn nicht zu trauen war.« »Hättest du wohl«, dachte Brock, obwohl wieder er noch der Rest der Gruppe ihm offen die Schuld gaben. Chase' Selbstvorwürfe standen ihm ins Gesicht geschrieben. Er brauchte jetzt niemanden, um ihm seine falsche Beurteilung der Lage vorzuhalten, die Christoph Arker heute Nacht das Leben gekostet hatte. Der sonst so großspurige Havert war sichtlich blass geworden und schien sich in sich selbst zurückzuziehen, als er sich von dem Gemetzel abwandte und tiefer in die Schatten der verlassenen Baustelle ging. Und was Brock und die anderen anging, hatte sich im Angesicht von so viel Blutvergießen ein ernstes Schweigen über die Lebenden gesenkt. Lazarow Arkers Enkel war vor seinen Entführern gerettet worden, aber der Preis für seine Befreiung war gewaltig gewesen. Dafür lag nun nur hundert Meter weiter Lazarows Sohn, ermordet in seinen Armen. Während die Gruppe das ganze Ausmaß der schrecklichen Ereignisse der Nacht in sich aufnahm, erwachte plötzlich der kleine Callan Arker aus seinem Schockzustand. Er kam hinter Brock hervor und bemerkte offensichtlich erst jetzt Lazarow in der Limousine. »Großvater«, rief er mit Tränen erstickter Stimme. Brock packte ihn, aber er entzog sich ihm und humpelte auf den Wagen zu. »Großvater, ist Papa auch bei dir?« »Halte den Jungen fest«, rief Hunter. »Lasst ihn nicht in die Nähe!« Brock fing Callan am Arm ab und drehte ihn in die entgegengesetzte Richtung herum. Schirmte ihn mit seinem Körper von dem Gemetzel ab. »Ich will zu meinem Großvater«, rief der Junge. »Ich will zu meiner Familie!« »Darfst du bald«, sagte Brock. »Jetzt musst du stark sein, Mann. Du wirst schon sehr bald bei deiner Familie sein, aber zuerst müssen wir uns hier noch um ein paar Dinge kümmern, in Ordnung?« Callans Gegenwehr wurde schwächer, aber er versuchte immer noch um Brock herum einen Blick auf die Limousine zu erhaschen, um zu sehen, wovon man ihn abschirmen wollte. »Komm und warte da drüben mit mir!« Kate war zu ihnen herübergekommen. Jetzt legte er dem Jungen den Arm um die schmalen Schultern und führte ihn den Gehsteig hinauf zum anderen Ende der Straße, fort von dem blutigen Gemetzel. Sobald der Junge außer Hörweite war, murmelte Matthias Rowan einen leisen Fluch. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass Frayne oder die beiden anderen korrupt waren. Ich schwöre es. Mein Gott, ich kann einfach nicht glauben, was heute Nacht hier geschehen ist. Alle meine Männer. Christoph Arke. Alle tot.« Er zog sein Handy heraus. »Das muss ich melden.« Bevor er die erste Taste berühren konnte, packte Taggen ihn hart am Handgelenk und schüttelte ernst den Kopf. »Es ist wichtig, dass Sie die Sache noch nicht an die große Glocke hängen. Können Sie mit ihrem Report warten, solange der Orden noch über die Entführung und den Hinterhalt ermittelt?« Rowan nickte zustimmend. »Ein paar Tage kann ich es noch hinauszögern, aber alles darüber hinaus dürfte schwierig werden.« »Einige dieser Agenten hatten Familien. Man wird Fragen stellen.« »In Ordnung«, antwortete Taggen. Doch noch ließ er das Handgelenk des Agenten nicht los, und Brock wusste, dass die Gabe des Gen 1, andere durch Berührung zu durchschauen, ihm sagen würde, ob Rowan ein echter Verbündeter des Ordens war oder nicht. Nach einem Augenblick nickte Taggen schwach. »Ich weiß, dass Sie schon eine ganze Weile Chase-Kontaktmann zum inneren Kreis der Agentur sind, Matthias. Der Orden weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Aber jetzt ist niemandem mehr zu trauen. Nicht einmal Ihren besten Agenten.« Matthias Rowan nickte zustimmend. Er ließ seinen ernsten Blick über die Vernichtung wandern. Dann sah er zurück zu Taggen und Brock. »Wenn das ein Beispiel dafür ist, wozu Dragos fähig ist, dann ist er auch mein Feind. Sagen Sie mir, was der Orden braucht, und ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, um Ihnen zu helfen, diesen Bastard zur Strecke zu bringen.« »Was wir jetzt vor allem brauchen, ist Zeit und Ihr Schweigen«, antwortete Taggen. »Ich glaube nicht, dass Dragos mit Lazaro Aker und seiner Familie fertig ist, also hat Ihr Schutz allerhöchste Priorität. Ich bin sicher, Luken wird mir zustimmen, dass die Befreiungsaktion heute Nacht zu einfach war, trotz der Todesopfer. Irgendwas ist da faul.« Brock nickte. Er hatte dasselbe Gefühl gehabt, als sie entdeckt hatten, dass Callends Entführer Lakaien waren und nicht das Trio von Gen-1-Killern, das bei der Entführung des Jungen gesehen worden war. »Diese Entführung war nur ein Ablenkungsmanöver. Dragos hatte noch was in der Hinterhand.« Taggens Blick war grimmig. »Sehe ich genauso.« »Ich bete, dass Sie beide sich irren«, sagte Rowan, und sein ernster Blick wanderte hinüber zu der zerschossenen Limousine, in der Lazaro Aker immer noch seinen toten Sohn in den Armen hielt. »Diese letzten Stunden waren blutig genug.« »Wir sollten das Gebäude und die Straße räumen und verschwinden«, sagte Taggen. »Es ist so riskant, die Argers noch länger hier draußen zu lassen.« »Ich mach die Spurenbeseitigung«, bot Brock sich an. Als er sich umdrehte und auf das Gebäude zuging, war Rowan neben ihm. »Lassen Sie mich helfen, bitte.« Sie gingen über das Baustellengelände, waren aber noch nicht einmal auf halber Strecke, da klingelte Rowans Handy. Er hielt es fragend in die Luft, bat Taggen, um Erlaubnis, den Anruf anzunehmen. Der Gen-1-Krieger nickte. Rowan hielt sich das Handy ans Ohr, und Brock sah mit wachsender Beunruhigung, dass dem Agenten alle Farbe aus dem Gesicht wich. »Da muss ein Fehler vorliegen«, murmelte er. »Der ganze dunkle Hafen? Um Gottes Willen.« Brock machte Taggen ein Zeichen. Ein eisiges Gefühl breitete sich in seinem Magen aus, als Rowan noch einige ungläubige Worte sagte und den Anruf dann Hölzern beendete. »Was ist los?«, fragte Taggen, der auf Brocks Winken zu ihnen herübergejoggt war. »Was zur Hölle ist passiert?« »Lazaroakes dunkler Hafen«, murmelte Rowan. »Er ist heute Nacht niedergebrannt. Offenbar eine undichte Gasleitung. Es gab eine heftige Explosion. Keine Überlebenden.« Lange sagte niemand ein Wort. Ein leises Schneegestöber wirbelte im winterlichen Sternenlicht. Die einzige Bewegung in einer Nacht, die plötzlich so kalt und dunkel wie ein Grab geworden war. Und dann vergrub der kleine Kerl an Ager am anderen Ende der Straße plötzlich sein Gesicht in den Händen und begann zu weinen. Er schluchzte herzzerreißend, erfüllt von reiner Qual. Der Junge wusste, was er heute Nacht verloren hatte. Er spürte es. Und als er mit tränengefüllten Augen, in denen wilde, bernsteinfarbene Funken blitzten, aufsah, sah Brock die Wut, die jetzt schon im Herzen des Jungen schwelte. Von heute Nacht an gab es den Jungen nicht mehr, der er gewesen war. Wie auch sein Großvater, der einige Meter entfernt im Blut seines eigenen Sohnes saß, würde Callan Aker den Tod und den Kummer, den man ihm heute Nacht so verräterisch beigebracht hatte, nie vergessen oder vergeben können. »Räumen wir hier auf und dann nichts wie weg hier«, sagte Tegan schließlich. »Ich hole den Jungen und seinen Großvater in den Rover. Sie stehen jetzt unter dem Schutz des Ordens.« Herr Aker wies das Angebot des Ordens stoisch zurück, ihn für einen letzten Abschied an den Überresten seines dunklen Hafens vorbeizufahren. Er hatte nicht das Bedürfnis, die Trümmer seines Lebens zu sehen, in denen fast ein Dutzend Unschuldige umgekommen waren, einschließlich seiner geliebten Stammesgefährtin, mit der er seit Jahrhunderten zusammengelebt hatte. Obwohl das Feuer laut dem offiziellen Bericht der Agentur von einer undichten Gasleitung verursacht worden war, war allen im Orden und auch Lazaro selbst klar, um was es sich in Wirklichkeit handelte. Es war ein Massenmord, ausgeführt auf Dragors Befehl. Akers Kummer musste unermesslich sein, aber bis er im Hauptquartier eintreff, war er der Inbegriff emotionaler Selbstbeherrschung. Jetzt, nachdem er geduscht und die blutgetränkten Kleider gegen frische Drillichosen aus der Kleiderkammer des Ordens eingetauscht hatte, schien sich Lazaro Arke in eine düstere, furchteinflößendere Version des zivilen Stammes Ältesten verwandelt zu haben, der erst letzte Nacht im Techniklabor gestanden und sich verzweifelt gewünscht hatte, seinen Enkel zu finden. Düster und gedämpft, wie er war, schien er entschlossen, sich völlig auf die Gesundheit und das Wohlergehen seines Enkels und einzigen überlebenden Erben zu konzentrieren. »Gallon sagt, er kann sich kaum an die Entführung erinnern,« murmelte Lazaro, als er und Luke in den Jungen durch das Sichtfenster seines Zimmers auf der Krankenstation beobachteten. Der Junge war gewaschen worden und ruhte sich aus, und momentan leistete die kleine Myra ihm Gesellschaft und ließ es sich nicht nehmen, ihm an seinem Krankenbett vorzulesen. Er sagte, er ist in diesem eisigen, rattenverseuchten Loch aufgewacht, wo man ihn mit vorgehaltener Waffe gefangen hielt. Sobald er wieder bei Bewusstsein war, fingen sie an, ihn zusammenzuschlagen. Er sagte, die Bastarde hätten ihm gesagt, sie wollten ihn schreien und leiden säen. Lukens Kiefer spannte sich an, als er hörte, wie übel man den Jungen misshandelt hatte. Er ist jetzt in Sicherheit, Lazaro. Das seid ihr beide. Dafür sorgt der Orden. Der andere gen eins nickte. »Ich weiß das alles zu schätzen, was ihr für uns tut. Wie die meisten Zivilisten weiß ich, dass der Orden Wert auf seine Privatsphäre legt. Besonders im eigenen Hauptquartier. Es ist mir klar, dass es für euch nicht leicht sein kann, Außenstehende bei euch aufzunehmen.« Lucan hob zustimmend die Brauen. Es war wirklich nur sehr selten vorgekommen, angefangen mit Sterling Chase und Tagans Gefährtin Elise vor über einem Jahr, gefolgt von Jenna Darrow erst neulich. Davor hatte es über ein Jahrhundert lang keine Ausnahmen gegeben. So wenig es Lucan auch gefiel, äußeren Zwängen unterworfen zu sein, so war er als Anführer doch kein so kalter Prinzipienreiter, um jemandem, der Hilfe brauchte, die kalte Schulter zu zeigen. Vor langer Zeit war er vielleicht so gewesen, bevor er Gabriel kennen gelernt und sich in sie verliebt hatte. Bevor er selbst erfahren hatte, wie es war, eine Familie zu haben und ein Herz, das in Hingabe an ein anderes schlug. Er legte demgehen einst die Hand auf die mächtige Schulter. »Du und der Junge habt einen sicheren Ort gebraucht. Ihr seid nirgends sicherer aufgehoben als in diesem Hauptquartier.« Auf Lucans Bedenken, Arger und seinem Enkel den genauen Ort des Hauptquartiers anzuvertrauen, hatte Tegan ihm versichert, dass auf die beiden Verlass war. Nicht, dass Lugan an ihrer Ehrenhaftigkeit gezweifelt hätte, aber trotzdem achtete er immer darauf, anderen nicht blindlings zu vertrauen. Er musste vorsichtig sein. Jedes Mal, wenn er sich in letzter Zeit umsah, spülte er die Last seiner Verantwortung für so viele Personen schwer auf seinen Schultern. Und diese Verantwortung nahm er sehr ernst, denn er war sich nur allzu bewusst, dass Dragos, wenn er dem Orden einen vernichtenden Schlag versetzen wollte, es genau hier im Hauptquartier tun würde. Das war ein Gedanke, über den er nicht gerne nachdenken wollte, aber er konnte sich auch nicht leisten, ihn zu ignorieren. Er würde es nicht ertragen, wenn dem Orden, seiner Familie, ein so vernichtender Schlag versetzt würde, wie er heute Nacht Lazarow Arker getroffen hatte. Alles, was dem Zivilisten der ersten Generation nach seinem tausendjährigen Leben noch geblieben war, war der malträtierte Junge im Krankenhausbett und die Kugel durchsiebte Leiche seines Sohnes, die Tegan und der Rest des Teams ebenfalls ins Hauptquartier überführt hatten. Lugan räusperte sich. Wenn du morgen früh die Begräbnisrieten für Christoph abhalten möchtest, werden wir die nötigen Vorbereitungen treffen. Lazarow nickte düster. Danke, Lugan, für alles. Unsere Unterbringungsmöglichkeiten hier im Hauptquartier sind beschränkt, aber wir können etwas umdisponieren, um Platz für dich und Kellen in einem der Meerbettzimmer zu machen. Ihr seid uns hier willkommen, so lange wie nötig. Arka hob in höflicher Abwehr die Hand. Das ist sehr großzügig von dir, aber ich habe noch persönliche Liegenschaften anderswo. Es gibt andere Orte, wohin mein Enkel und ich gehen können. Mag ja sein, antwortete Lugan. Aber bis wir sicher sein können, dass Dragos für dich und Kellen keine unmittelbare Gefahr mehr darstellt, kann ich euch nicht guten Gewissens aus dem Schutz des Ordens entlassen. »Dragos«, sagte Arka, und sein Gesicht verfinsterte sich vor unterdrückter Wut. An den Namen erinnere ich mich noch aus den alten Zeiten. Dragos und seine Nachkommenschaft waren schon immer korrupt, doppelzüngig und intrigant, »Moralisch verkommen?« »Herr im Himmel!« »Ich dachte, die ganze Sippe wäre längst ausgestorben.« Luken stieß ein tiefes Knorren aus. »Einen Sohn der zweiten Generation gibt es noch. Er hat sich seit Jahrzehnten hinter diversen Decknamen verschanzt, aber tot ist er nicht. Noch nicht. Und da gibt es noch mehr, Lazarow, was du nicht weißt. Dinge, die die Zivilbevölkerung über Dragos und seine Machenschaften besser nicht erfahren sollte.« Grimmige, alterslose Augen hielten seinen Blick. »Erzähl mir alles. Ich will verstehen. Ich muss.« »Komm«, sagte Luken, »gehen wir ein Stück.« Er führte Aker fort vom Krankenzimmer seines Enkels und über den stillen Korridor. Eine kurze Strecke gingen die beiden gehen einst schweigend, während Luken sich überlegte, wo er mit den Fakten anfangen sollte, die sie über Dragos wussten. Am Anfang, beschloss er schließlich. »Dieser Krieg mit Dragos wurde seit Jahrhunderten vorbereitet«, sagte er, als er und Aker weiter den weißen Marmor-Korridor hinaufgingen. »Du erinnerst dich doch sicher noch daran, wie blutig die alten Zeiten waren, Lazarow. Du hast genauso miterlebt wie ich, als die Ältesten ungehindert ihr Unwesen trieben und ganz für ihren Blutdurst und ihren Jagdtrieb lebten. »Sie waren unsere Väter, aber sie mussten aufgehalten werden«, Aker nickte ernst. »Und wie ich mich erinnere, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich als Junge die Metzeleien meines eigenen Erzeugers mit ansehen musste. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer. Er wurde immer wilder und zügelloser, besonders wenn er von den Versammlungen zurückkehrte. Luken legte fragend den Kopf schief. »Versammlungen.« »Ja«, antwortete Aker. »Ich weiß nicht, wo er und die anderen Ältesten sich trafen, aber er war immer Wochen oder Monate lang fort. Ich wusste immer, wann er wieder in unserer Gegend war, weil dann die Morde in den umliegenden Dörfern wieder begannen. Ich war erleichtert, als er endlich für immer fort war. Luken runzelte die Stirn. »Versammlungen hat mein Vater nie erwähnt, aber ich weiß, dass er immer lange Streifzüge unternommen hat, um zu jagen. Als er, in einem Anfall von Blutgier, meine Mutter bestialisch getötet hat, wusste ich, dass es an der Zeit war, all dem ein Ende zu setzen.« »Ich habe damals gehört, was mit deiner Mutter geschehen ist«, antwortete Aker. »Und ich weiß noch gut, wie du alle Geneinssöhne aufgerufen hast, dich mit dir zu verbünden und unseren außerirdischen Vätern den Krieg zu erklären.« »Ich bin einem ursprünglichen Orden nicht beigetreten, weil ich keine Erfolgsaussichten für euch sah.« »Das haben nicht viele«, erinnerte sich Luken, ganz ohne Verbitterung. »Acht von uns haben sich den letzten paar überlebenden Ältesten entgegengestellt. Wir dachten, wir hätten sie endgültig ausgerottet, aber wir hatten Verräter unter uns. Mein Bruder Marek, wie sich herausstellte, und auch den Dragos der ersten Generation. Sie verschworen sich heimlich gegen uns und bauten eine verborgene Gruft in einem Berg, um den letzten Ältesten zu verstecken. Sie behaupteten, er wäre tot, aber sie haben ihn jahrhundertelang im Winterschlaf gehalten und geschützt. Später wurde er dort herausgeholt und bis vor kurzem von Dragos gefangen gehalten, der ihn in seinem Privatlabor unter Drogen setzte und ihn auf Nahrungsentzug hielt. »Bekennen das ganze Ausmaß von Dragos' Wahnsinn nicht, aber eines wissen wir sicher. Jahrzehntelang hat er den Ältesten benutzt, um sich eine kleine Gen-1-Armee zu züchten. Diese Nachkommen dienen Dragos als seinem persönlichen Killer.« »Herr im Himmel«, murmelte Arca sichtlich erschrocken. »Ich kann kaum glauben, dass das alles wahr ist.« Luken war es einst genauso gegangen, aber er hatte es selbst miterlebt. Er dachte zurück an die Geschehnisse des letzten Jahres, an all den Verrat und all die Enthüllungen, die brisanten Geheimnisse und unerwarteten Tragödien, die den Orden und seine Mitglieder bis ins Mark getroffen hatten. Und der Kampf war noch nicht vorüber. Ganz im Gegenteil. »Bislang ist es Dragos gelungen, uns zu entwischen, aber wir kommen ihm jeden Tag näher. Wir haben ihn in den Untergrund getrieben, in dem wir sein Hauptquartier zerstört haben. Dann hat er mit dem Ältesten ein weiteres Schlüsselelement verloren, als der in Alaska seinen Männern entkommen konnte. »Wir haben ihn verfolgt und eliminiert. Aber zuvor hat er eine Menge Schaden angerichtet«, fügte Luken hinzu. »Wir wissen nicht, wie viele Gen-1-Killer Dragos schon erschaffen hat und wo sie sind, aber wir werden sie finden. Und einer von ihnen arbeitet jetzt mit uns zusammen. Er ist dem Orden erst vor kurzem beigetreten, nachdem er Dragos Herrschaft abschütteln konnte.« Arcas Blick wurde misstrauisch. »Haltet ihr das für klug, einem von Dragos-Killern zu vertrauen?« Luke nickte. »Zuerst hatte ich dieselben Bedenken, aber Hunter hat sich dem Vertrauen des Ordens mehr als würdig erwiesen. Du hast ihn selbst gesehen, Lazaro. Er war heute Nacht bei dir und half Christophs Mörder zu töten.« Die Gen-1 stieß einen leisen Fluch aus. »Dieser Krieger hat mir das Leben gerettet.« »Niemand hätte schnell genug handeln können, um meinen Sohn zu retten, aber wenn Hunter nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt auch nicht mehr am Leben.« »Er ist ein ehrenhafter Mann,« sagte Luke. »Aber er wurde künstlich gezüchtet und zur Killermaschine erzogen. Denn Beschreibungen nach, die wir von Kellens Entführern haben, sind wir fast sicher, dass drei von Dragos Kreaturen ihn aus deinem Haus entführt haben.« »Ich dachte, ich hätte heute Nacht einige Krieger sagen hören, dass die Entführer, die in dieser Bauruine getötet wurden, Menschen waren.« »Lakaien«, Luke nickte. »Das waren sie auch. Aus irgendeinem Grund sollten sie offenbar genauso aussehen wie Kellens Entführer. Aber die Lakaien waren Teil eines größeren Plans. Wie zweifellos auch der Angriff auf deinen dunklen Hafen.« »Aber warum?«, murmelte Arka. »Was wollte er denn nur damit erreichen, fast meine gesamte Familie zu ermorden und mein Zuhause in Schutt und Asche zu legen?« »Das wissen wir noch nicht. Aber wir werden nicht ruhen, bis wir es wissen.« Luken blieb im Korridor stehen und verschränkte die Arme über der Brust. »Dragos hat uns in letzter Zeit jede Menge Ärger gemacht, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nur der Anfang ist. Was ich dir eben gesagt habe, ist noch nicht alles. Erst neulich haben wir entdeckt, dass er seine Lakaien auch in mindestens eine Regierungsbehörde der Menschen eingeschleust hat. Und zweifellos ist das nur die Spitze des Eisbergs.« Arka murmelte einen leisen Fluch. »Zu denken, dass das alles direkt vor unserer Nase passieren konnte.« »Luken, ich weiß nicht, was ich sagen soll.« »Nur, dass ich es bereue, euch nicht schon viel früher meine Unterstützung angeboten zu haben.« »Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das bedauche.« Luken schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig. Dieser Krieg gehört dem Orden.« In Lazaroakas Miene stand grimmige Entschlossenheit. »Von jetzt an ist es auch meiner. Ich bin dabei, Luken, und werde dir und deinen Kriegern helfen, wo immer ich kann. Wenn du mein Angebot annimmst, auch wenn es zu spät kommt, dann bin ich dabei.« Dragos' schwarze Limousine näherte sich dem vereisten Gehsteig, wo sein Leutnant unter einer Straßenlampe wartete. Zitternd vor Kälte in seinem dunklen Kaschmirmantel und dem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Als der Lakai am Steuer den Wagen anhielt, kam Dragos' Mann zur Beifahrerseite herüber und stieg hinten ein. Er zog Hut und Handschuhe aus und drehte sich zu Dragos um, der neben ihm auf dem Rücksitz saß. Der Orden hat einen Hinweis bekommen, wo der Junge festgehalten wurde, Sir. Sie sind beim Gebäude aufgetaucht, wie vorgesehen, zusammen mit Lazaroakas und seinem Sohn und einer Einheit der Agentur. Es gab einen Kampf, und die Lakaien, die den Jungen bewachten, wurden innerhalb von Minuten getötet. »Kaum überraschend«, sagte Dragos mit einem milden Schulterzucken. »Und Agent Frayne?« »Tod, Sir. Er und seine Männer wurden von einem der Krieger beim Versuch getötet, ihre Mission auszuführen. Christoph Arger wurde eliminiert, aber sein Vater ist noch am Leben.« Dragos stieß einen Knurr laut aus. Wenn schon einer der Argers den Mordanschlag überleben musste, den er arrangiert hatte, hätte er lieber Lazaro tot gesehen, statt seines Society-Schnösels von Sohn. Aber wie dem auch war. Der mehrgleisige Angriffsschlag, den er heute Nacht inszeniert hatte, war trotzdem ein voller Erfolg gewesen. Er hatte in sicherer Entfernung von seiner Limousine aus zugesehen, wie Lazaro Akers dunkler Hafen in die Winternacht explodiert war wie ein Silvesterfeuerwerk. Es war einfach herrlich gewesen. Ein totaler Vernichtungsschlag. Und nun hatte er den Orden genau dort, wo er ihn haben wollte. Verwirrt und zerstreut. Sein Leutnant fuhr fort, nach und nach die Ergebnisse des Abends abzuhaken. Alle Bewohner des dunklen Hafens sind im Feuer umgekommen, und laut meinen Berichten wurde Lazaro Akers seither nicht mehr gesehen. Obwohl die Bestätigung noch aussteht, vermute ich, dass sowohl der Gen 1 wie auch der Junge sich derzeit in der Obhut des Ordens befinden. »Hervorragend«, antwortete Dragos. »Von einer makellosen Ausführung meiner Befehle kann zwar nicht die Rede sein, da Lazaro Ak er immer noch am Leben ist, aber andererseits, wenn ich Perfektion erwarte, müsste ich schon alles selbst tun.« Sein Leutnant hatte die Dreistigkeit, gekränkt zu wirken. »Mit allem schuldigen Respekt, Sir, aber wenn ich gewusst hätte, dass der Orden jetzt einen ihrer Jäger auf seiner Seite hat, hätte ich hinsichtlich Fraines Rolle bei der Mission heute Nacht natürlich Zusatzvorkehrungen getroffen.« Dragos lebte schon so lange, dass er sich von Überraschungen nur selten aus der Ruhe bringen ließ. Aber diese beunruhigenden Neuigkeiten ließen sein Herz nun doch etwas heftiger gegen sein Brustbein schlagen. Wut erfüllte seinen Schädel. Eiskalte Wut. Und er stieß einen wüsten Fluch aus. »Das wussten Sie nicht?« fragte sein Leutnant und drückte sich gegen die Tür, um möglichst viel Distanz zwischen sie zu bringen. »Ein Jäger«, antwortete Dragos. Und im dunklen Fahrgastraum der Limousine sprühten seine Augen bernsteinfarbene Funken. »Sind Sie sicher?« Sein Untergebener nickte düster. »Ich hatte mehrere Überwachungskameras um das Bausteinengelände installiert. So, wie er sich bewegte, seine schiere Größe und die Präzision, mit der er tötete. Ohne jeden Zweifel, Sir, dieser Krieger kann nur einer ihrer Jäger sein.« Und es gab nur einen einzigen seiner speziell gezüchteten, gnadenlos abgerichteten Killer, dem es mit einer List gelungen war, sich von seinem Halsband zu befreien und zu entkommen. Dass er sich mit dem Orden verbündet hatte, war ein Schock für Dragos. Er hatte angenommen, dass der entkommene Killer wie ein streunender Hund war, ohne seinen Herrn verloren. Irgendwie hatte er angenommen, dass er inzwischen entweder tot oder zum Rogue mutiert war. Alles. Nur das nicht. Und nein, dachte er jetzt, nicht dieser spezielle Killer. Der war von Anfang an anders gewesen als die anderen. Von eiskalter Effizienz und Intelligenz. Grausam abgerichtet, aber alles andere als unterwürfig. Diese Lektion hatte der nie begriffen, egal wie gnadenlos man sie ihm eingeprügelt hatte. Dragoz hätte den Hundesohn niederschießen lassen sollen, aber er war der beste Killer seiner Privatarmee gewesen. Und nun hatte er sich in diesem immer weiter eskalierenden Krieg auf die Seite von Luken und seinen Kriegern geschlagen. Allein schon beim Gedanken daran knurrte Dragoz vor Wut. »Gehen Sie mir aus den Augen!« fauchte er seinen Leutnant an. »Erwarten Sie mein Startkommando für die nächste Phase des Plans!« Ohne ein weiteres Wort kletterte der andere Stammesvampir hastig aus dem Wagen, schlug die Tür hinter sich zu und eilte in entgegengesetzter Richtung auf der Straße davon. »Los!« bellte Dragoz dem Lakaia am Steuer zu. Als die Limousine in den dichten Bosner Abendverkehr brauste, strich er die Aufschläge seines italienischen Seidenfracks glatt und fuhr sich mit der Hand über sein perfekt frisiertes Haar. Am schwachen Schein der Autobahnbeleuchtung zog er eine geprägte Einladungskarte aus seiner Innentasche und las die Adresse der politischen Wohltätigkeitsveranstaltung, die er gerade in der Innenstadt besucht hatte. Auf der unteren Ecke des elfenbeinweißen Papiers war ein Tröpfchen Menschenblut, immer noch frisch genug, um unter dem Druck seines Daumens zu verschmieren. Dragoz kicherte leise bei der Erinnerung daran, wie erfreut die Gruppe hochrangiger Beamter der Stadtverwaltung von der Großzügigkeit seiner Spende gewesen war. Wie verblüfft sie nur wenige Minuten später gewesen waren, als ihnen aufging, welche Gegenleistung jeder Einzelne von ihnen dafür erbringen musste. Jetzt lehnte er sich mit geschlossenen Augen zurück, ließ sich vom summenden Motorengeräusch einlullen und genoss das Machtgefühl, das immer noch in seiner Art und Weise war. Jenna hatte Brock noch nie so schweigsam erlebt. Er und die anderen Krieger waren vor kurzer Zeit zurückgekommen, begleitet von Lazaro Arger und seinem jungen Enkel. Die Erleichterung über die Rettung des Jungen wurde von ihrem hohen Preis überschattet. Während die nötigen Vorkehrungen getroffen wurden, um die Neuankömmlinge im Hauptquartier unterzubringen, wo sie sich säubern und erholen konnten, hatten sich auch Brock und die übrigen Krieger in ihre Quartiere zurückgezogen. Brock hatte seit seiner Rückkehr kaum ein Wort gesagt. Er war blutüberströmt und völlig verdreckt gewesen, und der Schrecken darüber, was er und seine Brüder bei der Bergung des Jungen mit ansehen mussten, stand ihm immer noch ans Gesicht geschrieben. Jenna war mit ihm zurück ins Zimmer gekommen, in dem sie nun zusammen wohnten, und saß seither allein auf dem Bettrand und starrte die geschlossene Badezimmertür an, während er auf der anderen Seite duschte. Sie wusste nicht, ob ihm nach Gesellschaft war oder ob er jetzt lieber allein sein wollte, aber nachdem sie gehört hatte, was auf seiner Patrouille geschehen war, konnte sie einfach nicht untätig herumsitzen, während er auf der anderen Seite der geschlossenen Tür litt. Sie ging hinüber und drückte die Klinke hinunter. Er hatte nicht abgeschlossen, und so öffnete sie die Tür einen Spalt und spähte hinein. Brock war nackt unter dem dampfenden Wasserstrahl, sein glüfenbedeckter Rücken der Tür zugewandt, die zu Fäustengeballten Hände vor sich an die Wand gepresst. Obwohl sie keine Verletzungen an ihm sehen konnte, war das Wasser, das über seine dunkle Haut floss und zu seinen Füßen wirbelnd im Abfluss verschwand, rot gefärbt. Darf ich reinkommen? fragte sie leise. Er antwortete nicht, aber bat sie auch nicht, ihn allein zu lassen. Sie trat ein und schloss die Tür hinter sich. Sie brauchte ihn gar nicht zu fragen, ob er in Ordnung war. Obwohl er körperlich unversehrt wirkte, war jeder mächtige Muskel in seinem breiten Rücken gewölbt vor Anspannung. Seine Arme zitterten, sein Kopf hing ihm tief auf die Brust. Heute Nacht ist eine ganze Familie in die Luft gejagt worden, murmelte er, seine Stimme hart und rauf von unterdrückten Emotionen. Das Leben dieses Jungen wird nie mehr so sein wie früher, Jenna. Ich weiß, flüsterte sie und kam langsam näher. Er hob sein Gesicht in den heißen Wasserstrahl, dann fuhr er sich mit der Hand über den nassen Kopf. Manchmal frage ich mich wirklich, wie ich all dieses verdammte Leid und all diese Toten aushalten soll. Das ist es doch, was dich zum Menschen macht, sagte sie und musste darüber lächeln, wie leicht es ihr fiel, ihn als Menschen zu sehen, als ihren Mann, trotz allem an ihm, das ihn zu etwas mehr als nur einem Menschen machte. Und es wurde, weiß Gott, immer schwerer für sie, sich selbst noch als richtigen Menschen wahrzunehmen. Jeden Tag mutierte sie etwas mehr zu etwas, das sie nicht verstand. Doch die Veränderungen in ihrem Körper machten ihr jetzt schon weniger Angst als bisher, denn diese Veränderungen machten sie stärker und gaben ihr ein neues Ziel vor Augen. Es fühlte sich an wie eine Wiedergeburt. Sie merkte sogar, dass sie sich inzwischen auf diese Chance freute, ein anderes Leben zu führen, ein ganz neues Leben, vielleicht genau hier an diesem Ort, mit Brock an ihrer Seite. Nach dem letzten Mal in seinen Armen erkannte sie, dass sie auch weniger Angst vor ihren eigenen Gefühlen hatte, die sie für ihn empfand. Es war dieses Fehlen von Angst, das sie ermutigte, ihr Top auszuziehen und aus ihrer weiten Yoga-Hose zu steigen. BH und Höschen folgten und landeten auf dem Boden. Dann trat sie zu Brock in die Dusche und schlang die Arme um seinen starken Rücken. Er spannte sich bei ihrer Berührung an, atmete scharf ein, Aber dann senkten sich seine Arme über ihre und hielten sie dort. Seine großen Hände streichelten sie warm und tröstlich. »Ich bin doch dreckig von der Mission, Jana.« »Ist mir egal«, sagte sie und zog eine Spur von Küssen über die glatte, muskulöse Wölbung seines Rückens. Seine Darmaglyphen pulsierten und füllten sich mit Farbe. »Jetzt will zur Abwechslung mal ich mich um dich kümmern.« Sie nahm ein Stück Seife vom Duschregal, und er blieb reglos stehen, als sie ihre Hände einschäumte und begann, den Seifenschaum sanft auf seinen immensen Schultern und mächtigen Oberarmmuskeln zu verteilen. Sie wusch seinen starken Rücken und ließ ihre Hände dann langsam über seine schmalen Hüften gleiten. Sie spürte das heftige Zucken seines Körpers, als sie die Arme um ihn legte und ihre seifigen Finger seine Leistengegend streiften. Er war schon steif, bevor sie überhaupt dort ankam, und stöhnte auf, als sie ihre Finger um seine Schwanzwurzel spreizte, ihn reizte aber noch ohne ihn zu berühren. Wieder schäumte sie ihre Hände ein, dann kauerte sie sich hinter ihnen, um ihm die langen Beine zu waschen. Er erschauerte, als sie ihre seifigen Finger wieder über seine Schenkel gleiten ließ und sich beim Aufstehen in ganzer Länge an ihn drückte, glitschig vom Seifenschaum, der immer noch auf seiner Haut lag. Sie schlang einen Arm um seine Taille, und mit dem anderen griff sie hinunter und nahm seinen harten Schwanz in die Hand. Er knurrte einen wüsten Fluch, als sie ihn streichelte, und sein Schwanz in ihrer Faust noch größer anschwoll. Sie fand einen Rhythmus, der ihm zu gefallen schien, und hielt ihn gnadenlos durch, genoss das Gefühl, wie sein Körper auf ihre Berührung reagierte. Mit einem tiefen Stöhnen beugte er sich vor und stützte sich mit einem Ellbogen an der Wand ab. »Jana, ich liebe es, wie du mich anfaust.« Sie lächelte über sein Lob und verlor sich in seiner Lust, als sie Druck und Intensität steigerte. Er knurrte, und sein Schwanz zuckte in ihrer pumpenden Faust. Dann, bevor sie ihn dazu bringen konnte, ganz die Kontrolle zu verlieren, zischte er einen wilden Fluch zwischen seinen gebleckten Zähnen und Fängen und drehte sich zu ihr um. Sein erigierter Schwanz reichte ihm bis über den Nabel, hart wie Stahl und heiß wie Feuer, als er sie wild und besitzergreifend an sich zog, seine großen Hände fest um ihre Oberarme geschlossen. Sein gutaussehendes Gesicht war an seiner Leidenschaft irgendwie markanter, seine Augen so hell wie glühende Kohlen, seine weißen Fänge riesig und tödlich scharf. Jenna legte sich die Lippen. Ihre Kehle war plötzlich ganz ausgedörrt vor Gier. Er wusste, was sie wollte. Das spürte sie so sicher, wie er den hungrigen Blick in ihren Augen deuten musste. Er hob sie von den Füßen, legte sich ihre Beine um die Hüften und trug sie aus dem Badezimmer zu einem riesigen Bett im Nebenzimmer. Ihre Körper waren nass, immer noch glitschig von Seifenresten, als sie sich eng ineinander verschlungen auf die Matratze fallen ließen. Er hielt ihre Schenkel um sich geschlungen und rollte sich auf den Rücken, sodass sie auf ihm saß. Er drang tief in sie ein und füllte sie so wunderbar aus. Sie ließ den Kopf zurücksinken und stieß ein langsames, lustvolles Seufzen aus, als er in ganzer Länge in sie eindrang. »Du bist so wunderschön«, murmelte er, und seine Hände wanderten über ihren ganzen erhitzten Körper. Sie öffnete die Augen und starrte auf ihn hinunter. »Ich will schön für dich sein. Du gibst mir das Gefühl, schön zu sein.« Sie hielt seinen unverwandten, gelb gesprengelten Blick und zwang sich, nicht vor der Emotion zurückzuscheuen, die sie überkam, wie eine Woge. Sie fühlte sich sicher bei ihm, sicher genug, um ihm sagen zu können, wie es in ihrem Herzen aussah. »Ich bin glücklich, Brock. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit. Wegen dir fühle ich auf einmal so viel.« »Jenner«, murmelte er. Jetzt runzelte er die Stirn, seine Miene war auf einmal sehr ernst. Sie ließ sich nicht unterbrechen. Nachdem sie die erste Hürde genommen hatte, war sie fest entschlossen, bis zum Ende zu gehen. »Du hast gesagt, dass du keine Komplikationen oder Langzeitbeziehungen willst, dass du dich nicht binden willst.« »Das bin ich doch schon.« sagte er, fuhr ihr mit den Händen über die Seiten und ließ sie auf ihren Hüften liegen, wo ihre Körper miteinander verwoben waren. Langsam wiegte er sich an ihr. »Enger als das wird es nicht.« »Gott, Jenner, ich hab nie mit dir gerechnet. Ich dachte, ich wär auf der sicheren Seite, aber du hast alles verändert.« Mit leichten Fingern fuhr er ihr Wange und Kinn nach. »Ich habe die Antwort nicht, was dich angeht.« »Oder uns und was wir miteinander haben.« Sie schluckte und schüttelte stumm den Kopf. »Ich wollte mich nicht verlieben,« flüsterte sie. »Ich dachte nicht, dass ich es überhaupt noch kann.« Er sah sie zärtlich an. »Und ich habe mir gesagt, ich würde mich nicht verlieben.« Jenner öffnete den Mund, unsicher, was sie sagen wollte, und einen Augenblick später war es schon egal. Brock zog sie zu sich hinunter, schlang die Arme um sie und küßte sie. Sein Mund presste sich auf ihren, seine Zunge fuhr zwischen ihre Lippen und machte sie verrückt vor Hunger auf mehr. Sie wiegte sich an seinen Hüften, Hitze loderte heller in ihrer Leibesmitte auf und floss in alle ihre Nervenenden. Sie setzte sich wieder auf, keuchend jetzt, konnte nicht aufhören, sich auf ihm zu bewegen, als ihr Verlangen immer fiebriger anschwoll. »Du bist der Boss, Süße«, sagte er mit belegter, heiserer Stimme. »Nimm dir, was du willst.« Sie sah auf seinen Hals, beobachtete die Vene, die dort so stark pulsierte. Tief in ihr flammte Hunger auf und verblüffte sie mit seiner Wildheit. Sie riss sich von dem Anblick los und hob den Blick wieder zur gleißenden Hitze seiner transformierten Augen. »Alles«, sagte er. Offenbar konnte er kaum erwarten, dass sie über ihn herfiel. Sie wiegte sich auf ihm, genoss das Gefühl ihrer vereinten Körper schon halb schwindelig vor Erregung. Ihr Orgasmus brandete schnell in ihr auf. Sie versuchte, ihn hinaus zu zögern, aber das Gefühl überrollte sie wie eine Woge, als sie auf Brocks gewaltigem Schwanz ritt. Er beobachtete sie mit gierigem Interesse, die Lippen von den Fängen gebleckt, die Sehnen an seinem Hals angespannt wie Kabel, als er seine Schultern vom Bett aufbäumte. Jenner konnte die Augen nicht von seinem hektischen Pulsschlag losreißen. Er heilte in ihren Knochen wieder, pulsierte in ihren eigenen Venen, im ungeduldigen Rhythmus ihres Körpers, als sie unter der plötzlichen Explosion ihres Höhepunktes erschauerte. »Weiter«, stöhnte er, spreizte seine Hände in ihrem Rücken und ließ sie nicht los, als der Hunger sie überrollte wie eine Flutwelle. »Lass es raus, Jenner. Alles, was du willst.« Mit einem fauchenden Schrei, den sie nicht zurückhalten konnte, vergrub sie ihr Gesicht an seinem Hals und Biss zu. Blut schoss ihr in den Mund. Heiß, dickflüssig und von würziger Süße. Brock zischte einen wilden Fluch. Sein Körper erbebte, als er tiefer in sie stieß. Jeder harte Stoß steigerte ihre Lust, trieb ihren Hunger zu immer größeren Höhen. Er schrie auf, als ihn sein Orgasmus erschütterte, und sein starker Puls trommelte gegen ihre Zungenspitze, als Jenner die Lippen um seine offene Vene schloss. Und zwei Tage waren seit dem Anschlag auf Lazaro-Argas Familie und der Rettungsmission des jungen Kellern vergangen. Physisch erholte sich der Junge von seiner Gefangenschaft und den erlittenen Misshandlungen, aber Jenner wusste so gut wie alle anderen, dass seine emotionalen Verletzungen, die Tatsache, dass er in einem einzigen Augenblick alles verloren hatte, ihm auch dann noch zu schaffen machen würden, wenn seine Schnitte und Quetschungen längst verheilt waren. Sie hoffte nur, dass er einen Weg finden würde, seinen Trauma zu bewältigen, und zwar in kürzerer Zeit und mit weniger quälendem Selbsthass, als sie das von sich sagen konnte. Dasselbe wünschte sie sich auch für seinen Gen-1-Großvater, wenn Lazaro-Arca auch kaum der Typ schien, der auf das Mitgefühl von anderen angewiesen war. Sobald die Bestattungsrieten für seinen Sohn Christoph im Hauptquartier abgehalten worden waren, hatte sich Lazaro geweigert, von dieser entsetzlichen Nacht auch nur zu sprechen. Seither hatte er sich ganz der engen Zusammenarbeit mit dem Orden gewidmet. Der Gen-1-Zivilist schien nun genauso entschlossen, wie jeder einzelne Krieger Dragos und seine ganze Operation vernichtet zu sehen. Jen erkannte dieses Gefühl. Es war entnervend zu denken, dass ein Schurke wie Dragos auf der Welt sein Unwesen treiben konnte. Er baute seine Operation immer weiter aus, was bedeutete, dass der Orden sich keine Chance entgehen lassen durfte, die Oberhand zu gewinnen. Und nach dem, was er Lazaro-Arca und seiner Familie angetan hatte, machte sich Jenner nur umso größere Sorgen über die Gruppe der Stammesgefährtin, die er gefangen hielt. Zumindest in dieser Hinsicht gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Dylan hatte diesen Morgen einen Anruf von der Leiterin des Altenheims in Gloucester bekommen, wo Schwester Margaret Holland lebte. Man hatte der alten Nonne von Dylans Besuchsanfrage erzählt und sie freute sich sehr auf etwas Gesellschaft. Jenner hatte sich als erste freiwillig gemeldet, als Dylan den Nachmittagsausflug ankündigte. Auch Renata und Alex hatten sich angeboten, mitzufahren. Alle konnten kaum erwarten, ob Claire reichen Skizzen der gefangenen Stammesgefährtin in ihnen endlich zu einem Durchbruch verhelfen würden. Jetzt, als die vier Frauen im schwarzen Rover des Ordens nach Gloucester hineinfuhren, konnten sie nur beten, dass sie die alte Schwester in einem Moment geistiger Klarheit antreffen würden. Ihre Mission wäre schon ein Erfolg, wenn sie auch nur einen einzigen Namen aus ihr herausbekommen konnten. Selbst Lucan hatte es so gesehen. Brock hingegen war gar nicht begeistert gewesen über die Aussicht, dass Jenner das Hauptquartier verlassen würde und schon gar nicht so kurz nach dem schrecklichen Anschlag auf Lazaro Arca und seine Familie. Er machte sich eben Sorgen um sie, wie immer, und so sehr es sie bisher auch irritiert hatte, jetzt wärmte sie seine Besorgnis. Er sorgte sich um sie, weil sie ihm etwas bedeutete, und sie musste zugeben, dass es sich sehr gut anfühlte, zu wissen, dass sie jemanden hatte, der ihr den Rücken frei hielt, und sie spürte, dass Brock ein Mann war, der auch über ihr Herz genauso aufmerksam wachen würde, wie über ihre physische Sicherheit und ihr Wohlergehen. Zumindest hoffte sie das, denn in den letzten paar Tagen und den unglaublichen Nächten mit ihm hatte sie ihm ihr Herz offen in die Hände gelegt. Da wären wir, sagte Dylan vom Beifahrersitz des Rover, als Renata in die Einfahrt des Altenheims einbog. Die Leiterin hat mir gesagt, dass Schwester Margaret um diese Zeit ihren Nachmittagstier in der Bibliothek einnimmt. Sie sagte, wir könnten einfach zu ihr reingehen. Da drüben ist es. Alex zeigte auf einer Bronzetafel, die vor einem bescheidenen kleinen Schindelhäuschen aus einer Schneeverwehung ragte. Renata parkte auf dem halbleeren Parkplatz und stellte den Motor ab. Na, Mädels, dann wollen wir mal was? Wird schon schiefgehen. Jenna, gibst du mir bitte die lederne Tragetasche vom Rücksitz? Sie drehte sich um, um die Sammlung von Akten, Ordnern und Notizblöcken aus dem Kofferraum zu wuchten. Dann stieg sie mit ihren Freundinnen aus dem Wagen. Als sie um den Rover herumgingen, nahm Dylan ihr die Ledertasche ab und drückte sie an die Brust. Sie spitzte die Lippen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Alex blieb neben ihr stehen. Was ist los? All meine Recherchen der letzten paar Monate führen zu diesem Augenblick. Mein Gott, wenn das eine Sackgasse wird, Mädels, dann habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir noch weitersuchen sollen. Jetzt mach mal halblang, sagte Renata und legte ihr schwesterlich den Arm um die Schultern. Du hast dich so in diese Ermittlung reingehängt. Ohne dich und Claire wären wir nicht so weit gekommen, Dylan. Dylan nickte, wirkte aber dennoch nicht wirklich aufgemuntert. Wir brauchen einfach so dringend eine richtige Spur. Ich glaube, ich ertrag's nicht, wenn wir jetzt wieder ganz am Anfang landen. Wenn wir noch mal ganz von vorne anfangen müssen, sagte Jenna, dann hängen wir uns eben umso mehr rein, wir alle zusammen. Renata lächelte. Ihre hellgrünen Augen blitzten, als sie ihren Ledermantel zuknöpfte, um die Dolche und den Pistolengürtel zu verbergen, die sie über ihrer Drillichhose trug. Na dann los, gehen wir mit netten alten Damen Tee trinken. Auch Jenna hielt es für angeraten, den Reißverschluss ihres Mantels zuzuziehen, denn Brock hatte darauf bestanden, dass sie das Hauptquartier nicht ohne Waffe verließ. Es fühlte sich seltsam an, wieder eine zu tragen, aber völlig anders als damals in Alaska. Alles an ihr fühlte sich jetzt anders an. Sie hatte sich verändert, sie mochte die Person, zu der sie gerade wurde. Und was noch wichtiger war, sie lernte gerade, der Person zu vergeben, die sie in Alaska gewesen war. Einen Teil von sich hatte sie in Harmony zurückgelassen, einen Teil, den sie nie zurückbekommen würde. Aber als sie jetzt mit Renata, Dylan und Alex in die warme, kleine Bibliothek trat, konnte sie sich nicht vorstellen, wieder zum Leben der Frau zurückzukehren, die sie einst gewesen war. Jetzt hatte sie hier ihre Freunde und wichtige Arbeit, die getan werden musste. Und das Beste von allem, sie hatte Brock. Dieser Gedanke war es, der sie zum Lächeln brachte, als Dylan mit ihnen zu einer gebrechlichen alten Frau hinüberging, die ruhig auf einem Sofa mit Rosenmuster am offenen Kamin der Bibliothek saß. Trübe, blaue Augen blinzelten ein paar Mal unter flauschigen weißen Löckchen und in dem faltigen Gesicht, das jetzt zu den Frauen des Ordens hinaufblickte, konnte Jenner immer noch die freundliche Nonne von dem Foto des Mädchenheims erkennen. Schwester Margaret? fragte Dylan und hielt ihr die Hand hin. Ich bin Sharon Alexanders Tochter Dylan. Und das sind meine Freundin. Ach, wie schön! rief die reizende alte Nonne aus. Meine hat mir gesagt, dass ich heute Besuch zum Tee bekomme. Bitte setzt euch doch, Kinder, ich kriege ja so selten Besuch. Dylan setzte sich neben die Schwester auf das Sofa, Jenner und Alex in die beiden abgewetzten Lehnsessel um den Couchtisch. Renata positionierte sich mit dem Rücken zur Wand, die Augen zur Tür gerichtet. Als ausgebildete Kriegerin war sie immer auf der Hut. Selbst wenn die einzigen Personen im Raum außer ihnen und Schwester Margaret ein paar weißhaarige alte Damen waren, die hinter ihren Gehhilfen hertatterten und außer ihren Rosenkränzen auch Notrufknöpfe um den Hals trugen. Jenner lauschte müßig, als Dylan zuerst etwas Smalltalk mit Schwester Margaret machte und dann direkt zum Zweck ihres Besuches kam. Sie zog einige Skizzen heraus und versuchte verzweifelt dem nachlassenden Gedächtnis der alten Nonne auf die Sprünge zu helfen. Viel nützte es nicht. Und sie erinnern sich wirklich nicht daran, dass von diesen Mädchen welche bei ihnen im Heim waren? Dylan legte einige weitere Skizzen vor der alten Frau auf den Tisch. Die Schwester spähte auf die handgezeichneten Gesichter, aber in ihren freundlichen blauen Augen blitzte kein Wiedererkennen auf. Bitte versuchen sie es doch, Schwester Margaret. Alles, woran sie sich erinnern, könnte uns wirklich weiterhelfen. Tut mir leid, mein Liebes, ich fürchte, mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es einmal war. Sie führte ihre Teetasse zum Mund und nahm einen Schluck. Aber wisst ihr, ich war noch nie gut mit Namen und Gesichtern. Ich schätze, Gott hat es für gut gehalten, mich anderweitig zu segnen. Jenna sah Dylans Enttäuschung, als sie sich zögerlich daran machte, ihre Materialien wieder einzusammeln. Das macht ja nichts, Schwester Margaret. Es ist nett, dass wir sie besuchen durften. Ach, du liebes Bisschen, platzte sie heraus und stellte ihre Tasse auf die Untertasse zurück. Was bin ich doch für eine Gastgeberin. Ich hab ja ganz vergessen, euch Mettels Tee zu machen. Dylan griff nach ihrer Ledertasche. Das ist nicht nötig, wir sollten sie nicht länger aufhalten. Unsinn, ihr seid doch zum Tee gekommen. Als sie vom Sofa aufstand und in die kleine Teeküche der Bibliothek hinüberschlurfte, warf Dylan, Jenna und den anderen einen entschuldigenden Blick zu. Als die Schwester im Nebenraum herumrumorte, den Wasserkessel aufsetzte und mit Tassen klapperte, fegte Dylan die Skizzen und Fotos zusammen, stopfte alles in die Ledertasche zurück und stellte sie neben sich auf den Boden. Einige Minuten später drang Schwester Margarets dünne Stimme zu ihnen herüber. »Konnte Schwester Grace euch denn weiter helfen, Liebes?« Dylan sah mit einem Stirnrunzeln auf. »Schwester Grace?« »Ja, Schwester Grace Gil Hoolie. Sie und ich waren doch damals zusammen Ehrenamtliche im Heim. Wir waren beide im selben Kloster hier in Boston.« »Bingo«, sagte Dylan leise und ihre Augen glänzten vor Aufregung. Sie stand vom Sofa auf und ging in die Teeküche hinüber. »Ich würde riesig gern mit Schwester Grace reden. Sie wissen nicht zufällig, wo wir sie finden können?« Schwester Margarete nickte stolz. »Aber natürlich weiß ich das. Sie wohnt keine fünf Minuten von hier an der Küste. Ihr Vater war Kapitän. Oder Fischer? Nun ja, so genau weiß ich es nicht mehr. Ist schon okay,« sagte Dylan. »Können Sie uns vielleicht Ihre Telefonnummer oder »Ich weiß sogar noch etwas Besseres, Liebes. Ich rufe Sie selbst an und sage ihr, dass ihr Fragen zu einigen dieser Mädchen aus dem Heim habt.« Hinter Schwester Margaret begann der Teekessel zu pfeifen und ihr Lächeln war so liebenswürdig wie das einer Bilderbuch Oma. »Aber zuerst trinken wir alle eine schöne Tasse Tee. Sie hatten ihren Tee ausgetrunken so schnell sie konnten, ohne völlig unhöflich zu sein. Trotzdem dauerte es über zwanzig Minuten, bis sie sich von der reizenden Schwester Margaret Mary Holland loseisen konnten. Zum Glück hatte sich ihr Anruf bei Schwester Grace als Volltreffer erwiesen. Die andere Nonne im Ruhestand war offenbar gesundheitlich besser dran als ihre Freundin. Sie kam ohne Betreuung aus und von dem einseitigen Gespräche, das Jenna alles über ihre Arbeit in dem New Yorker Mädchenheim zu erzählen. Schönes Haus, bemerkte Jenna als Renate den Rover über die Küstenstraße zu einem in fröhlichem gelb gestrichenen viktorianischen Anwesen fuhr, das auf einer felsigen Landzunge stand. Das große Haus erhob sich auf etwa zwei Morgen Land. Verglichen mit den Grundstücksgrößen in Alaska war das ein Witz, aber hier an und der verschneiten Fels Klippen, hinter denen sich der stahlblaue Ozean bis zum Horizont erstreckte, wirkte das hellgelbe Anwesen in der winterkalten Landschaft so fröhlich und einladend wie ein Flecken warmer Sonnenschein. Ich hoffe, hier haben wir mehr Glück, sagte Alex neben Jenna auf dem Rücksitz und spähte zu dem eindrucksvollen Anwesen hinüber, als sie dem weißen Lattenzaun folgten und dann in die schmale Einfahrt einbogen. Als Renata den Rover beim Haus parkte, drehte sich Dylan auf dem Beifahrersitz zu den anderen um. Wenn sie uns keine der vermissten Frauen aus dem New Yorker Heim identifizieren kann, weiß sie vielleicht wenigstens die Namen der Stammesgefährtinnen auf den beiden neuen Skipsen die Claire Reichen uns gegeben hat. Jenna stieg mit Alex hinten aus und beide gingen zur Vorderseite des Rover herum, wo Renata und Dylan jetzt standen. Ich wusste gar nicht, dass wir zwei neue haben. Elise hat sie gestern bei ihrer Künstlerfreundin im dunklen Hafen abgeholt. Dylan reichte Jenna eine Aktenmappe aus Karton, als sie auf die Veranda des Hauses im Zuckerbäcker Stil zuging. Jenna öffnete sie und folgte ihren Kameradinnen die knarrenden, hölzernen Treppenstufen zur Eingangstür hinauf. Sie warf einen Blick auf die Zeichnungen, die die Künstlerin nach Claires Erinnerungen angefertigt hatte, an die Gesichter, die sie vor einigen Monaten im Traum in Dragors geheimem Schlupfwinkel gesehen hatte. Dylan klingelte an der Tür. Daumen drücken, Mädels, oder lieber beten, wenn ihr schon dabei seid. Eine Haushälterin erschien und informierte sie höflich, dass sie bereits erwartet wurden. In der Zwischenzeit studierte Jenna die beiden neuen Skizzen etwas genauer. Und dann blieb ihr fast das Herz stehen. Das Bild einer jungen Frau mit glattem, dunklem Haar und mandelförmigen Augen starrte sie an. Das zarte Gesicht war ihr vertraut, selbst auf dieser Bleistiftzeichnung, die die ganze Wirkung ihrer exotischen Schönheit nicht einfangen konnte. Corinne, Brox Corinne, Konnte sie das wirklich sein? Und wenn ja, wie war das nur möglich? Er war so sicher gewesen, dass sie tot war. Er hatte Jenna gesagt, dass er die Leiche der Stammesgefährtin gesehen hatte, nachdem sie aus dem Fluss geborgen worden war. Allerdings hatte er auch erwähnt, dass man ihre sterblichen Überreste erst Monate nach ihrem Verschwinden gefunden hatte und dass man sie nur noch Oh Gott, konnte sie wirklich noch am Leben sein? War sie irgendwie Dragos in die Hände gefallen und die ganze Zeit über von ihm gefangen gehalten worden? Jenna war zu verblüfft, um etwas zu sagen, zu genommen, um mehr zu tun, als ihren Freundinnen ins Haus zu folgen, nachdem die Haushälterin sie hereingebeten hatte. Ein Teil von ihr hoffte inständig, dass eine tot geglaubte wurde von einer düsteren Angst gepackt, für die sie sich zutiefst schämte, dass diese neue Entwicklung sie den Mann kosten konnte, den sie liebte. Sie musste es Brock so bald wie möglich sagen. Das war einfach das Richtige in dieser Situation. Er musste die Wahrheit wissen. Er musste die Skizze selbst sehen und feststellen, ob Jenners Verdacht richtig war. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich sage Schwester Grace Bescheid, dass sie hier sind, sagte die liebenswürdige kleine Frau und ließ Jenna und die anderen im vorderen Salon allein. Alex, murmelte Jenna und zupfte sie am Mantelärmel. Ich muss sofort am Hauptquartier anrufen. Alex runzelte die Stirn. Was ist los? Diese Skizze, sagte sie, betrachtete sie noch einmal und war nun völlig sicher, dass es Corinne war, Dragos Schlupfwinkel gesehen hatte. Ich erkenne die Frau. Ich habe ihr Gesicht schon mal gesehen. Was? Alex nahm ihr die Mappe ab, um sie selbst anzusehen. Jen, bist du sicher? Jetzt kamen auch Renata und Dylan näher und drängten sich im stillen Salon des Hauses um sie. Sie zeigte auf das zarte Gesicht der dunkelhaarigen jungen Frau auf der Zeichnung. Ich glaube, ich weiß, wer diese Stammesgefährtin ist. Da bin ich aber neugierig, meine Liebe, sagte eine kühle Frauenstimme. Wer denn? Abrupt sah Jenner auf und direkt in ein ruhiges graues Augenpaar am anderen Ende des Raumes, das aus einem faltigen, freundlich wirkenden Gesicht auf sie zurückstarrte. Mit ihrem langen, zu einem losen Knoten aufgesteckten Silberhaar, dem hellblau geblümten Hauskleid und der weißen Strickweste wirkte Schwester Grayskill Hooley wie einem Gemälde von Norman Rockwell entstiegen. Aber es waren ihre Augen, die sie verrieten. Diese stumpf blickenden Augen und das Prickeln von Jenners neuen Instinkten. Ihre inneren Warnlichter blinkten auf wie Weihnachtsbeleuchtung, sobald die alte Frau den Raum betreten hatte. Jenner hielt den Blick ihrer starrenden Haifisch Augen und erkannte sofort, was die gute Schwester in Wirklichkeit war. Das gibt's doch nicht, sagte sie. Genauso seltsam hatten die FBI-Männer sie angesehen, die erst vor ein paar Tagen in New York versucht hatten, Brock und sie zu töten. Jenner sah zu Renata hinüber. Schwester Grace ist es etwa das zehnte Mal, dass du auf dieses Ding schoss, seit wir hergekommen sind. Brock schmunzelte, als Dante, der nervöse, zukünftige Vater, sich von der Gruppe im Waffenraum entfernte, um auf seinen Organizer zu sehen. Verdammt, Alter, bist du vielleicht nervös? Tess hälte ein Niekerchen in unserem Quartier, antwortete Dante. Ich habe ihr gesagt, wenn sie irgendwas brauchte, soll sie mir sie sind. Da in den letzten fünf Minuten offenbar keine neuen Nachrichten gekommen waren, legte er das Gerät wieder auf den Tisch und kam zum Schießstand zurück, wo Brock, Kate, Rio und Nico auf ihn warteten, um ihre Schießübungen fortzusetzen. Als er zurück zu seinem Platz zwischen seinen Brüdern stapfte, sah ihn Nico mit gespielter Eindringlichkeit an, starrte ihm aus nächster Nähe ins Gesicht und zuckte dann übertrieben mit den Schultern. Komisch, gar nichts zu sehen. »I was?« fragte Dante, die schwarzen Brauen gerunzelt. »Was zum Teufel soll das?« Nico grinste und zeigte seine Grübchen. »Dachte nur, Tess hat dir inzwischen einen Nasenring verpasst, um die kurze Leine festzumachen, an der sie dich hält.« »Klappe«, sagte Dante mit einem tiefen Kichern und hob den Finger in Nicos Richtung. »Darann werde ich dich erinnern, wenn Renata erste achteinhalb Monate schwanger ist und du dir vor Sorge fast in die Hose machst. Darauf brauchen wir nicht zu warten, warf Kate ein. Renata hat ihn doch auch schon so weit, dass er auf Kommando für sie Männchen macht. Wahrscheinlich hat sie auch schon eine Leine für ihn. Ach ja? Nico griff nach seinem Gürtel und machte eine Show daraus, die Schnalle zu öffnen. »Gib mir eine Sekunde und ich zeige euch meine Leine.« Brock schüttelte den Kopf über seine Brüder, die großspurigen Sprüche und das fröhliche Geflaxe über Stammesgefährtinnen und Babys, die bald kamen, gingen irgendwie an ihm vorbei. Er musste die ganze Zeit an Jenna denken und daran, wie er wohl einen Weg finden konnte, eine gemeinsame Zukunft mit ihr zu haben. Sie war keine Stammesgefährtin zusammen haben konnten, nicht einmal, weil zwischen ihnen keine Blutsverbindung möglich war, die sie unauflöslich aneinander binden würde, solange sie beide lebten. Er brauchte keine Blutsverbindung, um seine Gefühle für sie zu verstärken. Sie war so schon seine Gefährtin, auf alle Arten, auf die es ankam. Er liebte sie, und obwohl er nicht sicher war, wie ihre Zukunft aussehen würde, konnte er sich ohne Jenner keine Zukunft mehr vorstellen. Er sah zu den anderen Kriegern hinüber, die mit ihm im Waffenraum waren, und wusste, dass er, wenn nötig, für Jenner sterben würde. Genau wie jeder andere blutsverbundene Stammesvampir für seine Gefährtin. Als sein Blick an Kate, Nico und Dante vorbei wanderte, fiel ihm auf, dass Rio in den letzten Minuten sehr still geworden war. Der Spanier Faust über sein Brustbein. Ist okay mit dir, Rio? Er sah zu Brock hinüber und zuckte vage die Schultern. Seine Faust kreiste weiter direkt über seinem Herzen. Ich spät ist es. Brock sah auf die Wanduhr am anderen Ende der Halle. Vers halb vier. Die Frauen sollten sich jetzt jede Minute melden, sagte Kate. Auch er blickte abwesend und in seinen silbernen Augen glitzerte eine Spur von Unbehagen. Nico legte seine Waffe hin und zog sein Handy heraus. Ich rufe Renata an. Irgendwie habe ich auf einmal ein komisches Gefühl. Ich auch, stimmte Kate ihm zu. Du denkst doch nicht, dass ihnen was passiert ist. Obwohl Brock die ernste Stimmung, die sich so plötzlich über seine Brüder senkte, überhaupt nicht gefiel, sagte er sich, dass alles in Ordnung sei. Schließlich hatten Jenna und die anderen Frauen doch nur eine schnelle Spritztour ans Cape gemacht, um eine achtzigjährige Nonne zu besuchen, Herrgott noch mal. Jenna hatte eine Waffe dabei, Renata ebenfalls, und beide konnten auch damit umgehen. Es gab überhaupt keinen Grund zur Besorgnis. Dante kam herüber, die Stirn finster gerunzelt, während Nico in und sie geht nicht ran, antwortete Nico leise. Madre der Diaz, Rio stieß sich von der Wand ab. Irgendwas macht Dylan Angst, ich spüre es in meinen Nadern. Brock registrierte die Besorgnis, die jetzt alle seine Brüder erfasste. Ihr beiden spürt es auch? fragte er und warf Kate und Nico einen düsteren Blick zu. Mein Puls geht gerade durch die Decke, sagte Kate. Scheiße, da passiert was Schreckliches mit Alex und den anderen. Es wird frühestens in einer Stunde dunkel, erinnerte Dante sie ernst. So lange können wir nicht warten, sagte Nico. Wir müssen ihnen nach. Sofort. Brock verfiel mit den anderen in Gleichschritt. Er fühlte sich verloren und desorientiert, weil er von den Instinkten der anderen abhängig war, um ihn zu Jenna und den Stammesgefährten der anderen Männer zu Jenner war in Gefahr und er hatte keine Ahnung davon gehabt. Sie konnte gerade im Sterben liegen und er würde es nicht wissen, bis er über ihrer Leiche stand. Diese Erkenntnis, so kalt wie der Tod selbst, drang in seine Brust und umschloss sein Herz wie eine eisige Faust. Beeilung, bellte er seinen Brüdern zu. Zusammen rannten die vier aus dem Waffenraum und packten im Gehen Im gleichen Augenblick hatten Jenner und Renata ihre Pistolen gezogen und auf die lächelnde Nonne gerichtet. Die Lakaien, tote Augen durch sie hindurch sahen, als wären sie gar nicht da, als wären sie nichts und bedeuteten nichts. Zumindest nicht für diese Frau, das wusste Jenner ohne Frage. Zwei massige Männer waren hinter Schwester Grace getreten. Sie Waffen gehoben hatten, um zu schießen. Die Augen der Männer hatten denselben kalten Starrblick wie die Nonne. Jeder von ihnen hielt eine riesige Pistole, eine war auf Renate gerichtet, die andere auf Jenner. Die Partsituation spielte sich in wachsamem Schweigen ab, das sich immer weiter in die Länge zog und der weil überlegte sie fieberhaft, wie sie einen oder beide Männer außer Gefecht setzen konnte, ohne dabei Alex oder Dylan in Gefahr zu bringen. Aber verdammt, es ging nicht. Nicht einmal, wenn sie sich auf ihr Implantat verließ, das offenbar ihre Reaktionsfähigkeit beschleunigt hatte. Das Risiko für ihre Freundinnen war zu groß, um es zu versuchen. Und dann noch mehr schlechte Neuigkeiten. Irgendwo von links kam nun ein weiterer Lakai und drückte ihr Die Nonne lächelte ihr falsches Lächeln. Ich muss euch Damen bitten, eure Waffen fallen zu lassen. Renata rührte sich nicht vom Fleck und auch Jenner nicht, obwohl sich jetzt mit einem metallischen Klicken die Trommel drehte und der Lakai eine Patrone in die Kammer beförderte. Wie lange arbeiten sie schon für Dragos? fragte Renata die Geistssklaven. Er ist ihr Meister nicht, da? Schwester Grace blinzelte ungerührt. Zum letzten Mal, Liebes, lass deine Waffe fallen. Der Teppich, auf dem ihr steht, ist seit über zweihundert Jahren im Besitz meiner Familie. Es wäre ein Jammer, ihn zu ruinieren, wenn Arthur oder Patrick hier dir ein Loch in die Brust pusten. Jenners eigene Brust zog sich zusammen beim Gedanken, dass ihre Freundinnen von diesen Lakaien Arschlöchern verletzt wurden. Sie wartete in angespanntem, entsetztem Schweigen und sah zu, wie Renatas schlanke Armmuskeln etwas von ihrer Spannung verloren. Jenner dachte schon, sie würde gehorchen, aber der subtile Seitenblick, den Renata ihr zuwarf, besagte genau das Gegenteil. Jenner beantwortete ihn ihrerseits mit einer kaum wahrnehmbaren Augenbewegung. Sie würde nur eine einzige Chance haben. Ein Sekunden Bruchteil und entweder es klappte oder sie würde schlagartig alles verlieren. Renata stieß einen resigniert klingenden Seufzer aus. Sie begann ihre Waffe zu senken und als sie es tat, konzentrierte sich Jenna auf all die Geschwindigkeit, die sie den Muskeln und Sehnen ihres menschlichen Körpers abbringen konnte. Mit blendender Schnelligkeit wirbelte sie herum und brach dem Lakaien, der sie mit der Waffe bedrohte das Handgelenk. Er schrie auf vor Schmerz und nun brach im ganzen Raum Chaos aus. Was dann geschah, schien für Jenna in Zeitlupe abzulaufen, aber es konnten nur Sekunden Bruchteile sein. Sie senkte ihre Pistole auf den gestürzten Lakaien und schoss ihm zweimal in den Kopf. Inzwischen hatte Renata einen der beiden hinter der Nonne erledigt. Als dem zweiten Lakaien eine Blutfontaine aus der Brust schoss und er zu Boden fiel, drehte sich Schwester Grace um und wollte auf die Diele zurennen. Jenna hatte sie eingeholt, noch bevor sie den zweiten Schritt getan hatte. Sie sprang über die Lakaien und schnitt ihr den Weg ab. Dann riss sie die Hände hoch zu der Frau und stieß diese um. Das grauhaarige Monster wurde hoch in die Luft gewirbelt und krachte auf den Boden des Salons, gerade als Renata dem letzten Mann eine Kugel verpasste und er zuckend und blutend auf Schwester Grace Familienabstück verendete. Jenna stapfte zu der falschen Nonne hinüber, die eben hektisch versuchte, wieder Angst. Die Lakaien grinste mit blutverschmierten Zähnen und schüttelte den Kopf. Aus mir kriegt ihr nichts heraus. Ihr macht mir keine Angst. Ich fürchte den Tod nicht. Als sie redete, donnerten von irgendwo unter dem Haus schwere Schritte nach oben. Zwei weitere Lakaien kamen die Kellertreppe heraufgerannt. Die Tür zur Diele flog mit einem Knall auf, als sie herausstürmten. Renata wirbelte herum und erledigte sie mit gut gezielten Kopfschüssen. Dylan stieß ein kleines Triumphgeheul aus, als sich wieder Stille über das Haus senkte. Und dann drangen aus dem Keller tief unter ihnen schwache Stimmen. Frauen Stimmen. Über ein Dutzend Unterschiedliche, alle riefen und schrien durcheinander in der Hoffnung, dass jemand sie hören konnte. Es gibt's doch nicht, Finden wir's raus, sagte Renata und drehte sich zu Jenner um. Kommst du klar hier oben? Jenner nickte. Kein Problem, ich hab sie im Griff, bis ihr wiederkommt. Geht nur schnell! In dem kleinen Moment von Jenners Unaufmerksamkeit zappelte Schwester Grace auf dem kleinen Sofa herum, suchte etwas in der Tasche ihrer Strickjacke. Jenner sah sich nach ihr um und bemerkte gerade noch, dass sie sich etwas Kleines in den Mund schob und es schnell hinunterschluckte. Sofort krampften sich die Sehnen in ihrem Hals zusammen und dicker weißer Schaum quoll ihr aus dem Mund. Scheiße! rief Jenner. Sie vergiftet sich! Sie ist tot! Vergess das Miststück! sagte Renata. Los, alle mit runter! Jenner, Körper zu Boden fallen. Zusammen rannten die Frauen die alte Steintreppe hinunter, die in einen riesigen, schwach erleuchteten Keller führte, der offensichtlich aus dem zerklüfteten Felsgestein der Halbinsel herausgehauen war. Weiter und weiter gingen sie und die Hilfeschreie wurden immer lauter. Wir hören euch! rief Dylan den verängstigten Frauen zu. Alles okay, wir haben euch gefunden! Jenner war auf den Anblick nicht vorbereitet, der sie erwartete, als der Kellerraum sich vor ihnen verbreiterte. Eine riesige Zelle war in den Stein gehauen und mit einem Eisengitter verschlossen. Und darin waren mindestens zwanzig Frauen. Verdreckt, verwahrlost, in zerschlissenen Laborkitteln, einige von ihnen hochschwanger, andere völlig ausgezehrt. Sie sahen aus wie Kriegsgefangene, vernachlässigt und vergessen, die meisten ihrer Gesichter abgehärmt und ausdruckslos. Sie starrten ihrer Retterinnen an, einige stumm, andere weinten leise und wieder andere schluchzten herzzerreißend. Herr im Himmel, flüsterte jemand, vielleicht Jenner selbst. Holen wir sie raus, sagte Renata mit hölzerner Stimme. Da muss doch irgendwo ein Schlüssel für dieses gottverdammte Gitter sein. Dylan und Alex begannen, den dunklen Raum abzusuchen. Jenner ging auf die gegenüberliegende Ecke zu und spähte in die tiefen Schatten, wo der höhlenartige alte Keller sich scheinbar endlos fortsetzte. Im Augenwinkel sah sie, dass eine der Gefangenen eine leichte Handbewegung machte. Sie versuchte verstohlen, Jenners Aufmerksamkeit zu erregen und zeigte auf den lichtlosen Tunnel, der sich tiefer in die Dunkelheit erstreckte. Sie versuchte, sie zu warnen. Jenner hörte das fast unmerkliche Geräusch von Schritten aus dem Dunkel. Sie sah sich um, gerade noch rechtzeitig, um aufblitzendes Metall und eine schnelle Bewegung zu sehen, und dann spürte sie den Körper eines weiteren Lakaien auf, sich der sie angesprungen hatte und fast zu Boden warf. Jenner, schrie Alex, Renata, hilf ihr! Der Schuss heilte wie Kanonendonner in dem geschlossenen Kellerraum. Die Gefangenen schrien auf und fuhren vor dem Geräusch zusammen. Alles in Ordnung, rief Jenner. Er ist tot! Sie stieß den leblosen Haufen von sich und kroch unter ihm hervor. Ein metallisches Klirren ertönte, als der Lakaien auf den Rücken rollte und seinen letzten Atemzug tat. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, sagte sie, beugte sich über ihn und zog den Schlüsselbund aus seiner Hosentasche. Sie rannte zur Zelle hinüber und begann, den Schlüssel zu suchen, der in das Vorhängeschloss des Gitters passte. Das Blut des Lakaien tränkte ihren Mantel und rann ihr klebrig über die Finger, aber das war ihr egal. Jetzt zählte nur, die gefangenen Stammesgefährtinnen hier heraus zu bringen. Beim zweiten Versuch sprang das Schloss auf. Gott sei Dank, keuchte Dylan. Und jetzt nichts wie raus mit euch allen. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Jenner schwang das riesige eiserne Gitter auf und sah mit einem Gefühl von Stolz und Erleichterung zu, wie die ersten Gefangenen begannen, unsicher aus ihrem Gefängnis zu schlurfen. Eine nach der anderen trat aus der Zelle. Die Krieger waren nur noch wenige Kilometer von dem Anwesen entfernt gewesen, als Rio einen hektischen Anruf von Dylan bekommen hatte, die ihm alles erzählte, was geschehen war. Obwohl sie vorgewarnt waren, dass es ihr, Alex, Renata und Jenna auf wunderbare Weise gelungen war, die Frauen zu finden und zu befreien, die Dragos jahrelang gefangen Anblick vorbereitet, der sie erwartete, als sie über die Küstenstraße auf das große gelbe Haus auf der Klippe zurasten. Die Sonne war gerade erst zum westlichen Horizont gewandert und warf ihre letzten langen Schatten über den schneebedeckten Hof des großen Anwesens und auf diesen Hof hinaus kamen gerade in langer Reihe mindestens ein Dutzend verdreckte ausgezehrte junge Frauen aus der Eingangstür in Decken antike Kilts und Häkel Decken gehüllt Stammes Gefährtinnen Einige saßen schon im Rover der in der Auffahrt stand Wieder andere wurden gerade von Alex und Dylan aus dem Haus geführt Im Himmel flüsterte Brock erschüttert von der enormen Tragweite dessen was geschehen war Renata stand am Rover und half einigen der befreiten Gefangenen auf den Rücksitz Wo zur Hölle war Jenna Brock sah sich mit einem schnellen Blick im Hof um und sein Herz schlug ihm bis zum Hals Gott war sie verletzt Dylan hätte doch sicher erwähnt wenn es Verletzte gegeben hätte aber das änderte nichts daran dass sich gerade ein Felsen in seiner Magengrube bildete wenn ihr etwas passiert war Warte noch sagte Nico bog in die Auffahrt ein und fuhr den riesigen Geländewagen auf den Rasen doch Brock sprang schon heraus noch bevor er ganz zum Stillstand gekommen war er musste seine Frau sehen sie warm und sicher in seinen Armen spüren in Sekundenschnelle war er über den vereisten Hof gerannt Alex sah auf als er auf sie zustürzte wo ist sie rief er wo ist jenner ist hier was passiert ihr geht 's besten sprock Alex zeigte auf die geöffnete haustür hinter der die blut überströmte leiche des letzten lakaien zu sehen war jenner ist unten und kümmert sich darum dass die restlichen frauen sicher aus ihrem Keller verließ kommen er sackte vor erleichterung zusammen ich muss sie sehen Alex lächelte ihm ausgezehrten stammes gefährtinnen zu den beiden wartenden fahrzeugen führte er trat vor und wollte sich eben mit einem satz auf die veranda hinauf schwingen rock die leise frauenstimme so unerwartet so entfernt vertraut ließ ihn schlagartig erstarren etwas klickte in seinem kopf ein ungläubiger funke dann durchzuckte ihn die erkenntnis wie ein schlag rock bist du das wirklich langsam drehte er sich zu der zierlichen dunkelhaarigen frau um die vor der verandatreppe in der auffahrt stehen geblieben war eben war er an ihr vorbeigegangen ohne sie wahrzunehmen herr im himmel er war sich nicht einmal sicher ob er sie erkannt hätte wenn er ihr auf der straße begegnet wäre aber er kannte ihre Stimme und unter der schmutzschicht ihrer gefangenschaft und der verwahrlosung die ihre wangen fahl gemacht und ihre alabasterfarbene haut mit dreck und kratzern verunstaltet hatte erkannte er tatsächlich auch ihr gesicht oh mein gott er fühlte sich als hätte ihm jemand einen tritt gegen die brust versetzt alle luft wich ihm aus den lungen corinne du bist es wirklich flüsterte sie ich hab gedacht ich würde dich nie wieder sehen ihr gesicht verzog sich zu einer grimasse und dann schluchzte sie sie rannte zu ihm warf ihm die arme um die hüften und weinte heftig an seiner brust er hielt sie unsicher was er tun sollte was er überhaupt denken sollte aber du warst doch tot murmelte er du bist auch spürlos verschwunden und dann haben sie deine leiche aus dem fluss gezogen ich sie doch gesehen du warst tot corinne nein sie schüttelte wild den kopf und ihr kleiner körper bebte von ihrem herzzerreißenden schluchzen ich wut brandete in ihm auf brannte durch seinen schock und seine ungläubigkeit von wem sie bekam schluck auf und holte zitternd atem ich weiß nicht sie haben mich entführt und mich die ganze zeit über gefangen gehalten sie haben mir dinge angetan schreckliche dinge brock sie vergrub sich in seine umarmung klammerte sich an ihn als wollte sie ihn nie wieder loslassen brock hielt sie völlig sprachlos geworden von allem was er da hörte er wusste nicht was er zu ihr sagen sollte er hatte keine ahnung wie das was sie ihm sagte überhaupt möglich sein konnte aber es war so sie lebte nach all der zeit nachdem er sich jahrzehntelang die schuld an ihrem tot gegeben hatte war corin plötzlich wieder da und lag ihm lebendig in den armen jenner stieg hinter der letzten gefangenen die kellertreppe hinauf sie konnte kaum glauben dass es vorbei war dass sie und renata dylan und alex die frauen tatsächlich gefunden hatten und es ihnen gelungen war sie zu befreien ihr herz schlug immer noch heftig ihr pulz raste immer noch von dem Adrenalin und ihrer tiefen befriedigung und erleichterung darüber dass das martyrium dieser fast zwanzig hilflosen frauen endlich vergangenheit war sie führte ihre letzte schutzbefohlene um die erschossenen lakaien im salon herum und hinaus auf die veranda inzwischen war die dämmerung gekommen und tauchte den hof voller menschen in ein friedliches abendliches blau jenner atmete die kühle luft ein und trat hinter der stammesgefährtin auf die veranda hinaus sie sah zur auffahrt hinüber wo renate und nico gerade einigen der frauen in den rover halfen rio und dylan kate und alex waren auf dem verschneiten rasen beschäftigt und brachten weitere befreite gefangene in einem zweiten geländewagen des ordens unter aber es war der anblick von brock der sie zur salzsäule erstarren ließ ihre füße hörten einfach auf sich zu bewegen ihr brach das herz als sie ihn mit einer zierlichen dunkelhaarigen frau in den armen stehen sah jenna brauchte ihr gesicht nicht zu sehen um zu wissen dass es das von clairs zeichnung war dass diese zerbrechliche schönheit die brock da so zärtlich in seinen starken armen hielt die junge frau auf dem foto war dass er all die jahre aufgehoben hatte weil er sie für tot gehalten hatte corinne durch eine wunderbare fügung des schicksals war brocks verlorene liebe zu ihm zurück gekehrt jenna wirkte ein bittersüßes schluchzen zurück weil ihm eben das unmögliche zuteil geworden war das geschenk wieder auferstandener liebe und auch wenn der anblick ihr das herz zerriss konnte sie nicht leugnen dass diese zärtliche wiedervereinigung sie zutiefst bewegte und sie konnte nicht ertragen sie zu unterbrechen egal wie verzweifelt sie sich in diesem augenblick danach sehnte selbst diejenige zu sein die brock in den armen lag sie stellte sich innerlich trat leise von der veranda und ging an ihnen vorbei um die restlichen befreiten gefangen blickte auf und sah wie jenna an ihm war in sicherheit gott sei dank vor erleichterung machte sein herz einen solchen sprung dass er schon dachte es würde ihm aus dem brustkorb springen jenna sie drehte sich langsam zu ihm um und die erleichterung die ihr eben noch gespürt hatte verflog schlagartig ihr gesicht war blass und angeschlagen ihr mantel vorne zerrissen und hatte hässliche dunkelrote flecken um Gottes willen er löste sich von corin und rannte hinüber wo jenna stehen geblieben war er packte sie an den schultern und sein panischer blick nahm sie von kopf bis fuß in sich auf seine stammessinne überwältigt von so viel frischem kupfrigem blut himmel jenna was ist mit dir passiert mit etwas verkniffenem gesicht schüttelte sie den kopf und entzog sich ihm ich bin okay das ist nicht mein blut einer der lakaien hat mich im keller angegriffen ich hab ihn erschossen grog zischte vor sorge obwohl sie vor ihm stand und ihm sagte dass sie unverletzt war als ich hörte dass hier was schief gelaufen ist seine stimme versagte mit einem wüsten fluch jenna ich hatte solche angst dass hier was passiert ist sie schüttelte den kopf ihre haselnuss braunen augen blickten traurig aber unbeirrt mir fehlt nichts und corinne platzte er heraus und sah hinüber wo sie immer noch stand so klein und verloren nur noch der schatten des lebenslustigen mädchens das vor so langer zeit aus detroit verschwunden war sie lebt jenna sie war hier mit den anderen eingesperrt jenna nickte ich weiß das weißt du er starrte sie an jetzt verwirrt eine von claire reichens neuen skizzen erklärte sie ich habe sie erst gesehen als wir hier angekommen sind aber ich habe corinne von dem foto in deinem quartier erkannt ich glaube es einfach nicht murmelte er immer noch völlig fassungslos von allem was er eben gehört hatte sie sagt sie ist damals entführt worden und weiß nicht von wem ich habe keine Ahnung wessen Leiche ich da gesehen habe oder warum sie so hergerichtet war als sei sie es gewesen mein Gott ich weiß nicht was ich über die ganze Sache denken soll jenna hörte ihm zu wie er vor sich hin faselte ihre miene geduldig und verständnisvoll sie war viel ruhiger als er war ganz der kühle voll profi mit eiserner selbst beherrschung obwohl sie doch eben selbst eine entsetzliche tortur durchgemacht hatte er wurde von seinen gefühlen überwältigt in diesem augenblick stieg sein Respekt für sie ins unermessliche und auch seine Liebe ist dir klar was ihr hier geleistet habt fragte er sie streckte die hand aus und strich ihr über die blut bespritzte wange mein gott jenna ich bin ja so stolz auf dich er küsste sie und zog sie an sich wollte ihr jetzt und auf der Stelle sagen wie dankbar er dafür war sie in seinem Leben zu haben er wollte seine Liebe zu ihr laut herausschreien aber die tiefe seiner gefühle hatte ihm die stimme genommen dann viel zu schnell entzog sich jenna ihm leider aufgeschreckt vom geräusch von sich nähernden schritten brock drehte sich um nikola und renata standen vor ihnen und eben ging dylan an ihnen vorbei holte corinne und führte sie sanft zur offenen beifahrertür des rover in der auffahrt nico häusperte sich unbehaglich sorry für die unterbrechung meine alter aber wir müssen los der rover ist fast voll und rio hat im hauptquartier angerufen dass wir noch mehr fahrzeuge brauchen um die restlichen frauen weg zu bringen jace und hannter sind schon unterwegs brock nickte sie brauchen irgendwo eine sichere unterkunft andreas und claire haben angeboten sie alle bei sich in newport aufzunehmen antwortete renata rio fährt jetzt den anderen geländewagen hin genau fügte nico hinzu kate und ich bleiben mit renata und alex hier räumen auf und warten auf chase und hunter sie bringen noch einen wagen für die restlichen frauen und einen für unsere rückwart ins hauptquartier wir brauchen jemanden der den rover nach newport fährt sagte renata brock wollte sich freiwillig melden konnte aber den gedanken kaum ertragen von jenner getrennt zu sein selbst für die wenigen stunden die diese fahrt dauern würde innerlich zerrissen sah er zu ihr hinüber los geh schon sagte sie leise am liebsten hätte er sie in die arme genommen und nie wieder los gelassen kommst du allein klar bis ich zurück bin sicher brock ich komm schon klar ihr lächeln war irgendwie bekümmert und ihr zitterten die hände als sie nach seinen aus streckte als sie ihn küsste streifte sie nur flüchtig seine lippen mach dir um mich keine sorgen tu jetzt was du tun musst ihr müsst los drängte nico und wir müssen hier aufräumen bevor noch irgendwelche neugierigen menschen ankommen und herum schniffeln brock stimmte widerwillig zu und trat von jenner zurück sie nickte ihm leicht zu als er noch einen schritt zurück trat er drehte sich um und stapfte auf den wartenden rover zu als er sich ans steuer setzte und im rückwärts gang aus der ein fahrt fuhr um rio im anderen wagen zu folgen wurde er den gedanken nicht los dass sich dieser keusche kuss den jenner ihm eben gegeben hatte irgendwie wie eine abschied angefühlt hatte jenner und die anderen brauchten über eine Stunde um inzwischen waren auch hunter und chase gekommen und mit den letzten befreiten gefangenen wieder abgefahren einen der geländewagen des ordens hatten sie für das säuberungsteam dagelassen jenner hatte in tiefem schweigen gearbeitet sie fühlte sich körperlich müde und erschöpft und seelisch völlig ausgelaugt als sie zusammen mit erlex einen der blutgetränkten teppiche zusammenrollte und zum kofferraum des geländewagens ein schrecklicher fehler gewesen war ihn mit corinne nach newport fahren zu lassen am liebsten hätte sie ihn einfach angerufen und gebeten wieder zurück zu kommen aber so sehr sie ihn auch für sich allein haben wollte sie konnte nicht so unfair zu ihm sein heute Nacht war ihm ein Wunder zuteil geworden und sie würde nicht im Traum daran denken ihm das zu nehmen wie oft hatte sie ein riesiger fehler war der irgendwie wieder in ordnung gebracht würde wie oft hatte sie entgegen aller vernunft gehofft dass irgendeine unmögliche Fügung des Schicksals ihr ihre lieben zurück bringen würde jetzt fragte sie sich ob sie immer noch dafür beten und sich das wünschen konnte und wusste sie konnte es nicht denn das zu tun würde alles negieren was sie für Brock empfand und das schien ihr sogar noch unmöglicher als eine wundersame auferstehung der toten aber sie konnte nicht von Brock verlangen dass er das genauso sah selbst wenn es ihr das Herz brach ihn gehen zu lassen beim Gedanken daran überwählte sie eine Welle der Traurigkeit sie hielt sich schnell am Rover fest fast hätten ihre Knie nachgegeben sofort war Alex an ihrer Seite Jen es ist okay mit ihr sie nickte schwach fühlte sich plötzlich innerlich völlig leer ihr drehte sich der Kopf und alles verschwamm ihr vor den Augen Jenna Alex stellte sich vor sie und holte scharf Atem um Gottes Willen Jenna du bist ja verletzt benommen sah sie hinunter wo Alex sich nun an ihrem blutverschmierten Mantel zu schaffen machte als sie den dicken Wollstoff zurückschlug sah sie warum ihre Freundin so weiß wie ein Laken geworden war Jenna erinnerte sich daran wie der Lakai sie aus der Dunkelheit des Kellers angesprungen hatte sie erinnerte sich an ein metallisches Aufblitzen in seiner Hand ein Messer dachte sie jetzt und starrte auf das frische rote Blut das ihr Lache im Schnee unter ihren Füßen sammelte Kate schnell schrie Alex Panik in der Stimme Renata Nico irgendwer Jenna ist verletzt als die anderen aus dem Haus gerannt kamen begann Jennas Welt um sie zu verblassen sie hörte wie ihre Freunde um sie herum aufgeregt durcheinander redeten konnte aber die Augen nicht offen halten schaffte es nicht mehr sich auf den Beinen zu halten sie ließ den Geländewagen los das Haus von Andreas und Claire Reichen an der Narragansett Bay in Newport summte vor Aktivität wie ein Bienenstock als die geretteten Stammes Gefährtinnen an diesem Abend eintrafen und begannen sich in dem riesigen Anwesen einzurichten Brock und Rio waren als erste angekommen Hunter und Chase erst vor einigen Minuten mit dem Rest der ehemaligen Gefangenen und waren eben dabei sie hineinzubringen Unglaublich sagte Reichen der mit Brock in der Halle im ersten Stock des Anwesens stand Der deutsche Vampir und seine in Neuengland geborene Stammesgefährtin lebten erst seit einigen Monaten in diesem Haus am Meer Das frisch bluts verbundene Paar war in die Staaten umgezogen nachdem sie nur knapp ihr eigenes Martyrium in den Klauen von Dragos und seiner gefährlichen auf ihrem Traumspaziergang durch Dragos Labor gesehen hat aber diese Frauen jetzt tatsächlich zu sehen nach all der langen Zeit endlich lebendig und in Sicherheit das ist einfach überwältigend Brock nickte noch konnte er es selbst kaum glauben Es ist wirklich nett von dir und Claire sie aufzunehmen Das ist doch selbstverständlich Beide Männer drehten sich um als Claire mit einem Stapel frischer Handtücher aus einem verhalte als sie unter dem beivälligen Blick ihres Gefährten in den Flur hinaustrat Ich habe so lange für diesen Tag gebetet sagte sie und ihre dunkelbraunen Augen wanderten von Reichen zu Brock Ich hatte schon nicht mehr zu hoffen gewagt dass wir es tatsächlich schaffen könnten Du und die anderen Frauen des Ordens habt wirklich unglaubliche Arbeit geleistet antwortete er und wusste dass er das Bild nie vergessen würde wie Jenna und die anderen die befreiten Gefangenen aus dem so fröhlich wirkenden Haus geführt hatten dass ihr letztes Gefängnis gewesen war Gott Jenna dachte er Er hatte die ganze Zeit über an sie denken müssen Der einzige Ort wo er jetzt sein wollte war bei ihr sie sicher und warm in seinen Armen zu spüren Sie war der Grund gewesen warum er schweigend von Gloucester nach Rhode Island gefahren war innerlich zerrissen dass Corinne neben ihm auf dem Beifahrersitz geschlummert hatte unglaublich lebendig nach so vielen Jahren und es ihn doch mit jeder Faser seines Herzens unwiderstehlich zurück nach Boston zog zurück zu Jenna aber er konnte Corinne jetzt nicht einfach im Stich lassen er schuldete ihr mehr als das weil er dabei versagt hatte sie zu beschützen war sie herausgerissen worden aus allem was sie kannte und hatte in Dragors Klauen unaussprechliche Qualen erleiden müssen wegen ihm war ihr Leben zerstört worden wie konnte er das alles jetzt einfach ignorieren und zu dem Glück zurückkehren dass er mit Jenna gefunden hatte als hätten allein seine düsteren Gedanken sie herbeigezaubert spürte er Corinnes Anwesenheit hinter sich Reichen und Claire sahen zusammen davon ließen ihn allein um sich den Geistern seiner Vergangenheit zu stellen sie hatte gebadet und saubere Sachen an aber Herr im Himmel wie klein und zerbrechlich sie immer noch war der langärmlige Fleece Pullover und die Yoga Hose hing überweit an ihrem winzigen Körper ihre Wangen waren blass und eingefallen und unter ihren einst zu funkelnden mandelförmigen Augen waren große dunkle Ringe Jetzt wo sie ihr Rabenhaar in einem langen Pferdeschwanz trug konnte er sehen dass sie älter geworden war seit er sie das letzte Mal gesehen hatte damals war sie 18 gewesen und obwohl sie inzwischen über 90 war wirkte Corinne wie 30 nur die regelmäßige Einnahme von Stammesblut konnte ihre Jugend so konserviert haben und Brock wurde übel bei der Vorstellung was sie in Dragos Schreckens Labor hatte erleiden müssen Meine Goethe Corinne murmelte er und kam auf sie zu während sie erstarrt und stumm einen Meter vor ihm in der Halle stand Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Kleine Schnitte und Narben verunstalteten das Gesicht das Ihre Augen waren immer noch exotisch immer noch so kühn dass sie nicht einmal blinzelten als er sie jetzt so erschüttert musterte Aber nun hatte ihr Blick eine neue Härte bekommen Das verspielte Kind Die jugendliche Unschuld waren fort und an ihre Stelle war eine stille berechnende Überlebende getreten Er streckte die Hand nach ihr aus aber sie wich mit einem leichten Kopfschütteln zurück Er ließ die Hand sinken und ballte sie zur Faust Ach Corinne kannst du mir je vergeben Ihre schmalen Brauen runzelten sich leicht Nein Ihre leise Antwort vernichtete ihn völlig Er hatte es verdient das wusste er und konnte kaum ein Wort zu seiner Verteidigung sagen Er hatte versagt und sie im Stich gelassen und wahrscheinlich so noch mehr als wenn sie damals vor all den Jahren gestorben wäre der Tod wäre besser gewesen als das was sie als Gefangene eines kranken Bastards wie Dragos hatte erdulden müssen Es tut mir so leid murmelte er entschlossen die Worte auszusprechen auch wenn sie stumm den Kopf schüttelte und sich ihr Stirnrunzeln vertiefte Ich weiß meine Entschuldigung bedeutet jetzt gar Aber ich will dass du weißt es seit hier kein Tag vergangen ist an dem ich nicht an dich gedacht und mir gewünscht habe dass ich da gewesen wäre Ich hätte so gern mit dir getauscht mein Leben für deins gegeben Brock nicht sagte sie ihre Stimme war jetzt kräftiger als zuvor Ist es das was du gedacht hast dass ich dir die Schuld daran gegeben habe was mit mir passiert ist er starrte sie an überrascht dass er überhaupt keine Wut in ihren Augen sah du hast alles recht der Welt mir die Schuld zu geben ich hätte dich beschützen müssen ihre dunklen Augen wurden nun ein wenig traurig das hast du doch egal wie unmöglich ich mich damals aufgeführt habe du hast immer auf mich aufgepasst nicht in dieser letzten Nacht erinnerte er sie grimmig ich weiß nicht was damals passiert ist murmelte sie ich weiß nicht wer mich entführt hat aber du hättest gar nichts dagegen tun können brock es war nie deine schuld ich wollte nie dass du das denkst ich hab dich überall gesucht corinne wochen monatelang ich hab noch jahre nach dir gesucht nachdem man deine leiche aus dem fluss geborgen hatte die leiche die man für dich gehalten hat er holte scharf luft ich hätte dich in dieser nacht nicht aus den augen lassen dürfen nicht eine sekunde lang ich habe versagt nein sagte sie und schüttelte langsam den kopf ihr gesicht war ganz ohne vorwurf voller vergebung das hast du nie du hast mich damals in den club geschickt weil du gedacht hast dass ich dort am sichersten aufgehoben wäre wie hättest du wissen können dass man mich entführen würde du hast alles richtig gemacht Brock du hast immer das getan was für mich am besten war er schüttelte den kopf verblüfft von ihrer absolution beschämt von der entschlossenheit in ihrer stimme sie gab ihm keine schuld und etwas von der bleiernen last die er so lange mit sich herumgetragen hatte begann sich von ihm zu heben in der woge der erleichterung die ihn überströmte dachte er wieder an jannah und das leben das er mit ihr beginnen wollte du hast jemanden sagte corinne und musterte ihn in seinem schweigen die frau die geholfen hat uns alle heute zu retten er nickte stolz erfüllte ihn trotz des stumpfen bedauerns das er beim anblick dieses jungen mädchens empfand das in der jahrzehntelangen gefangenschaft bei dragos zu dieser zerbrechlichen ernsten frau geworden war bist du verliebt fragte sie er konnte es nicht leugnen nicht einmal ihr gegenüber ja und wie sie heißt jannah corinne lächelte traurig schön für jannah es freut mich dass du glücklich bist brock überwältigt von dankbarkeit und hoffnung konnte er nicht anders als corinne in eine feste umarmung zu ziehen zuerst war sie steif in seinen armen ihr kleiner körper zuckte zusammen als erschrecke sie der körperkontakt aber dann entspannte sie sich ein wenig und legte ihm leicht die hände auf den rücken einen augenblick später ließ er sie wieder los und fragte und du kommst du klar corinne sie schenkte ihm ein schwaches lächeln als sie mit den zerbrechlichen schultern zuckte ich will jetzt erstmal nach hause ein leerer wunder ausdruck verschattete ihren blick ein innerer schmerz der in ihr zu bluten schien wie eine offene wunde ich will jetzt einfach nur bei meiner familie sein dragos leutnant zitterte heftig als er die schlechten neuigkeiten des tages überbrachte all die frauen die dragos seit jahrzehnten für sein privatlabor gesammelt hatte oder vielmehr diejenigen davon die seine ausgedehnten experimente und zuchtprozeduren überlebt hatten waren vom orden gefunden und befreit worden und noch schlimmer es waren die frauen des ordens gewesen nicht etwa luken und seine krieger die heute die entdeckung gemacht hatten die nonne die ihm gedient hatte ihm zuerst als heimbetreuerin bei der aufspürung von stammes gefährtinnen assistiert hatte und in letzter zeit die leiterin seines kleinen gefängnisses an der küste gewesen war hatte dabei versagt seine interessen zu schützen die nutzlose kuh war jetzt tot aber zuvor hatte sie ihn die etwa zwanzig frauen gekostet für die sie verantwortlich gewesen war und somit war es dem orden gelungen seine operation einen weiteren gefährlichen schlag zu versetzen zuerst hatten sie ihm seine autonomie genommen seine jahrzehntelang unangefochtene machtposition als direktor der agentur dann sein geheimes labor als sie sein hauptquartier gestürmt und ihn in den untergrund gezwungen hatten als nächstes hatten sie den ältesten getötet obwohl dragos die kreatur früher oder später vermutlich selbst eliminiert hätte und jetzt auch noch das im vorraum von dragos hotel suite in boston stand sein leutnant und spielte mit seinem hut herum wrang ihn aus wie einen nassen lappen ich weiß nicht wie es ihnen gelingen konnte die gefangenen aufzuspülen sir vielleicht hatten sie das haus aus einem bestimmten grund überwacht vielleicht war es auch reiner zufall der sie dorthin führte und sie dragos wildes wutgeschrei brachte das geplapper augenblicklich zum verstummen er sprang von dem seidensofa auf und fegte mit dem arm eine kristall vase voller orchideen beiseite die auf einem zierlichen sockel in der nähe stand sie zerschellte an der wand glasscherben wasser und blumenfetzen sprühten in alle richtungen sein leutnant keuchte auf vor angst und sprang zurück dabei prallte er mit dem rücken gegen die geschlossene tür seine augen traten ihm fast aus dem kopf die todesangst stand ihm ins gesicht geschrieben als dragos sich kochend vor wut auf ihn stürzte in diesen vor entsetzen geweihteten augen sah er dass sein leutnant sich nur allzu gut daran erinnerte was er ihm erst vor einer woche in eben diesem hotel zimmer angedroht hatte sa bitte flüsterte er die lakaien kann doch nichts dafür doch das interessierte dragos nicht seine wut war schon zu groß um noch im zaum gehalten zu werden mit einem tierhaften kriegsschrei der eher luken und seinen kriegern galt als dem unbedeutenden wicht der zitternd vor ihm stand hob er die faust und rammte sie dem anderen vampir hart in die brust wie ein hammer durchschlug sie kleider haut und knochen und riss das hektisch schlagende organ heraus das darin gefangen war der leutnant brach tot zu seinen füßen zusammen dragos sah auf ihn hinunter ein scharlachroter sprühregen spritzte aus seiner blutigen faust auf die leiche und den weißen teppich der suite hinunter auf dem sie lag dragos warf das herz des vampirs fort wie abfall dann legte er den Kopf luft im raum zu vibrieren wie donner grollen schafft mir diesen müllhaufen weg fauchte er die beiden killer an die von der anderen seite der hotel suite aus schweigend zugesehen hatten er stapfte ins badezimmer hinüber um sich das blut von den händen zu schrubben und beruhigte sich mit der gewissheit dass er obwohl es dem orden gelungen war ihm heute wieder einen schlag zu versetzen immer noch die oberhand hatte zu schade dass sie das noch nicht erkannt hatten aber das würden sie und schon sehr bald denn jetzt hatte er den orden direkt im visier und konnte kaum erwarten den abzug zu erwachte starrte sie an die decke des krankenzimmers im hauptquartier sie blinzelte langsam und erwartete den sengenden schmerz der stichwunde in ihrer seite zu spüren was sie stattdessen spürte waren warme finger die ihr zärtlich über den arm strichen morgen kam die tiefe samtige stimme die sie im schlaf gehört hatte ich hab schon so darauf gewartet dass du deine schönen augen auf machst rock sie drehte den kopf auf dem kissen und sah überrascht dass er an ihrem bett saß er sah so gut aus so liebevoll und stark seine dunkelbraunen augen betrachteten sie intensiv und sein sinnlicher mund kräuselte sich zu einem kleinen lächeln sie haben mich in newport angerufen und mir gesagt dass du verletzt bist sagte er dann stieß er einen leisen fluch aus ich vor dem lakaien aus das blut an dir gesehen aber ich wusste nicht dass es dein eigenes war jenner ich bin wie der teufel zurückgefahren ich musste einfach dafür sorgen dass du okay bist sie lächelte zu ihm auf ihr herz flog ihm zu vor freude ihm wieder nah zu sein aber gleichzeitig hatte sie auch angst davor so glücklich zu sein weil sie nicht wusste ob er nur zurückgekommen war um sie zu heilen wie fühlst du dich jenner ganz gut antwortete sie und erkannte erst jetzt dass sie sich körperlich sogar ausgezeichnet fühlte sie setzte sich auf und schlug die decke zurück von dem hässlichen schnitt der eigentlich unter ihren rippen sein sollte war nur noch etwas schorf übrig geblieben die Wunde die so heftig geblutet hatte war fast verschwunden wie lange war ich bewusstlos ein paar stunden rocks blick wurde weich als er sie ansah du hast uns alle überrascht besonders Gideon er versucht immer noch herauszufinden was der physiologisch mit dir passiert aber so wie es aussieht lernt dein körper sich selbst zu heilen adaptive regeneration hat er es glaube ich genannt er sagt er will noch mehr Tests machen um herauszufinden ob die regeneration nach auswirkung auf deine zell alterung haben könnte er meint die chancen stünden gut jenna schüttelte den kopf erstaunt und auch belustigt weißt du was ich glaube allmählich es könnte spaß machen ein cyborg zu sein mir ist egal was du bist antwortete er ernst ich bin bloß froh dass du wieder auf dem Damm bist im folgenden schweigen das sich zwischen ihnen ausbreitete spielte jenna mit dem zipfel ihrer decke herum wie geht es den stammes gefährten die wir gerettet haben sie sind alle bei den reichens und leben sich ein die meisten haben noch eine menge vor sich aber sie sind am leben und dragos kann ihnen nie wieder etwas antun das ist gut antwortete sie leise und Corinne brocks miene verdüsterte sich sie hat die hölle durch gemacht jetzt will sie nach hause zu ihrer familie nach detroit sie sagt sie müsse erst einige dinge in ihrer vergangenheit in ordnung bringen bevor sie an ihre zukunft denken könne ach sagte jana sie verstand wie Corinne sich fühlte auch sie hatte viel über ihre eigene vergangenheit nachgedacht und darüber dass sie in alaska dinge unbeendet gelassen hatte bisher war sie zu feige gewesen sich hinzustellen aber jetzt wusste sie dass sie bereit dafür war sobald sie wieder aufstehen konnte seit der heutigen rettungsaktion hatte sie auch über ihre zukunft nachgedacht es war unmöglich sich eine zukunft ohne brock vorzustellen besonders jetzt als sie in sein schönes gesicht hinauf sah und die warme und den trost seiner dunklen augen und seiner zärtlichen berührung spürte Corinne hat mich gebeten sie nach hause zu bringen sagte er Worte die ihr fast das Herz brachen sie verkniff sich ihn egoistisch anzuflehen nicht zu gehen stattdessen nickte sie und dann stieß sie die Worte hervor von denen sie wusste dass er sie jetzt hören musste Worte die ihm die schuld gefühle nehmen würden angesichts dessen was sie miteinander gehabt hatten oder angesichts der zärtlichen versprechen die er ihr gemacht hatte weil er nicht wissen konnte dass seine verloren geglaubte geliebte wieder in seine arme zurückkehren würde croc ich will dir dafür danken dass du mir geholfen hast du hast mir das leben gerettet mehr als einmal und du warst der liebste und zärtlichste Mann den ich je gekannt habe er runzelte die Stirn und öffnete den Mund um etwas zu sagen aber sie redete einfach weiter ich will dass du weißt dass ich dankbar bin für die Freundschaft die du mir bewiesen hast und am meisten danke ich dir dafür dass du mir gezeigt hast dass ich wieder glücklich sein kann ich hätte nicht gedacht dass ich das jemals wieder sein könnte und auch nicht dass ich mich jemals wieder verlieben könnte Jenna sagte er seine tiefe stimme war ernst und sein Stirnrunzeln vertiefte sich ich weiß du musst jetzt mit Corinne gehen ich weiß dass ich dir nichts von dir geben kann wir könnten nie kinder oder eine blutsverbindung haben und wir könnten auch nicht annähernd so lange zusammen sein wie du mit ihr er schüttelte den kopf und murmelte einen leisen fluch aber sie konnte nicht aufhören bevor sie ihm alles gesagt hatte ich will dass du mit ihr gehst ich will dass du deine zweite chance bekommst jemals jetzt hör mir zu ich will sofern weg ich will dass du eine gefährtin hast wie du sie verdienst auch wenn das bedeutet dass nicht ich es da legte er ihr die hand in den nacken zog sie zu sich hinauf und brachte sie endlich mit einem heftigen kuss zum schweigen dann zog er sich zurück und starrte sie leidenschaftlich und besitzergreifend an er gefälligst auf mir zu sagen was ich tun soll wieder küsste er sie dieses mal zarter sein mund bedeckte ihren seine zunge forderte einlass sie spürte sein begehren und das gefühl das zu sagen schien dass er sie nie wieder loslassen wollte als er es dann doch tat blitzten in seinen dunklen augen bernsteingelbe funken lass doch mal eine verdammte sekunde lang ein andern ans steuer sie starrte ihn an wagte worauf er hinaus wollte ich bin in dich verliebt flüsterte er wild ich liebe dich und mir scheißegal ob du normal sterblich bist ein cyborg ein alien oder alles zusammen ich liebe dich jenner ich will dass du zu mir gehörst gehörst zu mir verdammt ob wir nur ein paar jahrzehnte miteinander haben oder fast eine ewigkeit du gehörst zu mir jenner sie holte stockend atem überwältigt vor freude und erleichterung ich liebe dich so ich dachte schon ich hätte dich heute verloren niemals sagte er und starrte ihr tief in die augen wir sind doch partner du und dich partner in allem ich werde dir immer den rücken frei halten jenner sie lachte und schluchzte gleichzeitig auf dann nickte sie ihm zu und dir wird immer mein herz gehören für immer sagte er und dann zog er sie in seine arme zu einem tiefen endellosen kuss jenners stiefel knirschten im mond hellen schnee als sie am stadtrand von harmony in alaska auf ein stück unberührten geweihten boden trat es war ein paar tage her seit sie auf der kranken station des hauptquartiers aufgewacht war völlig wiederhergestellt von der stichwunde die sie bei der rettungsaktion der gefangenen stammes gefährdinnen davongetragen hatte nur ein paar tage seit sie und brock einander versprochen hatten ihre zukunft zusammen zu verbringen als liebespaar gefährden bist du sicher dass du das wirklich tun willst fragte er sie und legte ihr seinen starken arm um die schultern sie wusste dass er die arktische kälte hasste und trotzdem war er es der ihr diese reise in den Norden vorgeschlagen hatte er war geduldig und verständnisvoll gewesen und sie wusste dass er ewig mit ihr hier draußen stehen würde wenn er dachte dass sie mehr Zeit gefrore in der kalten Nachtluft und unter der tiefen Kapuze seines Anoraks war sein schönes Gesicht von feierlichem Ernst erfüllt er sah sie aufmunternd an gehen wir sagte sie und warf einen verhangenen Blick auf den kleinen Friedhof der schläfrig vor ihr lag ihre behandschulten Finger ineinander verschlungen gingen sie zusammen auf die hintere Ecke des Grundstücks zu wo zwei Grabsteine aus Granit Seite an Seite unter ihrer dicken Schneedecke standen sie war vorbereitet gewesen auf die Kummerwelle die sie überrollte als sie und Brock sich zum ersten Mal Mitch's und Libby's Kräber näherten aber ihr stockte doch der Atem ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen ihre Kehle war wie zugeschnürt und einen Augenblick lang war sie doch nicht sicher ob sie die Kraft hatte das flüsterte sie Brock drückte ihre Hand seine tiefe Stimme war sanft du schaffst das ich bin hier direkt neben dir die ganze Zeit sie sah auf in seine ruhigen dunklen Augen spürte wie seine Liebe sie umhüllte und ihr seine starke lie sie nickte dann ging sie weiter ihre nassen Augen fest auf die eingemeißelten Inschriften gerichtet die alles so unwiderlegbar machten so schrecklich schmerzhaft und real ihre tränen begannen zu fließen sobald sie vor die Grabsteine trat sie ließ Brocks Hand los und kam näher sie wusste diesen Teil des Weges musste sie alleine gehen hallo Mitch murmelte sie leise kniete sich in den Schnee und legte eine der beiden roten Rosen die sie mitgebracht hatte auf seinen Grabstein Sockel die andere an der mit einer rosafarbenen Schleife ein kleiner Plüschbär befestigt war legte sie vorsichtig neben neben den kleineren Grabstein hallo mäuschen so verharrte sie lange lauschte dem wind der in den arktischen kiefern rauschte und ließ mit geschlossenen augen ihren tränen freien lauf während sie sich an die glücklichen seiten mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter erinnerte oh gott flüsterte sie heiser von ihren Gefühlen überwältigt es tut mir so leid ihr beiden fehlt mir so sie konnte den schmerz nicht zurückhalten unter lauten schluchzen strömten all der aufgestaute kummer und ihre schuldgefühle seit der unfallnacht aus ihr heraus noch nie hatte sie dieses gefühl von reinigung gespürt sie hatte zu viel angst gehabt war zu wütend auf sich selbst gewesen um ihren kummer wirklich spüren und ihn dadurch endlich loslassen zu können aber jetzt konnte sie nicht aufhören sie spürte grocks verlässliche präsenz hinter sich ihre rettungsleine ihr sicherer Hafen im Sturm jetzt fühlte sie sich stark und sicher sie fühlte sich geliebt und was das größte wunder für sie war sie spürte dass sie es wert war geliebt zu werden mit ein paar gemurmelten abschiedsworten berührte sie nacheinander die beiden grabsteine dann stand sie langsam auf brock war direkt hinter ihr seine offenen arme warteten darauf sie in einer zärtlichen Umarmung aufzufangen er küßte sie zart und tröstlich sah in ihre Augen hinunter und strich ihr mit sanften Fingern die Tränen fort bist du okay sie nickte und fühlte sich leichter trotz des Kloßes der ihr immer noch in der Kehle saß sie fühlte sich bereit ein neues Kapitel ihres Lebens aufzuschlagen bereit für ihre Zukunft mit diesem außergewöhnlichen Stammesvampir den sie mit allen Fasern ihres heilenden Herzens liebte sie sah in Brocks dunkle Augen auf und schob ihre Hand in seine komm sagte sie lass uns heimgehen das war Lara Adrian Geweihte des Todes Midnight Breed 8 gelesen von Simon Jäger Von Tsch Van Sch 1 3 2 3 5 6 10 10